Neulich bei Two in the Half Men Mann und Frau, Sie dürfen die Braut küssen Das darf doch wohl nicht wahr sein Freu dich doch, Charlie Du kriegst endlich, was du immer wolltest Ich zieh bei dir aus Das darf doch wohl nicht wahr sein Können wir eine Roulette spielen, bevor wir nach Hause fahren? Oh, Schatz, da wirst du nur ausgenommen Du hast keine Chance gegen die Uh, super Versuch, dein Glück, Jackpot Da zieht dich niemand über den Tisch Hier, Schatz, küss ihn, bevor ich ihn reinstecke Und die Flitterwochen weggehen Küss ihn, bevor ich ihn reinstecke Na, wenn das nichts hilft Nochmal dasselbe, bitte Ist das gut? Ich hab gewonnen Ich hab ein Million Dollar gewonnen Das darf doch wohl nicht wahr sein Alan, du bist reich Nein, wir sind reich Wir sind doch jetzt verheiratet Was meines ist auch dein Ach, wirklich? Und die Flitterwochen sind zu Ende Nein, 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 nein Wer ist? Wer ist denn Charlie? Charlie, bist du hier? Hey, Alan. Ewig nicht mehr gesehen. Sag meinem Bruder Alan guten Tag. Hi, Alan. Hi, Alan. Hi, Alan. Komme ich etwa ungelegen? Was würdest du sagen? Ich müsste ganz dringend mit dir reden. Könntest du vielleicht mit nach unten kommen? Gern. Gib mir anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden? Das ist nicht lang, ich weiß, aber unser Terminplan ist ganz schön eng. Tina hat Hausaufgaben, Cindy muss zu ihrem Verlobten und Marie... Naja, bei Marie geht's auf Zeit. Du hast schon zwei Frauen im Bett und brauchst noch eine professionelle? Also hör mal, sicher ist sicher. Na, dann werd ich wohl besser unten warten. Guter Einfall. Du weißt ja, fünf bringen Unglück. Okay, wisst ihr drei Süßen denn noch, was ihr tun müsst? Aha. Yep. Schätze schon. Na dann, gehen wir es an. Anderthalb Stunden auf den Punkt genau. Das ist Planung, was? Zeigt man ein bisschen klasse, ja? Und? Wie geht's dem jungen Ehemann? Hebst du noch deinen Traum? Weißt du, ich... Eins, sag ich dir, Bruder. Hier ist nichts mehr beim Alten, seit du weggezogen bist. Nett von dir, nur... Seitdem ist es viel besser. Zieh dich mal um. Ich weiß gar nicht, wer die sind. Und ich kann jetzt hier überall vögeln, wo ich will. Ich wusste gar nicht mehr, was für ein Wahnsinns-Spaß es auf einer Waschmaschine macht. Du weißt schon. Huber da, Huber da, Huber da, Huber da. Hört sich ja nett an, aber... Und das Beste, seit Jake hier nicht mehr wohnt, hat Mom keinen Grund mehr aufzukreuzen. Hey, ich muss sie erst wiedersehen, wenn wir in der Hölle sind. Freut mich für dich, aber... Das hört mir ein, seitdem Jake weg ist, hast du auch keinen Grund mehr hier aufzukreuzen. Aber ich bin dein Bruder. Na und? Ich bin dein Bruder und besuch dich ja auch nicht. Jetzt hör doch bitte mal zu. Meine Frau hat mich rausgeworfen. Ach, nicht doch. Ist ja furchtbar. Allerdings. Naja, danke für deinen Besuch. Hörst du dir nicht zu? Mein Candy liebt mich nicht mehr. Meine Ehe ist kaputt. Mein Leben ist ruiniert. Wow. Was ist... Déjà-vu. Es ist so, als hätte ich das schon mal erlebt und überhaupt nicht toll gefunden. Mhm. Charlie, ich... Warte. Heute ist es anders. Heute kannst du dir selber ein Haus kaufen, anstatt bei mir einzuziehen, weil du jetzt Geld hast. Äh, äh, weißt du... Ach, du Flasche! Es war nicht meine Schuld. Es lag an den Steuern und an der Villa und... Und erkennt ich es mal im Auto und an ihren neuen Kleidern und... Und an den Schuhen. Oh Gott, so viele Schuhe. Wie viel hast du denn noch? Elf Dollar. Ja, okay. Fangen wir ganz von vorne an. Naja, es lief gut, bis ich für einen Monat... Nein, 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 nein. Ich geh wieder nach oben, du klopfst wieder an meine Tür und sagst, du willst mit mir reden. Nur dieses Mal erwürge ich dich! Ach, komm schon. Ich hab doch niemanden mehr außer dir. Ich brauche dich, Charlie! Kennt hier jemand einen Charlie? Oh Gott! Ich arbeite für Caligula. Hi, Börter. Hey, Struppi! Was machen Sie denn hier? Candy hat mich rausgeraufen. Meine Ehe ist kaputt. Verdammt, ist ja grauenhaft. Ja. Verdammt, verdammt, verdammt! Wem sagen Sie das? Ich hatte Oktober im Topf. Topf? Was für ein Topf? Ich, ihr Bruder, ihre Mom, ein paar Nachbarn haben gewettet, wie lange es dauert, bis sie sie rauswirft. Ich war so nah dran! Sie haben gewettet, dass meine Ehe kaputt geht? Nein, wir haben gewettet, wann? Charlie hat sie ja so wieder aufgenommen. Naja, nicht mit offenen Armen oder einem offenen Herzen oder einer offenen Tür. Er hat mich rausgeworfen und ich bin zum Fenster wieder rein. Also, ja, ich bin wieder da. Tja, freut mich ehrlich. Das soll ein Witz sein. Nein. Wenn Sie und das Kind hier sind, muss ich die Waschmaschine nicht mehr so oft mit dem Schlauch abspritzen. Ich geh hin. Ich schätze, der Butter hier ist nicht mehr zu trauen. Und den zwei Bananen auch nicht. Hallo, Alan. Judith. Hey, Dirt. Hey, Partner. Würde mir mal einer sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist? Sag's ihm lieber selbst. Okay. Jack, hör zu. Ich weiß, dass du Candy gern gehabt hast, aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir uns wieder scheiden lassen müssen. Oh, Mann! Ihr könnt trotzdem noch Freunde bleiben. Nein, ich hatte Dezember. Alan, ich wollte dir nur sagen, wie leid es mir tut, dass es mit dir und Candy nicht hingehauen hat. Danke. Du hast die Wette gewonnen. Ja. Zu deiner Information. Mein Anwalt sagt, auch wenn Candy dich bis auf die Haut auszieht, musst du mir trotzdem noch Unterhalt bezahlen. Seine Rechnung. Sechshundert Dollar? Er hat es mir sehr langsam erklärt. Du hast nicht angerufen. Was? Als Dad von dir weggezogen ist, hast du gesagt, wir könnten immer noch was zusammen unternehmen, aber du hast nicht angerufen. Oh Gott, Jake, tut mir leid. Ich hab gewartet. Ich mach's wieder gut. Wann? Irgendwann. Ich bin noch hier. Was soll ich machen, Jack? Keine Ahnung, du hast mich echt hängen lassen und mich tief verletzt. Ich hab auch ein schlechtes Gewissen. 50 Mäuse, dann legt sich's. 10. Gut. Hab dich lieb, Onkel Charlie. Ich dich auch. Wie lange will er da noch rumhängen? Weiß nicht, Jack. Er ist ziemlich traurig. Ja, das kommt davon, wenn man mit seinem Penis denkt. Hast du das von deiner Mutter? Nein, von deiner. Und wie geht es dir dabei? Mir geht's gut. Ganz sicher? Onkel Charlie, das ist nicht meine erste Scheidung. Klar. Und eins sag ich dir, ich werd niemals heiraten. Ja, das ist ein schöner Traum, Jack. Früher oder später träffst du eine, die hübsch ist, klug und einen furchtbaren Hass auf ihre Eltern hat. Was machst du dann? Keine Sorge, ich hab einen Plan. Echt? Tja, wenn sich eine Frau in mich verliebt, sag ich ihr, dass ich zum Heiraten zu arm bin. Aber in Wahrheit bin ich Millionär. Und wie willst du in Wahrheit Millionär werden? Indem ich einen Filmstar heirate. Du willst einen Filmstar heiraten, damit du nicht heiraten musst? Der Plan hat noch gewisse Schwächen. Schön. Halt mich auf dem Laufenden. Hey. Hey. Jake hat sich in den paar Monaten verändert. Er ist ein richtig kleiner Mann geworden. Aha. Kein besonders schlauer kleiner Mann. Was machst du hier? Ich mach Pläne. Zum Beispiel, dass du einen Filmstar heiratest? Was? Ach, nichts, nichts. Was für Pläne? Na ja, ich will etwas kräftiges Frühstücken, mich betrinken. Dann geh ich zum Strand und versuch nach Japan rüber zu schwimmen. Oh. Wozu dann Frühstück? Ich will mich übergeben und ertrinken, bevor die Haie mich zerfetzen. Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin ein Versager, Charlie. Alles, was ich in meinem Leben angefangen habe, ist komplett schiefgelaufen. Oh Mann. Du siehst das alles falsch. Schiefst du? Schon wieder versagt. Jetzt halt die Klappe und hör mir zu. Es gibt nichts, worüber man sich schämen müsste, wenn man versagt. Daraus lernt man nur. Ach, wirklich? Ich versage seit fast 40 Jahren. Was habe ich gelernt? Das war keine rhetorische Frage. Komm schon, Alan. Du solltest das mal von der heiteren Seite betrachten. Ein Mann mittleren Alters und Pleite heiratet ein 22-jähriges Küken und gewinnt kurz darauf eine halbe Million Dollar. Und dann zieht sie ihn bis auf die Knochen aus? Das ist ein Brüller. Okay, okay. Vielleicht bist du wirklich zu nah dran, aber es ist wirklich zum Todlachen. Wo willst du denn hin? Da geht's zu mir. Hey, gehst du mit mir und dem Kleinen ins Kino? Nein, danke. Willst du was essen? Nein. Was zu trinken? Nein. Wie wär's mit der Flasche Scotch und der Nutte? Ich bin lieber allein. Dafür brauchst du mich nicht. Darin bist du doch Experte. Fließ die Tür, wenn du rausgehst. Gut, mach ich. Und vernagle sie und betonier sie zu und häng ein Bild von was Fröhlicherem davor. Zum Beispiel ein abgestürztes Flugzeug. Okay. Ich höre jetzt sofort auf, mich selbst zu bemitleiden. Nein, lieber nicht. Alan? Das hat gerade noch gefehlt. Charlie hat mir das von dir und Candy erzählt. Es tut mir so leid. Ja, vielen Dank. Sehr freundlich. Hat er dir auch erzählt, dass ich allein sein will? Ja, hat er. Soll ich ein bisschen bei dir bleiben? Nein. Darf ich dich umarmen? Zum Abschied, oder? Alan, ich weiß, wie es ist, seine Liebe zu verlieren. Rose? Ja, Baby? Du bist eine Stalkerin. Wir hören lieber das Wort abgrenzungsbehindert. Geh einfach weg. Ich soll weggehen? Alan, ich bin eine Stalkerin. Glaub mir, der Schmerz geht vorbei. Die schreckliche, qualvolle Leere, von der dein Herz zerfressen wird, wird sich bald in etwas Schöneres verwandeln. Und in was? In tiefen Hass. In einen brennenden, weißglühenden Hass, aus dem du die Kraft schöpfst, unaussprechlich gemeine Rachefeldzüge zu führen. Du wirst ein Sammelalbum brauchen. Dad? Ja? Onkel Charlie fährt mich jetzt zu Mom zurück. Na, dann komm rein und sag auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ist das alles? Umarm doch deinen alten Dad. Schon viel besser. Hängst du immer noch durch? Nein, im Gegenteil. Ich halt nur ein kleines Schläfchen. Das machst du jetzt schon zwei Tage. Ich werde alt, Jake. Alte Menschen brauchen viel Schlaf. Es ist eine Vorbereitung auf den Tod. Okay, also, Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, Dad? Ja? Auch wenn Mom dich nicht mehr lieb hat und Candy dich nicht mehr lieb hat, mach dir meinetwegen keine Sorgen. Danke, mein Süßer. Weil du mein Vater bist, muss ich dich ja lieb haben. Und? Liegt er immer noch da wie ein Cocktail-Shrimp? Ja. Das war ja mal ein nettes Wochenende. Ich komm gleich. Wart schon mal im Wagen, Jake. Okay. Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Auch ich hab Beziehungen gehabt, die zu Ende gingen. Und ich hab mich nicht im Bett verkrochen. Ja, ja, ja. Sie wissen doch, was ich meine. Vielleicht war nicht nur die Beziehung das Problem. Was meinst du damit? Charlie, ich hab acht Jahre Psychologie studiert und bin seit 20 Jahren Patientin. Bei deinem Bruder sieht man alle klassischen Anzeichen einer klinischen Depression. Was soll das heißen? Meinst du, er tut sich was an? Viel wichtiger ist die Frage, ob wir ihn davon abhalten sollten. Boah, es wäre ich die Einzige hier, die so denkt. Ich hab's nicht gewollt. Aber eine verzweifelte Lage erfordert verzweifelte Maßnahmen. Was haben Sie vor? Ich habe gehofft, ich müsste das nie tun. Du meinst doch nicht. Ich fürchte doch. Hallo? Mom? Oh Gott, mit welcher Plage willst du mich jetzt wieder heimsuchen? Alan, hier ist deine Mami. Der war gut. Oh, mein armer kleiner Schatz. Wie geht's dir denn, hm? Was denkst du denn? Ich hab schon wieder eine Ehe in den Sand gesetzt. Hab mein ganzes Geld verpulvert. Ich bin auf ganzer Linie ein elender Versager. Oh, mein Schatz. Du siehst wieder nicht den großen Zusammenhang, oder? Zum Beispiel? Jede verschenkte Gelegenheit. Jede dumme Entscheidung, die du getroffen hast. Jeder bedauernswerte Fehltritt, der dein verpfuschtes Leben so unglücklich gemacht hat. Ich weiß, ich weiß. Ist doch bloß eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Ja, mag sein. Aber viel wichtiger ist, es wirft ein schlechtes Licht auf mich. Immer nett, dich zu sehen, Mom. Ich bin noch nicht fertig. Natürlich nicht. Es gibt einen Silberstreif am Horizont. Da bin ich aber gespannt. Du bist ganz allein, bist mittellos und hast keine Perspektive. Sind wir jetzt schon beim Silberstreif? Ja. Falls du nämlich keine Cholera kriegst, kann es überhaupt nicht mehr viel schlimmer kommen, mein Junge. Du bist auf der Talsohle. Ab diesem Punkt geht es nur noch bergauf. Weißt du was? Du hast recht. Du bist zwar gefühllos, egoistisch und kalt, aber du hast recht. Ich habe den tiefsten Abgrund gesehen und bin noch da. Man hat mir mein Herz zerrissen und dann wieder zerrissen und ich bin noch da. Das Leben hat mich mit faulen Eiern und faulen Tomaten beworfen und ich bin noch da. Wir müssen jetzt aber keinen Abend mit Liza Minnelli daraus machen. Also, jetzt wasch dich, zieh dich an und fang wieder an zu leben. Okay. Du darfst nie vergessen, was auch kommen mag. Ich habe dich immer lieb. Ich weiß. Danke. Keine Ursache, Schatz. Ich bin deine Mutter. Ich muss dich liebhaben. Nein. 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 Danke, dass du Jake zu Judas zurückgefahren hast. Kein Problem. Leider musste ich Mom reinschicken. Das war schon ganz richtig von dir. Ich hatte eine Ohrfeige nötig. Obwohl es sich bei Mom eher wie ein Tritt in die Eier anfühlt. Das wollte ich auch. Ja, also dann... Vielen Dank dafür. Keine Ursache. Tja. Da sitzen wir also. Genauso wie früher. Ja. Die Hapa, Brüder. Wieder vereint. Aha. Die Girls kommen und gehen, aber wir zwei sind immer füreinander da. Klar. Auf ewig. Natürlich nicht bis zum Ende aller Zeiten, aber bis einer von uns stirbt. Das wirst wahrscheinlich du sein, weil du ja nicht auf dich acht gibst. Klar. Machen wir's mit der Faust. Du willst meine Faust. Na ja, so macht man es doch bei einer Straßengang. Wir beide sind die Gang und das ist unsere Straße. Oh. Hau ins Schwarze! Weißt du was? Ich besorge uns beiden eine Flasche Bier, dann kann die Harper Gang ein bisschen ausspannen. Ist ja umwerfend. Ach, weißt du was? Ich bin mehr für Chardonnay, aber dir hole ich ein Bier. Okay. Oh, vielleicht mach ich uns auch eine Käseplatte mit Crackern. Nichts Aufregendes. Gut. Oh, du hast nicht zufällig Brie im Haus? Das weiß ich nicht. Unwichtig. Nur die Ruhe. Ich geb dir Deckung. Pow! Oh! Ich bin mehr, ich bin mehr, ich bin mehr, ich bin mehr. Män, 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 män 600 christliche Pilger in Schlammlawine umgekommen. Und meine beiden Ex-Frauen dürfen weiterleben. Morgen. Morgen? Oh, oh. Nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Immer da, wo man zuletzt sucht, hm? Aha. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ja, Phil, hier, Charlie. Ein Riesen auf Detroit für heute Abend. Was läuft gerade? Aber entschuldige mal, wenn der Spieler wach ist, kann man doch wohl erwarten, dass der Buchmacher auch wach ist, oder? Ja, ruf zurück, wenn du vom Klo runter bist. Dein Betthase ist eine ganz gefährliche Braut, weißt du das eigentlich? Klar ist sie gefährlich, sie hätte mir beinahe die Schamhaare abgefressen. Charlie, sie hatte eine Kanone. Nur die Ruhe, sie ist ein Cop. Oder war mal ein Cop. Oder wird von den Cops gesucht. Sie sagte jedenfalls was von Cops. Unfassbar, schon wieder ein One-Night-Stand. Wenn sie nicht wegen ihrer Handschellen wiederkommt, schon. Aber wie kann einen denn sowas nur befriedigen? Handschellen? War noch nie mein Ding. Aber womit sie letzte Nacht umgehen musste, war nun mal auch nicht ihr Ding. Nein, ich meine, wie kann jemanden eine endlose Serie betrunkener One-Night-Stands befriedigen? Und während die Worte aus meinem Mund kommen, fällt mir auf, wie blöd diese Frage ist. Also vergiss sie. Hm, sie ist verheiratet mit einem Cop. Ich kann nicht mit ansehen, wie du dein Leben beim Sex mit Frauen verplemperst, die dir völlig wurscht sind. Wer hat dich gebeten, mir dabei zuzusehen? Weißt du, wer gut für dich war? Fang nicht damit an. Mia. Sie war schön, sie war klug. Ihretwegen hast du dein Leben geregelt. Weißt du, Charlie, es war idiotisch von dir, sie gehen zu lassen. Du fängst damit an. Aber ich will doch nur sagen, eine fantastische Frau will dich heiraten und du schlägst es aus. Und wozu? Okay, du hast angefangen. Willst du wissen, warum ich Mia laufen ließ? Das kann ich dir genau sagen. Ich hab sie für dich laufen lassen, für dich. Ach, für mich? Ja, genau, für dich. Sie wollte, dass du ausziehst, damit wir das Haus für uns haben, aber ich sagte keinesfalls. Ich werde meinen Bruder bestimmt nicht auf die Straße setzen. Wow, eine liebevolle Geste. Du kannst mich mal. Und was hast du getan? Du bist ausgezogen, weil du Candy geheiratet hast. Ich sag dir, warum ich das Beste, was mir je passiert ist, ausgeschlagen habe. Damit das Schlimmste, was mir je passiert ist, nicht auf der Straße sitzen muss. Oh. Oh. Naja, am Ende hat sich doch alles zum Besten gewendet. Wie kommst du denn darauf? Denk mal nach. Wenn Mia noch hier gewohnt hätte, als Candy mich rausgeworfen hat und ich wäre hier aufgetaucht, wie peinlich. Charlie? Oh. Ja. Wie peinlich. Man, 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 man. Man, 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 man. Oh, Phil, 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 du bist mein Buchmacher und nicht mein Psychoanalytiker. Und wenn ich mit Geld, das ich nicht habe, auf jedes Spiel im Land wette, geht das nur mich was an. Danke. Also, reden wir vom Boxen. Wirklich? Heute wird nirgends geboxt? Okay, wie kommst du mit deiner Frau zurecht? Das wäre doch ein fairer Kampf. Sie ist 50 Kilo schwerer als du. Hallo. So ein Reinfall. Mein Buchmacher hat Angst vor einer höheren Gewichtsklasse. Und deine vielen Wetten, werden die nicht irgendwann mal zum Problem? Alan, mit kleinen Wetten machst du deine Verluste nicht wett? Und wenn du die nicht wettmachen kannst, sucht dein großer Mann mit Baseballschläger deine Adresse raus und von dem Moment an musst du dich heimlich in Frauenkleidern über die mexikanische Grenze verdrücken. Erst dann hast du ein Problem. Das weißt du ja am besten. Hier, ich habe dir dein Lieblingssandwich gemacht. Hühnchen und Pastrami mit Schinken. Oh, doch! Nein, danke. Gut, wie wäre es mit was Süßem? Limonentorte. Schmatz, schmatz. Hör zu, Alan. Freut mich, dass du dich einschleimen willst, aber du kannst die klaffende Wunde in meinem Herzen nicht mit so etwas wie Dosenfleisch füllen. Und Limonentorte. Schmatz. Können wir es nicht einfach vergessen? Wärmen wir doch nicht ständig auf, was einer meiner dümmsten Fehler gewesen ist. Okay, entschuldige, wenn ich das sagte. Mia laufen zu lassen war nicht einer deiner dümmsten Fehler. Gut. Es war ein weit weniger dummer Fehler, als damals das Model aus Rio mitzubringen. Du weißt schon, die mit dem Adamsapfel und den Riesenhänden. Ich lasse dich ein wenig in Ruhe. Vielleicht fahre ich ein bisschen durch die Gegend. Schlüssel vergessen. Sie dürften mir aus der Tasche gefallen sein, als ich auf der Couch saß. Hab's gleich, entschuldige. Hab Kleingeld gefunden. Oh, äh, hier. Hast du da etwa eine Münze im Ohr? Oh, äh, hier. Steven Tyler hat das Haus nebenan gemietet. Der Typ von Aerosmith? Er hat mich entjungfert. Naja, seine Musik. Danke, ich war schon etwas durcheinander. Er probt offenbar für eine Tour. Was hast du da... Was hast du in der Schachtel? Ich hab dir eine Kleinigkeit gekauft, die dich vielleicht zum Lächeln bringt. Alan, das Einzige, was mich in dieser Schachtel vielleicht zum Lächeln bringen könnte, wäre dein Kopf. Der war gut. Zing! Komm, mach auf. Ein Hut? Und zwar ein furchtbar teurer Hut. Seit wann trage ich denn Hüte? Tust du nicht, aber ich sah ihn und er schien mir so, wie du. Cool, schnittig und verzeihend. Oh, okay, gut, ich verzeih dir. Oh, danke, danke. Willst du ihn nicht aufsetzen? Nein. Wenn du mir verzeihen würdest, schon. Ja, genau. Der steht hier. Er muss ein bisschen mehr auf die Seite. Oh, Baby. Das musst du dir ansehen. Komm rein und zieh in den Spiegel. Charlie, kommst du? Was hast du denn? Verschwinde, lieber. Wieso? Vertrau mir einfach. Na schön. Na schön. Hey, Tyler, mach mal Pause, du nervst. Oh, Entschuldigung, Mann. Thank you and good night! Hi, Charlie. Rose. Wie cool, dass Steven Tyler nebenan eingezogen ist. Er hat mich entjungfert. Du meinst deine Musik? Nein. Netter Hut. Danke. Mann, du siehst ja aus wie 80. Verstehe ich nicht, weil ich mich wie 100 fühle. Wie lange willst du noch so weitermachen? Wovon haben wir gerade gesprochen? Von deinem exzessiven Trinken, deiner Spielsucht und deinem zwanghaften Feiern. Oh, schwer zu sagen. Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Damit versuchst du doch nichts weiter, als deine Gefühle zu unterdrücken, weißt du das? Ich werde dir mal was über Gefühle sagen. Gefühle sind wie die Brüste deiner Mutter. Du weißt, wo sie sind, aber sie bleiben besser ungefühlt. Interessanter Vergleich, aber Brüste sind immerhin auch eine Quelle der Nahrung und der Zufriedenheit. Vielleicht, aber die Brüste meiner Mutter waren eine Quelle von Silikon und russischem Wodka. Nicht zum Stillen geeignet, aber sie waren der Hit of Parties. Ich weiß, wie weh es dir getan hat, auf Mia zu verzichten. Und ich weiß, du magst das Gefühl nicht, aber je mehr du es loswerden willst, desto mehr holt es dich wieder ein. Oh ja, passt wie angegessen. Als hätte dir jemand im Schlaf deine Kopfweite gemessen, weil dein Bruder angerufen hat und die Größe wissen wollte. Hey Onkel Charlie, rat mal, wo mir endlich Haare wachsen. Um Himmels Wind, Mann, ich esse gerade. Siehst du hier, ich krieg einen Schnurrbart. Oh ja, sieh eine an. Hey, cooler Hut, wem gehört der? Dir. Echt? Ja, passt gut zu deinem Schnurrbart, Alter. Also, mir ist gerade was aufgefallen. Ich fühle mich schuldig, weil du deine Hochzeit mit Mia abgesagt hast, damit ich nicht ausziehen muss. Aber als ich dann ausgezogen war, hast du sie nicht angerufen. Na und? Weißt du, warum du sie nicht angerufen hast? Weil dein ganzes Ich-will-nicht-dass-mein-Bruder-auf-der-Straße-sitzt-Geschwalle-ne-willkommene-Ausrede für dich war, um Mia nicht heiraten zu müssen. Das denkst du also, hä? Ja, das denk ich also. Das denkst du also. Hörst du schlecht? Ja, das denk ich. Tja, dann, äh, denk nochmal nach. Gib's zu, Charlie, ich hab mir umsonst die Mühe gemacht, dir Torte und Hut zu kaufen. Wir haben Torte? Wir hatten, Berta hat sie gegessen. Und warum hat er eigentlich deinen Hut auf? Ich hab ihn ihm geschenkt. Ich hab den Hut aber für dich gekauft. Und ich hab ihn Jake geschenkt. Du kannst dich wohl an gar nichts binden. Es ist doch nur ein Hut. Nein, es ist ein Symbol. Wofür? Für, okay, es ist nur ein Hut, aber deshalb kannst du trotzdem nur dir selbst die Schuld für dein jämmerliches, einsames Dasein geben. Und du kannst trinken, spielen und vögeln, solange du willst. Eines Tages wirst du es einsehen müssen. Trinken, spielen und vögeln. Ach, weißt du, ich muss mir nichts ansehen, was ich mir nicht ansehen will. Und ich muss auch nichts fühlen, was ich nicht fühlen will. Und dazu gehören auch Mams Wodka-Titten. Wer ist dieser Wodka-Titten, von dem du da redest? Is dein Essen. Mein Name ist Kaditen. Wodka-Titten. Nee. Äh. Äh. Charlie? Alles in Ordnung? Noch ein Viertelstündchen. Mach bitte die Vorhänge zu. Komm, komm lieber rein. Eine harte Nacht, was? Nein, die Nacht war super. Es ist der Morgen, der mich fertig macht. Hey, Alan. Was ist? Du hattest recht. Ich kann nicht weiter von meinen Gefühlen weglaufen. Schön, dass du es einsiehst. Du bist ein wundervoller Bruder. Und das hier ist ein wunderhübscher Hut. Danke. Charlie, alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Dem Hut geht's nicht so gut. Hey, Berta, wollen Sie mal meine Achselhaare sehen? Nur, wenn du meine sehen willst. Hey. Hey. Das ist mein Saft, das weißt du. Ja. Du könntest wenigstens fragen. Und du die Miete zahlen. Touché. Bei Buchmachern und Frauen wissen Sie ja, was Sie sagen sollen. Hier bei Harper, der ist leider tot. Interessant. Hier ruft nie einer zurück, der wissen will, wo er die Blumen hinschicken soll. Touché. Wie war denn die ganze Woche für Sie ohne Weiber, Würfel und Wetten? Hm, es war irgendwie eine Erleichterung. Mir war gar nicht klar, wie anstrengend es ist, Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Ach ja? Und wie fühlen Sie sich jetzt? Hauptsächlich schwindelig und gelangweilt. Touché. Weißt du, was das bedeutet? Keinen Dunst. Hey, welches von unseren beliebtesten Haustieren kann nur auf einem Bein hoppeln? Na, ein halbes Hähnchen. Soll das ein Witz sein? Also, ich finde es schon witzig. Ja, ganz genau. Ein halbes Hähnchen hat ja nur ein Bein. Ja, genau. Und es kann nur noch hoppen. Ich bestelle in Zukunft nur noch ein Hoppelhähnchen. So witzig ist das nun auch wieder nicht. Ja, ich weiß. Wieso lachst du denn dann so darüber? Keine Ahnung. Dad, irgendwas stimmt mir doch mit Charlie nicht. Was ist denn los? Hey, Jake. Erzähl deinem Dad, warum halbe Hähnchen nur ein Bein haben. Oh nein. Ich habe die Pointe versaut. Tut mir leid, Jake. Ich habe alles kaputt gemacht. Was hat er denn? Ach, nichts weiter. Seine Gefühle kommen allmählich hoch. Ah, wie bei Mom, wenn sie PMS hat. Ja, so ähnlich. Halt durch, Onkel Charlie. Ich hole dir eine Tafel Schokolade. Was macht er denn da draußen? Einen Schlüsselanhänger. Er hat jetzt viel Zeit. Ich habe ihm eins von Jakes alten Bastelsets geschenkt. Jetzt hat er wenigstens was zu tun. Aber dass er nicht aus Macaroni und Kronkorken eine Vagina bastelt, überrascht mich. Rüber, rundherum und einmal um den Block und in die Innenstadt. Rüber, rüber, einmal rundherum, einmal um den Block und dann... Hör zu, Alter! Hier versucht jemand, künstlerisch tätig zu sein! Was? Kannst du mal mit deiner Mundharmonika aufhören? Hey, in hoffen, Leute bezahlen Geld dafür, dass sie mich Mundharmonika spielen sehen. Sie bezahlen, weil sie dich singen hören wollen und ertragen dafür die Mundharmonika. Tut mir leid, dass ich deinen musikalischen Geschmack nicht treffe, du lahmarschiger Jingleschreiber. Mal sehen, wie du mit deinem anderen Ende Mundharmonika spielst. Nein, 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 nein. Hör auf, ganz ruhig. Komm doch her und zeig, was du drauf hast, du Jingle-Haffe! Okay, ich reiß dir die Zunge raus, damit sie mich am Arsch lecken kann. Charlie, bitte, bitte. Ich heiß, deine Gefühle gehen im Moment mit dir durch. Gut, gut. In Ordnung. Puh, schon besser. Fahr Eichling! Fahr Eichling! Jetzt reicht's! Nein, Charlie, Charlie, halt! Charlie, tu das nicht! Okay, Tyler, jetzt zeig mir, was du drauf hast! Der Junge wirkt vielleicht wie eine Lady, aber du kämpfst wie ein Kindergartenkind. Ist dir mal in den Sinn gekommen, mir zu helfen? Ja, aber als du unter seinem Gartentisch warst, dachte ich, das Schlimmste ist vorbei. Hast aber schnell reagiert, ihn mit Sonnenmilch vollzuspritzen. Ich hab gehofft, er bekommt sie in die Augen und dass sie ihn blenden würde. Dafür hat er keinen Sonnenbrand gekriegt, während er dich windelweich geprügelt hat. Bitte, Ellen, ich flehe dich an. Okay. Man tritt keinen Mann, der am Boden liegt. Danke. Ein Jammer, dass Steven Tyler nicht so dachte, hä? Du hattest recht wegen mir. Ich hatte kalte Füße und hab dich als Ausrede missbraucht, um die Hochzeit abzusagen. Ich bin wirklich stolz auf dich, Charlie. Du hast damit einen Durchbruch geschafft. Fühlst du dich nicht befreit, wenn du dich selbst die Wahrheit sagen hörst? Na ja, ich fühl schon was. Aber weil ich auch noch einen hohen Pfeifton höre, ist es vielleicht bloß eine Gehirnerschütterung. Was wird das? Ich besticke ein Taschentuch. Ich glaub's dir nicht. Es beruhigt mich ungemein. Und die Botschaft hilft mir zur Selbstfindung. Gott soll ein Schmerzmittel schützen? Überzeugt, hä? Der Name ist falsch gestickt. Das ist das Gute an dem Zeug. Das ist mir wurscht. Hey, ist Charlie da? Ähm, wen darf ich bitte melden? Schon okay, Alan. Hey, Alter. Danke für das Geschenk. Gern geschehen. Du bist nicht mehr sauer? Nee. Du? Warum sollte ich sauer sein? Ich pole mir immer noch Stücke von deinem Arsch aus meinem Stiefel. Ha. Der war gut. Also dann. Viel Glück auf der Tour. Vielen Dank, Mann. Wer ist der Sponsor? Ein Abführmittel? Was war das? Nichts. Nichts. Ich wollte nur mal sagen, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Sie haben mich damals entjungfert. Ach, echt? Ja, weißt du vieles. Aus den 70ern ist mir entfallen. War das nicht der Hut, den ich dir geschenkt habe? Ja. In den du reingekotzt hast? Er wurde gereinigt. Aber ich werde immer daran denken. Nach str graffiti. Oh. 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 Jo, Alter, die Flut steigt! Mach einfach mit. Oh, ist ja Wahnsinn. Ah, nur eine kleine Surfhütte, wo ich Bord, Bier und Bruder unterbringe. Wie brechen Sie heute, Bruder? Wie bricht wer? Der Junge raucht echt zu viel Pott. Die Wellen, Watson. Oh, die Wellen, die Wellen sind knorrig. Gut, lassen wir es knacken. Genau das habe ich vor. Geh ruhig vor, ich schmeiß mich noch in meinen Suit. Alles cool. Ich nehme an, sie wird nicht nur Wellen reiten. Hör mal, du Beachboy. Kurze Frage. Ja? Du kannst doch nicht surfen, oder? Überhaupt nicht. Und wieso denkt die Kleine dann, dass du ein Surferass wärst? Ich habe gesagt, ich hätte ein 30er-Brett. Das muss Sie missverstanden haben. Du kommst in die Hölle, Charlie. Glaube ich nicht. Ich glaube an einen gütigen Gott, der kleine Lügen vergibt, solange sie zu erholsamem Sex führen. Willst du wirklich Gott da reinziehen? Wer gab mir den Penis, Alan? Seit wann hast du ein Wetsuit? Seit ich in einem Haus am Strand wohne und die vielen heißen Surferchicks gesehen habe. Wenn ich am Yellowstone-Park wohnen würde, hätte ich einen Picknickkorb und würde einen Bärenanzug tragen. Kannst du mal aufmachen? Upsi. Sehr elegant. Nur mal so aus Neugierde. Wie genau willst du das durchziehen? Ganz einfach. Ich paddle raus, rufe Hi und paddle wieder rein. Du hast es gut durchdacht? Genau, kein Idiot. Upsi. Hier drüben hin. Vorsicht. Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Da kam eine winzige Welle, ich ließ sie durch, er schrie wie ein Mädchen und fiel vom Brett. Ich musste ihn beatmen, er hat viel Wasser geschluckt. Wird er wieder? Ich denke schon, er hat versucht mir die Zunge in den Mund zu stecken. Charlie, hörst du mich? Was? Ich glaube, er will Hi sagen. Willst du was trinken? Ja. Was ist denn das? Wasser. Mit dem Zeug wäre ich fast ertrunken. Bist du verrückt? Wo ist denn mein kleines Surfbrett? Ist mit deiner kleinen Freundin abgehauen. Abgesehen davon ist dein Plan gut gelaufen. Mach dich nur weiter über mich lustig. Beinah wäre ich ertrunken. Die See ist eine harte Mutter, oh ja. Und du bist ein Muttersöhnchen. Du sagtest, mach dich nur lustig. Das ist kein Witz, Erland. Komm schon. Du wolltest in die Hose eines Mädchens surfen und bist stattdessen mit der Zunge in einem knackigen Rettungsschwimmer gelandet. Und das soll kein Witz sein? Das ist kein Witz, weil... Weil da was vorgefallen ist, während ich am Ertrinken war. Was? Ist dein elendes, verwahrlostes Leben vor deinen Augen vorbeigezogen? Schön wär's. Nein, nein, nein. Es war... Das glaubst du mir doch nicht. Probier's. Ich hab Dad gesehen. Was für ein Mumpitz. Weißt du was? Vergiss es einfach. Ach komm schon. Das war bestimmt nur eine Halluzination, weil bei dir ein paar Hirnzellen abgestorben sind. Nein, wie das ist, weiß ich. Das war keine Halluzination. Dad schwamm direkt neben mir im Wasser. Na gut, na gut. Ich will dich nicht abwürgen. Also nehmen wir mal an, du hast den Geist unseres toten Vaters im Wasser gesehen. Was hat er getan? Dir die Hand gereicht, um dich ins große Nirvana zu führen? Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Er hatte doch gar keine Hände. Es war nur sein Kopf, der da rumschwamm, als wäre er der große, mächtige Oz. Oder wie einer der Marx Brothers. Wow. Papo Seppo oder Groucho? Groucho. Und er hat zu mir gesprochen. Oh, hast du ihn etwa unter Wasser hören können? Och, wie unheimlich. Mein Gott, darum geht's doch überhaupt nicht. Ich hab doch nur sagen wollen, du hast ihn nur deshalb hören können, weil er sich in deinem Kopf abgespielt hat. Nein, oh nein, 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 nein. Nicht in einer Million Jahre hätte ich mir die Worte ausdenken können, die ich von ihm gehört habe. Was war's denn? Etwas, wovon mir mein Blut zu Eis gefrohr. Was? Lassen wir es sich, ich hab's bestimmt falsch verstanden. Charlie! Bitte zwing mich nicht dazu! Komm schon, Charlie, ich bin dein Bruder. Was ist auch wahr, wir halten zusammen. Er sagte, kümmere dich um deine Motte. Na dann, viel Glück. Hey. Hey. Du wärst heute fast ertrunken? Ja. Geht's dir wieder gut? Super, ja. Darf ich dich was fragen? Klar. Falls du mal sterben solltest. Was dann? Wer kriegt dann dein Auto? Geh wieder weg. Stimmt, war kein guter Zeitpunkt. Und? Was machst du? Hab an Dad gedacht. Ja, da wollte ich noch was wissen. Nehmen wir an, du hast ihn wirklich gesehen. Ähm, hat er nach mir gefragt? Nein. Er sagte nur, kümmere dich um deine Mutter. Und hat mich nicht erwähnt? Nein. Typisch. Und schon geht's los. Aber er lässt 30 Jahre nichts von sich hören, da wäre doch sowas nicht zu viel verlangt wie Grüß Erlon. Tod oder lebendig, das ist gemein. Weißt du was? Lass unsere Wanne volllaufen, ich drück dir den Kopf unter Wasser, bis du nicht mehr blubberst, dann kannst du ihm sagen, du bist wahnsinnig gekränkt. Oh nein, mit dem rede ich nicht mehr. Was erwartet er denn, wie ich mich um sie kümmern soll? Weiß nicht. Vielleicht indem du sie wie einen Menschen behandelst. Nein, unmöglich. Wie wär's, wenn ich sie in ein schönes Altersheim stecken würde? Ist doch lächerlich, sie ist doch noch fit. Gut, sie würde sich vielleicht ein bisschen wehren. Verpassen wir ihr doch einfach ein paar Beruhigungsmittel, dann könnten wir sie sogar in einer Fledermaushöhle unterbringen. Das hat Dad nicht gemeint. Woher weißt du das? Hat er mit dir gesprochen? Nein, er hat mit mir gesprochen. Gut, mach mich nur fertig. Pass mal auf, wann hast du sie zum letzten Mal angerufen und gefragt, wie es ihr geht? Was ist heute Sonntag? Dann noch nie. Wieso fängst du nicht damit an? Okay. Schön. Du weißt noch ihre Nummer? Ich hab sie auf Kurzwahl. 6, 6, 6. Süß, ne? Hey, Mom, hier ist Charlie. Nichts Besonderes, ich will nur wissen, wie es dir so geht. Nein, ich bin nicht betrunken. Ich hab nur an dich gedacht und wollte dich mal anrufen. Ich schwör dir bei Gott, ich bin nicht betrunken. Puff, mach der prima Pilz, wenn er zerplatz. Bist du nun zufrieden? Also, wie geht's? Wir haben lange nicht mehr... Aber jetzt hab ich dich doch angerufen. Okay. 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 Wie bitte? Okay. 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 Na? Alles okay? Ich geh mit ihr morgen Mittag essen. Freiwillig? Oh, das mit Dad muss ja wirklich eine spirituelle Erfahrung gewesen sein. Seien wir ehrlich, Alan. Als Dad noch da war, war ich ein grauenvoller Sohn. Ja, da hast du wirklich recht. Du warst furchtbar. Ich weiß noch damals, als du vorhattest... Worum es hier geht, ist... Vielleicht hab ich jetzt die Chance, es wieder gut zu machen. Er will, dass ich mich um Mom kümmere, also tun wir's auch. Das find ich sehr. Moment, hast du wir gesagt? Ich mach nicht mit. Gut. Wenn der Kopf unseres Vaters das nächste Mal vorbeischwimmt, sag ich, du wolltest mir nicht helfen. Du wolltest mir nicht helfen, du wolltest mir nicht helfen. Sowas Kindisches. Hilfst du mir? Ja. Ihr glaubt nicht, was für ein Vergnügen das ist, mit meinen beiden Lieblingssöhnen essen zu gehen? Hast du noch welche? Das sagt man nur so, Charlie. Ich unterstütze aber einen Jungen in Afrika. Ach was. Oh ja, den kleinen Mabutu. Er ist mitten im Bürgerkrieg und ich höre von ihm mehr als von euch. Hey, erzähl Mom doch mal, was Jake gerade so treibt. Er treibt überhaupt nichts. Okay, dann... Geh ich mal aufs Klo. Warum? Was heißt warum? Weil ich muss? Wann hast du zuletzt deine Prostata untersuchen lassen? In diesem Moment. Ich sorge mich nur um deine Gesundheit. Das ist noch lange kein Grund, schnippisch zu werden. Aber ich bin doch nicht schnippisch. Ist es nur Einbildung oder ist er schnippisch? Wohn du mal bei ihm. Entschuldigt. Also was ist los? Warum soll denn was los sein? Wenn mich einer meiner Söhne ohne triftigen Grund anruft und mich zum Essen einlädt, muss etwas Furchtbares los sein. Hey, erst vor zwei Wochen habe ich dich nur aus Liebe zum Essen eingeladen. Oh ja, in das süffige kleine Fischrestaurant im Valley. Der Fisch ist aus mir rausgeknallt wie ein Sektkorken. Der Punkt ist, ich liebe dich. Der Punkt ist, ich habe in zwei Tagen zwei Kilo verloren. Du siehst viel schlanker aus. Es ist zu spät für Schmeicheleien, Schatz. Ich will jetzt wissen, was mit deinem Bruder los ist. Er würde es mir übel nehmen, wenn ich es dir sage. Er hat doch sowieso nicht viel für dich übrig. Okay, es ist so. Charlie wäre gestern fast ertrunken. Oh guter Gott, wie oft habe ich ihm das gesagt? Höchstens zwei Drinks im Whirlpool. Nein, er war surfen. Im Whirlpool? Im Meer. Fang noch mal an. Er wollte sich für eine Mädchen produzieren. Ah, verstehe. Wie damals, als er sich die Nase beim Federball gebrochen hat. Ja, genau. Jedenfalls ist er überzeugt, er wäre fast ertrunken und dass er Dad gesehen hat. Er hat euren Vater gesehen? Wow. Wie hat er ausgesehen? Nur sein Kopf schwamm herum. Ja, so habe ich ihn in Erinnerung. Vom Hals abwärts zu nichts zu gebrauchen. Dad, hat Charlie jedenfalls gesagt, er soll sich um dich kümmern. Tatsächlich? Noch was? Nein, mehr nicht. Er soll sich nur um dich kümmern. Als würde ich nicht mal existieren. Oh, Alan, nimm das doch nicht so persönlich. Ähm, Charlie ist doch immerhin ein Wunschkind gewesen. Was war ich dann? Ja, Schatz, du warst ein paar Cocktails und ein Tankstellenkondom. Das Urinieren fiel mir leicht, der Strahl war hart, vielen Dank. Was? Meiner Prostata geht's prächtig. Was für ein Tischgespräch ist denn das? Du hast doch damit angefangen. Darauf kommt's nicht an, ich will nicht beim Essen darüber reden. Wisst ihr was? Wir hätten nicht zusammen essen gehen sollen. So was darfst du doch nicht sagen. Ich finde es wundervoll. Entschuldige, falls ich etwas ungnädig war. Na schön, nennen wir es eben ungnädig. Obwohl wir was anderes denken. Ich bin wahrscheinlich nur etwas unleidlich, naja, weil... Lassen wir es. Was? Vergiss es. Meine Probleme sind meine Probleme. Ich kann nicht erwarten, dass du dich um mich kümmerst. Mom, nur um das mal aufzugreifen. Sagen wir, ich wollte mich unbedingt um dich kümmern. Was ist denn los? Gar nichts. Morgen wird nur eine winzige Operation bei mir gemacht. Was für eine Operation? Reine Frauensache. Kann ich was tun? Du kannst für mich beten, mein Junge. Nein, nein, nein. Ich fahre dich hin und hole dich dann zu mir nach Hause, damit du dich da erholen kannst. Oh, mein Schatz, das ist wirklich sehr großzügig, aber ich will dir nicht zur Last fallen. Mom, bitte. Der Zug ist abgefahren. Dann will ich dein Angebot annehmen. Danke. Wer kauft den Kondome an der Tankstelle? Was ist denn mit deinem Mund? Ich hatte nur einen kleinen Eingriff. Was für ein Eingriff? Sie haben ihr Fett aus dem Hintern gesaugt und in die Lippen gespritzt. Aber wieso denn gleich den ganzen Hintern? Sie sind nur etwas geschwollen. In zwei Tagen sind sie voll, lüstern und bereit zur Aktion. Welcher Mann hört das nicht gern von seiner Mutter? Charlie, ich muss nicht sitzen. Ihr, bitte sehr. Du, du hast doch gesagt, das wäre eine Frauensache. Kennst du denn einen Mann, der dumm genug dafür ist? Gütiger Gott. Was haben Sie gemacht? Einen Bienenstock verliert? Verliert? Ich kann konjugieren und kann lesen. Mann, so einen Mund habe ich zum letzten Mal gesehen, als er Jacques Cousteau fressen wollte. Ja, Mom, kleine mundgerechte Häppchen. Danke, Schatz. Dad sagt, deine Lippen wären von deinem Hintern. Isst weiter. Warte. Wenn du jetzt rülpsen müsstest, wäre das ein Furz, hä? Isst. Charlie, mein Ring ist viel zu weich. Und, Jake, hat deine Mutter dich erfolgreich gegen mich aufgehetzt? Mom. Was denn? Denkst du, sie redet nicht? Denkst du, er hört nicht zu? Glaub mir, selbst das Gemüt eines so kleinen Schwachkopfes kann von einer Mutter vergiftet werden. Könnten wir jetzt bitte das Thema wechseln? Obwohl ich sagen muss, deine Mutter ist mir lieber als diese postpuppertäre Flachzange, mit der dein Vater sie ersetzt hat. Okay, okay, jetzt reicht's. Ich hab doch das Thema gewechselt. Komm, wir gehen ins Kino, Jack. Ich hab morgen Schule. Na und, du fällst doch sowieso durch. Warte, warte, du willst mich einfach verlassen? Du kümmerst dich um Mom schon vergessen? Das ist unfair. Beschwer dich doch bei deinem Schwimmkopf. Wie läuft die Arbeit? Gut. Hast du im Moment ne Freundin? Nein. Charlie, hast du dir schon mal überlegt, dass unsere Beziehung nicht klappt, weil du mich nicht teilhaben lässt und du dich verschließt? Weißt du, warum ich mich verschließe, Mom? Weil alles, was ich sage, gegen mich verwendet wird. Oh, bitte. Wenn ich mal aufs Klo gehen muss, hab ich gleich ein Prostata-Problem. Wenn ich ein Mercedes kaufe, ist es gleich ein Nazi-Phalus-Symbol. Und hab ich ne neue Freundin, fragst du, bezahlst du sie stundenweise oder pro Nummer? Charlie, wenn ich sowas sage, dann doch nur, weil ich dir helfen will. Du bist mein Sohn. Ich will, dass du das Beste aus dir machst. Nett von dir, aber du kannst aufhören, dir Sorgen zu machen. Es geht mir gut. Ich hab schon das Beste aus mir gemacht. Oh, Schätzchen, das bricht mir das Herz. Warum tut er mir das bloß an? Kümmere dich um deine Mutter. Als hätte sie sich je um ihn gekümmert. Sie hat ihn gedemütigt, ihn fertig gemacht, ihm seine Männlichkeit genommen. Ähm, ihm blieb von daher ja gar nichts anderes übrig, als so jung zu sterben. Charlie, mein Ring ist schon wieder ganz weich. Ich komm gleich. Warum? Ich soll mich um sie kümmern und warum? Charlie! Ich bin sofort da! Komm schon, sag mir was. Gib mir ein Zeichen. Heirate das süße Mädchen, das nebenan am Strand wohnt. Rose. Ja, so heißt sie. Weißt du was? Du kannst es mir gleich selbst sagen, weil ich meine Zunge nämlich in eine Steckdose stecken werde. Warum steckst du mir deine Zunge nicht stattdessen in den Mund? Ich meine, in den Mund von Rose. Ja, Boss? Mach die Tür zu und setz dich. Was läuft denn da? Ach, bloß ein alter Gangsterfilm. Geht um die Kleinen. Wenn wir nichts unternehmen, dann wird er so wie ein fübelchen. Eigentlich nicht. Wenn ich ihn sehe, habe ich das gute Gefühl, dass all die schönen jungen Schauspieler inzwischen alle tot sind. Die Lady weiß zu viel. Soll ich mich um sie kümmern, Boss? Ja, kümmere dich um sie. Aber es muss wie ein Unfall aussehen. Nur keine Sorge, Boss, ich mache die Schnalle kalt. Entschuldige, ich habe dich missverstanden. Wie bitte, Schatz? Nichts. Hi. Hallo. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern, aber ich habe Sie vor ein paar Tagen gerettet. Oh, richtig, 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 danke. Schon okay, ist mein Job. Oh, ich bin froh darüber. Ich wollte eigentlich nur sehen, wie es Ihnen geht. Mir geht's gut. Schön. Tja, also, machen wir einen Spaziergang auf der Pier? Wir könnten zusammen einen Kaffee trinken. Tja, ich weiß nicht. Charlie, der Verband an meinem Hintern muss gewechselt werden. Ach, was soll's, gehen wir. Mann, 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 Mann Candy, Candy, hör mal, nur weil wir uns scheiden lassen, müssen wir uns doch nicht schikanieren. Wetten, das Wort kennst du auch nicht? Nein, ich schicke dir keine Nieren. Ich sag's doch. Kennst du's denn? Das war nicht die Wette. Na hör mal, das find ich unfair. Ich liebe Chester genauso sehr wie du. Ach wirklich? Dann kannst du mir ja mal erklären, warum ich derjenige bin, der Chester füttert, der Chester gegen Zecken badet und aufwischt, wenn Chester auf dem Teppich pinkelt. Seit wann heißt du überhaupt Chester? Und nicht nur ich liebe den Hund, Jake liebt ihn auch. Nein, tue ich nicht. Psst. Er sabbert und hat mal in meinen Schuh gekotzt. So eine Freundin hatte ich mal. Du denkst, es hat mich abgetan? Nein. Darf ich dann wenigstens mit ihm sprechen? Mein Vater redet mit Hunden und mich schicken sie zum Psychologen. Hallo Chester? Hier ist Daddy. Wer ist denn der brave Hund? Du bist der brave Hund. Ja, guter Hund. Ja, guter Hund. Ja, gut. Kennt ihr? Ich war noch nicht fertig. Ja, aber ich habe auch meine Rechte. Und, 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 und. Ich habe vor, diese Rechte mit allen Mitteln durchzusetzen. Ja, wie du willst. Wie du willst. Wiedersehen. Alan? Ja. Wer ist der blöde Hund? Du bist das. Ja, wer ist der denn? Ja, wer ist der ja? Schön. Es mag dir ja komisch vorkommen, aber mir bedeutet der Hund viel. Geht's nur um den Hund oder geht's um Candy? Na, um den Hund natürlich. Ich meine, wir haben eine Wohnung gekauft, sie behält sie. Ein Auto, sie behält es. Was darf ich denn schon behalten? Deine Würde jedenfalls nicht. Okay, sehen wir der Sache doch mal ins Auge. Sagen wir, du hast als Mann in den besten Jahren eine dümmliche 20-Jährige geheiratet, nur weil der Sex gut war. Sind wir uns soweit einig? Ja. Gut. Und als du pleite warst, wurdest du von ihr rausgeworfen. Worauf willst du hinaus? Warum muss ich auf was hinaus wollen? Ich will mich nur über dich lustig machen. Ich will meinen Hund, Charlie. Es gibt noch andere Hunde. Nur nicht in meinem Haus. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich darum zu streiten, wer was bekommt. Der Trick ist, ihr alles zu geben. Wirklich alles? Was immer sie will. Und wenn das erledigt ist, kriegst du das Wichtigste von allem. Etwas Unbezahlbares. Meine Würde. Ach, der Zug ist abgefahren, hör auf. Nein, 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 du kriegst deine Freiheit dafür, die Möglichkeit von vorn anzufangen. Vielleicht etwas trauriger, aber um vieles weiser. Und wenn du wieder eine Frau kennenlernst, und glaub mir, das wirst du, hast du eine echte Chance auf lang andauernde Liebe und Glück. Ich will meinen Hund. Na, dann viel Glück. Was ich gesagt habe, war gelogen. Mann, 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 Mann. Aber warum teilen wir uns, Chester, nicht? Du kriegst ihn eine Woche und ich krieg ihn eine Woche. Das macht doch keinen Unterschied. Runde-Wochen und Menschen-Wochen laufen auf dasselbe raus. Hey Dad, warum krieg ich von dir kein Taschengeld? Weil du's von deiner Mutter kriegst. Hey, ich möchte nur fair sein. Wenn wir schon von fair reden, ich find's unfair, dass Mom es mir gibt und nicht du. Warte Candy, ich will dir mal was erklären. Jeder Cent, den deine Mutter hat, kommt von mir. Deshalb kommt das Taschengeld, das sie dir gibt, auch von mir. Ich will gar nicht wissen, wie's funktioniert. Ich brauch mehr Geld. Zieh dir ne Nummer. Entschuldige, sprich weiter. Nummer 1. Morgen. Morgen. Hör zu, wenn Chester schon ein eigenes Zimmer haben soll, warum dann nicht hier? Kann ich dir sagen, ich weiß warum. Hat er sich mit deiner Mutter über dein Sorgerecht auch so gestritten? Tun sie heute noch. Nimm du ihn. Nein, nimm du ihn. Okay, du willst, dass es hässlich wird? Du willst es auf die harte Tour? Du kannst es auf die harte Tour haben, ja? Warum gibst du mir kein Taschengeld? Bist du betrunken? Ja, 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 ich nehme einen Anwalt. Ich bring dich vor Gericht. Dann werden wir ja sehen, wie wer Chester kriegt. Gut, gut. Dann soll dein Anwalt meinen Anwalt anrufen. Kennst du einen Anwalt? Oh. Hi. Was willst du, Erlan? Okay, gleich zur Sache. Naja, wie du ja weißt, lassen Candy und ich uns scheiden. Ja, Kelsürpries. Merci. Jedenfalls brauche ich einen guten Anwalt und ich dachte, wer könnte besser sein als das Frettchen, das mich bei meiner ersten Scheidung fertig gemacht hat. Du willst meinen Anwalt. Jedenfalls nicht meinen. Tja, Erlan, tut mir leid, ich kann ihn dir nicht geben. Warum? Ich habe ihm schon Candy gegeben. Das soll ein Witz sein, oder? Ich muss zwar lachen, aber es ist kein Witz. Warum machst du denn sowas? Keine Ahnung, weil es gut tut. Oh, Judy, wann hast du denn angefangen, mich so zu hassen? Mal nachdenken, ich mochte dich schon bei der Hochzeit nicht. Als wir uns scheiden ließen, habe ich dir gegrollt. Aber echt gehasst habe ich dich erst, als du mit der hübschen 20-jährigen Quarktasche geschlafen hast. Okay, danke für die Auskunft. Mach's gut. Also, wenn du wirklich mehr Geld brauchst, kannst du dir vielleicht im Haushalt was dazu verdienen. Oh ja, da kann man viel Geld machen. Was soll ich denn machen? Tja, mal sehen. Die Garage putzen, den Müll rausbringen, mein Auto waschen. Nein, nicht so verlockend. Weißt du was? Uh, ich gebe dir 10 Mäuse, wenn du in weniger als 20 Minuten das ganze Eis hier aufisst. Okay. Charlie, das wird aus ihm rausschießen wie Tom und Jerry auf Raketenrollschuhen. Hier, isst die stattdessen. Bis die aus dir rauskommen, hat deine Mutter das Problem. Alle in 20 Minuten, ja? Ja. Darf ich dann das Eis essen? Oh oh. Alan, du hättest anrufen sollen. Ich wollte nicht anrufen, ich wollte meinen Hund sehen. Vielleicht will er dich aber nicht sehen. Überlassen wir ihm die Entscheidung? Nein, er hatte es auch so schon schwer genug. Ah ja, das hat er dir gesagt. Wie soll er mir denn was sagen? Du weißt genauso gut wie ich, dass er immer alles für sich behält. Verdammt, Candy, ich will jetzt mal... Hör ja auf, mich anzubrüllen! Wenn du mir was zu sagen hast, dann sag's meinem Anwalt. Mit Vergnügen. Schatz, Alan hat dir was zu sagen. Hey, Alan. Und? Sie sind das. Das Frettchen. Oh, das schmerzt. Hören Sie, wenn Sie schon hier sind, stimmt Ihre Rechnungsadresse noch? Aha. Großartig. Dann sehen wir uns wohl vor Gericht. Oh, und keine Sorge, ich werde diese Konsultation nicht berechnen. Hier geht nämlich nichts rechtlich Relevantes vor. Das ist doch nicht zu glauben. Als würde man einen Affen Pott rauchen sehen. Zehn Dollar, bitte. Geschieht mir recht, wenn ich gegen ein Kind wette, dass zum Nachtisch noch die Teller auf ist. Danke. Was machst du da? Ich soll doch immer nachzählen, hast du gesagt. Aber mir kannst du doch vertrauen. Sieben, acht, neun? Ja, es war wirklich nur ein Versehen. Da bin ich sicher. Was machst du jetzt mit deinem Gewinn? Privatsache. Also ein Mädchen. Woher weißt du das? Wusste ich nicht. Dann ist es auch keins. Komm schon raus damit, vielleicht kann ich dir helfen. Glaub ich nicht. Soll das ein Witz sein? Wer weiß mehr über Mädchen als dein Onkel Charlie? Warren Beatty, Bill Clinton und Rosie O'Donnell. Warum soll ich dir das erzählen? Es gibt keine Beziehung bei dir, die nicht schiefgelaufen ist. Schon, ja, aber... Dann bist du nicht gerade ein gutes Vorbild. Hab's verstanden. Wenn ich alt genug für ein One-Night-Stand wäre, dann... Schon gut, schon gut. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Dann rede eben nicht mit mir. Mach ich auch nicht. Okay. Okay. Gut. Fährst du mich zum Mall? Warum? Privatsache. Mein Auto auch. Also gut, ich will ein Geschenk kaufen. Für? Kann ich nicht sagen. Ich leg noch zehn drauf. Wendy Cho. Aha. Ein Geschenk für Wendy Cho. Also, ist das ein Angebot, um das Getriebe zu schmieren? Oder ein Abschiedsgeschenk, weil das Getriebe schon geschmiert wurde? Das Getriebe schmieren? Genau deshalb rede ich nicht mit dir über sowas. Tja, mag wohl sein, dass er nur Stroh im Kopf hat, aber ein Menschenkenner ist er. Das steht fest. Hat das auch wirklich nichts mit Sadomaso zu tun? Überhaupt nichts. Hm, hört sich aber so an. Zwangsmaßnahme. Halt durch, Chester. Daddy kommt. Bitte, 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 bitte. Ja! Sie hat das Schloss nicht ausgewechselt. Aber das ist neu. Die finde ich gut. Totenkopf-Ohrringe? Ja, aus Silber und mit Rubinaugen. Also für 11,95 sind das ganz bestimmt keine Rubine. Weißt du doch gar nicht. Und wie ich das weiß. Und zweitens wollen Mädchen wie Wendy Cho keine Totenkopf-Ohrringe. Und woher willst du das wissen? Sie schreibt nur Einsen, ja? Spielt Violine. Und sie ist auch die Beste in Mathe. Genau. Weißt du jetzt, worauf ich hinaus will? Oh, okay. Wie wär's mit der Totenkopf-Gürtelschnalle? Keine Totenköpfe. Nur so aus Neugierde. Hat diese Wendy Cho einen Hass auf ihre Eltern? Das glaub ich nicht. Wieso? Ich will nur ne Brücke zu ihr finden. Sie sagt, sie hätte mich gern, weil ich unprätentiös wäre. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, sie mag mich. Ja, okay. Was willst du mit dem Geschenk ausdrücken? Ähm, Happy Birthday? Happy Birthday? So was steht auf Geburtstagskarten. Was drückst du aus, wenn du ihr Schmuck schenkst? Keine Ahnung. Ich schätze, dass ich sie liebe. Was ist denn? Gar nichts. Das finde ich fantastisch. Hey, auch wenn du keine Frau liebst, darf ich das doch wohl tun. Entschuldige mal, ich hab schon viele Frauen geliebt und viele Frauen haben mich geliebt. Das ist keine Liebe, das ist Sex. Wie bitte? Ich kann dir nicht folgen. Wie viele von denen kommen zu deiner Beerdigung, wenn du morgen stirbst? Ne ganze Menge. Vielleicht ein paar nur, um zu sehen, ob ich wirklich gestorben bin, schätze ich. Aber ich bin zuversichtlich, dass der allgemeine Tenor der Veranstaltung sicher ein Trauriger wäre. Na, wenn du's sagst. Ja, das sag ich auch. Und jetzt gehen wir. Ich hab aber noch kein Geschenk. Dann kaufe doch so einen blöden Totenkopf-Ohrring. Aber du hast gesagt, dass sie ihn nicht mag. Was weiß ich denn schon? Niemand liebt mich und niemand kommt zu meiner Beerdigung. Wow, und ich weiß auch warum. Hier. Wie wär's mit einer Halskette mit einem goldenen Herzen? Kostet ziemlich viel. Wer das Beste will, Jake, muss dafür bezahlen. Ja, aber 39 Dollar? Ich meine, ich liebe sie ja und alles. Also gut, wenn das bedeutet, dass wir endlich hier rauskommen, geb ich dir die Differenz. Ich weiß nicht. Was meinst du mit ich weiß nicht? Ich mach dir ein super Angebot. Ja, aber du sagst immer, wenn's zu schön ist, um wahr zu sein, ist es bestimmt nicht wahr. Also gut, wie wär's, wenn ich alles bezahle? Das hört sich noch besser an. Also nein. Komm, du Schlauberger. Und was muss ich jetzt für dich tun? Wir sind quitt, wenn du bei meiner Beerdigung trauerst. Muss ich auch weinen? Nein. Kann ich eine Freundin mitbringen? Ja. Gibt's was zu essen? Du machst dich über mich lustig, was? Wie fühlt es sich an? Es ist noch früh, gehen wir ein paar Körbe werfen? Nein, ich rufe Wendy Cho an. Hey, Bruder geht vor Luder. Danke, dass du mich gefahren hast, Onkel Charlie. Danke für die Halskette, Onkel Charlie. Danke, dass du mich nicht verhauen hast, als ich mich über dich lustig gemacht habe, Onkel Charlie. Danke, dass du mich nicht verhauen hast. Chester. Halt, 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 halt. Sitz. Nur die Ruhe. Was hast du ihm getan, Charlie? Was ich ihm getan habe? Ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Das hab ich ihm getan, Mann. Was ist denn das? Das ist Chester. Ist der nicht süß? Das bist du, das bist du. Wer kann nicht hierbleiben, Alan? Das hast du auch von mir gesagt, bei allem Respekt. Nur deshalb, weil kein Zwinger in der Stadt dich nehmen wollte. Och komm schon, sieh ihn nur an. Wie kann man dieses Gesicht nicht lieben, hä? Ganz leicht. Ich weiß, wo er es überall hin tut. Jetzt bring ihn wieder zu Candy. Kann ich nicht. Und wieso nicht? Das ist sehr kompliziert. Dann mach's einfach. Okay, also, ähm, ich hab ihn entwendet. Oh, Alan. Ich mag zwar mit meinem Penis denken, aber wenigstens denke ich. Keine Sorge, du brauchst nichts zu tun. Ich fütte ihn, geh Gassi mit ihm. Du gehst Gassi mit ihm? Du kannst ihm Planwagen anhängen und gern Westen reiten. Kein Hund in meinem Haus. Und schon gar kein Gestohlener, der groß genug ist, um mich zu vergewaltigen. Wow. Was zum Henker ist das denn? Etwas, das gleich verschwindet. Oh, Charlie, bitte. In meinem Leben war Chester der Einzige, der bei mir geschlafen hat, ohne mich auf Unterfälle. Halt zu verklagen. Alan, wie lange willst du denn damit durchkommen? Ich war sehr vorsichtig. Ich hab die Tür offen gelassen und wenn Candy nach Hause kommt, wird sie denken, sie hätte sie offen gelassen. Und Chester wäre weggerannt. Sie kommt nie auf die Idee, ihn hier zu suchen. Nehme ich mal an. Nur für den Fall das, versteckt Chester. Wie soll ich denn das Teil verstecken? Nehmen Sie einen Melkeimer und tun Sie, als wär's eine Kuh. Komme schon. Charlie, bitte. Oh, Mann. Komm mit, du Kall. Alan Harper? Ja? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Wir ermitteln wegen eines gestohlenen Hundes. Äh, eines Hundes? Wegen des Hundes ihrer Ex-Frau. Chester? Jemand hat Chester gestohlen? Sie ist der Überzeugung, dass Sie wissen, wo er geblieben ist. Oh Gott, ähm, tut mir leid, ich hab, hab nicht die geringste Ahnung. Obwohl ich mir sehr gut vorstellen könnte, was passiert ist, ähm, sie, sie könnte sehr gut die Tür offen gelassen haben. Sie ist immer ganz durcheinander und, und, und der Hund lief weg. Oh, oh. Halt, 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 halt. Hey. Ah, das war ja ein langes Telefonat. Ja. Wann schenkst du Wendy Choden die Halskette? Überhaupt nicht. Und warum? Angst gekriegt? Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Du scheuchst mich den weiten Weg zum Mall, ich mach 40 Mäuse für die Halskette locker und du kriegst Angst? Sie hat mich abserviert, du alter Sack. Oh, das hättest du mir auch sagen können, bevor ich zum alten Sack wurde. Ich bin erst zwölf, ich hätt' gerne Zeitmaschine. Es tut mir wirklich leid, Mann. Was ist passiert? Sie hat gesagt, dass sie ein Problem mit Mischbeziehungen hätte. Warum? Chinesisch und weiß? Begabt und unbegabt. Oh. Ich bin fertig mit Beziehungen. Von jetzt an will ich lieber sein wie du. Warum willst du denn so sein wie ich? Weil du dich nie verliebst und deshalb kannst du nicht verletzt werden. Okay, hör mal zu. Es tut weh, wenn man verletzt wird. Aber kein Gefühl der Welt ist so wundervoll und so edel wie das, was man Liebe nennt. Sie verleiht uns Hoffnung und gibt unserem Leben einen Sinn. Wende dich nicht ab von der Liebe, Jake. So wie ich. Und ich bedauere es mit jedem Tag. Wirklich? Möge Gott nicht sofort niederstrecken, wenn ich lüge. Vielen Dank. Danke. Also dann, das Spiel ist zu Ende. Gehen wir. Wohin gehen wir denn? Deinen Dad aus dem Knast holen. Gehen wir vorher noch was essen? Ja, klar. Warum nicht? Und wann kommen Candy und ihr Anwalt aus Mexiko zurück? In etwa drei Tagen. Oh Gott, womit fütterst du denn den Hund? Das war nicht der Hund. Riecht irgendwie nach Bananenbrot. Nein, das war nicht. Mann, 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 Mann. Man, 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 lieben Uh, 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 uh Man, 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 man Mal, man, 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 man Na, man, 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 man Gehen wir was essen, wenn der Junge wieder bei seiner Mutter ist? Ich kann nicht mit Essen gehen, Charlie Warum? Hast du ein Date? sagte er aus reiner Höflichkeit, obwohl er die Antwort schon kannte. Nein, ich habe kein Date, antwortete er, während er dachte, leck mich doch am Arsch, du bescheuerter Säufer. Und wieso kannst du nicht? Da fragst du noch? Ich bezahle Unterhalt für zwei Frauen. Ich habe kein Geld für den Luxus, essen zu gehen. Oder überhaupt zu essen. Ich übe mich gerade im Wiederkäuen. Gut, ich lade dich ein. Nein, du hast schon zu viel für mich getan. Aber ich habe nie Buch geführt über die 26.382 Dollar. Bis heute. Ja, genau deshalb fange ich an, meine eigenen Lasten zu tragen. Was mir viel leichter fällt, jetzt wo ich langsam verhungere. Hör schon auf, dich zu bemitleiden. Ich bemitleide mich doch nicht. Ich finde ja schon was zu essen. Vielleicht ein paar Rühreier oder ein Eis am Stiel. Gut, wir sehen uns. Also gut, ich frage dich hiermit zum letzten Mal. Würdest du mit mir zu Abend essen? Kommt drauf an, wo wir hingehen. Darf das denn wahr sein? Na hör mal, werde ich hier gar nicht gefragt? Nein, du wirst eingeladen, du wirst nicht gefragt. Aber deine Freundinnen fragst du bestimmt, wo sie hinwollen. Du hast recht. Wo willst du hingehen, Baby? Furchtbar witzig. Nein, 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 nein. Wir füllen dir was Heißes ein und dann füllen wir dir was Heißes ein. Hör schon auf. Gott, riechst du gut. Schon gut, schon gut. Ich bleibe hier und esse lieber ein Eis am Stiel. Oh, du kriegst dein Eis am Stiel. Gut, gut, okay. Du darfst das Lokal auswählen. Danke. Magst du Sushi? Muss nicht sein. Oh, Judith, denk weiter nach. Jake, deine Mutter ist da. Hey, das Eis am Stiel hat mich... Hallo. Hi, er kommt gleich. Tu mir einen Gefallen und nimm sie beide mit. Hey, Mom. Hey, Schatz, würdest du bitte im Auto warten? Wer hat Schwierigkeiten, ich oder Dad? Keiner hat Schwierigkeiten. Also du. Judith, falls du mir die Haare vom Kopf fressen willst, die brauche ich noch morgen früh zum Frühstück. Nein, du hast doch nichts getan, Ellen. Ich wollte dir nur sagen, dass... Mann, ist das schwierig. Du weißt doch, dass ich mal mit Jacks Kinderarzt liiert war. Ja, ja, Mernik, was ist mit dem? Wir sind jetzt wieder liiert und es wird ernst. Oh, und wie ernst? Er will mich heiraten und ich hab Ja gesagt. Oh. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht meinen Glückwunsch. Danke. Ich wollte es dir nur sagen, bevor wir es Jake sagen. Klar, klar, vielen Dank. Ist schon verrückt, oder? Ich meine, wir waren so viele Jahre verheiratet, schwer vorstellbar für mich, dass du jemand anderen heiratest. Ja. Ich wünsch dir trotzdem alles Gute. Oh, das wusste ich. Danke. Dann mach's gut. Du auch. Fünf, sechs, sieben, acht. Nie mehr unterhalb. Was ist das Problem bei Sushi? 5, 6, 7, 8 Nie mehr Unterhalt, nie mehr Unterhalt, nie mehr Unterhalt Hey Dad Was machst du denn hier? Und wie kommst du hier rein? Rose hat mich reingelassen Hey Jungs, wie war das Essen? Vergiss das Essen, was machst du hier? Auf Jake aufpassen Aber wenn du ihn reingelassen hast, bist du doch vor ihm hier gewesen Ähm, schon Aber wenn Jake nicht gekommen wäre, wäre ich schon weg und du hättest nichts von mir gemerkt Dann machst du es dir also hier immer gemütlich, während ich fort bin? Nein, gar nicht Manchmal schläfst du auch oben Moment, nochmal von vorn Jake, warum bist du nicht bei deiner Mutter? Ich bin weggelaufen Und manchmal duschst du auch Rose, bitte! Und warum bist du weggelaufen? Weil ich es da schrecklich finde Wegen der bevorstehenden Trauung deiner Mutter? Es hat überhaupt nichts mit Lügen zu tun Aber etwas mit Mams Hochzeit Ich dachte, du magst Dr. Melnick Als ich noch sein Patient war, schon Jetzt denkt er, ich muss machen, was er sagt Aber er ist nicht mein Vater Du machst doch auch nicht, was ich dir sage Ja, aber Mom ist das ziemlich egal Alan, Alan, darf ich kurz mal unterbrechen? Ich hab die Schlösser dreimal ausgetauscht Wie kommst du hier trotzdem rein? Du hast zwar die Schlösser ausgetauscht, den Schlösser aber nicht Wenn du willst, empfehle ich dir einen Gute Nacht, Rose Ich hab immer alles ersetzt, was ich esse Gute Nacht, Rose Und weißt du, wie das geht? Ich hab ne genaue Kopie deines Kühlschranks zu Haus Gute Nacht, Rose Wir haben übrigens kein Eis am Stiel mehr Jetzt ruf ich deine Mutter an Sie ist bestimmt schon ganz krank vor Sorge Sie ist bestimmt im Warpool mit Dr. Melnick Wie bist du hergekommen? Hast du ein Auto geklaut? Wie soll ich denn ein Auto klauen? Ich bin erst zwölf Die Kinder von heute, keine Fantasie Ich bin mit dem Bus gekommen In L.A.? Nachts? Da ist ja ein Autoklauen noch sicherer Was hast du vor? Wo geht's hin? Ich bleibe hier Oh nein, das kannst du nicht Und wieso nicht? Weil du im Moment wegläufst Und die Bedeutung von weg ist dem Wörterbuch nach nicht hier Normalerweise gehen dem die Worte weit, weit voraus Oder geh, was dich betrifft Ach komm schon, wieso kann ich nicht bei euch wohnen? Oh Jake, hast du eine Ahnung, was ich alles in Ordnung bringen muss, bevor du übers Wochenende hierher kommst? Was meinst du damit? Ich sehe dich trinken, spielen, die Frauen, die bei dir schlafen Komm mal mittwochs unangemeldet, dann hast du einen Schaden fürs Leben weg Na, bist du jetzt zufrieden? Deine Mutter weint Gut Hey! Sei nicht böse zu deiner Mutter Du bist doch auch zu deiner böse Meine kannst vertragen Sie lebt davon Jedenfalls soll ich dir ausrichten, dass sie dich über alles lieb hat Und dass sie und Dr. Melnick nicht heiraten werden, ehe du dich an den Gedanken gewöhnt hast Dann werden sie niemals heiraten, weil ich mich niemals daran gewöhne Fünf, sechs Hör auf! Ich bin etwas überrascht Ich dachte, du willst, dass deine Mom glücklich wird Sie soll von mir aus so glücklich werden, wie sie will Ich will nur nicht, dass so eine Flasche tut, als wäre er mein Vater Wieso denn nicht? Weil ich schon einen Vater habe Und er ist schon eine Flasche Na schön, mein Freund Ich muss dir jetzt was ziemlich schwerwiegendes sagen Aber im Vergleich zu mir, und das wirst du verstehen Kannst du es mal besser haben Viel besser Ich bin nicht einmal ein richtiger Doktor, hast du das gewusst? Aber Dr. Melnick ist einer Na und? Was für eine Frage Er verdient mehr als ich Er kann dir viel größere Geschenke kaufen als ich Und vergiss nicht, wie vorteilhaft es ist, wenn ein Rezeptblock im Haus herumliegt Charlie Du weißt schon, falls man krank ist Oder schlecht drauf Aber ich brauche nur einen Vater Und du hast doch auch nur einen Aber es wird dir doch nicht schwerfallen, ihn einfach der zu nennen und mich Alan Wir wissen doch, wer wer ist Mir kommen die Tränen Vergiss es, den habe ich niemals gern Ich empfehle dir einen mehr praktischen Ansatz auszuprobieren Was gibt dir deine Mutter als Taschengeld, Jake? Zehn Dollar in der Woche Okay Ich schreibe jetzt hier ein paar Zahlen auf Und wenn du bei einer glaubst, dass du Dr. Melnick etwas Liebe haben könntest, sagst du bitte Halt Ich habe mir solche Sorgen gemacht Tu das bitte nie wieder Danke fürs Herbringen Kein Problem Jake, wolltest du nicht was sagen? Ja Ich liebe sie, Dr. Melnick Komm, geh schlafen, Schatz Du hast morgen Schule und Warte noch Nacht, Dad Bis dann, Alan Und Nacht, Partner Mann, erscheint sie wirklich lieb zu gewinnen Ja, hören Sie Haben Sie mit Judith vielleicht schon mal besprochen Ob Sie ihm vielleicht Medikamente geben? Haben Sie was da? Nein, haben wir nicht besprochen Warum denn? Naja, eben hasst er mich noch Und im nächsten Moment liebt er mich Solche Gefühlsschwankungen sind unnormal Oh, nein, nein, nein Keine Sorge Das ist kein emotionales Problem Das ist mehr ein Eine Art von Charlie Wir haben ihn geschmiert, damit er sie liebt Wir haben was? Und es hat weniger gekostet, als Sie denken Aber das ist gar nicht schlecht, weil ein bestechliches Kind ein kontrollierbares Kind ist Und er ist nicht allzu helle, er kauft Ihnen jede Lüge ab Charlie Komm schon, bis er zehn war, habe ich ihm weismachen können Sektquirle werden Geld Hey, hey Apropos Sektquirle Haben Sie vor, nach Vegas durchzubrennen oder so? Ähm, nein Ich weiß, was Sie denken Kitschig, kitschig Aber es ist nicht kitschig Es hat Klasse und ist sehr romantisch Ja, manche Hotelzimmer haben verspiegelte Wände Da kann man seinen Hintern wie im IMAX rauf und runter hüpfen sehen Ha Ich denke, ich werde die Sache für eine Weile aufschieben Was? Sie, Sie lieben Judith doch, oder? Ja, sie ist wundervoll Wie ist der Sex? Das ist Privatsache, oder? Hey, ich wollte ja nicht Ihre Lieblingsstellung wissen Ich wollte nur wissen, wie gut Sie zusammenpassen Oh, keine Probleme, was das angeht Siehst du, Alan, es lag an dir Ja, das bin ich Der schnellste Colt im Wilden Westen Wie ich hörte Nur bin ich mir nicht sicher, dass ich als Stiefvater geeignet bin Natürlich sind Sie das Sie werden super, richtig? Klar, solange Sie Geld im Portemonnaie haben und Essen im Kühlschrank gehört, der kleine Vielfraß Ihnen Der Arme war völlig fertig Kaum lag er im Bett, war er schon eingeschlafen Ah, und noch ein Plus Guter Schläfer Nichts weckt das Kind auf und ich habe oft ein paar echte Schreihälse bei mir Ich würde jetzt gern schlafen gehen Ja, tu das Hören Sie, Vater sein ist nicht schwer Also mit dem Internet und so, werden Sie praktisch von selbst erwachsen Alan! Oh, geh nur, Schatz, ich komme gleich Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch eine Weile überlegen Nein, 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 nur nicht überlegen Vater werden ist wie der Genuss des freien Falls beim Fallschirmspringen Kurz bevor der Propeller einen erwischt Der Propeller der Liebe Hey, wie wär's? Reden wir doch in Ruhe bei einem Bierchen darüber Oh, nein, vielen Dank, ich finde Ihre Gesellschaft sehr angenehm, aber ich trinke nicht Schon okay, ich auch nicht Tja, dann gern Ich sag Judith, dass ich gehe Das erledige ich Judith, wir gehen Gut Gehen wir Wir haben in meiner ersten Ehe Kinder haben wollen, aber hat nicht geklappt Meine Frau ist gestorben und ich dachte, ich werde nie eine Familie haben Oh, das ist ja traurig Ja Und wer von Ihnen war die Taube in Nuss? Das ist doch unwichtig Es kommt nur darauf an, dass er einen Neuanfang mit Judith macht Eine Frau, die lebt und fruchtbar ist Und wozu ist das gut, wenn er nur Platzpatronen im Lauf hat? Es geht mir gut Hörst du, es geht ihm gut Jake könnte einen kleinen Bruder haben Ah, das wäre doch ein Geschenk des Himmels, oder? Oh, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Kinder will Dafür gibt's Kondome Jake ist es außerdem gewohnt, Einzelkind zu sein Und wenn's Nachwuchs gäbe, hätte er ihn aus Versehen aufgefressen Tja, Sie haben ja noch gar nichts von Ihrem Bier getrunken Oh, wie ich schon sagte, ich trinke nie Dann brauchen wir einen Anlass, Herb Wie wär's damit? Jedes Mal, wenn Alan mir einen giftigen Blick zuwirft, trinken wir drauf Hopp, los geht's Wisst ihr Jungs, ihr seid klasse Ich liebe euch Warum? Weil ihr klasse seid Ich wünschte, mehr Frauen wären so wie du, wenn sie trinken, Herb Danke Ich möchte einen Toast ausbringen Auf Jake Ja, Jake ist klasse Und auf Judith Aber ja, die ist auch klasse Und darauf, dass ihr bald heiratet Na schön, was soll's? Wisst ihr, was ich nie hatte? Ein zweites Bier Nein, nein, eine Junggesellparty Geht mir genauso Verdanke ich meinem Bruder Hopp, dann mal Prost Hey Feiern wir doch gleich deine Junggesellenparty Mach vor deiner Hochzeit zum letzten Mal einen drauf Mit deinen Freunden Meine Freunde sind nicht hier Aber nein, wir sind doch deine Freunde Charlie, sag das doch auch Das doch auch Komm schon, was sagst du? Ich weiß nicht, ich meine Wenn das eine Junggesellenparty ist Fehlen da nicht ein paar Stripperinnen? Charlie? Ich bin dran Er wird ein super Stiefvater für Jake Ja, und wenn schon Und von dem Unterhalt, den ich spare Kann ich jeden Abend essen gehen In Restaurants Und ich rede jetzt nicht von der Armenspeisung Ich kann jetzt essen, was ich will Und mit wem ich will Hey, kann dein Handy Videos aufnehmen? Ja, wieso? Pass mal auf Was wird denn das? Nur, falls er die Hochzeit absagen will Das ist Erpressung Na und? Finde ich gut Hey, hopp! Ha? So ist brav Oh dummer Hund Oh oh, Judith Wieso ruft sie mich um diese Zeit an? Hallo? Klar bin ich's, wen erwartest du denn? Oh mein Gott Das ist Herbs Telefon Herb musste mal Ja, ja, wir trinken gerade ein Bier Und lernen uns kennen Also nimm's mir nicht übel, Judith Aber vor unserer Hochzeit War ich auch trocken Hey, hey Das ist kein Grund für solche Ausdrücke Wie, wie bitte? Tut mir leid, ich versteh dich nicht Ja, ich glaube die, die, die Batterien des Elefons In Er Ich akte as i Atterin as Er In Ach's gut, Judith Hat sie's geglaubt? Wenn ja, ist sie Immer als U Entschuldigt bitte, Jungs Kann mir einer von euch einen Scheck einlösen? Wofür? Ich will den Damen Trinkgeld geben Nein, vergiss es, wir müssen nicht nach Hause fahren Warum soll ich nach Hause fahren, wenn ich für 300 Dollar mehr einmal um die Welt fahren kann? Da ist was dran Hörb jetzt, hör mal, deine Verlobte macht sich Sorgen Richtig Gott, sie wird ja schon ganz schön angepipfelt sein Schon okay, sie wird es nicht erfahren Ja genau, sie wird es nicht erfahren Borgt ihr mir 300 Dollar? Was hast du vor? Nennen wir es Hochzeitsgeschehen Wenn ich muss sie nach Hause fahren Na dann fahr ihn doch Und was machst du dann? Vielleicht fahr ich dann eben einmal um die Welt Ich hab wahrhaftig genügend Vielfliegermeilen gesammelt Herb? 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 Charlie, du musst mir helfen, je nach Hause Charlie? Hast du einen Schlüssel? Nein, hab ich nicht Aber vielleicht hat er einen Sieh mal in seinen Taschen nach Das würde ich nur ungern tun Legen wir ihn auf die Veranda Klingeln und laufen weg Oh Mann, aber er ist doch keine Stinkbombe Nein, aber der erste Mann von Judith war eine Oh, ein giftiger Blick Wo ist mein Bier? Na schön, na schön Ich greife ihm in die Tasche Ah, Jubel Was zum Teufel geht denn hier vor? Das war knapp Nein, das war's gar nicht Knapp ist, wenn man damit durchkommt Das war nicht mal annähernd knapp Na gut, na gut Ist doch unwichtig Herb hat sich amüsiert Er wird Judith heiraten Und ich muss keinen Unterhalt mehr zahlen Das ist wahr Alan? Ja? Du hast das Video doch hoffentlich vom Handy gelöscht Oh Mann, ich wäre wirklich bescheuert, wenn nicht Ja, das wärst du Hey, hör So ist brav Du dummer Hund Hier, bitte Danke Zum Wohl Okay, das war eine Dose Bier Und ein Orangensaft Oh Mann Ja, das war's financially Ah Lange 恐se feed Da wären wir, in meinem bescheidenen Heim. Wow, ist ja umwerfend. Wenn du es je verkaufst, will ich die Maklerin sein. Da müsstest du erst meine Mom umbringen. Also gern. Willst du einen Drink? Charlie, du musst mich nicht abfüllen. Ich schlaf auch so mit dir. Ich bin darin sehr erfahren. Glaub mir, du brauchst einen Drink. Oh, hey. Wusste gar nicht, dass ihr zu Hause seid. Lydia, das ist mein Bruder Alan. Alan, hi. Hi. Tut mir leid, dass Sie so in der Patsche sitzen. Patsche? In welcher Patsche? Habe ich das falsch verstanden? Hast du mir nicht gesagt, dass er geschieden und pleite ist und auf deiner Couch wohnt? Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht. Naja, ich bin gerade in sowas wie einer schlechten Phase, aber ich versuche das auszublenden. Oh, schön für Sie. Ich würde mich umbringen. Hast du gehört? Es gibt einen Ausweg. Das ist jedenfalls mein Neffe Jake. Hallo Jake. Hi. In welcher Klasse bist du denn? In der siebten. Tja, ärgere dich nicht, wenn die anderen Kinder dich verspotten. Irgendwann gibst du sie. Mich verspottet doch niemand. Ist nicht dein Ernst. Warum sollte mich denn jemand verspotten? Das ist meine Haushälterin, Berta. Berta, Lydia. Achten Sie auf Ihre Worte, Hungerhaken. Hungerhaken, vielen Dank. Ich achte auf mein Essen. Wenn's reingeht oder wenn's rauskommt. Hey, äh, vergessen wir die Drinks und sehen uns draußen den Sonnenuntergang an. Gerne. Also, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Aha. Ja. Und wie. Seid bitte nicht so unhöflich. Du hast gesagt, die lachen mit mir. Hey, ich habe selber Probleme. Oh, Charlie. Kein Grund, dich zu bedanken. Das hatte ich auch nicht vor. Wie bitte? Ich meine, es war sehr nett, nur wenn ich gewusst hätte, dass du da unten kampieren willst, hätte ich dir eine Laterne und ein paar Marshmallows geschenkt. Hey, ich wollte nur auf dich eingehen. Du wolltest angeben. Nein, wenn ich angeben wollte, hätte ich es freihändig getan. Willst du dich etwa immer so anstrengen, wenn wir zusammen ins Bett gehen? Na ja, während der Grippesaison nicht. Und man braucht ja auch ein wenig Abwechslung, weil ich nicht immer auf die große Reise gehe. Ab und zu brauche ich auch mal einen Kurztrip. Und wie hast du es geschafft, die Sache so schlecht zu machen? So schlecht war es doch gar nicht. Danke. Aber es könnte vielleicht besser werden, wenn du für Anregungen offen bist. Ach, wirklich? Und wie sieht es aus, wenn es besser ist? Da habe ich wohl einen Knopf gedrückt. Ja, genau. Und ich nicht. Charlie, du kannst hundertmal auf einen Fahrstuhlknopf drücken. Er wird deshalb aber trotzdem nicht schneller kommen. Gut. Ich werde nächstes Mal die Treppe nehmen. Ach, komm schon. Jetzt schmoll doch nicht. Du warst umwerfend. Großartig. Du hast mich für die Männerwelt verdorben. Na, war das denn so schwer? Ihr Jungs und eure kleinen Egos. Okay, okay, stopp. In meinem Bett sagt man weder Jungs noch das Wort kleinen. Bitte sehr. Soll ich es nochmal versuchen? Nein, ich bin schon ganz wund. Jetzt machen wir es dir für ein paar Minuten schön. Nur ein paar Minuten? Länger nicht? Glaub mir, Schatz, bei mir hältst du es nicht länger durch. Hey, Dad. Ja? Gefällt dir Onkel Charlies neue Freundin? Tja, ich hab sie ja nur ein einziges Mal gesehen und da... Nein, echt nicht. Weißt du, an wen die mich erinnert? An die Mädchen, die glauben, sie regieren die Welt nur, weil sie einen Busen haben. Ich sag's dir nur ungern, Partner, aber das tun sie auch. Ich verstehe das nicht. Wenn ich einen Busen hätte, wäre ich nicht so gemein. Das ist bewundernswert. Hey, du. Ich find dich echt super, Schatzilein. Bitte, Jake, lass das. Was? Ich bin doch bloß nett zu dir. Ich mein's ernst, lass das. Hey. Hey. Hallo, mein weißer Ritter. Der Junge sollte unbedingt Sport treiben. Kaufst du mir dann ein Sport-BH? Ich sag dir, lass das. Was guckt ihr denn? Irgend so einen blöden Trick für den Mist. Wo ist deine Freundin? Hey, mein Busen. Sie musste ihre Kinder abholen. Bestimmt von der Therapie. Was meinst du damit? Wir mögen sie nicht. Wer ist wir? Dad und ich. Nein, 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 ich, das ist nicht, ich meine, wir finden sie wirklich, wir mögen sie nicht. Gut, sie mag ja ein bisschen direkt sein, aber ich find das zufällig sehr attraktiv. Die muss ja Dynamit im Höschen haben. Wo lernst du nur so einen miesen Blödsinn? Im Cinemax. Tja, nicht, dass mein Sexualleben euch etwas angeht, aber... Ihm geht's jedenfalls nichts an, es geht niemanden etwas an. Und, was macht sie von Beruf? Außer, dass sie eine voll frigide Frostbeule ist? Pay-TV. Sie ist Immobilienmaklerin. Oh, wie Mom. Nein, nicht wie Mom. Lydia verkauft Luxushäuser in Beverly Hills und Mom verkauft Luxushäuser mit Zugang zum Strand. Wofür musst du dich verteidigen? Tu ich doch überhaupt nicht. Lydia verkauft Freudenhäuser. So, jetzt reicht's, geh ins Bett. Ich bin erst gemeint, seit ich einen Busen habe. Mann, die Pubertät wird ihn treffen wie ein Donnerschlag. Nein. Schön, dass Sie wieder hier sind, Mr. Harper. Danke, Bobby. Wir haben Ihre Mutter schon lange nicht mehr gesehen. Sie haben sie vielleicht nur nicht erkannt. Sie kann viele Gestalten annehmen, wie der Teufel. Der war gut. Ich möchte bestellen. Natürlich. Pardon für diesen Affront. Was darf sein? Ich nehme das gegrillte Thunfischfilet. Mh, gute Wahl. Ich möchte es sehr englisch. So servieren wir es. Ich will es rot in der Mitte, nicht pink. In Ordnung. Wenn's pink ist, servieren Sie es erst gar nicht. Verstanden. Servieren Sie es jemandem, der nicht weiß, was Englisch heißt. Natürlich. Vergessen Sie es, Sie schaffen es ja doch nicht. Ist Ihr Lachs frisch? Heute eingeflogen. Wann? Ich frage den Koch. Ja, viele Gestalten. Ich dachte, sie machen Witze. Du isst hier öfter? Jetzt nicht mehr. Ach, hör zu. Mein Ex muss übers Wochenende verreisen. Deshalb übernehme ich die Kinder. Langsam, langsam. Lydia, niemand hat die Kleinen so gern wie der alte Onkel Charlie. Aber ist das nicht ein bisschen früh, mich deinen Kindern vorzustellen? Das habe ich doch gar nicht vor. Wieso? Weil ich sehr darauf achte, wenn ich ihn zumute. Was meinst du damit? Charlie, bitte. Ich würde mich gern vor deinen Kindern zeigen. Ich meine, wieso willst du mir deine Kinder nicht vorstellen? Bitte zwing mich nicht, dich zu verletzen. Das schaffst du doch überhaupt nicht. Also schön. Gut. Du bist ein professioneller Frauenheld, ein ewiges, zügeloses Kind, das ein liederliches Leben führt. Du hast vielleicht deine Vorzüge, aber du bist gewiss kein Umgang für meine Kinder. Wie kommst du darauf, dass mich das verletzen könnte? Zwei Uhr, frisch aus Vancouver eingeflogen. Soll ich noch fragen, welcher Film lief? Unwichtig. Ich nehme die Kappelin. Und ich nehme das Schweinekotelett mit Bratkartoffeln. Willst du vielleicht noch einen Bypass zum Nachtisch? Hey, ich esse ab und zu gern mal ein Kotelett. Schön, ich werde dir nicht vorschreiben, was man isst. Wirklich? Auch wenn ich dir zu gefallen langsam kaue? Also ja oder nein zum Kotelett? Ich nehme den Spinat mit Ziegenkäse. Gute Wahl. Danke. Was das Essen angeht. Wie viele Scheiben Speck willst du denn noch essen? Mein Rekord sind 14. Ich musste zwar kotzen, aber es zählt. Weißt du auch, was passiert, wenn du nicht aufhörst, so weiter zu essen? Ja, ich muss kotzen. Alan, ist das arme Kind nicht auch so schon gestraft genug? Es ist in Ordnung. Na schön, aber komm nicht heulend angelaufen, wenn eines Tages ein Kran kommen muss, um ihn aus dem Haus zu hieven. Das wird teuer, ich weiß es aus Erfahrung. Ich sag ja nicht, dass es mich nicht antirnt, aber feil dir trotzdem die Nägel ab. Ohoho, hi Mom. Mom, das ist Lydia. Lydia, meine Mom. Oh, freut mich sehr. Freut mich auch. Bin ich froh, dass ich nicht mehr high arbeiten gehe. Und Lydia, was treiben Sie denn so? Ich meine, außer mit meinem Sohn. Ich bin Maklerin. Wie interessant, das bin ich auch. Oh ja, Evelyn Hopper. Ich kenn Sie von der Werbung auf dem Bus sitzen. Überall in der Stadt sitzen die Leute auf ihrem Gesicht. Tja, Schatz, vielleicht werden die Leute eines Tages auch mal auf ihrem Gesicht sitzen, wenn sie hart genug arbeiten. Danke. Ich hoffe, nur ich muss in Ihrem Alter keine Kunden mehr zu Häusern schleppen, damit ich einen Dollar verdiene. Keine Sorge, für einen Dollar werden Sie schon jemanden abschleppen, Kleines. Und Charlie, wie lange kennst du denn diese reizende Dame schon? Ähm, wie lange kennen wir uns jetzt? Soll das heißen, du weißt nicht mehr, seit wann wir uns kennen. So wie er trinkt, er hat Glück, wenn er noch weiß, dass er schon aufgestanden ist. Hat sein Vater getrunken? Was hatte er denn für eine Wahl? Charlie, jetzt sei nicht unhöflich. Und steh nicht so krumm. Wow, ist das verrückt. So, ich muss jetzt los. Oh, ich auch. Darf ich Sie stützen? Oh, wie nett. Wollten Sie denn nicht noch bleiben und Ihr Make-up zu Ende bringen? Schon okay, ich bin fertig. Soll ich Ihnen welches borden? Nein, danke. Ich bin allergisch gegen Drogerie-Kettenmarken. Was ist? Und ich nenne Sie schwerfällig. Soll das ein Witz sein? Du siehst das nicht? Was soll ich sehen? Lydia und Mom. Was gibt's da zu sehen? Ich bitte Sie, Charlie. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, Sie kamen aus der einen raus... Halt, halt, halt. Aufhören. Aufhören. Ihr denkt, Lydia ist wie Mom? Nein, wir denken, Lydia ist Mom. Okay, okay. Ihr seid ja total verrückt. Das Gespräch ist beendet. Wer nennt mich schwerfällig? Und ich sag dir noch was. Es gibt eine Menge Frauen im Immobiliengeschäft in der Stadt. Ich dachte, das Gespräch wäre beendet. Die tragen alle Kostüme und Designertaschen. Es ist wie eine Uniform. Sie könnten Politessen werden. Und Mom's Lexus ist nämlich ein Zweitürer, aber der von Lydia ist ein Viertürer. Da liegen Welten dazwischen. Allerdings liegen Welten dazwischen. Der Zweitürer ist ein Egoistenwagen. Der Viertürer ist ein Familienwagen. Und weißt du, warum Lydia ein Familienwagen fährt? Weil Lydia Kinder hat. Und unsere Mutter nicht. Halt die Klappe! Charlie, schon okay. Du bearbeitest schon dein Leben lang dein Mutterkomplex, indem du mit anderen Frauen schläfst. Nur, dass du jetzt keine Umwege mehr gehst. Also, das ist sowas von krank. Wie recht du doch hast. Tja, dummer Idiot. Der ist doch nur neidisch. Lydia ist witzig, klug und sexy. Viel sexy als Mom. Nicht, dass Mom sexy wäre. Neue Gedanken, neue Gedanken, neue Gedanken. Oh, Charlie. Wenn man beunruhigende Gedanken so leicht los würde, müsste ich keinen Kilt aus deiner Unterwäsche nähen. Hi, Rose. Ich hab ein kleines Geschenk für dich. König Oedipus? Es handelt von einem Mann, der mit seiner Mutter schläft und sich dann die Augen aussticht. Ich verrate dir, wie's ausgeht, weil ich Angst hab, du bist blind, bevor du's ausgelesen hast. Woher hast du denn sowas? Du hast Lydia doch noch nie gesehen. Nein, du hast nicht gesehen, wie ich sie gesehen hab. Lydia ist ganz und gar nicht wie meine Mutter. Warum sollte ich mich mit einer Frau einlassen, die dem Monster, das mich geboren hat, auch nur entfernt ähnelt? Oh, du wirst das Buch verschlingen. Hier. Mom verlangt dich. Na toll. Hi, Mom. Oh, Lydia. Wie witzig. Dachte ich auch. Find ich gut. Na, was gibt's? Sehen wir uns morgen hier? Ich dachte, dein Ex hat die Kinder. Okay, dann bring sie doch mit. Oh, bitte. Wie sollte ich dich denn blamieren, Lydia? Nein, nein, nein. Das tue ich nur, wenn ich betrunken bin. Hör zu. Ich werde mich wirklich vorbildlich benehmen. Ich schwör's dir. Gut. Wir sehen uns dann, Mutter. Mutter des Jahres. Doch, in meinen Augen bist du's. Ein Wort. Und ich steche euch die Augen aus. Euch beiden. Warum muss ich mit fremden Kindern spielen? Weil Lydia sie mitbringt und ich keinen Clown mehr engagieren konnte. Mädchen oder Jungen? Ist mir wurscht. Und wie alt sind sie? Kein Dunst. Das kann ja nett werden. Hey, es sind Kinder. Und du bist ein Kind. So schlimm wird's schon nicht sein. Ich meine, wir sind doch keine Panda-Züchter. Also gut, aber wenn's Jungs sind, nennen Sie bitte nicht Kleiner Racker, okay? Wieso denn nicht? Mom hatte mal so einen Freund und immer wenn er kam, hat er mich Kleiner Racker genannt. Er war ein Idiot. Okay, okay, das sehe ich ein. Und was noch? Keine Zaubertricks, nicht den Kopf tätscheln und bitte keinen, gib mir fünf. Gut. Und frag nicht, wer will ein Eis essen? Wir wollen immer alle ein Eis essen, Mann. Ich verstehe. Sogar laktoseintolerante Kinder wollen immer ein Eis. Das sehe ich ein. Aber tu keinesfalls so, als würdest du nicht mit ihrer Mom schlafen. Wir sind doch nicht blöd. Und wenn ich das alles befolge, stehen die Kinder auf mich? Nein. Wieso denn nicht? Weil du mit ihrer Mom schläfst. Hallo, Lydia. Hey, ihr kleinen Racker. Gib mir fünf. Na also, das war ja echt super. Keine Angst, er ist nicht mein Freund. Da seid ihr ja willkommen. Hallo, Charlie. Das sind meine Söhne Andy und Joey. Freut mich, Jungs. Falsch. Schüttelt ihm die Hand, ihr Schätze. Hi. Hey. So doch nicht. Schüttel ihm die Hand wie ein Mann. Hab ich doch. Musst du mich denn immer blamieren? Ha, ha, ha. Was gibt's da zu lachen? Du bist auch keine Leuchte. Was ist? Nichts. Entschuldige. Hey, wer will denn ein Eis essen? Hm? Nee. Sorbet, keine Eiscreme. Ihr wollt doch nicht so widerlich fett werden wie euer Vater. Und die neuen Hemden waren teuer. Wehe, ihr macht Flecken drauf, dann kommt gar nicht erst wieder. Und was jetzt? Ach, nichts. Nichts. Ich hab nur über, über Mütter und Kinder nachgedacht und die Heulerei. Immer diese Heulerei. Und, wie findest du meine Jungs? Oh, um, umwerfend. Und wie du mit ihnen umspringst, das, äh, darf nicht wahr sein. Danke. Der Älterer hat eine Chance. Ich fürchte, den Jüngeren kannst du in die Tonne treten. Jedenfalls haben wir jetzt das Haus für uns. Wollen wir nach oben gehen? Äh, ja, das ist eine interessante Idee. Was hast du denn, Charlie? Kann ich schlecht formulieren. Und, äh, würdest womöglich deine Zunge lösen, wenn wir uns ausziehen? Ich hab mir die Nägel gefeilt. Ach, was soll's, ich komm sowieso in die Hölle. Ach, was soll's, ich komm sowieso in die Hölle. Ich hab mir die Nägel gefeilt. Hallo? Warten Sie. Bist du für eine Süßende? Muss ich ja wohl. Weil du das Telefon nicht abgedeckt hast. Ach so, genau. Nein, er ist leider nicht da. Gib her, gib her. Tut mir leid, das war der Sohn meines Brütes. Ja? Dumm wie Bohnenstroh. Hi. Tja, vielleicht hab ich mich in der Adresse geirrt. Nein, Sie sind an der richtigen Adresse. Charlie, für dich. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Karma. Was? Deine Küken kommen zurück in den Stahl. Küken? Karma? Du hast du quello da ja, oder? Erlern, wovon zum Teufel redest du? Oh. Charlie, für dich! Hey, wie schön, dass du hier bist. Wieder mal... Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht. Wirklich? Wirklich. Willst du, dass ich einen Schrakanfall kriege? Dass ich dort umfalle? Das wurde aber auch Zeit. Oh, hey, Mom, hier ist das Scheuerzeug, das du wolltest. Dann steh hier nicht rum, sondern geh in die Küche und fang an zu scheuern. Na schön. Berta, wollen Sie uns nicht vorstellen? Oh, tut mir leid, wo sind noch meine Manieren? Charlie, Alan, darf ich vorstellen, meine jüngste Tochter Naomi. Tochter Naomi, das Licht meines Lebens. Ein kleiner Engel, der vom Himmel fiel, direkt auf den Penis eines verheirateten Mannes. Mom! Und als sie dann schwanger war und ihren Job verlor, ist sie wieder zu mir zurückgekommen. Sie wurden gefeuert, weil Sie schwanger waren? Ja, weil ich schwanger war. Und etwas Büromaterial mitgehen ließ. Acht Computer und ein Fotokopierer. Nicht alles auf einmal. Und? Welcher von euch ist der Reiche, der immer Partys feiert? An die Arbeit! Zu Befehl! Und wenn du in der Küche fertig bist, putz die Toiletten! Zu Befehl! Wenn sie mehr Zeit auf den Knien als auf dem Rücken verbracht hätte, würde es ihr heute anders gehen. Nicht unbedingt. Sollte sie wirklich Toiletten putzen, wenn sie schwanger ist? Hey, ich habe bei meiner Schwangerschaft gearbeitet, bis mir die Blase sprang. Und dann habe ich mit dem Fuchtwasser den Boden gewischt. Das war eine Übertreibung, damit es deutlich wird. Wow! Ja, und wir dachten, unsere Familie wäre kaputt. Nein, nein, ich meinte, wow! Naomi ist heiß! Was? Komm schon, sie ist so reif und sinnlich. Ich würde dir gern, gern ihren erotischen, öppigen Bauch streicheln und, äh, du weißt schon... Wer bist du? Ach, komm schon, willst du etwa behaupten, dass du die Schönheit deiner Frau in ihrem Zustand nicht bewunderst? Gut, hör zu, Frico. Ich verstehe ja, die Ästhetik, die man Schwangeren zuschreibt. Ein neues Leben wächst in ihn heran und bla bla bla. Aber um es kurz zu machen, wenn ein Brötchen im Ofen ist, muss ich es nicht unbedingt schmieren. Also, dann hast du eine der besten sexuellen Erfahrungen verpasst, die ein Mann machen kann. Eine muss es ja geben. Als Judith mit Jake schwanger war, ich weiß nicht, ob es Hormone waren oder Pheromone, aber sie konnte gar nicht genug von mir kriegen. Und jedes Mal, wenn ich seitdem eine Schwangere sehe... In Ordnung, hör jetzt auf damit. Neun Monate lang hatten wir so einen heißen Sex wie nie zuvor, trotz der Morgenübelkeit und der Hämorrhoiden. Oh, deshalb die schlechten Noten von Jake. Wegen der Morgenübelkeit und der Hämorrhoiden? Nein, wegen wiederholter Stöße auf seine Fontanelle. Unsinn, du Trottel. Sex während der Schwangerschaft ist für ein Ungeborenes völlig unschädlich. Das sagen alle Experten. Experten? Schnexperten. Heute Nacht, wenn du schläfst, komme ich mal in dein Schlafzimmer und stecke dir ein Würstchen ins Ohr. Mal sehen, wie dir das gefällt. Okay, okay. Wir sind verschiedener Meinung. Ich finde hochschwangere Frauen jedenfalls hoch erotisch. Oh, hey Partner. Hi. Seit wann stehst du denn da? Lange genug, um echt verwirrt zu sein. Aber wir haben Würstchen, oder? Ist was? Nur eine kleine Verdauungsstörung. Sie hat sie also zum Bügeln verdonnert, hä? Ja, Mann, ich kann's kaum abwarten, bis ich heute ein schönes, heißes Bad nehmen kann. Wissen Sie, wir haben zufällig so einen Whirlpool. Der hat solche Düsen. Alles bestens. Alles in Ordnung. Sind Sie sicher? Ja, ja, alles gut. Soll ich Ihnen schon mal das Wasser einlassen? Nein, nur nicht. Wenn ich hier nicht arbeite, klebt meine Mom an mir wie Haare an feuchter Seife. Ein treffender Vergleich. Aber in Ihrem Zustand sollten Sie nicht arbeiten. Kommen Sie, setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Ich bügle für Sie weiter. Echt? Ja, klar. Vielen Dank. Es ist sowieso nicht ganz faltenfrei. Uh, heiß. Wissen Sie schon, was es für ein Baby wird? Na, ich hoffe, es wird ein Mensch. Nein, ich meinte Mädchen oder Junge. Ein Mädchen. Oh, oh, wie schön. Ich wollte auch eins. Ich meine, ich liebe meinen Sohn, aber seien wir ehrlich, Mädchen sind viel schlauer und empfindsamer als Jungs. Und außerdem haben wir Möpse. Ich habe auch einen, aber der ist ein Junge. Jedenfalls fühlen sich meine im Moment so an, als wären es feuchte Sandsäcke. Schön. Außerdem tut mir der Rücken weh, meine Füße sind geschwollen und ich muss furzen wie eine Elchkuh, die zu viel Gras gefressen hat. Ich finde sie trotzdem wunderschön. Wie nett von Ihnen. Uh, spielt die da drin Sackhüpfen oder was? Wollen Sie mal fühlen? Ja. Okay. Kommen Sie. Was geht denn hier vor? Oh, hi, Börter. Das Baby hat getreten. Naomi fragte, ob ich mal fühlen will. Ich sagte gern, sie kam rein und das war's auch schon. Okay. Ja, es ist okay. Ganz okay. Hey, da kriegen Sie ja eine neue Enkelin. Was für ein Segen, hm? Ja, das tröstet echt darüber hinweg, dass sie naiv und dämlich ist. So, und jetzt bügel weiter. Genug gefaulenzt. Warten Sie, Börter. Ich kann doch auch bügeln und Sie können alle Viere von sich strecken. Die hat sie auch von sich gestreckt, als sie schwanger wurde. Fang jetzt an. Zu Befehl. Also, wenn Ihnen Ihr Rücken wehtut, ich bin Chiropraktiker und... Sippi! Ja? Konferenz! Ja. Äh, Sippi ist so eine Art Kosename. Ich bin nämlich so... Ähm, so zackig. Was machen Sie denn da? Ich versuche dem Mädchen endlich Verantwortung beizubringen. Sie wird eine alleinerziehende Mutter ohne Ausbildung. Ich will, dass sie mit ein wenig Würde für sich selbst sorgen kann. Oh, bitte. Was ist denn das für eine Würde, wenn eine Frau bügelt und die Toiletten anderer Leute reinigt? Das kann ich Ihnen sagen. Die Würde, gutes Geld mit guter Arbeit zu verdienen. Es lebe die Frauenarbeit. Entschuldigen Sie mich. Börter? Gehen Sie weg! Äh... Ich müsste aber mal aufs Klo. Das hier ist besetzt. Alles in Ordnung? Ja, Charlie, es könnte nicht besser gehen. Also gut, ähm... Wollen Sie irgendwas lesen? Verschwinden Sie! Börter, ich komme jetzt rein. Darf ich reinkommen? Hi. Ich wollte nicht, dass Sie mich so sehen. Naja, immer noch besser als das Bild, das ich im Kopf hatte. Was ist denn, Börter? Was glauben Sie denn? Ihre Tochter? Ich hatte so große Hoffnungen in Sie gesetzt. Sie war die klügste von all meinen Mädels. Die war die klügste? Weiter. Ich dachte wirklich, dass Naomi es zu was bringen wird, wissen Sie. Zu einer Karriere, einer Familie, zu einem Haus und nicht zu einem Pferdeanhänger mit einer Matatze drin. Machen Sie sich keine Vorwürfe, es ist doch nicht Ihre Schuld. Wer sagt denn was davon, das ist meine Schuld, es ist die Dumpfbacke. Nein, 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 ich wollte damit nur sagen, Sie haben Ihr Bestes getan. Woher wollen Sie das denn wissen? Wissen tue ich es natürlich nicht. Ich kenne mich aber gut damit aus, wenn Mädchen was falsch machen. Und wenn Sie anfangen mit jedem zu schlafen, dann ist das oft eine Vatersache. Äh, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Danke, dass Sie versuchen, mich aufzumunter. Gern geschehen. Aber Sie können jetzt aufhören, Sie haben kein Talent dafür. Okay. Wissen Sie, wer an allem schuld ist? Ronald Wiedermeyer. Wer? Der Schleimbeutel, der meine kleine Blüte bestäubt hat und dann verschwunden ist wie Plätzchen auf einer Potparty. Verflucht sei dieser Ronald Niedermeyer. Wiedermeyer. Und der auch. Und ich sag Ihnen eins, der wird mir nicht so leicht damit wegkommen. Vollkommen richtig. So ein Scheißkerl muss wissen, dass es Konsequenzen hat, was er tut. Und lernen, dass eine Frau ein Wesen mit Gefühlen ist und nicht nur eine Vagina, die redet. Eine Vagina, die redet? Verflucht sei Ronald Wiedermeyer. Charlie, Sie mögen ja ein Schwein sein, aber da haben Sie recht. Danke. Was habe ich denn gesagt? Wir zwei müssen Mr. Wiedermeyer eine Lektion erteilen. Äh, das habe ich nicht gesagt. Kommen Sie. Nein, wirklich, ich bin mir fast sicher, dass ich das nicht gesagt habe. Also, ich muss immer noch pinkeln. Wo sind wir hier zum Teufel? Es heißt Rancho Pacoima. Ah, ist irgendwie staubig. Ja, hier wächst nicht viel außer Amphetaminlabors und Herpes. Nur so aus Neugier. Was genau wollen wir eigentlich bei diesem Ronald erreichen? In der perfekten Welt würde er seine Frau verlassen und mein kleines Mädchen heiraten. Aber er sollte wenigstens für seinen Fehler bezahlen. Und wenn er das nicht will? Dafür habe ich Sie. Nicht? Ich kann ihm allenfalls auf seinen Teppich pinkeln. Müssen Sie immer noch. Allerdings, sowas verfliegt nicht. Können wir den nicht mal kurz anhalten? In dieser Gegend mit einem Mercedes, wenn Sie auf Autodiebstahl stehen und sich gern bumsen lassen. Da nach links abbiegen. Das ist doch keine Straße. Jedenfalls nicht, wenn es regnet. Oh Gott. Das war ein Hund. Keine Sorge, es war eine Ratte. Schon okay, sie steht auf. Wie heißt das Zeug noch? Vitamin E-Öl. Fühlt sich gut an. Hey Mom, wir können gleich fahren. Wo ist denn dein Vater? Er ist drin und reibt Naomi mit Öl ein. Wer ist Naomi? War das Tochter. Dein Vater reibt vor deinen Augen eine Frau mit Öl ein? Nein, ich konnte nicht hinsehen. Es war zu unheimlich. Das werden wir uns mal ansehen. Ich weiß jetzt auch, warum ich schlechte Noten schreibe. Alles nur deine Schuld. Warum ist das meine Schuld? Das weißt du genau. Oh ja, Erle. Wart im Auto. Erlen, was machst du denn da? Oh, hi Judith. Naomi will keine Schwangerschaft streifen. Ich hab ihr gezeigt, wie du mit Vitamin E dagegen vorgebeugt hast. Dann bist du reingekommen und das war's auch schon. Ach wirklich? Ja, zieh doch mal deinen Top aus und zeig ihr deinen Bauch. Das werde ich nicht. Er hat sie damit auch eingeölt? Ja, schon. Aber nur um seine perversen Neigungen zu befriedigen. Na hör mal, du bist doch andauernd scharf gewesen. Und du hast es für deine Zwecke missbraucht. Hey, wenn die Bar nur neun Monate im Jahrzehnt geöffnet hat, dann trinkst du, bis du umfällst. Und dann trinkst du weiter. Mann, ist das komisch. Hey, Partner. Du kannst dich ja schon anschleichen wie ein kleiner Ninjahr, was? Aber eins verstehe ich echt nicht. Aber was denn, Schatz? Wenn man Sex mit einer Schwangeren hat, bekommt die dann Zwillinge? Nein, Schatz. Wenn das so wäre, würde ich einen ganzen Wurf kriegen. Alles voll Grippe-Tabletten. Der hat bestimmt Allergien oder sowas. Sie sehen wohl nicht oft fern, was? Was ist? Sind Sie Ronald? Nein. Ronald, wer ist denn da? Verdammt, Aline. Wir sind hier inkognito. Schon vergessen? Sind Sie Cops? Ja. Ich bin Scully und das ist Mulder. Hören Sie, kann ich mal Ihre Toilette benutzen? Nein, nein. Die funktioniert nicht besonders gut. Wir gehen immer da drüben ins Gebüsch. Bis dann. Von wegen! Also, Ronald, hören Sie zu. Sie haben meine Tochter geschwängert. Ich will wissen, was Sie jetzt machen. Na ja, kommt drauf an. Worauf? Wer war noch Ihre Tochter? Naomi. Naomi? Oh, die habe ich schon ewig nicht gesehen. Etwa acht, neun Monate? Ja. So ungefähr. Oh. Ronald, was ist denn da los? Nichts, mein Häschen. Gut, hören Sie. Ich will nicht, dass die Chefin davon erfährt. Sie fährt leicht aus der Haut, hat nicht geschlafen. Seit ein paar Wochen. Haben Sie nicht eine Kaffeedose oder eine Milchtüte? Ich kann um die Ecke gehen. Nein, nein, wir haben nicht aufgeräumt da hinten. Oh, oh. Verdammt, Aline. Du sollst doch da drin nicht immer rauchen. Tja, das mit dem Pinkeln hat sich erledigt. Oh, oh, fühlt sich das gut an. Entschuldigung. Nein, nein, mach doch nichts. Das ist eine ganz normale Körperfunktion. Das Baby drückt auf Ihre Eingeweide und... Oh, Grundgütiger. Tut mir echt leid. Oh, nein, nein, schon gut, schon gut. Okay. Ich bin dran gewöhnt. Als meine Frau schwanger war... Oh, der Abgang ist ja übel. Sie sind wirklich rührend, Aline. Warum habe ich nie einen Mann wie Sie kennenlernen dürfen? Na ja, wenn ich für Männer wie mich sprechen darf... Wir kommen nicht oft raus. Tut mir leid. Mir nicht. Die ist ja echt bequem, diese Jogginghose. Ja, weil sie trocken ist. Wie war die günstig? Wie nennt man das, wo wir waren? Flohmarkt. Ein Flohmarkt. Abgesehen davon, dass das Drogenlabor explodiert ist und dass ich mich bepinkelt habe, war's ein netter Ausflug. Ich hab ne Jogginghose, ne Tüte Sportsocken, vier DVDs und ein Hotdog. Und alles für acht Mäuse. Nur ein kleiner Tipp. Der Hotdog hält länger als die Socken. Oh Gott. Oh, er ist zu groß. Was zum Teufel? Erlan, du perverser Irrer. Naomi! Oh, hi. Sie kriegt ihr Baby. Verdammt. Alles in Ordnung, Schatz. Mami ist bei dir. Oh. Sonst stehen sie doch auf Frauen, die die Beine breit machen. Aus dem Weg, C.B. Schon okay. Ich bin Chiropraktiker. Sie sind dran. Schon okay, Schatz. Ganz ruhig. Jetzt hol mal tief Luft. Und press. Noch nicht, noch nicht. Langsam. Wir liegen an Passatten drunter. Kümmere dich nicht um ihn. Komm jetzt. Pusten, pusten. Und jetzt pressen. Pressen. Jetzt hör mal zu, Britney Pan. Du bist meine letzte Chance. Du gehst mal aufs College. Und du bringst es mal zu was. Und lässt dich nicht von einem schmierigen Armleuchter aus Rancho Bacoy, immer schwänger. Oh, Gott. Mom, ich hab mal genau nachgerechnet, was das betrifft. Und Ronald ist auf keinen Fall der Vater. Was? Ja, er war damals im Krankenhaus mit schweren Verbrennungen. Er wollte ja, aber seine Haut ist leider immer wieder weggerutscht. Oh, Gott. Der Autog. Und, und wer ist denn nun der Vater? Ich kann es jetzt eingrenzen. Gehtiger Gott. Ich weiß es ganz sicher, wenn sie anfängt, Spanisch zu sprechen. Aber wir haben Ronald doch gerade um 5000 Dollar erleichtert. Wir? Sie haben doch hinter dem Auto ihre batschnassen Unterhosen ausgezogen. Machen Sie es sich beklemmt. Der Arzt kommt gleich zu Ihnen. Komm, wir gehen, Freako. Sie haben eine wunderbare Ausstrahlung. Und viel Glück. Danke. Tut mir leid wegen der Couch. Gute Neuigkeiten. Ich hab 4000 Dollar für dich rausgeholt. Gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Oh. Oh Gott. 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 Ich habe mir gerade etwas völlig anderes vorgestellt. Ich konnte nicht schlafen. Und deshalb wolltest du, dass deine Brustwarzen hart werden? Oh, mit den Erbsen, nein. Ich habe mir eine Milch warm gemacht und... Sie wird wirklich hart. Dann nimm doch eine Pille, wenn du nicht schlafen kannst. Ich glaube nicht an Pillen. Und Schnaps? Glaubst du an Schnaps? Davon schläft man nicht, man wird bewusstlos. So eine blöde Haarspalterei. Ich habe viel im Kopf, ich muss mich nicht zudröhnen. Okay, wenn das so ist, ich kenne dir ein super natürliches Schlafmittel. Was denn? Sex, Alan. Du brauchst Sex. Das knippst dich aus. Charlie... Sieh mich an, ich kann kaum die Augen offen halten. Sex ist im Augenblick keine Option für mich. Kannst du nicht mal mir eine Faust machen? Lass mich in Frieden. Wie wäre es mit Sport? Fast wie Sex, aber ohne Kondom. Hört sich irgendwie gut an. Na ja, man sollte immer ein Kondom benutzen. Nein, das mit dem Sport, was du gesagt hast. Ich könnte am Strand joggen gehen. Klar, da laufen öfter Leute. Normalerweise mit Hund, aber ich schätze, das muss man nicht. Das ist wirklich eine gute Idee. Aber wo willst du um diese Zeit einen Hund herkriegen? Du machst dich gerne über mich lustig, hm? Ja. Du bezahlst keine Miete. Weißt du was? Ich mache es. Miete zahlen? Nein. Ich laufe vor bis zum Pier und wieder zurück, so werde ich meine überschüssige Energie los. Tapfer? Ah, lange nicht so gut wie die Pommes. Das wird helfen. Das verbrennt Energien. Juromace, reliieren Sie mit ernähren. Arz und refreshen Sie mit Nette Abend zum Joggen. Wie unhöflich. Los Angeles Sheriff's Department, bleiben Sie stehen und legen Sie sich mit ausgebreiteten Armen auf den Boden. Nein, 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 da haben Sie den Falschen erwischt. Der Typ, den Sie suchen, ist da lang gelaufen. Letzte Warnung, legen Sie sich mit ausgebreiteten Armen auf den Boden. Nein, Sie verstehen nicht. Folgen Sie mir, ich zeig's Ihnen. Legen Sie die Hände in den Nacken und gehen Sie auf die Knie. Oh nein, 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 verstehen Sie doch, ich konnte nur nicht schlafen. Lasst die Hunde los. Die Hunde? Nein, nein, keine Hunde. Schon gut, schon gut, komm ja schon. Das find ich gar nicht nett. Doch, das find ich nett. Charlie, sag Ihnen, wer ich bin. Tut mir leid, wer sind Sie denn? Charlie, wenn du Ihnen nicht sagst, wer ich bin, komm ich in den Knast. Und warum nennen Sie mich Charlie? Sir, wohnt dieser Mann hier oder nicht? Was meinen Sie mit wohnen? Charlie, ich schwör dir beim Leben meines Sohnes. Ja, er wohnt hier. Sehen Sie, ich hab Ihre Markennummern, ich schreib einen geharnischen Buch an. Halt die Klappe. Danke, Officers, Sie sind eine wahre Zierde für Malibu. Schönen Abend noch. Wenigstens hat der Clown nicht gefragt, ob ich Jude bin. Und, hast du gut gejoggt? Nein. Genug getrommelt. Schön. Bass Solo. Bum, 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 bum. Kommt schon, ich würde gerne in Ruhe essen. Und ich wünschte, du wärst einer von den Affen, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Aber leider sitzt du hier. Entschuldigung, wenn ich etwas unwirsch bin, aber ich hab zwei Tage nicht mehr geschlafen. Dann nimm eine Pille. Er glaubt nicht an Pillen. Wie kann einer nicht an Pillen glauben? Die sieht man doch immer im Fernsehen. Hör mal gut zu, mein Sohn. Die Pharmaindustrie will uns einreden, dass es für alles eine Pille gibt. Kannst du nicht schlafen? Nimm eine Pille. Wachst du nicht auf? Nimm eine Pille. Bist du traurig? Nimm eine Pille. Kriegst du keinen hoch? Nimm eine Pille. Wen kriegst du nicht hoch? Können wir jetzt in Ruhe essen? Kann ich morgen zu Mom zurück? Wieso? Ich will mit meinen Freunden abhängen. Ist dir dein Vater plötzlich nicht mehr gut genug? Was heißt denn hier plötzlich? Komm schon, Alan. Er wird erwachsen. Er führt sein eigenes Leben. Ah, sehr schön. Wie wär's, wenn du mit deinen Freunden hier abhängst? Moment, Moment, Moment. Keine Kinder in meinem Haus. Ich bin eins. Naja, in dir sehe ich weniger ein Kind. Ich sehe in dir mehr einen, ähm, furzenden Zwerg. Charlie, es waren deine eigenen Worte. Er wird erwachsen. Er führt sein eigenes Leben. Bald kommt er aufs College. Ich sehe ihn nur noch in den Ferien. Höre nur noch von ihm, wenn er Geld braucht. Wenn ich werkes hätte. Ich werde dann nämlich immer noch Unterhalt für zwei Ex-Frauen zahlen. Und College-Tutorien? Dafür müsste ich kriminell werden oder ein Organ verkaufen. Und wofür das alles? Damit man ihm ein wertloses Stück Papier in die Hand drückt, aus dem er sich ein Hütchen falten kann. Den er bei seinem Fast-Food-Job trägt, von dem er gefeuert wird, weil er Pommes aus den Papiertüten der Gäste gegessen hat. Ja, ich isse Pommes gern. Klar, du kannst schlafen, weil du kein Gewissen hast. Wach auf! Was ist denn? Es ist Mittag. Welcher Tag? Samstag. Danke. Bis Sonntag dann. Charlie, ich muss mal weggehen. Du musst auf Jake und seine Freundin aufpassen. Freundin? Ich hab doch gesagt, keine Kinder. Du sagst so einiges. Zweimal die Woche sagst du, du trinkst nie wieder. Ich weiß nicht, was ich dir noch glauben soll. Wo willst du denn hin? Ich muss was erledigen. Dann nimm die Kinder mit. Kann ich nicht. Dann verschiebst du doch einfach. Schwingst du jetzt bitte deinen betrunkenen Arsch aus dem Bett und bist einmal in deinem Leben ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Aber nur, weil du bitte gesagt hast. Danke. Ich hab dich nicht anbrüllen wollen. Tut mir leid. Kannst du immer noch nicht schlafen? Nein. Keine Sorge, ich bin für dich da. Ich pass auf die Kinder auf. Vielen Dank. Kein Problem. Als wäre ich ein total Fremder für ihn. Nichts scheint bei mir zu wirken. Ich hab's mit warmer Milch versucht. Joggen, Meditation, Selbsthypnose. Nehmen Sie doch einfach eine Pille. Aber ich brauch keine Pille. Meine Schlaflosigkeit hat psychologische Gründe. Deshalb sitze ich hier bei Ihnen, einer Psychologin. Ich bin Psychiaterin und ich bin Ärztin und deshalb darf ich auch Pillen verschreiben. War das eine Spitze, weil ich nur Chiropraktiker bin? Nein, so ein Unsinn. Aber ich bin eine echte Ärztin. Hören Sie, können Sie mir helfen oder nicht? Sie wissen schon, mein Unterbewusstsein anzapfen, meinem Problem auf den Grund geht. Klar, versuchen wir es mal. Also, wann hatten Sie das letzte Mal Sex? Es geht hier doch nicht um Sex. Es geht hier um Ex-Frauen und Unterhalt und Alimente und Checks, die ich nie decken kann und dass ich bei meinem Bruder zu Gast sein muss. Okay, fangen wir mit Ihrem Bruder an. Was hat denn mein Bruder damit zu tun? Wer ist hier der Arzt? Das war eine Spitze. Erwischt. Jetzt erzählen Sie mir von Ihrem Bruder. Was gibt's da schon zu sagen? Er ist zwei Jahre älter als ich und er ist viel unreifer als ich. Er ist charmant und unbeschwert und warum auch nicht? Er hat in seinem ganzen Leben noch nie richtig geschuftet. Ihm sind schon immer Frauen und Geld in seinen beschissenen, glücklichen Schoß gefallen. Also grollen Sie ihn. Oh nein, ich liebe ihn. Er hat mich aufgenommen, als ich keine Wohnung hatte. Okay. Sie sagen, Sie lieben Ihren Bruder, sind dankbar für seine Hilfe und schaffen es trotzdem kaum mit anzusehen, wie er leichtfüßig durchs Leben hüpft, während Sie ein totaler Versager sind. Ich sagte nicht, dass ich ein Versager bin. Hm. Warum hab ich's dann aufgeschrieben? Was soll's. Also weiter. Okay. Also, das Schlimmste daran ist, dass Charlie mit all seinem Egoismus und seinen vielen Frauen noch nie die Konsequenzen tragen musste. Noch nie ist er auf Unterhalt verklagt worden, noch nie hat ihm ein gehörter Ehemann eine Kugel verpasst. Er hatte noch nicht mal einen ganz stinknormalen Harnwegsinfekt. Und doch lieben Sie ihn. Weil er mein Bruder ist. Oh, oh, jetzt verstehe ich. Also Sie denken, diese innere Zerrissenheit sei die Quelle meiner Schlaflosigkeit. Was denken Sie? Sie haben vielleicht recht. Aber wie löse ich den Konflikt? Eine gute Frage, aber leider ist die Zeit vorüber. Was schon? Sie waren 40 Minuten lang eingenickt. Das wollen Sie mir berechnen? Ich war wach. Schön. Nehmen Sie einen Scheck. Oh Mann. Alan, wenn ein Patient mir verrät, dass er ungedeckte Schecks ausstellt, neige ich ein wenig dazu, Bargeld zu verlangen. Na schön. Wo ist dein nächster Geldautomat? Unten in der Lobby. Komm gleich wieder. Ich begleite Sie. Nee. Hey. Was macht ihr? Wir chatten. Mit wem? Miteinander. Aber ihr seid im selben Zimmer. Schreibst du da was über mich? Nein. Da vorne rechts. KGW. KGW? Komm gleich wieder. Ah. Weißt du was? D-A-H. Was heißt das? Du alter Hund. Sie ist süß. Sie ist nur eine Freundin. Was soll denn das? Ach komm schon, du weißt doch mit wem du redest. Mit dem großen Hund. Okay, jetzt fängst du langsam an zu nerven. Das ist meine Mann. Ich mache auf. Okay, ich habe gelogen. Ich mag sie. Ach nein. Ja. Wuff. Braver Hund. Warte, mach nicht auf. Wieso denn? Ich komme. Geh rauf in dein Zimmer. Bist du verrückt geworden? Bitte bagger sie nicht an. Wen denn? Taylors Mom. Warum sollte ich Taylors Mom anbaggern? Weil sie ganz hübsch ist und weil du alles anmachst, was einen Puls hat. Wo hast du denn das her? Von Mom. Ach, die. Und von Dad, Butter, Rose, Grandma. Okay, okay. Und von Postboten. Ist ja gut. Und wenn du jemanden anbaggst, den ich kenne, gibt's ne Katastrophe. Oder ich brauch ne neue Gitarrenlehrerin, einen neuen Karatekurs. Fahrt für eine Karte. Okay, okay, ich verstehe. Ne Patin. Nur die Ruhe. Ich werd unsere Freundschaft doch nicht wegen ner ganz hübschen Frau riskieren. Sag, dass du sie nicht anbaggst. Ich verspreche es dir. Hi, ich bin Taylors Mom. Streich das. Okay, ich werd sie anrufen. Schön, bis dann. Du hast es mir versprochen. Nein, 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 nein. Der Kopf, der das Versprechen gegeben hat, ist nicht der Kopf, der es gebrochen hat. Außerdem hast du gesagt, sie wäre ganz hübsch. Wer ist denn dann heiß? Taylor. Taylor ist erst zwölf. Hallo? Na hör mal, was soll schon passieren, wenn ich mich mit der Mom deiner Freundin treffe, hm? Wie oft muss ich dir das noch erklären? Meine Gitarrenlehrerin, meine Karatetrainerin. Okay, okay. Ich kann nicht mal mehr in den Comicladen gehen. Also gut. Aber wer sagt denn, dass das Schlimmste passieren muss? Würdest du dich bitte nicht mit ihr treffen? Weißt du was? Wir machen einen Deal. Ich geb Taylors Mom auf, wenn du einen Monat lang jede Woche meinen Wagen wischst. Deal. Dazu gehört Hartwachs, Felgenpolitur und das Saugen der Teppiche. Oh Mann. Hey, 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 die Frau wurde gerade erst geschieden. Sie hat mir ungefragt ihre Nummer gegeben. Weißt du, was das heißt? Nein. Das heißt ein-, zweimal essen gehen und dann... Du wirst mein Auto waschen. Also gut. Sei froh, dass du nicht das Haus streichen musst. Das müssen wir unseren Kindern nicht alles opfern. Hey. Hey. Du siehst furchtbar aus. Danke. Und du siehst wundervoll aus. So fühle ich mich auch. Da hilft ein guter Nachtschlaf. Ja, hör zu. Ich muss mit dir reden. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Warum? Weil du mit mir reden willst. Okay, was ist los? Ich liebe dich, das weißt du. Alan, willst du mit mir Schluss machen? Würdest du jetzt endlich die Klappe halten und zuhören? Such dir eins aus. Na schön, na schön. Ich hab mit einer Therapeutin geredet und... Ich schätze, ich hab was gelernt. Nein, zu einfach. Weiter. Die Sache ist die... All die Jahre, in denen ich mit ansehen musste, wie dein Leben so reibungslos und leicht verlief, während ich nur erniedrigt und gedemütigt wurde, haben bei mir dazu geführt, dass sich viel Ärger und Neid auf dich angestaut hat. Ja, verstehe ich. Was denn auch sonst? Jedenfalls denke ich, dass der Gegensatz zwischen meiner Liebe zu dir und meinem Ärger auf dich meine Schlaflosigkeit verursacht. Und? Und ich dachte, wenn ich darüber rede, kann ich vielleicht besser durchschlafen. Und wie geht's dir jetzt? Besser? Ja, echt? Als wäre mir eine Last von der Seele gefallen. Sehr gut. Ja, vielleicht war's das. Vielleicht habe ich es so von mir abschütteln müssen. Ich schlafe sofort ein, wenn ich mir einen abschüttel. Ist ja widerlich. Schon. Aber ich schlafe wie ein Baby. Und falls ich dann immer noch nicht einschlafen kann, drehe ich mich einfach um und lass mir einen abschütteln. Nein. 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 Und ich habe dir dein Auto gewachst. Was? Warum bist du noch auf? Du hast dich mit Taylors Mann getroffen. Nein, habe ich nicht. Ganz sicher? Das werde ich doch wohl noch wissen. Okay. Wie erklärst du mir dann das Bild von deinem perfekt gewachsenen Wagen in der Einfahrt von Taylor? Wo hast du denn das her? Taylor hat ein Foto-Handy. Sie hat es mir gemailt. Ah, okay. Ist nicht mein Wagen. Und was ist denn dann mit dem Foto, auf dem du Taylors Mann vor dem Wagen küsst? Photoshop? Wie war dein Date? Sehr schön. Leck mich. Also dann, gute Nacht. Du hast gesagt, du würdest sie nicht anbaggern. Es ging nicht anders, Jake. Sie hat mich angerufen. Was macht das denn für einen Unterschied? Das muss ich dir noch erklären? Ich muss dir doch auch immer alles erklären. Okay. Nehmen wir an, du wärst ein Jäger. Wenn ein Reh dir dein Gewehr klaut und sich erschießt und sich dann aufs Dach deines Autos schnallt, also dann musst du es mit nach Hause nehmen und essen. Was? Tut mir leid. Ein besseres Beispiel weiß ich nicht. Es wird dir noch leid tun, wenn du dich weiter mit ihr triffst. Wow. War das eine Drohung? Nein, ein Versprechen. Wo liegt da der Unterschied? Das eine ist eine Drohung, das andere ist ein Versprechen. Komm schon, Partner, seien wir doch vernünftig. Die Beziehung zu deiner Freundin, woraus besteht die? Aus E-Mails und Händchenhalten beim Mittelball? Was ist ein Mittelball? Also jetzt hör mal zu. Bevor du dich versiehst, hast du alles vergessen, was mit Taylor war. Und du alles, was mit Taylors Mom war. Mag sein. Aber ich garantiere dir, ich vergesse wesentlich mehr als Händchenhalten beim Mittelball. Letzte Chance, Onkel Charlie. Oh, hab ich jetzt ne Angst. Letzte Chance, Onkel Charlie. Also wirklich. Jake! Was ist denn los? Nichts. Wiedersehen. Du bist tot. Du bist mausertot. Ja. Verdammt! Da ist er hingerannt. Danke. Cool, der Schleim. Danke. Altes Familienrezept. Wo bist du, du Frätschen? Los Angeles Sheriff's Department. Legen Sie sich mit ausgebreiteten Armen auf den Boden. Schon okay. Ich will nur ein Kind erwürgen. Lasst die Hunde los. Sehr gut. Lasst die Hunde los. Die Hunde los. So, was willst du? Nachos, Zuckerstangen, Milchriegel, Popcorn und ein Slushie. Was hast du denn vor? Willst du bei uns die Kloschüssel sprengen? Nur zwei bitte. Okay, Popcorn und Milchriegel. Gut. Ein großes Popcorn. Okay. Aber ein Slushie will ich auch, sonst bleibt mir das Popcorn im Hals stecken. Schön. Und ich will bitte Nachokäse aufs Popcorn. Dabei fällt mir ein, ich habe heute Abend ein Date. Dabei fällt dir das ein? Ja, und ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Der nächste. Moment. Ein großes Popcorn mit Käse, ein großes Slushie und eine Jumbo-Schachtel Milchriegel. Willst du auch, was geht auf mich? Ich will nur essen, was auf dem Hemd des Jungen landet. Du wirst verhungern. Das war's. So, was ist mit deinem Date? Tja, sie hat Besuch von einer Freundin, die weiter weg wohnt. Ich sagte in Ordnung, zwei sind ein Paar, drei sind ein Sandwich. Aber aus irgendeinem Grund besteht sie darauf, dass die Freundin ihr eigenes Date hat. Und das fragst du mich? Ja. Wir zwei machen einen drauf mit ein paar heißen Chicks. Oh Gott, vergiss es. Jetzt sei nicht albern, wir haben noch nie einen Doppel gemacht. Das ist kein Unglück, Alan. Komm schon, bitte, 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 bitte. Gut, spar dir das Betteln für dein Date auf. Ich bettel nie. Ich winsel. Oh, dann brauche ich einen Babysitter für Jake. Mir wird schon nichts passieren. Ich will keinen Babysitter. Wer redet von dir? Ich habe Angst um mein Haus. 24,50. Wow, okay. Oh nein, so was. Was ist denn? Bin ich doch ohne Geldbörse aus dem Haus gegangen. Glaubst du das? Das glaube ich dir aufs Wort. 24,50, bitte. Moment, jetzt weiß ich, was passiert ist. Nur weil du gefahren bist, habe ich meine Geldbörse nicht eingesteckt. Ich bin doch eigentlich nur gefahren, weil du gesagt hast, dein Tank wäre fast leer. 24,50, bitte. Augenblick noch. Du wolltest doch die Parkgebühren übernehmen, was du jetzt nicht kannst, weil du dein Geld vergessen hast. Dann bezahle ich eben nächstes Mal, mach nicht so einen Aufstand. Letztes Mal hast du das auch gesagt. Ja, aber diesmal habe ich mein Geld vergessen. 24,50, bitte. Dann bezahle eben ich. Oh, dann bitte noch einen Bagel-Doc, das macht dann genau 30. Man, 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 man jetzt los. Bis dann. Ich vertraue darauf, dass du vernünftig bist und zeitlich ins Bett gehst. Okay. Das ist ein echter Wendepunkt für dich. Du passt auf dich selbst auf. Du warst dein Mann. Du auch. Mann, wie ich dich vom Krankenhaus nach Hause gebracht habe, kommt mir vor wie gestern. Du warst wie ein schrumpeliges Schweinchen mit Koliken. Gehst du jetzt oder nicht? Bist du fertig? Gleich. Leb wohl, mein Sohn. Dad, spar dir das für dein Date auf. Brenn das Haus nicht ab und wenn doch verschwinde, bevor ich wiederkomme. Weißt du ja, dass er den billigen Scotch trinken soll und nicht den Single Malt? Sehr witzig. Finde ich nicht. Der mixt ihn wahrscheinlich mit Pfirsichlikör. Oh Gott, bin ich satt. Ich bekomme heute garantiert nichts mehr in meinen Mund. Ich hoffe, das ist nur eine Redewendung. Das finde ich ja wundervoll, das Restaurant hier. So was gibt es bei uns zu Hause überhaupt nicht. Was? Es gibt in Idaho keine netten Restaurants? Doch schon. Wir haben eine süße Pommesbude und ein Pizzaservice. Aber zugegeben, Filmstars wie hier siehst du da nie. Ach, Nina, das sind doch auch nur Menschen wie wir. Und abgesehen davon würde ich David Hasselhoff nicht als Filmstar bezeichnen. Oh, ich finde es jedenfalls sehr aufregend. Und weil ich nur für ein Wochenende in der Stadt bin, sollten wir heute die Sau rauslassen. Ist es zu spät für einen Partnertausch? Oh, ich bin dabei. Machst du Witze? Wir können doch wieder zurücktauschen. Erlan, ich glaube, wir sollten zahlen. Einverstanden. Die Rechnung, bitte. Komm gleich wieder. Halt, halt, halt. Wo willst du denn hin? Für kleine Jungs. Ja, ja, für kleine Pfennigfuchse, hast du wohl sagen wollen. Wie war das, Charlie? Nichts, entschuldigt mich. Bei uns zu Hause nennen wir es Kackbalken. Ich dachte, du musst mal pinkeln. Muss ich auch, tue ich auch. Mach ich auch. Nette Mädels. Ja, das ist umwerfend. Mhm. Ja, das ist umwerfend. Ja, das ist umwerfend. Ja, das ist ein... Ja, das ist umwerfend. Ah. Ah. Es hilft kein Schütteln und kein Klopfen ins Hemd, geht doch der letzte Tropfen. Bis wohin reichen denn deine Hemden? Was machst du da? Was glaubst du denn? Nicht zu fassen. Das kann eine Weile dauern, Charlie. Na schön, das Spiel kann ich auch. Was machst du denn? Was glaubst du denn? Okay. Hey, Alan. Ja? Das kann eine Weile dauern. Wo ist denn Jennifer? In der Hütte des Gärtners, sie sucht nach Cory. Okay, du bleibst hier, ich gehe sie suchen. Nein, ich gehe mit. Ihr werdet doch wohl nicht in die Hütte des Gärtners gehen. Cory? Bist du hier drin? Nein, du Idiot, denn Cory ist vor einer Stunde abgeschlachtet worden. Cory? Mann, wäre ich doch lieber ins Bett gegangen. Bist du verrückt geworden? Dazu hat jede psychologische Fachrichtung eine andere Meinung. Also hat dein Betty erlaubt, heute allein zu bleiben? Wieso nicht, ich bin alt genug, ich brauche keinen Babysitter. Na schön, dann lasse ich dich jetzt allein mit deinem Film. Warte, du musst doch nicht gehen. Willst du was essen? Gern, warum nicht? Also, was muss ich wissen? Im Grunde nur eins, wenn ein Typ nur ein halbes Gesicht hat, geh ihm aus dem Weg. Bist du noch da, Charlie? Ich habe doch gesagt, es kann eine Weile dauern. Tja, ich glaube, der Zug will noch ein bisschen im Bahnhof bleiben. Du weißt doch, es heißt, lieber auf dem Klo sein und nicht müssen, als müssen und nicht auf dem Klo sein. Wirklich? Woher hast du das? Keine Ahnung, alte Volksweisheit. Ähm, die Flüssigseife wäre eine gute Idee für zu Hause. Kann schon sein. Wäre doch sinnvoll, wenn man bedenkt, dass man die Bakterien beim Waschen mit einem Stück Seife an den nächsten weitergibt. Mit Flüssigseife passiert das nicht. Gute Idee. Ich lasse Börter welche besorgen. Sehr gut. Gut. Börter ist zum Schießen. Ja, sie ist ein Brüller. Ist sehr gut gegen Handpilz. Noch eine gute Idee für zu Hause. Oh, oh. Fang ja nicht schon wieder an. Wo sind sie hin? Die Ladies sind vor 20 Minuten gegangen. Was? Wieso denn? Sie sagten sowas wie, das Leben sei zu kurz. Bist du zufrieden? Gut, geben Sie mir die Rechnung, die wir beide uns teilen. Nicht nötig. Mr. David Hasselhoff wird bezahlt, bevor er mit den Ladies ging. Sie werden wohl herausfinden wollen, wie groß er wirklich ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Weißt du was? Wir hatten ein gratis Essen. Mann, College-Studenten müssen ganz schön dumm sein. Ja, wenn man nicht mit einer Schere rennen darf, dann schon gar nicht mit einer Heckenschere. Unfassbar. Ich hab eine sichere Nummer sausen lassen, weil ich mir neben dir auf dem Klo anhören musste, wie du dir keinen abdrücken konntest. Du willst mir also vorwerfen, dass ich mal musste? Du musstest doch gar nicht. Du wolltest mich mit der Rechnung sitzen lassen. Oh, verstehe. Du kennst meinen Darm also besser als ich. Verlass dich drauf. Nämlich dann, wenn ich ihn dir zur Nase rausziehe. Das muss ich mir von dir nicht anhören. Warum so eilig? Kommt da irgendwo eine Rechnung? Was meinst du? Wollen wir den Film zu Ende gucken? Von mir aus. Ich schlafe heute Nacht sowieso nicht. Lass mich in Ruhe, Charlie. Nein, nein, nein. Nein, das werden wir offen austragen. Wir haben nichts offen auszutragen. Ich musste nur mal aufs Klo. Ich hab zwar nicht so viel Geld wie du, aber ich war darauf vorbereitet, die Rechnung zu teilen. Nicht halbe, halbe. Du hattest den besseren Wein und deine Lady 2-Aperitifs, aber meinen Anteil schon. Was machst du denn? Was glaubst du denn? Du kannst zwar sitzen, aber verstecken kannst du dich nicht. Ich geh jetzt erst duschen und dann geh ich ins Bett. Was? Du lässt mich hier einfach so stehen? Tja, Charlie, wenn du so irrational bist, lässt du mir keine Wahl. Aber ich bin doch nicht irrational. Ich zeig dir, was irrational heißt. Na toll, meine Lampe. Was ist denn das? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nee, die Pizza ist da. Ja, genau. Hey, warum soll ich nicht mal zahlen? Hey, warum nicht? Was ist? Kein Geldbeutel? Komm gleich wieder. Ich warte. Hier, Mr. Harper. 20,75. Danke, Gordon. Warten Sie. Der Rest ist für Sie. Wow, danke. Halt, warten Sie bitte. Hören Sie sich mal was an. Und was? Sch-sch-sch-sch-sch. Ein Moment noch. War's das? Ja. Danke fürs Warten. Ciao. Suchst du irgendwas? Ja, meinen Geldbeutel. Hier ist er doch. Oh, oh, danke. Wow. Der legendäre, verschollene Geldbeutel von Alan Harper. Sehr witzig. Na, so was. Überhaupt kein Geld drin. Nicht? Nein. Wie wolltest du denn die Pizza bezahlen? Äh, ich hab... Äh, ähm... Was denn, Alan? Was hast du? Gar nichts? Ganz sicher? Oh, wo hast du's gefunden? Ich meine, was ist das? Etwa 5.000 Dollar in kleinen Scheinen. Wow, wow, so viel. Etwas weniger, da ich die Pizza bezahlt... ...und 50 Trinkgeld gegeben hab. Du hast denen 50 Dollar Trinkgeld gegeben? Ja. Und jetzt nehm ich einen Hunderter zum Zigarre anzünden. Warte, 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 warte. Hey, eben fällt mir ein, ich hab ne dicke Rolle Geld verloren und die sieht genauso aus wie die. Wirklich? Die gehört dir? Ich hatte ja keine Ahnung. Kann passieren, her damit. Du wirst meine Verwirrung verstehen. Wenn jemand so'n Haufen Bares hat, ist das ja wohl kein Problem für ihn, einen billigen Bagel-Dog zu zahlen. Du verstehst das nicht, das Geld ist nicht für mich. Ach, wirklich? Für wen sonst? Für den alten Alan. Den alten Alan? Ja, weißt du, den Alan der Zukunft. Machst du Witze, in der Zukunft gibt es immer noch Alans? Nein, weißt du, es ist so, ich stecke in finanziellen Schwierigkeiten seit, ähm, naja, seit der Highschool. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich mal ein alter Mann werden könnte, ohne dass sich irgendjemand um mich kümmert. Auf wen wird sich der alte Alan verlassen können? Sicher nicht auf Jake, denn, seien wir ehrlich, er wird nur dann Geld verdienen, wenn neben die Toilette pinkeln zum Profisport wird. Ja, seitdem halte ich es so, dass ich, immer wenn jemand in der Praxis bar bezahlt, das Geld auf die Seite lege für den alten Alan. Und das Finanzamt? Dem Finanzamt ist der alte Alan egal. Okay, ähm, fassen wir zusammen. Du hamsterst Schotter für den alten Alan, während der junge Alan den dummen Charlie abzockt. Ich würde dich niemals dumm nennen, sondern nett und freundlich. Kann ich mein Geld haben? Du hast ein ernstes Problem, mein Freund. Da hast du verdammt recht, jetzt gib mir mein Geld. Du brauchst Hilfe. Ich weiß, aber wer bezahlt sie? Also gut, weißt du, was du mit dem Geld machen wirst? Hör auf, mein, ich hab jetzt schon Verstopfung. Du gibst es aus, und zwar jeden Penny. Aber was ist mit dem alten Alan? Was wird aus dem? Tja, ich würde sagen, der alte Alan wird weiter beim alten Charlie wohnen, bis er in die Kiste gepackt wird. Wirklich, du meinst, was auch kommt, ich kann immer auf dich zählen? Spar weiter. So, hier, viel Spaß bei Ihrem Film. Oh, hey Charlie. Hey Bruder. Ich nehm ne große Schachtel Milchriegel. Gern, 25 Dollar. Noch ein Wunsch für deine Freundin? Nein, schon okay. Sie isst nicht. Sie kaut nur. Der Rest ist für dich. Oh, danke Charlie. Auf dich kann ich zählen. Komm, Baby. Ich bin älter als er, kannst du das glauben? Mann, die ist ja mal heiß. Ja. Oh, nicht das Popcorn-Essen, Jake. Sorry, Dad. Mann, 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 Mann Dann verstehst du also, worum es geht. Schätze schon. Jetzt, wo wir nicht mehr verheiratet sind, willst du meine Wohnung verkaufen? Nein, nein, es ist unsere Wohnung. Ich habe sie für uns gekauft. Es war nicht gerade meine klügste Entscheidung, aber mein Immobilienberater war mein Penis. Hängt es damit zusammen, wenn es heißt, der Markt wird weich? Eher nicht. Weißt du, ich schaffe es nicht mehr, die Raten für die Wohnung zu bezahlen, aber wenn wir sie verkaufen, können wir den Gewinn teilen. Ich kann dich aber auch auszahlen. Hast du denn Geld? Wenn wir verkauft haben, schon. Verdammt, Candy, ich bin am Ende der Fahnenstange. Wenn ich weiter Rechnungen bezahlen muss, dann werde ich leider Konkurs anmelden müssen. Wow, das hört sich ja echt ernst an. Allerdings, es ist toternst. Also, wenn das so ist... Willst du Sex? Was? Ich bin geil, du gestresst. Wir würden beide etwas davon haben. Ja, ich bin echt gestresst. Nein, das ist doch auch keine Lösung. Okay, dann gehe ich jetzt mal unter die Dusche. Sag mir, wenn du es dir anders überlegst. Habe ich schon. Entweder habe ich zu viel getrunken oder ein Zug hat mich überfahren. Oh Gott, ein Zug. Charlie? Sieh mal einer an. Mein Schutzengel, er will mich in den Himmel holen. Finger weg. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Also, ich bin nicht in meiner eigenen Kotze aufgewacht. Deshalb ja, allerdings. Du bist ein richtiges Kind. Es gibt Leute, die finden das sehr charmant. Aber ich nicht, mein Lieber. Offensichtlich nicht. Aber letzte Nacht hatten wir doch unseren Spaß. Oh, und wie. Welche Frau hat nicht ihren Spaß dabei, wenn der Mann beim Verwöhnen in ihrem Schoß in den Tiefschlaf fällt? Ah, deshalb habe ich geträumt. Ich küsse Abraham Lincoln. Oh, oh. Okay. Nur Unterwäsche. Keine Panik. Und ein bisschen Make-up. Nichts Schlimmes. Gläsebrille, Laufschuhe, Flanellnachthemd und die letzte Ausgabe von Die Moderne Braut. Alarmstoffe Rot. Lydia? Was ist? Ich habe zufällig gesehen, dass du in der Schublade von mir Sachen hast. Stimmt. Hey, kommst du hier rein und machst das von letzter Nacht wieder gut? Naja, schon, aber wir sollten erst mal über die Schublade reden. Okay. Reden wir. Vor 87 Jahren gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation. Freiheit empfangen. Man, 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 man. Man, 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 man. Morgen. Es war wundervoll unter der Dusche. Ja, es tut immer gut, wenn man sich beim Rauskommen schmutziger fühlt als beim Reingehen. Was machst du gerade? Ich übe nur. Wofür? Nur so, ich will für meine Arbeit in Form bleiben. Ach, für dein kleines Jingle-Dings. Dass man für sowas üben muss. Wörter, ich hätte gern Rührei ohne Eigelb, ein Toast und Earl Grey-Tee. Ach ja? Und ich hätte gern neue Schuhe, Hotpants und eine Taille. Und sie dachten wirklich, sie macht Ihnen Frühstück. Hallo, Bruder. Hey. Wie lief's mit Candy? Super. Es war super. Scheint, als könnten wir uns von gegenseitigem Nutzen sein. Gut. Und hat sie dem Verkauf der Wohnung zugestimmt? Was? War das nicht der Grund, warum du hingegangen bist? Ach ja. So ein Mist. Charlie? Du musst mit deiner Putze sprechen. Sch, 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 bitte nicht so laut. Wir vermeiden hier das P-Wort. Wieso denn? Weil es respektlos ist. Und entwürdigen. Und verwegen inakkurat. Der Punkt ist, Bruder sorgt dafür, dass der Laden hier läuft. Und was noch wichtiger ist, sie gehört zur Familie. Sie ist grob, unhöflich und vulgär. Ich sagte doch, sie gehört zur Familie. Schön. Dann frag sie doch, ob sie das mit den Eiswürfeln und dem Seidentaschentuch macht, was du so magst. Komm, Süße, sei doch nicht so. Eiswürfel und Seidentaschentuch? Ein Eis am Stiel und ein Schlips tun's auch. Aber ich schulde dir noch ein Seidentaschentuch. Und auf deine Munddusche ist kein Verlass mehr. Und was du auch tust, leck nicht an deine Haarbürste. Tut mir leid, wenn ich dir schon wieder auf die Nerven gehe, aber wir waren noch nicht fertig wegen des Verkaufs der Wohnung. Aber ich will die Wohnung gar nicht verkaufen. Ich kann von hier aus Schiffe sehen. Verstehe ich ja, aber ich kann sie nicht mehr bezahlen. Und ich mag Schiffe. Na schön, wenn du da nicht mitmachen willst, dann muss ich meinen Anwalt. Was machst du denn da? Ich suche Chesters Knochen, weil er ihn verloren hat. Jetzt? Kann das nicht warten? Nein, wenn Chester sein Nickerchen gemacht hat, will er seinen Knochen. Red doch einfach weiter. Okay, also wie gesagt, wenn du nicht vernünftig bist, muss ich... Ich... mein... Musst du was, Alan? Dann noch mal. Nein. Was zum Teufel! Wir haben zu reden. Okay. Ist mir egal, wenn ihre Freundin hin und wieder eins von ihren Höschen in die Wäsche schmeißt. Die koche ich und verkaufe sie auf dem Flohmarkt. Aber diese durchtriebene Braut nutzt schamlos meine Gutmütigkeit aus. Na ja, seien wir doch fair. Lydia hat auch ihre positiven Seiten. Ja, aber ich stehe nicht auf ihre Seiten. Die interessieren mich einen feuchten Furz. Schon gut, schon gut. Wissen Sie, was sie zu mir gesagt hat? Sie sagte, ich soll lernen, wo hier mein Platz ist. Das hat sie doch nicht gesagt. Aber deutlich. Ist das wahr, Charlie? Muss ich wirklich lernen, wo hier mein Platz ist? Nein, Börter, das wissen wir doch alle. Und wo ist mein Platz, Charlie? Wo immer Sie wollen. Es gibt in diesem Haus nur Platz für einen Alpha-Hund. Ich weiß. Und wer ist dieser Alpha-Hund, Charlie? Sie. Sagen Sie's. Sie sind der Alpha-Hund. Och, Sie, alter Schmeichler. Tun wir einfach so, als wäre das eine Morgenlatte. Hey, wie geht's dir? Na, bist du auch schon auf? Mein Rücken braucht Pflege. Oh, klar. Hör mal, ich muss mit dir über Börter sprechen. Um Gottes Willen, Charlie, lass dir Eier wachsen. Ist es dein Haus oder ihrs? Tja, ich stehe zwar im Grundbuch, aber Sie war schon vor mir hier. Weißt du, im Laufe der Jahre haben Börter und ich eine wundervolle Beziehung... Reib mir die Schenkel ein. Und der Schlüssel für ein friedliches Heim ist, das Boot nicht zum Schaukeln zu bringen und nicht die Balance zu verlieren. Deshalb solltest du sie unbedingt so behandeln wie... Wo ist sie denn gerade? Hä? Irgendwas zum Einkaufen. Ist noch jemand im Haus? Ähm, nein. Die Sache mit Börter ist jedenfalls... Willst du dir deinen süßen Hintern nicht einschmieren? Wozu? Aber sonst kriegst du doch einen Sonnenbrand. Warum sollte ich einen Sonnenbrand... Oh, du willst Sex? Gut, dass du hübsch bist, denn der Schnellste bist du nicht. Wer ist der Alpha-Hund, Charlie? Lass dir Eier wachsen, Charlie. Hey, Alan, komm mal her. Was ist denn? Ich wasche Lidias Wäsche. Und auch mein Taschentuch. Würde nichts nützen, das musst du verbrennen. Okay. Und warum wäschst du Lidias Wäsche? Weil Börter sich weigert. Wieso wäscht Lidia sie nicht selbst? Weil ich ihr sagte, Börter muss es machen. Aha. Und hast du irgendeine Ahnung, wie das geht? Komm schon, man wäscht sie, man trocknet sie. Wie schwer kann das sein? Wozu brauchst du mich dann? Was davon ist die Waschmaschine? Das da. Danke. Nein, das da. Ein Witz, das da. Auf dem Schalter steht Waschen. Okay. Okay, ich schaff's. Einfach anmachen und reinstecken. Es ist eine Waschmaschine. Und nicht etwa ein Callgirl. Zuerst sortieren wir mal ihre Unterwäsche. Und was ist da jetzt anders als bei einem Callgirl? Man muss sie deshalb sortieren, weil das meiste synthetisch ist. Na hör mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist das gleiche wie bei einem Callgirl. Charmant. Gib mir das Waschmittel. Das hier? Nein, nein, das ist Weichspüler. Den tut man nach dem ersten Spülgang rein. Was? Weißt du was? Ich kaufe hier neue Wäsche. Jetzt stell dich bitte nicht so an. Waschmittel, siehst du? Man schüttet das rein. Kaltwäsche, Kaltspülen, Schonwaschgang, fertig. Was ist das? Ich würde sagen, Wasser, das in die Waschmaschine fließt. Verrückt. Ziemlich neue Erfindung. Ist sie jetzt kaputt? Mach den Deckel zu. Ist ja Wahnsinn. Was erfinden die noch alles? Ja, wie ich kürzlich hörte, wird gerade ein Apparat entwickelt, der zwei Scheiben Toast auf einmal rösten kann. Ist aber geheim. Ja, 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 wie witzig. Und jetzt warten wir. Woher wissen wir, wann sie fertig ist? Keine Sorge, die Waschmaschine ruft dich auf deinem Handy an. Echt? Warum jammelt Börter denn immer so? Das macht doch Spaß. Ja, weil du es mit hübschen Dessous zu tun hast. Börter dagegen mit Jacks Unterwäsche, nachdem er sich ein Pudding überfressen hat. Da ist was dran. Was machst du denn da? Ich trinke ein Glas Wodka. Wenn das zum Wäsche waschen gehört, könnte ich mich dran gewöhnen. Nein, ich bin nur sauer auf mich. Dann gieß mir auch einen ein. Ich bin auch sauer auf dich. Was ist los? Raus damit. Ich bin wieder bei Candy gewesen. Und, wie ist es gelaufen? Jetzt verkaufen wir die Wohnung nicht und ich hab ihr, glaube ich, einen neuen Kühlschrank versprochen. Oh, Alan. Sie will Eiswürfel ohne die Tür zu öffnen. Du stehst ja voll unter ihrem Pantoffel. Wer, ich? Und was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Charlie, du wäschst einer Frau die Wäsche. Nein, nein, nein. Ich will mich damit nur einbringen. Seien wir ehrlich. Lydia, wickel dich um den kleinen Finger. Tut sie nicht. Sie nimmt den Zeigefinger. Und sie wickelt weniger, als dass sie bohrt. Wer benutzt hier meine Waschmaschine? Verzeihen Sie, aber es ist immer noch meine Waschmaschine und ich wasche damit Lidias Wäsche. Sie waschen Wäsche? Hey, das ist keine Wissenschaft. Kaltwäsche, Kaltspülen, Schonwaschgang, aber vorher sortiert man die Wäsche. Was Sie nicht sagen. Ja, was ich nicht sage. Das wird sie wohl sein. Hallo? Oh, hey Mom. Ich dachte, du wärst meine Waschmaschine. Na komm schon, wirf den Ball, wirf den Ball. Oder fall auf die Nase. Charlie, ich fahr jetzt. Mach's gut. Ich hätte gern einen Kuss. Sie ist noch da, oder? Ja. War nur ein Witz, Schatz. Schon besser. Mach's gut, Jake. Ich geb Ihnen keinen Kuss. Oh. Charlie, ich's vergesse. Morgen serviere ich bei einer Hausbesichtigung hors d'oeuvre. Deshalb hätte ich mir gern Börter ausgeborgt. Wie war das? Ich rede mit Charlie. Du hast doch nichts dagegen? Ob ich, äh, tja, also... Sie wollen mich ausborgen? Bin ich etwa ein Staubsauger? Aber ich würde Sie doch dafür bezahlen und Sie dürfen sich alle Reste einpacken. Oh, wie wär's denn, wenn Sie alles in einen Trunk zusammenkippen und ich fress es draußen im Garten? Also, das war jetzt etwas unpassend. Ich wollte Ihnen nur ein Gefallen tun. Wenn Sie mir ein Gefallen tun wollen, nehmen Sie das Geld, das Sie mir zahlen wollten, und zwar in Geldrollen. Beugen Sie sich... Warte, 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 warte. Warte. Also, ich hab es nicht nötig, mir das anzuhören. Charlie, du musst eine Entscheidung treffen. Für Sie oder für mich. Die Schnaller hat recht, Charlie. Entweder Sie oder ich. Oh, na toll. Großartig. Hat hier jemand gesagt, hier gäbe's einen Drog voll Essen? Du hast ein Angebot für die Wohnung? Oh, oh, Mom, du rettest mir das Leben. Ist mir egal, ich hab mit einem Verlust gerechnet. Immerhin muss ich dir keine Provision zahlen. Hör mal, du bist meine Mutter! Warte, Mom, da klopft gerade jemand an. Hallo? Oh, oh, Candy, Candy, hallo. Hör mal, es geht um die Wohnung. Meine Mom hat ein wunderbares Angebot. Gut. Ich geb's auf. Was hast du an? Warte. Mom, ich leg auf. Candy, bin gleich da. Hey, ist Berta da? Hab sie nicht gesehen. Sehr gut. Charlie, ich hätte nie gedacht, dass du die Cojones hast, Berta zu feuern. Machst du Witze? Ich hab Riesen-Cojones. Was glaubst du, warum ich die weiten Shorts anhabe? Warte, warte, warte. Du hast Berta gefeuert? Ja, Alan. Sie kannte ihren Platz nicht. Da konnte ich ihr nur kündigen. Aber wir sind tot ohne Berta. Ich komm gleich nach, Schatz. Beeil dich. Weißt du was? Wir müssen unsere Kommunikation verbessern. Das will ich schon lange, aber ich dachte, du bist nicht offen. Nein, 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 du Nullchecker. Gott, du spielst ja mit wie ein Affe auf einer Mandoline. Du hast Berta nicht gefeuert? Das reicht. Her mit der Mandoline. Aber du hast Berta versprochen, dass du Lady an die Wüste schickst. Alan. Weißt du, was das ist? Nein. Dann halt deine dumme Klappe. Und verrat Berta nicht, dass sie hier war. Gut, aber gib mir ein Zeichen, wenn du lügst. Hey Mann, ich lüge immer. Ich geb dir ein Zeichen, wenn ich's nicht tue. Du bist ja echt oberschlau. Woher ich das weiß? Die Waschmaschine hat's mir am Handy gesagt. Oh, High Heels und Eiscreme. Oh, Charlie, wie konnten sie nur... Berta, es ist nicht das, wonach es aussieht. Charlie, du hast mich belogen. Lydia, es ist nicht das, wonach es aussieht. Das reicht. Ich verschwinde hier. Ich auch. Berta, Lydia, aber warte doch, es ist nicht das, wonach es aussieht. Sag's noch ein paar Mal, Charlie. Vielleicht glaubt dir dann irgendwer. Berta, 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 warten Sie, Sie können doch nicht kündigen. Wieso nicht? Weil wir uns lieben und eine Familie sind. Weil wir uns unsere Schwächen verzeihen. Sie können mich mal. Gehen Sie nicht, gehen Sie nicht. Ich verspreche Ihnen, ich mache Schluss mit ihr. Das werden Sie nicht tun. Und wissen Sie wieso? Weil Sie süchtig sind nach der Braut. Ach, das ist doch lächerlich. Ich kann damit aufhören, wann ich will. Können Sie nicht. Sie sind sexsüchtig und ich kann Ihnen nicht mehr vertrauen. Nein, 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 warten Sie. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Sie haben recht. Ich bin süchtig. Mich reitet eine Vagina, aber ich weiß, ich kann Sie loswerden. Ich meine, helfen Sie mir. Kann ich nicht, mein Freund. Das können nur Sie selbst. Leben Sie wohl, Charlie. Oh, kommen Sie, Bert, da gehen Sie nicht. Ich tue alles für Sie. Ich werde jetzt gehen. Musst du doch nicht. Ich habe Sie gerade gefeuert. Leb wohl, Charlie. Ach, komm schon, Lydia, geh nicht. Ich tue alles für dich. Wisst ihr was? Ich brauche keine von euch. Ich kann selber Wäsche waschen und ich habe auch so einen Finger. Mir gefällt es hier nicht. Pech gehabt. Nur so kriege ich Börter dazu, wieder zurückzukommen. Aber warum muss ich mit hierher gehen? Weil du es nur so schaffen wirst, deine Wohnung zu verkaufen. Okay, fangen wir an. Herzlich willkommen zu unserem Montagabendtreffen. Haben wir neue Teilnehmer? Mein Name ist Charlie und meine Haushälterin hält mich für sexsüchtig. Hi, Charlie. Hi, Charlie. Hi, ich bin Alan und ich habe eine nette Wohnung zu verkaufen. Und bin sexsüchtig. Hi, Alan. Preisverhandlungssache. Hi, mein Name ist Pam. Und ich bin sexsüchtig. Mein Name ist Pam. Joy to the world, ich vögle heut, ich vögle sie heut Nacht. Dann spiele ich den Nikolaus und hole meine Rute raus. Viel zu lang keine Intimität, heute ist schon unser zweites Date. Heute ist Weihnachten und das feiern wir im Bett. Hey, ich mach den Eierpunsch fertig. Wollen Sie, dass die Braut in Flammen steht oder nur glüht? Puh, tja, mal sehen, wir feiern Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, also füllen wir sie ab. Halleluja! Gloria, heute vöglich Gloria. Ben, 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 Ben Ein Bettchen auf, Gloria legt sich selber drauf. Schneeflöckchen hoch das Röckchen. Frohe Weihnachten, Onkel Charlie. Oh, genau. Dieses Weihnachten gibt's ja auch noch. Na los, mach auf. Halt, warte. Ich geb dir zuerst mein Geschenk. Nicht, dass du denkst, ich hätte dich vergessen. Hundert Mäuse? Wow! Hab's selber ausgesucht. Jetzt mach deins auf. Okay. Das ist ja spannend. Furz in der Dose? Du hast doch noch keinen, oder? Naja, ich hab dich. Aber der ist gut zum Reisen. Jake, ich hab eben mit deiner Mom gesprochen. Sie wird gleich hier sein. Nicht Onkel Charlies Geschenk ansehen. Du kriegst dasselbe. Da bin ich ja gespannt. Kannst du dir sparen. Oh, da wir gerade von Geschenken reden. Frohe Weihnachten. Mach's auf, wann du willst. Entweder morgen früh oder bei deiner Mom oder... Sofort mit den Zähnen wie ein tollwütiger Schakal. Du schenkst mir den neuen Nintendo? Es ist auch von Onkel Charlie. Du schuldest mir 125 Dollar. Er hat doch schon... Oh, ist das cool. Danke, Dad. Danke, Onkel Charlie. Ja, ja, frohe Weihnachten. Ich muss ihn gleich reinstecken. Nein, nein, du verschwindest. Wenn hier einer was reinsteckt, ist es dein Onkel Charlie. Du verschwindest doch auch. Ja, nur die Ruhe. Ich verbringe meinen Weihnachtsabend allein im Kino, damit du heute Nacht Sex haben kannst. Du kannst doch auch Sex haben. Du musst nur ins richtige Kino gehen. Jake, du bist abgeholt. Nimm Taschentücher mit und zieh nicht die Wildlederschuhe an. Da hast du wohl Erfahrung. Nicht so viel wie du. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Kommt rein. Frohe Weihnachten, Charlie. Das will ich hoffen. Ich hol das Kind. Uh, Eierpunsch. Schatz, wir haben eine lange Fahrt vor uns. Wir feiern in San Diego bei meinen Eltern. Und deshalb trinke ich jetzt einen. Hey, ich war zu Thanksgiving bei deinen Eltern. Oh, deine Mutter ist nicht mehr in der Entzugsklinik? Ja, meine Mutter hat sie verlassen. Genauer gesagt ist sie über den Zaun geklettert. Sie wird mal deine Schwiegermutter. Am besten du gewöhnst dich dran. Weißt du noch, wie sie auf einem Rasentraktor getürmt ist? Aber dafür backt sie gute Kekse mit Walnüssen und Antidepressiva. Nie gehen die Sachen so rein, wie sie rausgekommen sind. Eine Lektion fürs Leben, Jake. Komm, deine Mama ist da. Verdufte. Okay, ich habe auf der Terrasse gedeckt. Das Essen ist im Ofen. Sehr gut. Kommen Sie dem Eierpunsch mit den Kerzen nicht zu nahe. Klar. Also, ich verlasse jetzt. Tja, auf Wiedersehen und danke. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Alle guten Wünsche. Ihnen auch. Geben Sie mir mein Weihnachtsgeld, Sie Pfeife. Oh, genau. Danke für Ihre harte Arbeit. Ohne Sie wäre ich völlig helflos. Sie sind wunderbar. Wirklich? Was würde Jesus tun? Oh, nein, danke. Ich muss fahren. Ich will was. Nein, willst du nicht. Das ist für Erwachsene. Ich trinke noch einen. Judith, meine Eltern erwarten uns. Ich weiß, Schatz. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Okay. Frohe Weihnachten euch allen und ihr alle. Lebt wohl. Warten Sie. Ich habe eine lange Busfahrt und will nicht auf halbem Weg nach Hause nüchtern werden. Hallo? Candy, was machst du denn hier? Ich will an Weihnachten nicht allein bleiben und wusste nicht, wo ich hin soll. Wo ist denn dein neuer Freund? Er wollte Weihnachten lieber mit seiner Familie feiern. Er hätte dich doch mitnehmen können. Das wäre seiner Frau unangenehm gewesen. Oh, tja, Schatz, dann komm rein. Warte, warte, warte. Du weißt doch, dass ich gleich Besuch bekomme. Ich kann sie doch nicht rauswerfen. Das weißt du erst, wenn du es versuchst. Ja, schon auch. Wir haben Weihnachten. Okay, nur zwei Minuten. Sonst mache ich den Furz in der Dose auf. Judith kennst du ja noch. Hi, Judith. Hallo. Und das ist Herb, ihr Verlobter. Hi, Herb. Hi. Gib mir deinen Mantel. Oh, du meine Güte. Na, dann wollen wir mal fahren. Wozu die Eile? Aber deine Eltern warten doch auf uns. Die können dich sowieso nicht ausstehen. Äh, Eierpunsch? Danke. Gern geschehen. Ich bin Arzt. Ein echter oder einer wie Alan? Ich bin Pädiater. Wow, dann machen sie ihn Füße. Nein, Kinder. Ist das nicht illegal? Börter, müssen Sie nicht Ihren Bus kriegen? Was? Und die Show verpassen? Sind Sie verrückt? Feliz Navidad, alle zusammen? Mann, den habe ich gar nicht vorher gesehen. Mom, was willst du denn hier? Ich bin auf dem Weg zu einer Party und wollte meine Geschenke abgeben, damit ich sie morgen nicht herschleppen muss und mir den Tag versaue. Charlie? Rose! Wieso lädst du mich nicht zu deiner Weihnachtsparty ein? Das ist keine Weihnachtsparty. Und wie nennst du das hier? Den Anfang einer Nachrichtenmeldung, die mit dem Satz endet. Dann richtete er die Waffe gegen sich. Also gut, also gut. Hört mal alle zu. Sperrt die Ohren auf. Es gibt keine Party. Ihr müsst jetzt gehen, weil ich gleich Besuch von einer wunderhübschen Frau kriege, mit der ich schlafen will, nachdem ich sie betrunken gemacht habe. Ein guter Plan. Nur bin ich jetzt schon betrunken. Mann, ich kann den zweiten Akt gar nicht erwarten. Der Nachschub rollt. Mehr Sprit für das Feuer. Sie wollten doch nach Hause gehen. Da wusste ich noch nicht, dass Sie eine Party feiern. Das hier ist keine Party. Nur eine Ansammlung von Leuten, die ich nicht mag und die mir den Sprit wegtrinken. Verdammt, das ist eine Party. Gehen Sie her. Ich weiß gern, was die beiden zu reden haben. Kann ich dir sagen. Ich kann Lippen lesen. Wirklich? Ja. Jetzt gerade sagt deine Freundin, der wilde Straußenhahn versenkte mein Boot. Hier ist so eine kleine Stauung in meiner Brust. Würden Sie es sich ansehen? Oh, na ja, ich könnte... Candy, er ist Pädiater. Er behandelt nur Kinder. So ein Unsinn. Eine Altersgrenze gibt es da nicht. Ich habe einen Eid geschworen. Leiden zu lindern, wo immer ich sie finde. Ellen, auf ein Wort. Oh, gut. Ein Wort. Tja, ich habe mein Stethoskop nicht dabei. Atmen Sie doch einfach für mich ein und aus. Sorg dafür, dass das aufhört. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Tu doch nicht so. Sag deiner Ex-Frau, sie soll aufhören, mit meinem Verlobten zu flirten. Ist ja lustig. So wie ich das sehe, macht sich doch deine Praline über meine Schokolade her. Ich könnte dir das Leben zur Hölle machen, Ellen. Woran sollte ich das merken? Nochmal husten? Nochmal? Kleine Männerrunde. Vielleicht hat sie einen kleinen Krupp. Hör zu, Herb. Du warst mit ihr verheiratet? Ja, wir waren verheiratet. Herb, Judith ist ganz schön sauer auf dich. Du hast sie also nackt gesehen? Hör mir zu, Herb. Deine Verlobte ist sauer. Wirklich? Warum denn? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du Candy's Nippel als Wattestäbchen benutzt hast. Schon okay, ich bin Arzt. Tu dir selbst einen Gefallen und kümmere dich bitte um Judith. Wenn's sein muss. Super Party, he? Ja, wir haben ganz schön Dusel mit dem Fuse. Da kommt deine Mom. Tu so, als wüssten wir nicht, was sie gesagt haben. Charlie, ich muss mit dir reden. Ich weiß, als hätte ich's geahnt. Wie ernst ist es mit deiner Beziehung zu Gloria? Es geht dich zwar nichts an, aber es ist unser zweites Date. Was war beim ersten Date? Sie waren essen, er hat sie nach Hause gefahren und sie haben im Auto geknutscht. Oh, aber es tut mir leid. Wolltest du es ihr sagen? Dann habt ihr nicht miteinander geschlafen? Noch nicht. Hopp, schon wieder. Sehr gut. Äh, Schatz, du musst dieses Verhältnis sofort beenden. Wieso denn? Vertraust du mir? Nein. Okay, aber du weißt, dass ich nur das Beste für dich will, oder? Nein. Gut, gut, dann will ich's mal so sagen. Ich verbiete dir jeden Kontakt zu dieser Frau. Du verbietest es mir? Was gibt dir das Recht dazu? Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin deine Mutter und du bist 40 und du darfst diese Frau nie mehr wiedersehen. Mom, du weißt, dass mich das umso mehr anmacht. Charlie, das ist mein Ernst. Ich werd schon ganz scharf. Hör zu, ich weiß gewisse Dinge über Glorias Vergangenheit und die sind, naja, unappetitlich. Okay, ich bin scharf wie ein Rasiermesser. Würdest du jetzt auf mich hören? Wenn du dich weiterhin mit dieser Frau triffst, wird es mich tief verletzen. Ich werd sie heiraten müssen. Okay, also gut. Du lässt mir keine Wahl. Wen rufst du da an? Wahrscheinlich war es wegen dem Straußenhahn und dem Boot. Charlie, ich werd langsam volltrunken. Wenn du eine Frau brauchst, die sich bewegt, leg mich bald um. Folge mir. Oh, ist das nicht schön. Immer wenn ein Mann Sex hat, kriegt ein Engel einen Steifen. Siehst du das da? Oh, die Nebenhandlung hätte ich jetzt beinahe vergessen. Was soll ich denn machen, Judith? Er ist dein Mann. Wenn du ihn willst, kämpf um ihn. Wie soll ich damit konkurrieren? Es geht nicht um Konkurrenz. Verblieb dich. Ihr habt eine kultivierte Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Candy hat dagegen nur... Es gibt noch andere Männer. Nein. Komm hierher, so schnell du kannst. Wo ist Charlie? Oh, verdammt. Oh, jetzt weiß ich's. Es ist wie in dem Dinner-Theater-Stück. Man darf Ihnen überall hin folgen. Hey, Mami-O, Daddy-O. Hi, mein Schatz. Mami-O, Daddy-O, Daddy-O. Mami-O, Mami-O, Daddy-O. Stopp! Mom! Raus aus diesem Bett und zwar sofort. Das halte ich für eine schlechte Idee. Charlie, ich warne dich. Er hat von ihm keine Befehle anzunehmen, er ist 34. Was? Sie ist betrunken. Mom, was willst du denn hier? Ich versuche, dich vor einem fürchterlichen Fehler zu bewahren. Was soll das? Ich mach den Fehler regelmäßig. Man nennt es auch Lebensstil. Charlie... Ich will nichts mehr hören. Ich will hier oben eine Nummer machen. Eigentlich zwei Nummern und dann das Übliche. Du kannst hierbleiben und zusehen, was ich dir nicht empfehle. Oder du verschwindest. Jedenfalls werde ich mit Gloria Sex haben. Nur zu. Ich hab geblufft. Ja, das hat er. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, the tiredest to ride and I want her so personally. Hey, jingle bells, jingle bells. Hast du Jake gesehen? Nein. Ha. Jake? Hey, hey, hey. Hey, how's it here? Judith, was zum Teufel machst du denn da? Du hast gesagt, ich soll um meinen Mann kämpfen und genau das tue ich. Helen, würdest du bitte die Tür schließen? Entschuldigung. In zwölf Jahren Ehe hat sie um mich nie in dieser Stellung gekämpft. Stelle nah, heilige nah. Candy? Ja? Mach mal Pause. Okay, doch. Okay. Hallo. Oh, meine Güte. Sie sind Alan? Äh, ja. Ich hab sie 35 Jahre nicht mehr gesehen. Nein, sowas, äh, ich kann mich nicht an sie erinnern. Tut mir leid. Oh, das überrascht mich nicht. Zu dieser Zeit haben sie gerade gelernt, wie man aufs Töpfchen geht. Tja, ähm, mit Erfolg. Gut gemacht. Ähm, hören Sie, Alan, ich wollte eigentlich zu meiner Tochter. Voll trunken und blond? Naja, sie ist nicht immer blond. Die Treppe rauf. Oh, danke. Äh, wissen Sie, aus Ihnen ist ein sehr attraktiver Mann geworden. Oh, danke. Hätte auch anders kommen können. Gut, dass Sie in die Ohren reingewachsen sind. Frosty, der Schneemann, steht im Garten hinterm Haus. Er hat Eierkohlenaugen und er sieht immer fröhlich aus. Verdammt, Charlie, du weißt nicht, wo du hier reingerätst. Oh, da wüsste ich schon was. Ich meine, was könntest du mir schon über Gloria erzählen, dass ich sie aus meinem Bett schmeißen würde? Ist sie verheiratet? Ist sie verrückt? Ist sie ein Mann? Du bist doch kein Mann, oder? Nein. Na, also. Gloria, äh, raus aus dem Bett. Mom! Äh, Mom? Hast du es Ihnen gesagt? Hab's versucht, aber ich konnte nicht. Wieso nicht? Was meinst du mit wieso nicht? Was denkst du denn? Klar, ich muss wie immer deine Drecksarbeit machen. Du kannst nicht mit ihm schlafen, weil er vielleicht dein Bruder ist. Und, war das so schwer? Für jemanden ohne Schamgefühl ist es bestimmt nicht schwer. Sag die Frau, die meinen Mann umgebracht hat. Ich habe Schirme nicht umgebracht, ich habe ihn glücklich gemacht. Ein Moment, ein Moment, wartet, wartet. Können wir nochmal da anfangen, wo ich vielleicht ihr Bruder war? Guter Gott, ist das Blut noch nicht wieder in deinen Kopf zurück? Das war in den 70ern. Wir waren junge, attraktive Paare und das Benzin war gerade knapp, deshalb mussten wir uns zu Hause unterhalten. Wartet, 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 wartet. Soll das heißen, du und ihr Mann? Ja, und sie und dein Vater. Die OPEC war schuld. Zu Anfang war es nur die wöchentliche Fondue-Party, aber eines Abends hörte das Eintunken nicht beim Käse auf. Leider konnten nicht alle von uns damit umgehen. Du hast Unaussprechliches mit Sherman getrieben und dann hat er es auch mit mir machen wollen. Ach, Unsinn, ich habe die Latte nur ein bisschen höher gelegt. Die Latte ein bisschen? Hast du eine Ahnung, wie viele Länder der dritten Welt der Mann bereist hat, um jemanden zu finden, der dasselbe mit ihm macht? Dazu hätte er nicht ins Ausland gemusst, er hat es nur billig haben wollen. Wärst du nicht gewesen, hätte sie Sherman keine Armöbenruhe zugezogen und wäre dran gestorben. Ich will euch ja nicht unterbrechen, aber knüpfen wir doch wieder bei dieser Ich-bin-Ihr-Bruder-Sache an. Nicht die Hälfte Birnen im Kronleuchter, was? Na schön, ich werde es nochmal buchstabieren. Aufgrund der Zeitspanne zwischen der letzten Fondue-Party und Glorias Geburt und ganz davon abgesehen, dass Sherman kein Interesse mehr an traditionellem Sex mit mir hatte, danke vielmals, gibt es einen berechtigten Grund zu der Annahme, dass dein Vater vielleicht ihr Vater ist. Oh mein Gott. Und jetzt weißt du auch, warum eine derartige Beziehung völlig unannehbar ist. Wir hätten es allerdings voraussehen können, weil dein Sohn ja während seines ganzen Erwachsenenlebens damit beschäftigt war, sich durch Groß Los Angeles zu pimpern. Ach, als wäre diese schnapsgetränkte Torte ein unschuldiges Opfer. Hey, ich bin betrunken und nicht taub. Steh endlich auf und zieh dich an. Also, das war ja demütigend. Sei froh, dass wir nicht von unserem kleinen Experiment erzählen. Ich erinnere mich nicht an. Die hat's doch gefallen. Oh, eine Wendung im dritten Akt. Wow. Ja. Ich bin plötzlich so scharf auf dich. Ich glaub's einfach nicht. Warte, 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 warte. Hast du verpasst, was hier abgegangen ist, Schwester? Ach, komm schon. Das ist ja nicht so, als wollten wir heiraten und Kinder mit Schwimmhäuten zwischen den Zähnen kriegen. Du hast absolut keine Hemmung, oder? Naja, ich mag keine dicken Kerle. Interessant. Ich jedenfalls hab Hemmung, was Inzest angeht. Du treibst es mit fetten Kerlen? Haben Sie das gehört? Charlie hat mal eine Grenze gefunden. Ein Wunder. Ein Weihnachtswunder. Judith, so ein schönes Weihnachten hab ich in meinem Leben noch nie gehabt. Gewöhn dich bloß nicht dran. Und der Engel sprach zu Ihnen, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große... Damit das klar ist, du machst das nur, um meiner Mama eins auszuwischen? Hast du ein Problem damit? Nein, umso besser. Ich hab was Irres geträumt. Ach ja? Ja, ich war in einem Haus aus Donuts gefangen und musste mir den Weg freifressen. Interessant. Ich hab auch sowas geträumt, nur ohne Haus und ohne Donuts. Morgen. 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 Na, wie habt ihr geschlafen? Onkel Charlie und ich haben vom Essen geträumt. Ich von Donuts und er von was Schmutzigem. Das hat er nur geraten. Gut geraten. Und ja, Alan, wir sehen dein Ohrring. Ziemlich cool, ne? Ja, wenn du zu einem Wham-Konzert mit Jodie Foster gehst, schon. Ich find es cool. Danke, Jack. Darf ich mich auch piercen lassen? Nein. Wieso denn nicht? Du kannst nicht mehr die Löcher sauber halten, die du hast? Oh, du bist zu jung. Warte, bis du alt und verzweifelt bist und bei deinem Bruder wohnst. Mach dich ruhig über mich lustig, aber eine gewisse Braut findet es total sexy. Erstens mache ich mich auch ohne deine Erlaubnis über dich lustig. Aber was noch wichtiger ist, du hast dir dein Ohr piercen lassen, weil irgendeine Frau es cool fand? Eigentlich war mein Ohr nicht ihre erste Wahl zum Piercen. Wieso? Was kann man denn noch piercen? Gar nichts. Schön, dann google ich eben nach. Keine Sorge, er weiß nicht, wie man piercen schreibt. Stimmt, und google auch nicht. Und? Wer ist denn die Spezialistin für Bohrlöcher? Ach, nur eine nette junge Frau mit Nähnadel und Kartoffel. Warum Kartoffel? Naja, die hat sie mir zum Stechen hinters Ohrläppchen gehalten. Oh, du Vollidiot. Keine Sorge, sie hat die Nadel vorher sterilisiert. Und wie? Mit Alkohol. Okay, mit Kalua. Ich werde mich bei allen Vollidioten entschuldigen. Das ist das schwule Ohr, das weißt du doch. Was? Das linke Ohr heißt, ich bin ein Hipster aus der Disco-Zeit. Und das rechte Ohr heißt, let's disco! Nein, nein, das kann nicht stimmen, nein. Okay, wenn du mir nicht glaubst. Hey, wer hat denn da endlich sein Coming-out? Börter? Ja? Was machen Sie da? Ich mache Ihr Bett. Ich würde gerne ein Nickerchen machen. Kommen Sie, wir können Löffelchen liegen, aber das ist alles. Haben Sie was? Ja, ich habe was. Ich hab's satt, die Nacht mit einem schreienden Baby zu verbringen. Während meine Tochter sich auf die Pirsch nach dem Vater für ihr nächstes macht. Oh, das muss aber hart sein. Heucheln Sie kein Interesse an meinem Leben, Charlie. Tja, entschuldigen Sie aber, wenn ich eine Frau in meinem Bett sehe, fange ich instinktiv an zu lügen. Machen Sie die Tür zu, wenn Sie gehen. Okay. Nein. Nein, das ist doch lächerlich. Börter! Raus! Schlafen Sie gut. Hallo? Au! Hallo? Oh, hi. Nein, nein, es ist etwas gereizt. Schön, dass du anrufst. Hast mir auch gefehlt. Ja, ja, es war schön, letzte Nacht. Du wirst nicht glauben, wer in meinem Bett liegt. Warte kurz. Das tue ich nie. Abgesehen davon telefoniere ich. Au! Verdammt. Heute Abend noch Zeit? Oh, ist ja super. Am selben Ort. Ich freue mich auf dich. Okay, bis dann. Börter liegt in meinem Bett. Wirklich? Diese Woche kannst du doch Bar zahlen. Au! Es gibt Dinge, über die machen wir keine Witze. Okay, und warum ist Börter bei dir im Bett? Offenbar macht ihre Tochter jede Nacht einen drauf und Börter muss auf das Baby aufpassen. Oh, das muss aber hart sein. Heuchle kein Interesse an ihrem Leben, Erlan. Entschuldigung. Oh, hey, kannst du heute Nacht auf Jack aufpassen? Wieso? Willst du dir von deiner Freundin noch andere Körperteile infizieren lassen? Es ist nicht infiziert. Eine gewisse Schwellung ist vollkommen normal. Wo steht das, Erlan? Auf der Kartoffel? Würdest du mir wenigstens sagen, wer die Frau ist? Du kennst sie nicht. Ah, ich kenne sie also. Das hat keiner gesagt. Nein, aber mal sehen. Wen willst du von mir geheim halten, den ich kenne? Ist Zeitverschwendung. Eine von deinen Ex-Frauen? Rose? Börters Tochter? Börters Tochter? Also, das ist wirklich lächerlich. Das fehlte noch. Müsste ich nicht ins Bett? Ich bin müde. Klappe und teil aus. Du kriegst doch das Geld wieder, das ich gewonnen habe. Du hast nichts gewonnen, bis wir aufhören. Nun, teilt schon aus. Warum ist er noch auf? Jetzt nicht, Erlan. Alles, was ich noch habe. Jake, ins Bett. Warte, Dad. Zeigen. Zwei Asse. Was hast du? Dein Vater hat gesagt, geh ins Bett. Ich habe den ganzen Abend geblufft. Du hast dich von einem Zwölfjährigen im Poker schlagen? Er ist zwölfeinhalb. Was ist denn mit deinem Ohr, Dumbo? Nur eine kleine Schwellung, ganz normal. Mach dir lieber auch noch ein Loch ins andere, sonst fliegst du und kreisen. Es ist in Ordnung. Hör zu, ich habe was auf dem Herzen. Wenn du nicht bald zum Arzt gehst, hast du so ein Ohrläppchen. Hörst du jetzt zu, oder was? Entschuldigung, ich bin ganz ohr. Nein, das bist ja du. Ja, dann vergessen wir es. Nein, nein, nein. Komm, sag es mir. Es geht um die Frau, mit der ich ausgehe. Hör, das Tochter. Woher weißt du das? Dein Sohn ist so dichschaubar wie eine Sphinx, aber dich kann ich lesen wie ein Stoppschild. Okay. Ich wollte mich dir gerade offenbaren, aber... Hör auf, komm zur Sache. Du weißt doch noch, wie ich mich in Naomi etwas verguckt habe, als sie schwanger war. Etwas verguckt? Du warst wie ein Affe, der versucht, eine Wassermelone zu vögeln. Darf ich jetzt weiter erzählen? Ich will nur die Fakten klären. Weiter. Jedenfalls, nachdem sie das Baby hatte, hielten wir Kontakt und ich lernte sie und das Baby kennen und plötzlich waren sie mir ans Herz gewachsen. Oh Mann, dein Herz ist ja fast so groß wie dein Ohr. Aber du läufst gerade in dieselbe Falle wie immer. Und die wäre? Du bist ein pathologischer Retter. Du hast schon eine dreibeinige Katze angeschleppt, als du noch klein warst. Oh ja, Tippy. Und du hast das kranke Vögelchen gefunden, das du mit einer Pipette wieder gesund gepflegt hast. Und deiner Tippy ist gefressen. Und mit Frauen ist es dasselbe. Ständig suchst du dir diese kaputten, bedürftigen Bräute aus. Du hast recht. Vielleicht habe ich einfach unbewusst die Hoffnung, dass sie mich lieben, wenn ich sie rette. Ja, vielleicht. Oder unbewusst ist dir auch klar, dass jede Frau mit Selbstachtung dich nur nehmen würde, wenn sie dich auf einer Schnitzeljagd findet. Aber wir schweifen ab. Bitte, fahr doch fort mit deiner schicksalhaften Love Story. Naja, ich habe mit Naomi hinter Börthas Rücken rumpossiert und habe ein schlechtes Gewissen. Willst du einen Rat von mir? Vergiss dein Gewissen und geh zu einem Arzt, bevor dem Ding da Zähne wachsen. Findest du nicht, es wäre ehrenhaft, das Börthas zu sagen? Naja, ehrenhaft ist eine Sache. Aber darf ich dich darauf hinweisen, dass Börthas dafür bekannt ist, mit einer Hand den Ofen in die Luft zu hieven? Nur damit sie eine Maus mit der anderen erschlagen kann? Wie ehrenhaft war das wohl für die Maus? Jetzt rät aber doch kein Unsinn. Börthas wird mich doch nicht körperlich verletzen. Ich hoffe, du hast recht. Langsam genieße ich diese kleinen Unterredungen. Warum zartst du mir nicht einfach, was du mir schuldest? Ich schulde dir nichts, bis wir fertig sind. Und jetzt würfelst du. Ach, du bist ja ekelhaft. Ich brauche keinen Job, wenn ich zur Army gehe. Du kannst nicht zur Army gehen. Und warum nicht? Weil du auch so schon dusselig genug bist. Naomi, mein Sorgenkind, Sie werden sich an sie erinnern. Aber klar erinnere ich mich. Hi. Sie hat heute Bewerbungsgespräche und ich passe auf das Baby auf. Und wie wollen Sie bitte dabei arbeiten? Wer sagt denn, dass ich arbeite? Hey, Alan, sieh mal, wer da ist. Oh, hallo. Hi. Ähm, Nancy, ja? Äh, Naomi. Naomi, Naomi, klar. Ewig nicht mehr gesehen. Ja, ewig. Und das muss Ihr Baby sein. Ist sie nicht süß? Oh, danke. Oh, und da haben wir die stolze Oma. Und wie sie strahlt. Jetzt fresse ich einen Besen samt dem Besenstiel. Auch ich bin schockiert. Sie sind also der Komiker, mit dem sie neuerdings rumzieht. Oh, Alan, wie konntest du nur? Äh, es ist meine Schuld, Mom. Alan wollte es dir sagen. Nein, nein. Ich bin verantwortlich. Wenn Sie jemandem was tun wollen, dann mir. Willkommen in der Familie. Aufwachen, du kleine Schlafmütze. Ich hab dir Frühstück gemacht. Wirklich? Willst du erst mal deinen Morgenpipi machen? Nein, ich muss nicht. Ich hab lauter Leckereien für dich. Rühreiweiß, Putenschinken, Roggentoast ohne Butter, koffeinfreien Kaffee. Naja, danke. Du isst zwar wie ein magersüchtiges Model, aber ich will ja nichts sagen. Und was hast du denn mit meiner Kleinen für heute geplant? Vielleicht einen romantischen Strandspaziergang, ein kuscheliges Picknick? Ich könnte euch ein Lunchpaket machen. Naja, Berta, ich... Oder wie wär's damit? Ich pass auf das Baby auf und ihr verbringt den Nachmittag im Bett, bis ihr schwitzt. Ähm, so schön sich das auch anhört. Ich hab mich mit Naomi heute gar nicht treffen wollen. Wieso denn? Was habt ihr denn? Oh, bitte sag mir nicht, dass was schiefläuft. Ich meine, du bist nichts Besonderes, aber das Beste, was ich je hatte. Nein, nein, nein. Alles in Ordnung. Nur muss ich heute arbeiten. Oh, was bin ich doch für ein Dummerle. Naomi hat noch nie jemand mit einem Job gehabt. Jedenfalls keinen, der einen legalen Job hatte. Verstehe. Lass mich wissen, wenn dir was fehlt. Mach ich. Bügelwäsche, Lebensmittel, ich könnte dir das Ohr punktieren. Ähm, nein, danke. Ich weiß genau, was ich tue. Ich habe einen Sommer lang Schafe kastriert. Ich werde es mir merken, aber es wird schon wieder... Okay. Du hast eine alte Frau sehr glücklich gemacht, Alan. Ähm, wie schön. Bis dann also. Bis dann. Ich bin geliefert. Tari? Ich bin im Bad, Alan. Ich habe ein ziemlich delikates Problem. Die Antibiotika sind in meiner Sockenschublade. Nein, nein, es geht um Berta. Sie war lächerlich freundlich zu mir und ich habe Angst, was passiert, wenn ich mit ihrer Tochter Schluss mache. Du kannst doch mit ihrer Tochter nicht Schluss machen. Was willst du mir damit sagen? Na ja, du könntest schon, aber... Und was mache ich jetzt? Naomi heiraten, um Berta zu beruhigen? Ach, du brauchst sie doch nicht zu heiraten. Du musst deiner Beziehung nur ihren natürlichen Lauf lassen. Ihren natürlichen Lauf? Denk mal nach, Alan. Jede Frau, der du nur genug Zeit lässt, wird dich irgendwann verabscheuen. Mein Gott, du hast recht. Was heißt, ich muss die Sache mit Naomi nur aussitzen, bis sie mich hasst? Wie lange kann das dauern? Verdammt Charlie, schwingen Sie Ihren faulen Arsch aus dem Bett. Hallo, mein Schätzlein. Hi. Ich habe dir ein Lunchpaket für die Arbeit gemacht. Ach, wirklich? Ja. Und eine Schachtel Vitamin E habe ich auch reingelegt. Ein bisschen Kreide auf deinen Billiardkühl für Naomi. Danke. Komm her und lass dich knutschen. Oh, Alter, du bist echt geliefert. Oh, eine heiße Schokolade für die stillende Mami. Danke. Und die kleine Brittany Pam trinkt einen großen Buseccino. Ja, und sie beißt in die Tasse. Hey. Hast du am Samstagabend was vor? Äh, glaube nicht. Wieso? Weil meine Mom ein großes Familiendinner bei sich veranstalten will. Familiendinner? Für wen denn bitte? Na, für mich, dich, Jake, Charlie, meine Mom, deine Mom. Oh, oh, ähm, äh, hört sich ja gut an. Ja, genau. Ja, ja, nur habe ich am Samstag leider schon was vor. Aber du hast doch gesagt... Hab mich versprochen. Oh, verstehe schon. Ich bin nicht gut genug für deine Mutter. Oh, nein, 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 ich mache mir nur Sorgen wegen des Babys. Wieso? Oh, Mann. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber meine Mutter frisst die Seelen kleiner Kinder. Okay, vergiss es. Komm schon, Herr Ume. Ich meine, findest du nicht, dein Familiendinner ist etwas übereilt? Übereilt? Dann war es für dich wohl auch übereilt, als du dich bei unserem ersten Date durch meinen Still-BH gekaut hast. Nur zu meiner Verteidigung. Ich wusste nichts von den Klappen. Und ich dachte, du wärst anders. Ja, das bin ich auch. Von mir sagen alle, äh, Ellen ist anders. Nein. Nein, bist du nicht. Du bist genau wie alle anderen. Erst wollt ihr sie küssen, dann sollen sie sich verpissen. Na, Ume, ich wollte... Ich bin nicht mehr so ein Mädchen. Ich bin jetzt Mutter geworden und verlange deshalb, mit Respekt behandelt zu werden. Nein, nein, immer mit der Ruhe, Schatz. Ich respektiere dich doch. Ich dachte nur, dass das Dinner etwas vorzeitig ist. Vorzeitig? Mit vorzeitig hattest du bei unserem ersten Date doch keine Probleme, als du mir einen wundervollen Sweater ruiniert hast. Weißt du was, weißt du was? Samstag ist gut. Natürlich kommen wir alle zum Dinner. Ja, das will ich auch schwer hoffen. Was ist? Noch nie eine kreischende Frau mit nackten Mörbsen gesehen? Es ist einfach demütigend. Mom. Von mir aus kannst du ja die Haushaltshilfe vögeln, Ellen. Aber mit ihr essen, das geht zu weit. Jake, hast du die Kopfhörer auf? Nein. Na los, hör dir was an. Naomi ist nicht die Haushaltshilfe. Oh, verzeih mir, sie ist die brünstige Tochter der Haushaltshilfe. Von Charlie wäre sowas ja zu erwarten gewesen. Er würde ein Käsesandwich bespringen. Danke, Mom. Keine Unsere, Schatz. Und was um Himmels Willen ist eigentlich mit deinem Ohr? Das ist schon in Ordnung. Es sieht aus wie eine Kirschtomate. Seine Freundin findet es verdammt sexy. Mach dir keine Sorgen. Du wirst heute Abend am Tisch nicht der Einzige mit einer galoppierenden Infektion sein. Es ist nicht infiziert. Das Monstrum lebt, Ellen. Hör zu, Mom. Es gibt keinen Grund, auf Naomi herabzublicken. Ihre Mom und sie sind einfache und schwer arbeitende Menschen. Oh, entschuldige bitte. Ich finde es schäbig, mit leeren Händen zu kommen. Halten wir doch lieber an. Und kaufen eine Tüte Wein und eine Spraydose Käse. Mom, heute Abend bist du ja gut drauf. Die neuen Pillen kommen gut mit Alkohol. Ich schaue dir, das war keine gute Idee. Charlie, hast du ihm nicht gesagt, dass das das schwule Ohr ist? Nein. Dieses Geschirr finde ich sehr schön. Ich habe Charlie das Gleiche zum Geburtstag geschenkt. Ja, und er hat es mir geschenkt. Nächstes Jahr will er eine Krillpfanne. Du hast mein Geschirr verschenkt. Bleib fair, Mom. Ich habe es dir geschenkt. Und, Börter? Schönes Haus. Wann führen Sie uns rum? Waren Sie schon auf der Toilette? Ja. Das war die Führung. Oh, okay. Ich will einen Toast ausbringen. Oh gut, ein Grund zum Trinken. Auf Naomi und Alan. Gott sei Dank haben Sie sich gefunden. Denn seien wir ehrlich, Sie hatten nicht mehr allzu viele Chancen. Börter. Wartet, wartet. Ich hätte vielleicht noch ein Addendum zu dem Toast. Einen Nebensatz, wenn ihr so wollt. Wie wohl Naomi und ich gerne beieinander sind, gehen wir doch sehr langsam und vorsichtig aufeinander zu. Außer beim Sex. Alles am richtigen Platz. Und wenn Zeit dafür ist. Ja, ich wünschte, du hättest mehr Zeit und würdest auf den richtigen Platz zielen. Oh Gott, gib mir die Kugel. Jake? Kopfhörer. Braves Kind. Entschuldigt, bitte. Ich würde gern ein paar Worte sagen, bevor wir den Tisch zusammenklappen und mit dem Square Dance anfangen. Alan, du bist mein Sohn und ich liebe dich. Aber ich bin fertig mit dir. Was? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich muss dich loslassen. So geht das. Haben Sie noch eine Tochter Börter? Naomi, bist du da drin? Hector? Verschwinde, wir sind nicht daheim. Mom! Wenn der Loser auch nur einen Fuß über meine Schwelle setzt, hole ich meine Schrotflinte raus. Na wunderbar, jetzt geraten wir noch in einen billigen Western. Was willst du denn hier? Ich bin hier, um zu sehen meine Tochter. Ist sie das? Kann dir ja egal sein, du bist doch abgehauen. Nein, bin ich nicht. Wir sind nicht mehr gekommen über Grenze zurück. Ich bin verrückt wegen dieser verdammten Araber. Warum hast du mich nicht angerufen? Ich habe doch. Deine Mutter ist nicht, hat dir ausgerüstet? Ups. Oh, Hector. Du hast mir so gefehlt. Du mich auch. Alan. Ja? Jetzt hat deine Beziehung ihren natürlichen Verlauf genommen. Sie hasst mich noch nicht. Sie ist... Ein Toast auf Hector und Naomi. Mögen Sie sich ewig lieben. Hallo. Auf euch. Haben Sie was am Ohr? Ich bin schwul. Nein. Nein. Wörter. Stören Sie mich nicht, Charlie. Ich hatte eine harte Nacht. Warum sind Sie nicht zu Hause geblieben, wenn Sie so müde sind? Soll das ein Witz sein? Hector hat seine ganze Familie angeschleppt, damit Sie das Baby sehen. Es ist wie die Schlacht von Alamo. Nur damit Sie es wissen. Ich konnte auch nicht viel schlafen. Alan ist im Auto das Ohr geplatzt. Ich musste ihn zur Notaufnahme bringen. Ist er okay? Ja. Sie haben das Ohrläppchen retten können, aber als ein schwules Ohr wird es garantiert nicht mehr durchgehen. Ach. Na schön. Angenehme Träume. Ihnen auch. Nein. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe mal eine Frage. Ja? Wie klug muss man sein für Sex? Tja, genau gesagt... Nein, 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 nein. Aber ich... Ach, komm. Ach, komm. Warum fragst du? Naja, Mams Freund ist doch Arzt. Ja? Und Ärzte müssen doch eigentlich klug sein. Nicht so klug, wie sie von sich denken, aber... Aber geht's weiter. Wenn ich im Bett bin, kann ich Sie im Bett hören. Oh Gott. Oh Mann. Ja, gut. Und Mom sagt ihm ständig, er weiß nicht, was er tut. Ich liebe diesen Jungen einfach. Nicht unterbrechen, Charlie. Erzähl weiter, Schatz. Deshalb muss Sex viel, viel schwieriger sein, als ich dachte, weil sie jede Nacht immer wieder dasselbe sagt. Jede Nacht, sagst du? Börter, bei dir war es doch immer nur jedes halbe Jahr, oder? Kommt schon, ich muss doch bitten. Keine Chance. Leider nicht. Also Jake, es ist nicht nötig, besonders klug zu sein, wenn man Sex haben will. Ja, sieh dir deinen Vater an. Verhext, sie schulden mir eine Cola. Sieh's mal so, nehmen wir an, du magst Bananencremetorte. Ja, die mag ich auch sehr gern. Gut. Haben wir welche? Nein. Warum sprichst du dann davon? Ich wollte dir was über Sex erzählen. Was hat Bananentorte mit Sex zu tun? Kann ich einspringen? Na, 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 na. Wie wär's mit mir? Verzeihen Sie, wenn ich nicht darf, dürfen Sie auch nicht. Stimmt's, Alan? Jedenfalls. Wenn du mir nicht sagst, dass du Bananencremetorte magst und ich bringe was anderes mit nach Hause... Aber ich hab's doch gerade gesagt. Willst du wissen, welche Torten Onkel Charlie... Ach komm schon, ich wollte... Ich nehme an, Kirschdorf... Bitte, ich mach das schon. Du machst einen feuchten Furz. Auf diese Art und Weise kriegt der Junge nur einen Ständer in Bäckereien. Okay, okay. Vergessen wir die Torte. Onkel Charlie hat Ständer gesagt. Ja, ich hab's gehört. Worauf ich raus will, ist, du musst keine Angst haben, dass du nicht klug genug für Sex bist, okay? Okay. Manchmal hat es sogar große Nachteile, wenn man zu viel Grips und Fantasie hat. Zum Beispiel, wenn du zwölf Jahre verheiratet bist und dieselben drei Dinge immer und immer wieder machen musst. Und zwar auf genau die gleiche Weise und in der gleichen Reihenfolge. Als wärst du eine hirnlose Maschine oder ein verdammter blöder Zirkusaffe. Also jetzt ehrlich, hätten wir viel mehr Schaden anrichten können? Ich wette, Affen mögen Bananencreme-Torte. Ich wette, Affen mögen Bananencreme-Torte. Hi, Schatz. Hi, Mom. Was ist denn in der Schachtel? Bananencreme-Torte. Eine ganze Bananencreme-Torte für ihn allein? Es waren mal zwei Torten. Warum gibst du ihm sowas? Es war leichter, als ihm zu erklären, dass der Verlobte seiner Mutter kein sexueller Dummkopf ist. Oh, hi, Alan. Herb. Warum ist Jake im Bad Torte? Jetzt nicht, jetzt nicht. Wie soll ich das verstehen? Jake hört euch beide im Bett. Oh Gott. Oh Gott. Das hat er nie gehört. Was hat er dir denn gesagt? Na ja, im Grunde nur, dass er Angst hat, er wäre nicht klug genug für Sex, wenn er mal groß ist. Wie kommt er denn darauf? Weil er hört, wie du Herb Anweisungen gibst, als wäre er ein Blinder im Mienenfeld. Findest du das witzig? Nein. Ich werde mit ihm reden. Nein, nein, reden macht alles nur noch schlimmer. Charlie und ich haben es versucht. Na toll, Charlie weiß davon. Darum geht's nicht, Judith. Es geht darum, dass du nicht so laut sein darfst. Mach's doch wie bei mir. Gib ihm eine Kopfnuss, wenn er aus dem Rhythmus gerät. Das tut sie doch schon. Tja, ähm, danke, Alan. Ich werde mich drum kümmern. Ich wollte dich nicht mit reinziehen. Oh, schon okay. Ich will dich nicht verurteilen. Ich war in deiner Position. Tja, sie mag eben nur die eine. Ja, ja, ja. War in der gleichen Lage. Danke. Oder, um genau zu sein, mir wurde gesagt, dass ich nicht in der Lage war. Oh, ja. Ehrlich gesagt, mag ich die Anweisungen. Ersparn mir das Nachdenken. Klar, klar. Ohne taktische Vorgaben schweiß ich immer ab. Das war noch nie ein Problem mit Judith. Sie ist der Trapattoni des Geschlechtsverkehrs. Ja, sie hat mir beigebracht, den Schmerz wegzuspielen. Ja, tape das Ding und mach weiter. Sag auf Wiedersehen, Herb. Wiedersehen. Wiedersehen. Hey. Hey. Wie lief's mit Judith? Es war die unangenehmste und peinlichste Unterredung, die ich je im Leben hatte. Noch peinlicher wie damals als Junge, als du Mom erklären musstest, warum du ein Stück rohe Leber in deiner Sockenschublade hast? Okay, die zweitpeinlichste. Und wie war das, als Mom die warme Melone mit dem Gesicht drauf gefunden hat? Gut, sie ist bei den Top Five. Ich meine, es ist doch unnatürlich, seine Ex-Frau sagen zu müssen, sie soll leise sein, während sie's mit einem anderen treibt. Ich sag dir, was unnatürlich ist. Die Art, wie die Melone geguckt hat. Früchte gucken nicht überrascht. Du hast mich doch darauf gebracht. Das war nur ein Witz. Die Astronauten machen es so, hast du gesagt. Ah, genau. Oh, so hab ich dich dazu gebracht, in deine Unterhosen zu pinkeln. Oh, und nicht zu vergessen, wie ich dir eingeredet hab, Moms Intimdusche wär dein Sauerstofftank. Ja, ja. Mein Atem roch noch zwei Wochen lang nach Essig. Ah, sind das unschuldige Zeiten gewesen. Die Küchengeräte sind ein wenig überholt. Aber bei Ihnen können ja sogar Armbanduhren kochen, was? Oh, sie sind komisch. Sie sind ein komischer Knallfrosch. Mom? Oh, Charlie, darf ich vorstellen? Hier, Roshikoto. Hi. Guten Tag. Charlie ist mein Sohn Nummer eins. Oh. Ja, aber sie behandelt mich wie die Nummer zwei. Mom, kann ich dich kurz sprechen? Aber natürlich, Schatz. Hi, Roshik, wie wär's, wenn Sie sich mal die Aussicht von der Terrasse ansehen? Meistens spielen hübsche Mädchen am Strand Volleyball. Oh, ich steh auf Volleyball. Also zu deiner Information. Er ist schwer reich auf der Suche nach einem Strandhaus und ich hatte kein Objekt für ihn. Was, du verkaufst ihm mein Haus? Keine Sorge, ich hab ihm gesagt, du steckst in einer hässlichen Scheidung. Aber kurz vor dem Abschluss versöhnst du dich wieder mit Cheryl und trittst vom Verkauf zurück. Wer ist denn Cheryl? Sie ist die uneigennützige Frau, die Nachtschichten einlegte, um dein Jurastudium zu finanzieren, während du mit ihrer Schwester geschlafen hast. Na jedenfalls muss ich Mr. Goto so lange hinhalten, bis ich was habe, was wirklich zu verkaufen ist. Oh, jetzt verstehe ich. Es heißt Lockvogeltaktik und ist verboten. Oh, sieh eine an. Seit wann bist du denn so ein Moralapostel? Und weder eine Flasche noch eine Nutte in Sicht. Bravo. Ähm, Verzeihung, warum steht da ein Asiate auf der Terrasse? Mom verkauft mein Haus, Alan. Wieso das? Wegen Eheproblemen. Du mieser Betrüger. Muss ich mir jetzt eine Wohnung suchen? Ja. Keine Sorge, Mami macht mir einen kleinen Schwindel. Aber du darfst dir ruhig eine neue Wohnung suchen. Und was gibt's Neues? Wie geht's meinem Enkel? Es geht ihm gut. Oh, komm schon, Alan. Erzähl mal von der Torte. Welcher Torte? Es gibt keine. Ach, Jake hat seine Mutter gehört. Es ist nichts. Ich hab gestern nur ein peinliches Gespräch mit Judith führen müssen. Noch peinlicher, wie damals, als du elf warst und ich dich mit dem Hund und der Erdnussbutter erwischt hab. Was, das hast du auch gemacht? Du hast mir gesagt, das machen die Cowboys beim Viehtreiben. Und ich hatte keine Kuh. Hast du unseren Hund deshalb abgeschafft? Ich konnte ihn nicht mehr ansehen. Können wir das überspringen? Tut mir leid, Schatz. Was war mit Jake? Ich habe diesen Hund geliebt. Bestimmt nicht so wie dein Bruder. Aber erzähl weiter, Alan. Was hast du mit Judith besprechen müssen? Nichts. Vergiss es. Ach, komm schon, Alan. Unser Hundeflüsterer ist völlig fertig, weil Jake mit angehört hat, wie seine Mutter es mit ihrem Freund getrieben hat. Das ist alles? Er hat sie nur gehört? Reicht das nicht für ein Trauma? Aber keineswegs. Nicht doch. Na siehst du, Alan, ich sag's doch. Du musst es ja wissen, Charlie. Wie bitte? Das weißt du nicht mehr? Was denn bitte? Gar nichts. Es gefällt mir. Selbstverständlich. Ich zeige Ihnen das Hauptschlafzimmer. Da hat sie ihn erwischt. Ah, den miesen Betrüger. Woran müsste ich mich erinnern? Ich habe dem Hund wenigstens eine A-Zuwendung gegeben. Nein. Nein. Ich weiß es wieder. Nein. Charlie? Ja. Was tust du hier? Trinken. Und wieso ausgerechnet hier? Ich kann im Moment nicht allein sein. Okay. Was hast du denn? Es ist mir eingefallen. Was denn bitte? Ich war acht Jahre alt. Es war spät in der Nacht. Ich habe wohl einen Albtraum gehabt, deshalb bin ich zu Mom gelaufen. Und da sah ich sie. Wen hast du gesehen? Mom mit einem Mann. Sie haben mich zu Anfang nicht gehört. Das Wasserbett hat gurgelnde Geräusche gemacht. Und wir hoffen, es war das Wasserbett. Oh ja. Mams Wasserbett. Weißt du noch, wie wir immer darauf rumgehüpft sind und Holzfäller geschütteln? Vergiss das verdammte Bett. Das ist unwichtig. Entschuldigung. Jedenfalls haben Sie irgendwann gemerkt, dass ich dastehe. Und der Kerl sagt zu mir. Keine Sorge, Superman. Ich bin nur lieb zu deiner Mom. Superman? Ich hatte doch einen Superman-Schlafanzug. Oh ja, ja. Die Weihnachtsschlafanzüge. Ja. Du hattest Superman und ich hatte Dornröschen. Das war typisch. Ich meine, das... Um dich geht's hier nicht, Alan. Es geht um einen furchtbaren Moment meines Lebens, den ich total verdrängt habe. Um Mom und den Mann mit dem roten Schnurrbart. Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum mir immer schlecht wird, wenn ich Yosemite Sam sehe. Und das Schlimmste weißt du noch nicht. Schlimmer als ein Dornröschenschlafanzug. Alan... Ich frag mich, warum ich nicht schwul geworden bin. Das fragen wir uns alle. Jedenfalls fragte ich dann Mom am nächsten Morgen, was da los war. Und sie sagte, sie wüsste nicht, wovon ich rede. Und als ich weiterfragte, warf sie mir einen Schuh in den Kopf. Oh, oh, ja, richtig. Die Stilettos. Die warf sie mit einer tödlichen Präzision. Sie konnte einem eine Melone quer durch den Raum aus der Hand werfen. Kannst du mal die Gemüseabteilung vergessen? Ich hab hier ein Problem, Alan. Ach, komm schon, Charlie. Das war vor Jahren und du wurdest zur... Ja, du hast ein Problem. Danke. Ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt besser wegen Jake. Immerhin hat er nichts gesehen. Und was die Sexualität angeht, haben wir nicht gelogen. Nein. Nein, du hast ihm beigebracht, Sex mit Torte zu assoziieren. Ey, ich hab ihm immerhin nicht beigebracht, einem Tutanbraten schrittoffene Höschen anzuziehen. Mh, oh ja. Mein schönstes Thanksgiving. Du hast mir gesagt, so kamen die Pilgerväter durch den harten Winter. Ach, komm schon, er schläft bestimmt schon. Ganz egal, er könnte aufwachen. Dann sind wir eben leise. Ich kann nicht leise sein. Oh, Auge, bitte. Oh, also gut. Mach doch langsam. Ich bin noch wach. Bist du jetzt glücklich? Ich werd wahrscheinlich nie wieder glücklich. Hm, Torte. Rose, ist dir schon mal was wieder eingefallen, was du seit Jahren verdrängt hattest? Sowas wie verdrängte Erinnerungen? Ja, und hattest du verdrängte Erinnerungen? Hab ich vergessen. Verstanden? Ein Witz unter Psychologen. Er stand eigentlich von Freud. Aha. Hört sich auf Wienerisch viel netter an. Hast du schon einmal verdrängte Erinnerungen gehabt? Hab ich vergessen. Also, mein Lieber, was hast du verdrängt? Ich hab meine Mutter beim Sex erwischt, als ich acht war. Interessant. Interessant? Wie wär's mit entsetzlich, verheerend, grauenhaft? Wow. War sie denn mit verbundenen Augen ans Bett gefesselt und zwei Kerle haben sie mit Pingpongschlägern versuhlt? Nein. Hm. Ist sie auf einer Ziege durchs Zimmer geritten, während ein Albinozwerg ihr Honig auf den... Nein, nein. Nein. Es war nur Sex. Eine Mutter, ein Mann. Wie langweilig. Ach, komm schon, Charlie. Sowas ist doch ganz alltäglich. Ich hab schon unglaublich viele Leute beim Sex überrascht. Zufällig? Ich will damit sagen, du hast deine Erinnerung wieder und kannst normal weiterleben. Nein, kann ich nicht. Wenn das nun nicht die einzige verdrängte Erinnerung ist. Was schwelt noch unter der Oberfläche, um bald in mein Bewusstsein einzudringen? Wache ich heute Nacht auf und weiß wieder, wie meine Mutter mit meinem Onkel Donald geduscht hat? Da fällt mir plötzlich auf, er war gar nicht mein Onkel. Na sehr schön, dann hast du doch schon einen Trauma weniger. Oh Gott. Es kommt alles zurück. Onkel Donald, Onkel Steve, Onkel Roche. Ich wette, die waren alle nicht mit mir verwandt. Es ist alles gut, Charlie. Mach weiter. Oh Mann. Was ist? Tante Wendy war nicht nur nicht meine Tante, das war auch kein Schlangenbiss auf ihrem Busen. Oh hey, was wollt ihr denn hier? Ähm, naja, wir haben gehofft, ähm, eigentlich hab ich gehofft, dass, ähm, du vielleicht... Ich soll hier schlafen, damit er und Mom Sex haben können. Oh, Jake, das ist doch bestimmt nicht der Grund. Stimmt's, Herb? Doch, auf jeden Fall, unbedingt. Entschuldigt bitte. Wo willst du denn hin? Mom sagen, dass ihre wahllosen Bettgeschichten mich fürs Leben gezeichnet haben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Was willst du, Charlie? Ich will dich sprechen. Du hättest anrufen sollen, ich bin etwas unpässlich. Ja, und ich fühl mich auch nicht allzu gut, mir sind ein paar Dinge eingefallen. Dann ruf die armen Mädels an, entschuldige dich und trink nicht mehr so viel. Nein, mir sind Dinge von dir eingefallen. Und zwar Dinge aus meiner Kindheit. Moment, was soll denn das? Du kannst wohl meinen Anblick nicht mehr ertragen. Es ist mir egal, woran du dich zu erinnern glaubst. Ich war dir eine gute Mutter, die dich geliebt hat, obwohl du ein schrecklicher kleiner Junge warst. Und jetzt verschwinde. Mom, es ist wichtig. Mom? Deinetwegen habe ich ein Horror vor Josemite Sam. Heiliges Hemd, das ist nicht vorbei. Oh Gott! Charlie! Keine Sorge, Kleiner, ich bin nur lieb zu deiner Mom. Oh Gott! Okay, ich muss gehen, ich muss meinen Bus noch kriegen. Gute Nacht, Butter. Dad, weißt du, was ich in Moms Schlafzimmer gefunden habe? Ich werde doch lieber ein Taxi nehmen. Eine Spraydose mit Schlagsahne. Was du nicht sagst, Sahne. Ja, weißt du, was ich denke? Ich weiß, was ich denke. Und was? Entweder hat Sahne was mit Sex zu tun oder Mom versteckt im Nachtisch auch eine Torte. Hey, das wäre beides. Hey. Hey. Was ist denn mit dir? Weiß nicht, was du meinst. Ich dachte, du warst bei Mom. Nein. Und wo warst du dann? Weiß ich nicht mehr. Was heißt, weißt du nicht mehr? Man nennt es verdrängte Erinnerung. Ich bitte dich, hör auf damit! Na, welches von euch lahmarschigen, krumbeinigen Weicheiern will mit mir den Kolb schwingen? Ich bin der härteste, heißeste, heftigste Barfträger im wilden Westen. Ich bin der schnellste Kolb nördlich, südlich, östlich und westlich vom Pekos. Du nutzt doch nur aus, dass ich betrunken bin, oder? Ja, ich böses Mädchen. Gut für uns beide, dass ich da nicht so streng bin. Da bin ich nicht dran schuld. Wer denn sonst? Ich hab doch gesagt, Onkel Charlie. Ich dachte, du lebst allein. Tue ich auch. Ich hab den Fernseher angelassen, damit keine Einbrecher kommen. Charlie, hast du, Jack, erlaubt, an deinen Computer zu gehen? Nehmen Sie alles mit, nur tun Sie uns nichts. Los, sag's ihm, Onkel Charlie! Du bist hier nicht gefragt. Kannst du mir erklären, wieso er sich einen Quicktime-Film ansehen kann mit dem Titel Vanessa verführt Van Nys? Darf ich vorstellen, Vanessa? Geh doch schon mal nach oben, ich komm gleich nach. Okay. Hey, Dad, ziehen wir nach Van Nys? Nein. Wem gehört denn das Skateboard? Mir. Wow, Wahnsinn, ist ja gigantisch. Danke, Ihr Film auch. Danke. Wir machen auch eine Fortsetzung, dann verführe ich Woodland Hills. Ja, hopp, 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 hopp. Okay, bis später. Ziehen wir nach Woodland Hills? Vergiss Woodland Hills, was hat dein Skateboard auf der Treppe zu suchen? Hey, reden wir über den Schmutzfilm auf deinem Computer. Tut mir leid, ich hab vergessen, dass er noch drauf ist. Sowas darfst du nicht vergessen, wenn du ein Kind im Haus hast. Ich bin doch kein Kind. Dann ist auch keins im Haus. Mit dir redet keiner und das ist keine Entschuldigung. Es ist doch kein Hardcore-Film, nur sie und ein paar Freunde auf einer Pyjama-Party. Da waren keine Pyjamas. Klappe, verschwinde. Es tut mir leid. Mehr Kulpa. Bitte entschuldige mich. Mehr geht jetzt mal nach oben. Für einen Kulpa-Stunden. Hey, Charlie, für wen arbeite ich hier? Für Sie oder für diesen pingeligen Schmarotzer, den Sie Bruder nennen? Ich ahne, dass Sie wollen, dass ich sage, für mich. Für mich. Ganz klar für mich. Sie arbeitet für mich. Na, dann sag ihr, wenn was auf der Einkaufsliste steht, soll sie es auch wirklich einkaufen. Ich will ihn hauen. Darf ich ihn hauen? Warum machen Sie so einen Wirbel? Weil Sie so einen Wirbel machen. Ja, zurecht. Hey, warum geht's denn hier eigentlich? Ganz einfach. Ich trinke von jetzt an Acidophilus-Milch. Die Darmflora wird dadurch gestärkt und die Verdauung angeregt, wie dem auch sei. Ich schreibe Sie seit drei Wochen auf die Einkaufsliste und Bruder besteht darauf, Magermilch zu kaufen. Hauen Sie ihn. Das ist mein Leben. Milch und Skateboards. Gut, dass ich deiner Gefolge bin. Salzbutter, Salzbutter, extra große Eier, extra große Eier, Acidophilus-Milch, Magermilch, du blöder Schwachkopf. Morgen. Hey, wie geht's Ihnen? Könnte nicht besser gehen. Das war ja ein heftiger Sturz. Ja, hätte mich umbringen können, wenn ich nicht blau gewesen wäre. Damit könnte die Schnapsindustrie Werbung machen. Da hab ich noch einen Spruch auf Lager. Macht hässliche Menschen flachlegenswert. Magermilch, das Königsgetränk. Er muss gehen, Charlie. Was soll ich machen, Butter? Er ist mein Bruder. Wir könnten es wie einen Unfall aussehen lassen. Nein, kein Unfall. Solange meine Mama lebt, wird Fredo nichts zustoßen. Hi. Hallo. Tut mir leid, ich will nicht stören, aber ich ziehe gerade nebenan ein. Was Sie nicht sagen. Sie sind meine neue Nachbarin? Oh, Herr, ich danke dir. Ich wollte nur kurz vorbeikommen und mich vorstellen. Daniel Stewart. Charlie, Harper, freut mich sehr. Daniel, kommen Sie doch rein. Oh, danke. Nehmen wir einen Willkommen-in-der-Nachbarschaft-Drink? Es ist erst neun. Oh, richtig. Wer trinkt schon um neun Uhr vormittags? Eine Tasse Kaffee wäre aber nicht schlecht. Ach, gern. Hallo, Berta. Was ist? Berta, meine treue Haushälterin. Bitte eine Tasse Kaffee für unsere neue Nachbarin. Ja, das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Bitte. Oh, danke. Also, Daniel, was führt Sie in unser kleines Strandparadies? Ich war Sie einfach leid, diese schrecklich kalten Winter in Chicago. Ich will Sie ja nicht verprellen, aber im Winter kann es bei uns auch schon mal bis plus 18 runtergehen. Wie soll mir dann jemals warm werden? Ich empfehle das Paar-System. Sie sind süß. Ich weiß. Was haben Sie in Chicago getrieben? Ich habe die letzten acht Jahre hauptberuflich damit zugebracht, meine Scheidungsabfindung zu verprassen. Oh. Also, Schwerarbeit. Ein Haus in Malibu Beach reißt eine ziemliche Lücke in so eine Abfindung. Ja, sollte man glauben. Oh. Jedenfalls hatte ich meinen Spaß. Ich will ein ernsthaftes Leben führen und sesshaft werden. Oh ja, will ich auch. Ach, wirklich? Und sind Sie verheiratet? Ich? Äh, nein. Und Sie würden gern heiraten? Äh, nein. Und Kinder? Mögen Sie die? Äh, nein. Und wie definieren Sie dann ein ernsthaftes Leben? Na ja, ich habe aufgehört, morgens zu trinken. Hey, Bertha. Wo bleibt der Kaffee? Ihr Männer seid alle gleich. Findet man denn keinen mehr, der einfach nur heiraten und eine Familie gründen will? Äh, doch. Aber die sind alle schwul. Hier, bitte. Ach, danke. Oh, äh, Sie haben nicht zufällig Acidophilos-Milch, oder? Verstehe ich Sie da wirklich richtig? Sie ist hübsch, reich, geschieden und Sie wollen sie Sippy dem Schimpansen überlassen? Okay. Folgen Sie meiner Argumentation. Sie ist eine Frau, die sesshaft werden will. Wenn ich mit ihr schlafe, bin ich für eine Nacht glücklich. Aber wenn ich meinem Bruder beibringe, wie er mit ihr schläft, dann verliebt er sich, zieht von hier weg und ich bin total glücklich und zufrieden bis an mein Lebensende. Netter Plan, aber es wird nicht klappen. Sagen Sie doch nicht sowas. Teil mit schwarzer Kater. Charlie, sie spielt in einer anderen Liga. Weiß ich doch, jeder spielt in einer anderen Liga als er. Er hat nicht mal eine Liga. Er ist nur ein Junge mit Fußballschuhen und einem Federball. Aber glücklicherweise hat er mich. Ich wage zu zweifeln. Ich bin zu Hause. Komm, Sie, Sie müssen mir dabei helfen. Es wird nicht funktionieren. Voilà. Das hier ist Acidophilus-Milch. Sie steht unter der Magermilch im Regal, gleich neben dem fettarmen Joghurt. Mann, Ihr Bruder hat die perfekte Frau für Sie. Was? Sie ist nebenan eingezogen. Sie sieht gut aus, ist geschieden und ratenscharf. Aha. Und wo ist Ihr Haken? Warum muss denn immer alles einen Haken haben? Weil es nur zwei Gründe gibt, aus denen Du mich verkuppeln willst. Entweder Du brauchst jemanden, um die schielende, gestörte und verrückte Zwitterfreundin zu beschäftigen, während Du mit der Hübschen schläfst. Oder... Okay, ein Grund ist genug. Es gibt keinen Haken bei Daniel Börther. Ist sie hinreißend oder nicht? Ich würde sie flachlegen. Wieso gibst Du sie mir, wenn sie so heiß ist? Ganz ehrlich. Das wäre doch mal was Neues. Na schön. Also erstmal tut mir der Vorfall mit der Zwitterfreundin leid. Eine schwache Entschuldigung für meine Nacht im Hotelzimmer mit einer Frau mit einem klitzekleinen Penis. Ich wusste es nicht, ich war genauso überrascht wie Du. Charlie, niemand war so überrascht wie ich es war. Aber reden wir weiter. Okay, ich will nicht sagen, ich hätte nicht versucht bei ihr zu landen. Ich hab's versucht. Und? Erfolglos. Sie hat in ihm ganz schnell den perversen Fleischbeschauer erkannt. Jedenfalls dachte ich, ihr zwei passt gut zusammen. Ich hab' ihr sogar einen kleinen Willkommenskorb, den Du ihr schenken sollst. Sie ist hübsch, reich und single, sagst Du. Ja. Warum sollte sie mich wollen? Was ist denn das für eine Frage? Warum sollte sie dich denn nicht wollen? Weil ich pleite bin, zu alt, zweimal geschieden, auf deinem Klappbett schlafe und das Sorgerecht für einen furzenden, verfressenen Sohn teile. Wir brauchen einen größeren Korb. Nein, Chloroform und ein Lasso. Vergiss nicht. Du musst vor allen Dingen vertrauenerweckend wirken. Alles klar. Wie sehe ich aus? Versuch, vertrauenerweckend zu wirken. Hier, du musst den Korb überreichen. Gut, und was muss ich sagen? Willkommen. Oh, gute Idee. Oh, hi. Willkommen. Ah, danke. Daniel, mein Bruder Alan, Alan, Daniel. Alan wollte Sie als Nachbarin willkommen heißen. Willkommen. Danke. Willkommen. Wollen Sie nicht reinkommen? Ich glaube, Sie will uns gar nicht reinlassen. Los, 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 los. Tut mir leid, dass es hier noch so aussieht. Ach, so ein Unsinn. Ein Umzug braucht Zeit, nicht wahr, Alan? Oh ja, ich weiß noch, für meinen letzten Umzug habe ich lange gebraucht. Ich musste Kisten sammeln und Verpackungschips. Mann, das Zeug fliegt überall rum. Hey, das ist Sommerwurst und keine Salami wird oft verwechselt. Interessant. Tja, dann mache ich doch mal den Wein auf und wir stoßen an auf mein neues Heim. Gute Idee. Hey, nicht für mich, ich bekomme Blähungen von Rotwein. Tut mir leid, was anderes kann ich Ihnen nicht anbieten. Ich bin noch nicht dazu gekommen, einzukaufen. Oh, dann sind Sie ja am Verhungern. Alan, wir laden die junge Lady zum Essen ein. Aber ich habe den Eintopf von Samstag aufwärmen wollen. Der Eintopf wird schon nicht schlecht werden. Ich weiß nicht, er gärt schon fast. Dann wirf den Eintopf weg. Was meinen Sie, wir gehen am Strand zu Georges und knabbern was? Hört sich wundervoll an. Ich ziehe mir noch schnell was Sauberes an. Großartig. Gut, bin gleich wieder da. Na? Na? Sie ist eine Wuch. Ach du Blödmann, sie ist perfekt. Okay, ein paar Spielregeln. Erstens, man fängt nie mit Blähungen an. Ich weiß, es ist nur so rausgeplatzt. Schon gut, schon gut. Kein bleibender Schaden dadurch. Also, wir machen folgendes. Ich verdrück mich vor dem Essen, dann seid ihr zwei allein. Wirklich? Georgios ist ziemlich teuer. Oh Gott. Hier, nicht sparen beim Trinkgeld. Du darfst nicht lange rumrechnen. Wieso sollte ich? Ich rechne einfach die doppelte Mehrwertsteuer, also 15%. Es sei denn, der Service ist wenig überzeugend, und dann lege ich einfach nur 5 Dollar hin. Erlen, du darfst mein Geld ruhig rauswerfen. Schön. 18% also, gut. Gut. Beim Tischgespräch redest du nicht über deinen öden Job, Bagatellproblemen oder dummen Hobbys. Wovon denn sonst? Ihren. Ihren Problemen, ihren dummen Hobbys. Eine Frau kommt nie von einem Date nach Hause und beschwert sich, dass sie nur von sich reden durfte. Oh, das ist gut. Auf diese Weise bleibe ich geheimnisvoll. Ja, nennen wir es geheimnisvoll. Also dann. Und, ist das halbwegs okay? Es ist wundervoll, fantastisch. Stimmt's, Alan? Willkommen. Okay, gehen wir. Ich muss noch abschließen. Oh, nein. Warum willst du denn schon gehen? Ich meine, was ist denn? Eben gerade ist mir eingefallen, ich habe noch Arbeit. Oh, nein. Oh, so ein Jammer. Vielleicht sollten wir es verschieben. Nein, nein, nein. Amüsiert euch nur alleine. Sicher? Ist er, gehen wir. Okay. Also dann, Charlie. Und, Daniel, haben Sie Hobbys oder Probleme? Ja, ich weiß, dass sie heiß ist. Aber ich denke in längeren Zeiträumen, also Klappe. Hey. Hey. Wo warst du denn? Habe im Stau gestanden. Daniel kommt in ein paar Minuten. Ich gehe schnell duschen und mich umziehen. Wow. Geht ihr schon wieder aus? Tja, Charlie, die Kleine steht auf meinen Sexappeal. Seit wann hast du denn Sexappeal? Du darfst ruhig spotten, aber diese Frau ist entzückt von dem Geheimnis namens Alan Jerome Harper. Unfassbar, ihr Plan geht auf. Sag ich doch. Da muss was nicht stimmen mit der Kleinen. Sie muss gewaltig was an der Waffel haben. Tja, die beiden passen zusammen. Sie hat was an der Waffel und dass er was an der Waffel hat, wissen wir. Ja, und ehe man sich's versieht, zieht er aus, sie heiraten und wir wundern uns, warum die Kinder was an der Waffel haben. Hey, Charlie. Hey, Daniel. Kommen Sie rein. Danke. Oh, Mann. Warum schneidet der Kleine nicht meine Bremsleitung durch, wenn er mich umbringen will? Alan duscht noch. Komme ich zu früh? Nein, nein, nein. Er wohnt schon drei Jahre hier. Einen Drink? Ah, nein, danke. Ich will es einschränken. Ach ja? Wieso? Lange Geschichte. Alan duscht auch lange. Noch länger, wenn er keine Freundin hat. Danke, Walter. Na? Erzählen Sie. Es ist etwas peinlich. Hey, das sind alle guten Trinkergeschichten. Ich hab mal eine Nacht in einem Vergnügungspark durchgezecht und bin am nächsten Morgen in einem Karussell aufgewacht, nur mit einem Bastrock und einem Sombrero. Ah, puh. Na sowas. Den Sombrero hab ich noch. Okay, Sie sind dran. Oh, na schön. Der Grund dafür, dass meine Ehe nicht funktioniert hat, der Grund, warum keine meiner Beziehungen funktioniert hat, liegt wohl darin, dass ich mich auf gewisse Dinge einlasse, wenn ich zu viel trinke. Und mit Dinge meinen Sie? Und ab und zu Frauen. Tja, was Trinkergeschichten angeht, die war gut. Sie endet wenigstens nicht mit einem zahnlosen Penner, der Ihnen seine Flasche anbietet. Ich sehe, Sie wissen, wovon Sie reden. Ellen ist wirklich reizend. Aber in der Regel stehe ich mehr auf Männer wie... wie Sie. Huh. Jedenfalls habe ich jetzt die Reife für eine ganz normale Beziehung, glaube ich. Ich will mich nie wieder verknallen und mit dem ersten Besten, der mich fragt, gleich ins Bett steigen. Mann oder Frau. Oder Pärchen. Huh. Ha, 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 ha. Ähm, Augenblick. Ja. Okay, neuer Plan. Ich treib's mit Daniel und Ellen wohnt hier auf ewig. Der ist so präs. Oh. Hallo. Heute ist nicht dein Tag. Was? Daniel, sie passt nicht zu dir. Aber du hast gesagt, sie wäre perfekt. Hat mich geirrt. Sie ist krank und verdreht und passt perfekt zu mir. Da bin ich anderer Meinung. Ich habe eben mit ihr gesprochen. Sie ist eine harte Trinkerin und ein Sexfreak. Was? Ich fand genau das Gegenteil. Wir haben uns einen Gute-Nacht-Kuss gegeben, aber sie war völlig nüchtern und keine Zungenakrobatin. Weil sie verbergen will, wie sie wirklich ist. Und wie ist sie? Wie ich. Sie ist wie ich, Ellen. Von Kopf bis Fuß. Naja, außer von hier bis hier. Und was erwartest du von mir? Soll ich zurücktreten, damit du sie wieder auf den Weg der Verderbnis führen kannst? Wenn du nichts dagegen hast? Doch, doch. Du hast sie mir überlassen. Ich gebe sie nicht zurück. Also schön. Soll sie doch selbst die Entscheidung treffen. Sehr gut, sehr gut. Möge der bessere gewinnen. Besser wäre für dich, Möge der schrumpeligere gewinnen. Nur ein wenig. Ja, genau. Hübsches Kleid haben Sie da an. Ach, danke. Hoppla. Oh. Entschuldigung. Schon okay. Hm, butterweich. Mit einem leichten Zitrusabgang. Hm. Sie sind eine Weinkennerin. Okay, Daniel. Wir sollten schnell gehen. Wir haben eine Reservierung. Ja, genau. Vielen Dank für den Wein, Charlie. Halt, halt, halt. Warum so eilig? Ich wollte eine Kanne Margaritas mixen. Uh, ich liebe Margaritas. Bin gleich wieder da. So was, Daniel. Wollen Sie sich hier wirklich mit Charlie betrinken? Oh, oh ja, richtig, Ellen. Sie sind so nett. Sie sind gut für mich. Okay, Charlie, wir gehen. Halt, 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 halt. Wenn Sie es so eilig haben, könnte ich eine Margarita in Ihrem Mund mixen. Hör jetzt auf, Charlie. Ich weiß, was du vorhast. Was denn? Ich bin nur ein guter Gastgeber. Du nutzt Daniel nur aus. Nein, ich respektiere Daniels Persönlichkeit. Ich doch auch. Nein, du respektierst nur die Fassade von Daniel. Ich verstehe dich nicht. Warum hast du uns dann überhaupt zusammengebracht? Weil ich gedacht habe, dass sie so eine Schlaftablette wie du wäre. Und ich hab gehofft, ihr verbringt euer tristes Leben bei ihr zu Hause. Das war dein Plan? Das ist verrückt. Wenn sie keine Schnapsdrossel wäre, hätt's funktioniert. Moment mal, Moment mal. Es gibt keinen Grund, dass ihr euch um mich streitet. Alan, du bist ein echt süßer Kerl. Charlie, du bist ein Schwein. Aber ich finde dich sehr attraktiv. Es gibt deshalb nur eine vernünftige Lösung. Ich treib's mit euch beiden. Wir kreuzten nicht, die Schwerter. Hast du den Verstand verloren? Das würdest du wirklich tun? Ja, du hast recht. Ich kann ja nicht mal neben dir essen. Danke für dein großzügiges Angebot, aber ich fürchte, wir müssen leider ablehnen. Hauptsächlich fürchtet er sich. Ich hätt's wissen sollen, zwischen euch passt kein Busen. Aber falls ihr's euch doch noch anders überlegt, ihr wisst, wo ich wohne. Okay, nimm du sie. Ein Pfund Salzbutter, ein Dutzend extra große Eier und eine Acetophilus-Milch für Seppi, den Schimpansen. Ich dachte, ich wär die Einzige, die das trinkt. Wie bitte? Sie machen Witze, hm? Ich trinke das nur. Sie wissen schon, für diese Damen... Fauna. Sie trinken nur das? Naja, manchmal geb ich noch ein paar fingerbreit Wodka rein und mix mir einen... ...Azidofitini. Sie sind süß. Ja, so sagt man. Ich kann nicht. Ich hab Börter versprochen, ich bring die Sachen gleich nach Hause. Du hast recht. Du hast immer recht. Hey. Oh. Hey, du kommst ja früh zurück. Wie war dein Date? Ich hasse Elektroautos. Und ich mag keine Duftkerzen. Von vorne, wie war dein Date? Es war schön, bis ihr idiotischer Noch-Ehemann die Einfahrt hochfuhr in seinem scheiß Flüsterauto. Ich wär jetzt tot, wenn er nicht auf die Katze getreten wär. Was machst du? Wär ich? Äh, nichts. Nur... Nichts. Du hast also nach Pornos gesurft. Ja, okay. Genau so war's. Du hast mich erwischt. Wie peinlich. Das ist ein wahres Wort. Es ist widerlich. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was den Lümmel zum Lumpi macht. Äh, nein, das ist Pilatsache. Uh, auf was stehst du denn? Omas aufs Sofas? Spatzen mit Strapsen? Bitte, bitte lass es, Charlie. Bitte. Oh, du bedauernswerter Freak. Was stimmt denn mit dir nicht? Nichts. Ich bin zufällig drauf gestoßen. Da wird man ja schamrot. Mein Bruder ist in einer Internet-Single-Börse. Ich bin ein Mann, Charlie. Ich habe Gelüste. Okay. Nenn mir drei Beiträge des römischen Imperiums zur Zivilisation. Ähm, römische Ziffern? Gut. Aquädukte? Super. Weißt du denn, was ein Aquädukt ist? Es hat irgendwas mit Wasser zu tun. Und? Sich ducken. Morgen. Morgen. Morgen, Charlie. Morgen, Rose. Was ist denn hier los? Sie hilft dem kleinen Trudelhirn lernen für einen Test. Wieso hat er nicht mich gefragt? Nennen Sie mir drei Beiträge des römischen Imperiums zur Zivilisation. Orgien, Wein und Bulimie. Und jetzt fragen Sie mich was zu den Griechen. Wo wurde die Aromatherapie erfunden? In Rom jedenfalls nicht. Aber du begreifst meine Logik. Wissen Sie, ich habe nie verstanden, warum Sie sich nicht mit ihr einlassen wollten. Sie hat was im Hirn, ist hübsch und wahnsinnig geduldig mit Volltrotteln. Reden Sie da von Jake oder von mir? Jemand, der klug ist, würde sowas nicht fragen. Also bitte, vergessen wir eins nicht. Diese Frau hat mich verfolgt. Sie hat mich ausspioniert. Sie hat sich bei mir eingeschlichen, um ihren Namen in meine Unterwäsche zu schreiben. Oh, buh, jemand interessiert sich für Charlie. In meine Wäsche hat noch nie jemand seinen Namen geschrieben. Warten Sie, einmal doch, die Gefängnisverwaltung. Morgen. Morgen. Hey. Na, ihr zwei? Was machen die Hausaufgaben? Die drei wichtigsten Bauwerke im alten Rom waren das Kolosseum, das Forum und... Der Zirkus. Der Zirkus-Zirkus! Wir brauchen noch etwas. Weiter so. Das Restaurant Luna ist es jedenfalls nicht. Warum holst du ihm denn keinen echten Nachhilfelehrer? Soll das ein Witz sein? Sie hat akademische Grade in mindestens drei Fächern. Sie liebt ihn und er verehrt sie ohne Ende und sie will dafür nichts weiter, als hin und wieder nackt in deinem Wäschekorb sitzen. Und da läuten bei dir nicht die Alarmglocken? Es gibt schlechterer als Rose, Charlie. Ich habe auch mit schlechteren Erfahrungen. Aber das ist nicht unbedingt eine Empfehlung, oder? Das zweite Triumvirat war Augustus, Marcus Antonius und Lepidus. Hervorragend. Okay. Was war's dann für heute? Augenblick. Ach, stimmt ja. Mund auf. Mh, Kekse. Charlie, hast du einen Moment Zeit? Ich würde dich gern unter vier Augen sprechen. Das ist kein guter Zeitpunkt, Rose. Rufst du mich später an? Klar. Versprochen? Ja. Ehrenwort und auch beschworen? Ja. Sonst steckst du dir Nadeln in die Ohren. Okay. Und wirst in der Hölle schmoren. Guter Gott, Ross, ich ruf dich an. Okay. Ciao. Du rufst sie nicht an, oder? Nein, ich steck mir lieber Nadeln in die Ohren. Ist ja witzig, in deinem Dating-Profil steht gar nicht, dass dir Haare aus allen Löchern wachsen. Hey, was machst du mit meinem Laptop? Ich lerne ein bisschen was über dich, Wirbelmeister 278. Du magst also Smooth Jazz, lange Strandspaziergänge und Kuschelsex. Warte, 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 warte. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Ich verbringe gerne ruhige Wochenenden in meinem Malibu-Strandhaus. Tja, klär mich auf. Welches Malibu-Strandhaus meinst du damit? Okay, okay, ich wollte dir davon erzählen. Hast du ein Haus, von dem ich nichts weiß? Nein, nein, ich sollte einer von uns nämlich dort wohnen. Darf ich's dir jetzt erklären? Was willst du mir erklären? Du hast ein Malibu-Strandhaus und bist der Chiropraktiker der Stars. Okay, wie soll ich mich sonst nennen? Chiropraktiker der arbeitslosen Frittenfresser? So was übertreiben sie doch alle. Okay, kann ich verstehen. Bestimmt kriegst du nicht viele Antworten auf Geizkragen mit Nasenhaaren, der meilenweit für ein Sonderangebot läuft. Ganz genau. Hey, du gehst doch heute Abend aus, oder? Wieso? Naja, auf meine Annonce hat eine Frau geantwortet, die jetzt hier ist. Und es wär gut, wenn du nicht hier wärst. Du wirfst mich aus meinem Haus? Nein, in meinem Profil hab ich angegeben, es ist mein Haus. Siehst du? Komme schon, Augenblickchen. Bitte spiel mit, du spielst doch mit, ja? Das werden wir gleich zusammen rausfinden. Alan, hi! Beverly, wie schön, dich endlich persönlich kennenzulernen. Hi! Hallo? Oh, äh, das ist Charlie. Ach so, dein kleiner armer Bruder. Tag, Charlie. Wie geht es Ihnen? Mh, Sie riechen vielleicht gut. Okay, okay, komm rein. Oh, was für ein wundervolles Haus. Danke. Ich sag ihm immer, er soll sich hier wie zu Hause fühlen. Ja, dann fühle ich mich nicht so sehr wie ein elender, nutzloser Schmarotzer. Charlie, wolltest du nicht ausgehen? Ich würde ja gerne, aber du weißt doch, ich bin wie immer pleite. Ach, wenn das so ist, helfe ich dir gerne ein wenig aus. Wie viel willst du? 400 Dollar. Okay, okay. Weißt du was, ich gebe dir meine ganze Barschaft. 31, 32, 33 Dollar. Und wie viel hast du in deinem Geheimfach? Oh, genau. Das wären ja dann 133 Dollar. Und ich möchte dich heute nicht wiedersehen. Danke, Bruder. Seien Sie nett zu ihm. Er ist alles, was ich habe. Tut mir leid. Kann ich verstehen, meine Schwester ist eine Cracknutte. Ach, wirklich? Vielleicht können wir sie bekannt machen. Für 133 Dollar können wir sie zweimal bekannt machen. Super. Ja, da stehen wir, ne? Ja, da stehen wir nun. Du hast sicher bemerkt, dass ich etwas größer bin als 1,75. Schon, aber jeder schwindelte etwas bei diesen Datingprofilen. Wie groß bist du denn? 1,85. Sag mal, Leon, ist das Einbildung oder werden die Gäste hier jünger? Nein, weil die Kundschaft hier immer so ziemlich gleich alt ist. Du dagegen eher nicht. Ich bin doch nicht alt. 40 ist das neue 30. Nicht bei deinem Lebensstil. Ach, und weißt du, wie das neue Trinkgeld heißt? Das heißt, ab jetzt kein Trinkgeld mehr. Ich sollte mehr allein zu Hause trinken. Du hast nicht angerufen. Bist du mir hierher gefolgt? Also bitte. Wenn du kein Date hast und nicht zu Hause bist, findet man dich hier. Ja, ich bin dir hierher gefolgt. Ich muss dir dringend etwas sagen. Was hätten Sie gern? Ethylalkohol, bitte. Wir haben kein Ethylalkohol. Okay, dann nur ein Wasser. Okay. Was willst du, Rose? Ich will gar nichts, Ech. Ich habe nur Neuigkeiten für dich. Ähm, aus den Fernsehnachrichten oder hat es dir ein Blauherr mit Stock und Zylinder zugeflüstert? Du weißt genau, dass es eine Krähe war. Und die hatte eine Melone und eine Schutzbrille auf. Und es kam von einer Arzneinebenwirkung. Gut, was soll's? Was für Neuigkeiten? Meine Familie hat Unternehmungen in London. Und ich werde dort hinziehen und dort arbeiten. Hört sich super. Ja, und was machst du? Die Schokoladenfabrik leiten? Haben die Oompa Loompas gestreikt? Charlie. Die haben eine Gewerkschaft gegründet, hm? Du wirst mir fehlen, du alter Zyniker. Du fragst dich bestimmt, wieso ich von hier weggehe. Nein, ich frage mich, warum sie einen Remake von diesem Film machen mussten. Jim Wilder war doch fantastisch. Ich werde hier weggehen, weil ich bestimmt nicht jünger werde. Und unsere Beziehung auf einem Weg ist, den ich mir anders erhofft habe. Rose, wir haben keine Beziehung und es gibt auch keinen Weg. Du alter Zen-Meister. Ich werde dich immer lieben, Charlie. Es ist aber besser so für uns. Ja, genau. Also dann, gute Reise und Gruß an die Queen. Oder auch nicht. Zieht deine Freundin weg? Nein, nein, die zieht nie weg. Sie wird im Moment wahrscheinlich in meinen Kofferraum klettern. Wie wär's, wenn du mit mir nach Hause kommst, damit mir nichts passiert? Das würde mein Mann nicht gut finden. Wann hast du denn geheiratet? Kurz nachdem ich das letzte Mal in deinem Bett aufwachte und du mir das Taxigeld auf die Stirn geklitzert hattest. Schlagartig fiel mir auf, wie stumpf und leer mein Leben geworden war. Vielen Dank nochmal dafür. War mir ein Vergnügen. Na, was läuft denn so? Gar nichts. Tut mir leid, Sir. Ich stehe nicht auf Vatertypen. Und dann, eine Woche bevor wir heiraten wollten, erklärt er mir, dass er mich wegen des Trauzeugen verlässt. Autsch. Ich war so traurig, mir lag so wahnsinnig viel an ihm. Kann ich verstehen, deshalb hast du ihn ja auch heiraten wollen. Nein, ich meine den Trauzeugen. Autsch. Tja, uns allen wird ein oder zweimal im Leben das Herz gebrochen. Achtmal. Wie bitte? Ich bin achtmal verlassen worden. Verheiratet, verheiratet, schwul. Bewährungsverstoß, schwul und verheiratet. Deportiert, Wiedereintritt in den Priesterstand und Frau in Männerkörper. Wow. Aber trotzdem hast du noch nicht aufgegeben. Wieso auch? Vielleicht muss ich viele Frösche küssen, aber am Ende finde ich meinen Prinzen. Quack. Alan, du bist schwul. Ich wusste es. Oh nein, nein. Ich bin doch nicht schwul. Was es auch sein mag. Ich habe weder die Kraft noch die Zeit dafür. Warte, warte, warte. Okay, du weißt doch, mein Bruder, der Loser, der bin ich. Was? Das hier ist Charlies Haus. Nach meiner Scheidung war ich pleite und er hat mich aufgenommen. Und ich bin nicht der Chiropraktiker der Stars. Lars, ich behandle vorwiegend Versicherungsfälle von Leuten, die hingefallen sind. Das ist alles? Was willst du damit sagen? Weil du ein echter Glückstreffer bist, nach Bewährungsverstoß verheiratet und schwul. Echt? Ich bitte dich, du bist Single, Hetero und genetisch ein Mann. Die Latte liegt wohl nicht sehr hoch. Hast du Erfahrung im Online-Dating? Da bist du King mit einem Penis und einem Job. Und falls es dich beruhigen sollte, ich habe vor beides zu behalten. Hey, Bertha, wollen Sie mal was Cooles hören? Die alten Römer hatten einen Ort namens Vomitorium. Da konnte man essen, so viel man wollte. Man kotzte und aß weiter. Ah, wie in meinem Stammlokal. Hey, Morgenpartner. Du Idiot. Wow. Hat der kleine Prinz seinen Morgenpups noch nicht gelassen? Nur deinetwegen zieht Rose von hier weg. Hat sie dir das gesagt? Jake, Rose zieht nirgendwo hin. Es ist eins ihrer Spielchen, mit denen sie mich verwirren will. Bertha, erklären Sie es ihm. Jake, Schatz, dein Onkel Charlie ist ein Idiot. Kommen Sie, Bertha, das ist doch nicht ihr... Hey, wenn Sie nicht so ein egoistischer Futz wären, würden Sie erkennen, was für ein Engel sie ist und würden Sie nie gehen lassen. Also erstens ist sie kein Engel und zweitens wird sie nicht gehen. Und drittens, was am wichtigsten ist, Futz? Die Leitversion wegen des Jungen. Auf am neunten oder zehnten Mal, da tut's nicht weh. Morgen zusammen. Was ist denn los? Rose will nach London ziehen. Ach ja, wieso? Weil Onkel Charlie ein Futz ist. Ein Futz? Die Leitversion für mich. Dad, gehen wir in Berthas Stammlokal? Ist doch schön, oder? Ja. Hör zu. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Klar. Es ist etwas peinlich. Hey, du kannst mir alles sagen. Schön. Also, bevor ich heute Abend hierher vorhabe, habe ich meine Zahnbürste eingepackt. Und was ist so peinlich daran? Ich gehe ohne Zahnseide nirgendwo hin. Ich schneide mir manchmal sogar einen halben Meter ab und stecke ihn mir in die Tasche, falls ich was zwischen denen... Oh. Du meinst, wir beide? Heute Nacht? Nur, wenn du auch willst. Ob ich will? Ich bin schon fast fertig. Weißt du, Alan? Ich habe darüber nachgedacht. Dass Rose Jake den Quatsch von ihrem Umzug erzählt hat, ging wirklich zu weit. Ja, hör zu. Ich meine, Kinder nehmen sowas doch ernst. Weißt du? Weiß ich, aber ich... Wenn sie mich an der Nase rumführt, gut. Aber das mit dem Jungen geht zu weit. Keine Frage, aber findest du nicht, dass du das mit ihr klären solltest? Du hast recht. Und zwar sofort. Rose! Kletter sofort hier rauf! Ich will mit dir reden! Wer von euch ist jetzt bitte der Loser? Der Verabredung nach ich. Ähm, einen Moment. Komm raus, Rose, du verrückte Schlampe! Ich weiß, dass du da bist! Äh, äh, Charlie? Soll ich vor dir auf die Knie fallen, damit du nicht gehst? Ich will ja nicht unterbrechen, aber ich mach da drin echte Fortschritte und du verdirbst die Stimmung. Jetzt nicht, Alan. Ich fall nicht auf die Knie, weil du gar nicht weggehst. Du weißt genauso gut wie ich, dass du nicht gehen wirst. Charlie, die Süße da drin hat ihre Zahnbürste dabei, weil ich einen Penis und einen Job habe. Rose! Sie bürstet dich mit einer Zahnbürste? Nein, nein, verstehe doch nicht. Nein, ich hab für sowas keine Zeit, Alan. Charlie, alles in Ordnung? Ja, ich find nur meine verdammte Stalkerin nicht. Findet seine Stalkerin nicht? Die sind nie da, wo man sie sucht. Aber genug von ihm. Wenn du mich ins Boudoir begleiten würdest, verwandle ich eine gewöhnliche Club Couch in einen fliegenden Teppich für zwei. Bist du wirklich nicht schwul? Ich bin belesen und gebildet. Du bist nicht die Erste, die das verwirrt. Die Adresse stimmt. Oh, Charlie, du willst dich verabschieden. Unfassbar. Du hältst die Nummer bis zum Ende durch. Welche Nummer? Also schön, spielen wir nach deinen Regeln. Rose, du bist wundervoll. Und ich ein Idiot, weil ich's nicht erkenne. Und ich will wirklich nicht, dass du gehst. Im Ernst? Ja. Hier, pass auf. Wow. Siehst du? Oh, ja. Oh, mein Taxi wartet. Lippo. Warte, warte, was hast du denn vor? Na ja, ich fliege weg. Verstehst du denn nicht? Du musst die Nummer nicht weiter durchziehen. Ich kapituliere. Ich gebe auf. Du hast gewonnen, Rose. Und ich gehöre dir. Oh, Charlie. Wir rühren von dir. Aber ich kenne dich. Und du hast nur eine kleine Panikattacke, weil du älter wirst und niemand dich lieb hat. Ich sag's ja, du verstehst mich. Genau. Und deshalb muss ich dich verlassen. Lieb wohl, Charlie. Oh. Fast hätte ich's vergessen. Das wollte ich dir schenken. Unser erstes Unterlassungsurteil. Wie zittrig deine Unterschrift war. Du warst so verängstigt. So. Ich muss meinen Flug kriegen. Ach, komm schon, Rose. Hör auf damit. Na gut, schön. Mach deine kleine Taxifahrt. Wir sehen uns dann morgen. Okay. Vielleicht doch nicht morgen. Oh, verdammt. Hey, Charlie. Oh, hi. Wo ist Ellen? Im Schlafzimmer. Ich muss früh zur Arbeit. Gut. Also, wiedersehen. Wiedersehen. Hey, Beverly. Freut mich, dass Sie und Ellen sich gefunden haben. Ich find's schön. Danke. Ich hoffe, es regelt sich alles zwischen Ihnen und Ihrer Stalkerin. Die Dame heißt Rose. Wie die Blume. Okidoki. Hier. Es steht auf unserem Unterlassungsurteil. Überlassungsurteil. Ja, wiedersehen. Hey, Ellen. Ich kann gerade nicht. Rose ist wirklich geflogen. Was? Ich sagte, Rose ist geflogen. Und ich fühl mich zum Wegwerfen. Ich hab einen Riesenfehler gemacht, Alan. Weißt du, wir machen alle mal Fehler. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Mann, 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 Mann Charlie? Ich muss ihn nicht Mund zu Mund beatmen, Gott sei Dank. Morgen. Morgen. Schläft er? Ja, nennen wir es Schlafen. Onkel Charlie, ich mache mir eine Schlüssel mit Maple Loops. Willst du auch eine? Ist wirklich nichts mit ihm? Ich habe nicht gesagt, dass nichts mit ihm ist. Freakig. Du solltest ihn wirklich nicht so sehen, Jake. So, jetzt kannst du in Ruhe frühstücken. Was hat er denn? Oh, er wird alt, Kleiner. Ich wünschte, du hättest ihn in seiner Blüte erlebt. Er war wie Babe Ruth. Er hat Baseball gespielt? Nein, er war ein betrunkener Nuttenpreller. Aber es gab nie einen besseren. Oh Gott, was hat denn die Katze da reingeschleift? Sie hat es nicht nur reingeschleift, sie hat es im Katzenklo entsorgt und verscharrt. Weißt du, was komisch wäre? Wenn man ihm einen riesen Schnurrbart malen würde. Das wäre eine Wucht. Wehe. Charlie? Charlie? Ja? Geht's dir gut? Ja. Seit wann bist du zu Hause? Ich bin zu Hause? Allerdings. Oh Gott, ich bin blind. Ein Wundersgeschehen. Mann, 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 Mann Hey. Na, sind Sie endlich aufgewacht? Und, gut geschlafen? Ja, könnte schon sein. Gut, wie mich das freut. Oh, Bratkartoffeln. Bedien dich. Dick, ich sagte nein. Ich war's nicht. Nein, er nicht. Warum starrst du denn so? Wegen nichts, Senor. Und, wie willst du dich? Kommt drauf an. Welcher Tag ist heute? Samstag. Oh, wenn das so ist, fühle ich mich großartig. Was heißt, wenn das so ist? Ich würde mich etwas sorgen, wenn Donnerstag wäre. Ich finde, du übertreibst in letzter Zeit etwas. Wie meinst du das? Ich meine, dass du älter wirst. Oh, bitte. Ich war noch nie so gut in Form. Das hat wirklich nichts in mir zu suchen. So schnell wird mir ja sonst nicht übel, aber wow. Hey, pack deine Sache nicht. Bring dich wieder zum Mann zurück. Ich sag dir was, Alan. Du bist nur so alt wie die Frauen, die du fühlst. Und neuerdings fühle ich mich wie 24. 24? Ja. Und sie findet mich nicht alt. Sie findet mich süß und witzig. Und reich. Ja, reich hilft. Ich bin nicht so süß. Also gut. Ich verstehe die Verlockung, den Nektar der jungen Blüte. Aber ich weiß auch, was passiert, wenn eine Kerze an beiden Seiten brennt. Woher willst du das wissen? Hattest du auf der Volkshochschule einen Kerzenkurs? Hey, ich habe auch meine wilden Jahre durchlebt. Deine wilden Jahre? Okay, meine fidelen Jahre. Worauf ich hinaus will, ein Mann muss erkennen, wann er seine Grenzen zu akzeptieren hat. Ja, und worauf ich hinaus will, an dem Tag, an dem man anfängt, seine Grenzen zu akzeptieren, fängt man an zu sterben. Und ich will noch nicht sterben, mein Freund. Nein, ich werde mein Leben bis zum Letzten auskosten. Und jetzt entschuldige mich. Ich gehe erst mal kotzen und dann schlafen. Das war cool. Ja. Ich will noch eine Runde. Wann schaffst du das? Meinst du heute Nacht? Ach, habe ich vergessen. Du bist ja alt. Kleines, ich bin nicht alt. Ich bin doch kein Joghurtspender. Du bist fast so alt wie mein Dad. Okay, hör zu. Wenn du nochmal willst, auf die Weise wird das nichts. Oh, habe ich dich etwa gekränkt? Nein, nein, nein. Du hast mich nicht gekränkt. Es gibt nur gewisse biologische Faktoren, die du berücksichtigen musst. Ja, mein Dad nimmt Viagra. Freut mich. Ich wollte nur sagen, wir könnten erst mal was anderes machen und später darauf zurückkommen. Gehen wir in einen Club? Jetzt? Es ist elf Uhr. Dann kommen wir eben zu früh. Eigentlich habe ich mir vorgestellt, wir machen uns ein paar Toasterpizzas und sehen uns eine Serie dazu an. Was ist? Mir ist langweilig. Wenn wir keinen Sex haben, will ich was unternehmen. Okay, weißt du was? Unternimm du doch was und naja, boogie oogie oogie. Und wenn du zurückkommst, weckst du mich auf und wir machen Sex. Das ist echt eine dumpfe Idee, Charlie. Okay, dann überspring das mit dem Aufwecken. Dann rufe ich jetzt einfach ein paar Freunde an. Nein, 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 warte, 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 komm her. Ich glaube, ich kann jetzt wieder. Wirklich? Wirklich. Ach, lass nur, gehen wir tanzen. Ja, ich komme mit dem, von dem ich dir erzählt habe. Dem Alten. Keine Ahnung, ich glaube, er hat einen kleinen Bruder, der auch alt ist. Ich frage ihn. Cool, wir sehen uns da. Hey, würde dein Bruder vielleicht mitgehen? Alan, dafür ist er nicht der Typ. Er wäre um die Zeit in einem Danceclub wie ein Zombie. Warte hier, ich frage ihn. Hey. Oh, du hast es gerade verpasst. Ein kluger Witz von John Stewart über das Haushaltsdefizit. Wie schön. Zieh dich an. Wir gehen tanzen. Ja, genau. Toaster-Pizza? Nein. Komm, wir gehen. Ist das dein Ernst? Ja. Aber ich bin schon eingemummelt und es ist nach elf. Wie schrecklich. Und mein Gute-Nacht-Tee. Ach, komm schon. Robin will tanzen gehen und ich habe dich als Fahrer auserkoren. Hey, wenn du dich zum Narren machst, weil du mit einer 24-Jährigen mithalten willst, dann muss ich das noch lange nicht. Sie hat eine 24-Jährige Freundin. Freizeitdress oder gut angezogen? Wirf schon ein, vielleicht wirst du dann ein bisschen lockerer. Eher nicht. Nach neuesten Studien kann Ecstasy die Rückenmarksflüssigkeit verringern. Ach, na und? Na und, junge Lady, ich bin Chiropraktiker. Wow. Weißt du was? Mein Date klappt so gar nicht. Vielleicht würde es klappen, wenn du mal nicht so reden würdest, als wärst du ihr Vater. Einer muss es ja tun. Ihr echter Vater hat offenbar das Handtuch geworfen. Oh, wunderbar. Eine Raucherin. Ich nehme an, du setzt auf die Stammzellenforschung, damit man dir Rückgrat und Lunge ersetzt. Alan, Alan, du machst mich lächerlich. Hör auf. Ach, ich mach dich lächerlich? Sieh dich doch an. Du stehst in der feuchten Gasse Schlange mitten im Urindistrikt. Hey, 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 das ist der hipste Club in der Stadt. Ach, hipsch, das ist ein Klo mit einem Türsteher. Da kifft doch jemand. Oh ja, oh ja, das ist eindeutig Gras. Na toll, jetzt kommen wir alle in den Bau. Ach, oh Mann, jetzt reg dich ab und amüsier dich ein bisschen. Kannst du dich da amüsieren bei Auspuffgasen und Tütenqualmen? Weißt du was, Charlie, ich bin kein Kind mehr. Ich brauche viel Ruhe, Training und Ballaststoffe und... Na perfekt, ich stehe auf einem Kondom. Geht nur rein und viel Spaß. Halt, wir gehören zu denen. Das sehe ich anders. Doch, doch, wirklich. Obwohl ich, um die Wahrheit zu sagen, nichts Langfristiges in der Beziehung sehe, Sie verstehen. Nicht das Seil berühren. Entschuldigung, Sie brauchen das Seil wohl noch für Ihre Zirkusnummer. Klappe, Alan. Ich lasse niemanden rein, der nicht auf der Liste steht. Die Mädels haben sie reingelassen. Alan. Die hat er reingelassen. Ja, weil hübsche Mädchen den Schuppen aufpeppen. Ich zeig dir, wie das läuft. Hören Sie, sehen Sie auf Ihrer Liste mal nach Jackson. Andrew Jackson. Nein, da steht Tito und Latoya. Okay, dann nenne ich mich eben einfach Ulysses S. Grant. Sie können sich auch Condoleezza Rice nennen. Wenn Sie nicht auf der Liste stehen oder prominent sind, keine Chance. Gut, hören Sie, ich wollte den Trumpf nicht ausspielen, aber ich bin Charlie Harper. Ich bin im Musikgeschäft. Ich habe den Maple Loops Jingle geschrieben. Omas Super Schokokekse. Oh, die esse ich gern. Wie schön, haben Sie einen da? Nein, verschwinden Sie. Charlie, Charlie, ich werde das klären. Sir. Sir. Ich bin Matthew Broderick. Wer? Bruno, die gehören zu mir. Bist du sicher? Das wäre eine gute Chance, hier loszuwerden. Jungs, kommt. Matthew Broderick ist der anbetungswürdige Stern des Broadway. Würdest du jetzt endlich mal aufhören zu jammern? Tut mir leid, aber die Musik dort war so laut, dass mir die Ohren jetzt noch klingen. Weißt du, was das für ein Ton ist? Da sterben Härchen in meinem Mittelohr. Ihr Todesschrei. Ich rede von permanentem Hörverlust, Charlie. Die Härchen wachsen nie mehr nach. Oh, warte, das haben wir gleich. Sieh, Frau Schaff. Der Sterbelaut meines einstmals guten Gehörs. Hör dir nur zu, du klingst wie ein alter Mann. Tja, leider kann ich mir nicht zuhören. Ich hör nur noch... Die schlimmste Nacht meines Lebens. Du bist doch nur sauer, weil du völlig fertig warst. Ich war völlig fertig. Ich habe getanzt, während du mit dem Kopf auf dem Tisch geschlafen hast. Ich hab nicht geschlafen. Ich hab nur die Augen zugemacht, weil ich nicht mit ansehen konnte, wie du das hier machst. Ich habe gewogt. Du hast geschlafen. Heute wogt doch keiner mehr, Alan. Und weißt du was? Den Roboter macht heute auch keiner mehr. Ach ja? Und warum haben die anderen das alle mitgetanzt? Weil sie sich ganz offen über dich lustig gemacht haben. Was willst du überhaupt? Ich war mit dir im Club. Ich war mit dir im Chill-Out-Club. Ich war mit dir frühstücken. Ich hab meinem Date auf dem Parkplatz den Kopf gehalten, als die Pfannkuchen kotzte. Und wenn du nicht so gejammert hättest, dass du wieder nach Hause willst, würdest du jetzt in diesem Moment mit dir schlafen. Wie verlockend. Welcher Mann träumt nicht, davon verdaute Pfannkuchen zu küssen? Und ich muss zur Arbeit. Weißt du was? Du bist ein Spießer. Ich bin ein Spießer. Hey, Hauptsache deine orthopädischen Schuhe passen dir. Die sind nicht orthopädisch. Die haben bloß ein verstärktes Fußbett für den aktiven Lebensstil. Und du hast geschlafen. Okay, vielleicht musste ich etwas Schlaf nachholen. Aber nur, weil ich vorher sexuell heftig aktiv war. Seien wir doch ehrlich. Wir beide sind zu alt für den MTV-Lifestyle. MTV? Haben sie dich gerade aufgetaut? Okay. MTV, VH1, was immer die Kids so ansehen. Ich will nur auf Folgendes raus. Ich lebe gern meinem Alter gemäß, während du deins verleugnest. Hey, 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 ich verleugne gar nichts, merk dir das. Ich bin ein junger, vitaler Mann in der Blüte seines... Was denn? Auch junge Menschen sind mal verschleimt. Sicher. Jedenfalls, wie ich schon... Oh Gott. Was ist denn? Meine Brust. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Hey, Alan. Ja? Kann ich jetzt noch mit Joggen anfangen? Was ist denn das für ein Krankenhaus, verdammt nochmal? Wo sind denn die Ärzte zum Teufel? Das da drinnen ist mein Bruder. Wenn er stirbt, dann sitze ich auf der Straße. Alles in Ordnung. Die machen nur ein paar Tests. Keine Sorge. Du hast leicht reden. Hör zu, Alan. Falls ich es nicht schaffe, solltest du mein Testament kennen. Davon will ich gar nichts hören. Du schaffst es. Aber du darfst ruhig weiterreden. Also erstens, habe ich dir und Jake das Haus vermacht. Ja! Du schaffst es! Du solltest wissen, dass zwei Hypotheken drauf sind und pro Jahr beträgt die Grundsteuer 50.000 Dollar. Ähm, 50.000? Ähm, Moment. Muss man hier erst abkratzen, damit einem geholfen wird? Muss man erst nach Kanada auswandern, damit einem vernünftige Ärzte helfen? Äh, die kommen gleich. Also, äh, 50 Riesen, ja? Mann, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das aufbringen sollte. Es sei denn, dass ich irgendwoher Geld kriegen würde durch eine kleine Erbschaft oder sowas. Ich habe kein Geld, Alan. Gar nichts? Es ist alles nur ein Kartenhaus. Okay, ich wollte davon keinen Gebrauch machen, aber ich bin Matthew Broderick und da dritten liegt mein Bruder. Tut mir leid, Mr. Broderick. Die haben mir in den Producers gut gepeilt. Danke. Okay, werfen wir mal ein Äuglein darauf, hä? Ihren Wörtern nach. Hatten Sie eine heftige Verdauungsdauerung? Blähungen? Riesenblase, so groß wie Granatapfel. Was haben Sie in letzter Zeit gegessen? Nicht viel. Doch, Bratwürste, Waffeln, fünf Espresso, eine Flasche Scotch und die Zunge einer 24-Jährigen. Er hat nach meinem Essen gefragt, Alan. Und das sagte ich ihm, Charlie. Oh, Sie sind ja ein slimmer Vogel. Die gute Neuigkeit. Sie sind für Ihre 50 Jahre gut in Form. Ich bin noch erst 40. Sagen Sie das, Herr Leber? Verrätten Sie einfach etwas kurzer. Das sind genau meine Worte. Und Sie? Wer ist mal blau? Warum gibt's da keine Fortsetzung? Ich warte und warte. Tut mir leid, ich will's versuchen. Gämmen Sie dem Publikum Zucker, hä? So ist das. Blähungen. Gute Neuigkeiten, hä? Ein wenig peinlich, aber ja. Warum ist dir das denn bitte sehr peinlich? Keine Ahnung. Die Ambulanz, das Blaulicht, die Tränen und die panischen Verhandlungen mit Gott. Ah, richtig. Willst du immer noch Waisenkindern Klavierunterricht geben? Dann welche kommen schon. Akzeptierst du wenigstens jetzt, dass du mal einen Gang runterschalten solltest? Ja, ja. Es ist verrückt, Alan. Es kommt mir vor wie gestern, als ich noch die ganze Nacht durchfeiern und essen und trinken konnte, was ich wollte. Und jetzt, nach ein paar Espresso und einer Waffel, sitze ich in der Notaufnahme und bete um ein Furz. Jetzt weißt du, warum ich Tomatensaft und Hüttenkäse wollte. Ich gebe es zu, du achtest gut auf dich. Ich versuche es. Wahrscheinlich habe ich dich deshalb gerne in der Nähe, weil ich ein gutes Vorbild bin. Nein, du Idiot, wegen der Ersatzteile. Was gucken wir da? Die Antiquitäten-Show. Die Frau da glaubt, sie hätte Washingtons Butterdose. Toaster-Pizza? Danke. Du gehst heute nicht aus? Ach, warum sollte ich? Charlie, ich freue mich, dass du kürzer trittst, aber du warst seit einer Woche nicht aus dem Haus. Es ist so deprimierend. Egal, wo ich hingehe, ich bin immer der Älteste im Raum. Sogar hier? Wie wäre es, wenn wir uns eine Katze zulegen? So, das reicht. Zieh dir was an, wir gehen aus. Es ist schon neun, ich wollte uns noch ein bisschen Popcorn machen. Vergiss es du, kommst auf jeden Fall mit. Wo gehen wir denn hin? Wirst du schon sehen. Kannst du fahren? Ich fahre nicht mehr gern bei Nacht. Wo sind wir hier zum Teufel? Nennen wir es Jungbrunnen. Was? Komm mit. Oh, seht ihr das? Endlich frisch Fleisch. Alan, du bist genial. Darf ich Sie was Persönliches fragen? Klar. Wie alt sind Sie? Gerade 40 geworden. Ach, noch ein Baby. Also, ja. Ich habe ein kleines Rätsel für Sie. Okay. Was hat multiple Orgasmen und summt? Ich gebe auf. Komm mit, ich zeig's dir. Alan? Alan, ich muss gehen. Gott möge mit dir sein. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Man, 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 uh, 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 uh der tod das hat ein gärtner in der einfahrt vergessen das war kein gärtner das war eine frau die einen hass auf mich hat wie war denn die beerdigung deiner freundin das war eine furchtbare enttäuschung ja meine erfahrung nach ist nichts schlimmer als eine tote braut in der kiste hör auf mit den witzchen charlie hallo allen einmal wow du siehst ja gut aus ja es steht mir gut wenn ich trauere nicht leider stirbt zu selten eine freundin ich bin sicher das hoffen die auch charlie wenn du schon einschenkst macht man mir auch einen drink der nachmittag war so deprimierend nett dass du uns ansteckst könnt ihr euch vorstellen dass zwei von symphias drei kindern ist nicht für nötig hätten zu ihrer beerdigung zu kommen und der gekommen ist war betrunken und hat während der ganzen feier geschmacklose witze über sie gerissen du hast wohl nicht zufällig einen aufgeschrieben und es waren nicht nur die kinder es waren sehr wenig leute da und praktisch keiner von ihnen hat getrauert kann man doch verstehen du sagt es doch keiner hat sie gern gehabt sie war zwar eine giftspritze aber trotzdem gott sei dank kam mir meine schauspielerische vergangenheit zugute und ich habe effektvoll geweint ich habe alte gefühle abgerufen von damals als ich in endstation sehnsucht nicht als blanche dubois besetzt wurde du bist eine gute freundin mom ich weiß ich bin nur froh dass mein abgang einmal nicht so demütigend sein wird wenn es bei mir einmal so weit ist stimmt oh ja ja sicher sicher absolut ich gehe mich mal frisch machen selbst falsche tränen ruinieren den mascara apropos der mensch der syncyas make-up gemacht hat sollte gleich neben ihr beerdigt werden sie sah aus wie ein lackierter clown du gehst doch zu mamms beerdigung aber natürlich ich als ältester sohn habe die pflicht ihr den flock ins herz zu rammen typisch allen darf nichts tun also schön du darfst ihr den kopf abschlagen und ihnen den bauern zeigen was hast du vor ich hau ab bevor mama aus dem bad kommt ich dachte wir gehen mit ihr essen ich kann ihr geschwafel nicht mehr hören es macht mich verrückt wenn sie ständig von der erdärmlichen beerdigung ihrer giftigen freundin erzählt und wir beide wissen dass sie mal genauso enden wird ja stimmt aber es gibt doch wohl noch eine andere lösung als wegzulaufen ja aber man würde ihn schnappen obwohl wir vielleicht bewährung kriegen würden wir könnten mir die wahrheit sagen dass sie genau so ein drachen wie ihre freundin ist und dass sie so in erinnerung bleiben wird bist du auf crack vielleicht wird sie sich ändern wenn sie merkt wie sie von ihren freunden gesehen werden sie merkt wie sie von freunden gesehen wird sucht sie sich eben neue freunde was sollen wir sagen allen hey mom du bist eine beknackte giftnudel und zu deiner beerdigung wird nur jemand kommen wenn es drei tage lang frei bier gibt und eine party mit gogo tänzerinnen nicht unbedingt zu anfangen also dann sind sie erst unter der erde ich habe wieder ein gesicht und sehen schwarz umwerfend aus gehen wir essen spiel einfach mit erlen hält dich für eine giftnudel um die keiner trauern wird wir sagen dir das weil wir dich lieben ich verstehe weißt du man du solltest erkennen dass du gar nicht so viel anders bist als fans hier ich bin genau das gegenteil von ihr für niemanden hast du ein gutes wort übrig selbst für deine besten freunde nicht du bist manipulativ du liebst niemanden außer dir kümmerst dich nur um das war jetzt doppelt gemoppelt nicht du findest überall einen fehler und ich weiß offen gesagt niemanden der gerne mit dir zusammen wäre geschweige denn an einem grab weinen würde so kann man das vielleicht sehen charlie du hast bis jetzt kein wort dazu gesagt doch schon die giftnudel kam von mir weißt du man wir sagen die das nur weil du uns wichtig bist nicht wahr charlie du bist uns wichtig und das ist nie zu spät du kannst dich noch ändern und zu einem menschen werden der anderen fehlen würde nach deinem tod darüber werde ich nachdenken müssen ja und während du nachdenkst denk immer daran wie wir es gemeint haben ja das werde ich nie vergessen gut gut ich glaube ich verzichte heute aufs essen gut gut lebte wohl jungs ok ok was heißt ok was ist für dich ok naja wir müssen nicht essen gehen ja aber um welchen preis gut sie fühlt sich etwas gekränkt aber mit der zeit legt sich das schon wieder glaub mir und danach wird sie daran wachsen und sich verändern und daran glaubst du im ernst das muss ich charlie das muss ich wie bitte er sieht immer im fernsehen mtv cribs er sagt alles wie ein schwamm auf logo mein pogo hey meg schleifspur hier habe ich noch was in deiner hose gefunden ja genau den wollte ich doch wegschicken was denn da drin ist eine geburtstagskarte von mom für grandma oh gott mama hat heute geburtstag du hast mams geburtstag vergessen du etwa nicht hey hey von mir erwartet niemand dass ich an irgendwas denke wann hast du zuletzt mit ihr gesprochen ich glaub damals als wir ihr sagten keiner liebt sie weil sie schrecklich ist oh ja das war ein schöner tag ich warte damit bis nächstes jahr nein nein du gibst ihn ihr persönlich wir ziehen los kaufen ihr ein geschenk und bringen es ihr allen sie hat seit wochen nicht mit uns gesprochen wollen wir das aufs spiel setzen indem wir ihr was schenken wenn wir nicht hingehen wird das ganze nie aufhören wahres wort zeig es ihnen mein kleiner furzer hey mörder schwermetall jake wie oft soll ich dir noch sagen du bist ein blasser weißer junge deshalb benimm dich auch so gut oh das ist cool wie geschaffen für mom charlie mach keine witze jake wenn du uns helfen willst du was besser zu deiner oma passt zum beispiel zum beispiel ein grizzly bär der ein lachs zerfleischt guten tag darf ich ihnen bei der suche helfen oh gern wir suchen nach einem geburtstagsgeschenk für unsere mutter und wann hat sie geburtstag heute hat er vergessen also ähm erzählen sie mir was von ihr was tut sie gern leute verletzen charlie das können wir nicht so leicht beantworten weil wir leider ein etwas angespanntes verhältnis haben oh dann suchen sie also nach etwas was sie wieder näher zusammen führt nein 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 es geht nur um die familiäre standard prozedur hier hast du es glückwunsch aber lass uns in frieden aber hübsch verpackt ich verstehe und an welche preislage dachten sie genug dass sie sich darüber nicht beschweren kann aber nicht so viel dass ich eine rückgabe lohnt genau wie wär's denn mit einem guten parfüm kennen sie ihren duft oh leider nicht ich schon echt führen sie chanel nummer 666 ach wissen sie ich glaube sie sollten sich noch ein wenig bei uns umsehen und ich komme dann wieder vielleicht gute neuigkeiten er ist drunter gesetzt nicht vergessen das war nicht in letzter minute sondern wir haben es lange voraus geplant ich kann auch so gut lügen dad wir lügen nicht wir sind taktvoll mit unseren lügen happy birthday oh ist ja eine überraschung das hatten wir schon lange vor ja was soll ich dazu sagen als wir uns das letzte mal sprachen nahm ich an dass ihr komm schon mom du bist nach wie vor unsere mutter stimmt's charlie nach wie vor gib mir das geschenk jack alles gute zum geburtstag danke sehr schwer ist bloß eine schale ich wollte dir ja einen bären schenken der einen fisch frisst aber stattdessen schenken wir ihr eine hübsche kristallschale dürfen wir reinkommen eigentlich feiere ich gerade mit gästen was mit gästen und du lädst uns nicht ein charles wenn jemand an meinem grab nicht um mich trauert braucht er auch nicht zu meiner geburtstagsfeier zu kommen und wer ist dann hier menschen die mich lieben denen ich etwas bedeutet die mich nehmen wie ich bin das will ich sehen bitte komm rein und deshalb ist beethoven oh hallo hi charlie allen jake darf ich vorstellen roger philipp und ihr sohn shang puh das sind meine söhne und mein enkel hallo hallo ihre mom ist für uns ein unglaublicher gewinn sie ist wie die liebende mutter die ich nie hatte hallo sie ist wundervoll wir sind eine glückliche familie laus mich doch sie hat wirklich jemand gefunden wer sind diese leute überrascht dass ich freunde habe überrascht dass ich überrascht bin roger arbeitet in meinem maklerbüro und philipp ist mein fuhrseur ein nettes paar ich habe sie miteinander bekannt gemacht ja sehr nett und die haben diesen chang king adoptiert chang puh ja aus china ich habe ihnen geholfen und die bürokratischen zahnräder geschmiert du hast jemanden bestochen ach mach dich nicht lächerlich ich habe mit einem kommunisten geschlafen äh ist das gänseleber oh taubenpaté mit endiven vieles spezialrezept das will ich unbedingt haben wir können hier tauschen mein rezept gegen ihre mutter einverstanden sie sind ein glückskind meine mutter ist ein fieser drache auf rädern deine mutter und was ist mit meiner oh die ist auch ein fieser drache auf rädern vielen dank hast du eine playstation oder eine xbox ich habe ein cello was spielst du damit beethoven brahms bach schostakovich also keine ego-shooter happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you oh meine lieben jungs meine lieben jungs vielen dank wünsch dir was warum ihr seid doch schon hier mein wunsch hat sich erfüllt oh 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 wer wünscht sich denn zwei schwule und einen chinesen jungen oh und jetzt haben wir ein ganz besonderes geschenk für dich Abby was meinst du ein bär der einen bären frisst shampoo spielt jetzt ein kleines cello-konzert du hättest selbst zu deinen ehren komponiert ist das so wundervoll a city now to you soll ich ihr jetzt die karte schenken nein vergiss die karte jake shh 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 shampoo will doch spielen hm hm keine komplexe ich wette er kann nicht das alphabet rülpsen also ich habe in meinem leben noch nie einen so grotesken abend erlebt kann man wohl sagen ich fand ihn bezaubernd du weißt was los ist ja wir sind ersetzt worden hey von mir aus solange sie siegfried und reu hat brauchen wir uns nicht mehr um sie zu kümmern oh ich bin auch der meinung ich weiß nur nicht warum die jungs denken sie wäre die gute Fee naja wir wissen dass sie es nicht ist stimmt genau du sagst es christa hey spongebob schwulkopf du hast pause findest du etwa dass wir falsch mit mom liegen was offenbar scheinen roger und philip in ihr was zu sehen was wir nicht erkennen können wer kennt sie besser die oder wir naja wir aber vielleicht fehlt uns etwas einfühlungsvermögen bei ihr allen der frau fehlt selber was bei ihr es heißt seele schnipp män hey mom wie geht's dir charlie was für eine nette überraschung ich wollte dir nur noch mal zum geburtstag gratulieren und dir für gestern abend danken es war so nett mit philip und roger und shanghai shangpu und vielen dank nochmal für die hübsche kristallschale gefällt sie dir? ob sie mir gefällt ich liebe sie ich bewundere sie gerade wieder sehr schön sehr schön so schatz ich muss jetzt los nein mom warte warte ich wollte nur noch mal richtig stellen was da vor wochen gesagt wurde was war das denn? naja ich hab kein problem damit dass du bist wie du bist es war doch nicht mein einfall dass du dich ändern sollst dahinter steckt alan oh das wusste ich ja was ich nämlich an unserer beziehung so gut finde ist dass ich dich nicht verändern will und du mich nicht wir akzeptieren uns als naja unfähig zur veränderung wie nett von dir ok und los geht's eier benedikt mein eigenes rezept das äh noch irgendwas? nein nein schätze nein ich hab dich lieb ich dich auch bis dann wer war das? auch niemand also du hast gesagt du hättest was wichtiges mit mir zu besprechen? ja ja ich hab drüber nachgedacht was äh viel zu viel zitronensaft in der hollandaise tut mir leid frag doch philip nach seinem rezept werd ich tun du könntest ihn auch mal fragen ob er dir die haare schneidet du musst nicht schwul sein um gut auszusehen ich frag ihn ähm jedenfalls wollte ich mal verschiedenes klar stellen wirklich? und was? ach weißt du vor vor ein paar wochen da wurden gewisse dinge über dich gesagt die ich wollte dir nur sagen dass das ähm charlies einfall war das wusste ich ja ich hab bloß mitgemacht weil er naja der ältere Bruder ist und vielleicht betrunken war ich bin nur froh dass ich wenigstens einem meiner Söhne wichtig bin ja ich hab dich lieb mani mami dich auch und jetzt verzieh dich philip und roger kommen gleich oh ok oh sieh mal an da sind sie ja philip roger und und chang puh keine kein foto von mir oder 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 jake aber schatz ich bitte euch schon seit jahren um ein vernünftiges foto ich hab nur ein altes schulfoto von jake bekommen auf dem er offensichtlich an seinem hemd lutscht ach ja an dem tag gab's spaghetti in der schule oh hey weißt du was ich hab eine idee wir sollten ein nettes familienfoto von uns zusammen machen was für ein netter einfall gut ich sorg dafür wunderbar ok mach's gut bis dann ähm sagte ich schon dass ich dich lieb hab mami ja aber ich könnte es immer wieder hören oh gut wenn das so ist ich hab dich lieb mami ich hätte während der schwangerschaft nicht mehr trinken dürfen hallo 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 ich hab eben gesehen da ist ja ein fotograf in unserem wohnzimmer oh ja wir machen ein familienfoto ein familienfoto hm wäre es unhöflich wenn ich dich auf einen haken an deinem plan hinweise ich dachte du willst nicht stimmt also nur du und der kleine lord kratz und schnüffel hey wenn du nicht daran schnüffelst weißt du nicht was es ist ähm eigentlich wird es ein foto von mir jake und äh mom 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 wer sie sagte sie hätte kein gutes foto von uns augenblick mal wann hast du mit mom gesprochen ähm sie hat angerufen du hast dich hinter meinem rücken bei ihr eingeschleimt stimmt's charlie du hast ja keine ahnung wie verrückt sich das anhört ich weiß nur eins nach allem was passiert ist würde ich niemals mit dir reden ohne dich vorher zu fragen ach nein wofür hältst du mich ich würde lieber meinen arm abhacken als mit mom zu telefonieren und meinen eigenen bruder zu hintergehen würde ich auch deshalb gehe ich ja für uns beide in die schusslinie na dann danke du musst mir nicht danken ich bin dein bruder hallo scherz hallo scherz hallo scherz schenarios hallo scherz mother du wolltest doch ein familienfoto sie gehören zur familie bis wir haben bett was ist mit dem foto machen den abzug fürs portemonnaie ich finde es entzückend was du anhast richtig ja aber was war das am anfang für ein müll eine einleitung habe ich selbst komponiert ja nichts für ungut aber smoke on the water fängt nicht mit müll on the water tut mir leid okay noch mal von anfang an one two three four die verabredung zum spielen war eine gute idee ja wir werden sehen was oma von ihrem wunderkind hält wenn es ihr das alphabet vorholzt helfen sie mir doch ich brauche den todeszeitpunkt tut mir leid aber was genaueres kann ich erst sagen wenn ich sie auf dem tisch habe lieutenant aber aufgrund der hypostatischen blässe und des graz der toten starre hat unser cheerleader sein pompon piercing etwa zur halbzeit bekommen echt echt noch irgendwas der täter war linkshänder die klinge einschneidig multiple stichverletzungen und defensives trauma und wie finden wir den psychopathen ja wir werden wie unser killer erstmal im dunkeln stochern müssen das ist alles und denkt ihr ich werde besetzt naja ich würde dir die brillante forensische detektivin sofort abkaufen danke aber ich glaube das wort heißt fornetisch wie findest du es charlie unglaublich ich meine nicht zu beschreiben lieb von mir ich meine ich glaube es einfach nicht wir haben verstanden charlie wie habt ihr das mit der brille gefunden auf gebildet ab ich bin völlig sprachlos und wann sehen wir dich im fernsehen zuerst muss ich die rolle kriegen man soll das pferd nicht vom schwanz aufschäumen aufzäumen bitte fang nicht schon wieder mit den schweinereien an ellern und wie heißt die serie steif 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 ja steif wie leichen oh stimmt genau ich weiß was du gedacht hast also ich gehe dann mal das vorsprechen ist um vier und ich muss mir noch bräunung spray aufsprühen lassen na dann viel glück das hat doch nichts mit glück zu tun ellen du musst nur stillstehen und augen und mund geschlossen halten weil nicht mehr nicht mehr vergessen wir das vorsprechen danke und danke dass du mir deine chiropraktika kittel geliehen hast damit fühle ich mich wie eine echte ärztin erland trägt ihn auch deshalb also dann sagt mir dies lief mache ich übrigens sind die scheidungspapiere bei die angekommen nicht gut aber mein anwalt hat mich beruhigt ist dann du musst sie unterschreiben candy hey wozu die eile wenn sie ein berühmter filmstar wird und ihr seid noch verheiratet muss sie dir unterhalt zahlen ja und wenn mir schweine aus dem hintern fliegen haben wir bis an unser lebensende kostenlosen schinken den schinken würde ich glaube ich nicht essen kann da mal jemand aufmachen ja was machst du denn da musste aufhängen konntest du dafür denn kein klebeband nehmen das hält nicht so gut vor allem die da wer ist denn das raven sie ist nordamerikameisterin im frauenwrestling aha eingeölt und bereit zum wrestling das finde ich verdammt nicht witzig wiesel flink diese kinder was ist mit deinen harry potter postern ich bin doch kein kind mehr dad du musst doch kein kind sein um harry potter zu mögen ich schenk's dir wenn du willst oh harry du hast ja harry ganz zerknüllt weißt du noch wie wir es gekauft haben nein ach komm schon wir haben um mitternacht schlange gestanden vor der buchhandlung weil wir eine der ersten ausgaben haben wollten du warst das harry verkleidet und ich als dumbledore weiß ich nicht mehr dad klar doch du hast witz über einen jungen gemacht weil der nur einen mob hat und keinen besen und der fing an zu weinen und sein vater hat mich verhauen nein naja du hattest ja nicht die gebrochene rippe jedenfalls was hat dich denn veranlasst solche poster aufzuhängen keine ahnung ich stehe auf autos und wrestling und anscheinend auch auf nasse t-shirts oh ist mir gar nicht aufgefallen dass es nass ist ha 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 jake macht sich's nett ja stimmt auffallend oh raven die sind übrigens falsch charlie das darf er doch wohl wissen ich bin froh dass der kleine kerl mich hat und augenblick mal stecken da nägel in meiner wand hast du völlig den verstand verloren nein nein ist das deine antwort nein ja charlie charlie komm komm darf denn das wahr sein das sind zimmermanns nägel ich spachtel sie zu das ist kein betonfries das ist stuck so verspachtelt man nicht einfach zu ich weiß ich bring's wieder in ordnung lassen wir ihn allein warte 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 den hammer kann ich ihm wenigstens abnehmen nein jake sieh daddy an sieh her zu daddy sieh zu daddy sieh zu daddy ja braver Junge war er nicht wirklich zum küssen ja hey zeig nochmal judith beim stillen das war wirklich zum küssen ganz besonders die stelle mit dem seitenwechsel das baby fehlt mir es kommt mir vor wie gestern da hielt ich ihn noch auf einem arm er war nicht mehr als acht oder neun pfund schwer so viel kackt er heute wo ist die zeit geblieben ich meine seine kinder ist fast vorbei und ich würde gern noch so viel mit ihm unternehmen zum beispiel na du weißt schon vater sohn dinge ich meine bald spielen wir nicht mehr ball oder fahren gemeinsam fahrrad ist dir klar dass ich noch nie mit ihm fischen oder campen oder jagen war kannst du denn fischen oder campen oder jagen darum geht's nicht ich dachte gemeinsam würden wir es schon lernen hört sich gut an du und der knallkopf wie euch abwechselnd in den hintern schießt ok es geht gar nicht so sehr ums jagen per se per se so spricht ein naturbursche es geht um die bindung bevor du dich versiehst will er keine einzige minute mehr mit dir verbringen es sei denn du hättest ne busen und ne harley hör zu es hilft doch nichts wenn man deshalb jammert wenn du mit gonzo gurkenheimer in die wälder willst dann ab in die wälder mein leben ist doch für dich wie ein einziger witz eigentlich mehr wie ein limmerick da war mal ein weichei wie allen der wollte ein zelt aufstellen kennst du ein wort das sich auf blicken reim und charlie wo sind denn frau und kind die sind campen wegen ihrer vaterssohnbindung und er sah auf den türgriff des wagens und plötzlich steckte da ein haken drin ein haken ich verstehe kein wort ich hab was vergessen ok der typ der aus dem irrenhaus entflohen war hatte die hand bei irgendeinem arbeitsunfall verloren jedenfalls bekam er dafür einen scharfen metallhaken und besagte haken fand sich jetzt am zuvor erwähnten türgriff ich hab seit drei geburtstagen über 117 dollar an büchergutscheinen gesammelt die gehören hier wenn wir jetzt endlich nach hause fahren nein nein wir haben doch unseren spaß hier hey warte warte wir singen ein lied auf meinen spagetti da lag ein fleischkloß komm schon das hätte doch immer gefallen mein tisch nach bar nieste und der fleischkloß flog los er flog auf die straße und es machte laut klatsch sing mit ein auto rollt drüber und der fleischkloß war matsch ach komm schon es war ein abenteuer dad ja partner du kannst mich mal du wirst sehen der tag wird kommen da erinnern wir zwei uns an dieses wochenende und lachen und lachen ich sag dir nicht der tag wird bald kommen hey komm schon ich dachte du magst nasse t-shirts hey hey sag kein wort komm allen wir beide wissen dass ich das nicht kann was willst du hören dass es eine blöde idee war okay es war eine blöde idee alles was uns verbunden hat war der ärger darüber dass wir ihn eine kaffeedose machen mussten der duft von freiheit und abenteuer was entschuldigung entschuldigung wo ist jake wieder zurück bei seinen feuchten bräuten tja ich kann es ihm nicht verdenken in deren feuchten zelten würde ich auch gerne übernachten hör zu ellen ehrlich es tut mir leid dass es nicht gut lief du hast das beste gewollt danke also ich hab den limmerick fertig willst du ihn hören zu früh du verstehst gar nicht wie es ist wenn man der 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 beste freund eines jungen ist jemand zu dem er aufsieht und und eines tages wachst du auf und der einzige mensch zu dem er aufsieht ist voller babyöl und an die decke genagelt sei nicht so undankbar er hätte da oben alles mögliche aufhängen können ja kann sein zum beispiel das moskauer ballett klar nur trotzdem habe ich immer noch das gefühl einer inneren leere als wäre ein lebensabschnitt zu ende na und du kannst dich doch noch auf so vieles freuen du meinst abgesehen von arbeit einsamkeit und tod aber ja doch auf gedächtnisverlust impotenz erwachsenenwindeln du hast nur noch mich kumpel das ist wahr meine frauen sind weg mein sohn ist groß aber dich werde ich immer haben meinen bruder auf ewig ok eben war es noch witzig aber das war gemein mein und wann kommt er wieder dann sagen sie ihm ich hab angerufen schon wieder was ist das für ein agent er ruft nie an er ruft nie zurück wenn ich anrufe es tut mir fast leid dass er mich abgefühlt hat tja das ist show business das hat er auch gesagt hör zu candy ich hab wirklich gedacht die mögen mich bei dem vorsprechen ich hab's dreimal spielen dürfen und dann die frei übungen es ist eine action serie allen die wollten sehen ob ich fit bin candy hör zu ich wollte gern was mit dir besprechen wenn es um die scheidungspapiere geht ich hab noch nicht unterschrieben nein deshalb bin ich nicht hergekommen weißt du noch warum wir uns getrennt haben du meinst den großen grund oder die vielen kleinen ich meine den großen es gab nämlich viele kleine gründe allen ich weiß zum beispiel wie deine zehennägel wachsen und deine ohrenhaare und deine nasenhaare ich verstehe und das eine lange haar auf deinem rücken okay vergiss die kleinen gründe rede von den großen ja ich wollte ein baby und du nicht stimmt nur was würdest du sagen wenn ich dir sage dass ich mir es anders überlegt habe wirklich ja ich hab gedacht jake ist fast erwachsen und dass ich gerne weiter vater wäre dann willst du also ein baby ja genau ein neuanfang ein neues kapitel wow das wäre ein großer schritt für mich ja ich ich weiß ich weiß wenn du es dir überlegen willst machen wir ein baby einfach so wollen wir das nicht erstmal besprechen wir haben während unserer ganzen ehe praktisch über nichts anderes gesprochen baby baby zehennägel baby ohrenhaare baby wie uhren funktionieren baby dann willst du willst du es wirklich machen was machen siehst du wenn du klebeband nimmst ist es viel leichter neue poster aufzuhängen wenn dir die alten nicht mehr gefallen schätze das wird nie passieren glaub mir es dauert eine weile und diese wunderschönen augen werden dich verurteilen und verdammen ich verstehe kein wort ok vielleicht lags nur an mir jedenfalls hast du glück dass dein dad dich solche poster aufhängen lässt kann schon sein und deine mutter die doch nicht und was hast du bei ihr zu hause ein geheimstapel magazine nur eins playboy 1998 das weihnachtsheft gott segne you hefner nein kimberley mackadoo aus portland oregon geboren am 4. märz 79 vorlieben sonne und spitzbärte abneigungen krieg und besserwisser wer liebt frauen nicht die gegen krieg sind doch ein stück wand hey onkel charlie kannst du mir einen gefallen tun wenn es das ist woran ich denke nicht bevor du 18 bist und nicht in meinem haus was ähm nichts nichts was willst du kannst du dad dazu bringen dass er mit der vater so nummer auf hat die nervt die nervt findest du es nervt wenn du deinem vater so wichtig bist dass er an deinem leben teilhaben will ja na hör mal du musst verstehen was dein vater gerade durch macht was macht er denn durch ok es ist so dein vater ist in einem sehr schwierigen alter es verwirrt ihn und macht ihm angst wieso angst also erstens verändert sich sein körper wirklich da wachsen haare wo noch nie welche gewachsen sind ja da kannst du angst kriegen und dann die hormone sie gehen deinem vater aus hört sich übel an nein 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 das ist ganz normal wenn man alt wird ist das auch bei dir so nein 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 ich will nur darauf hinaus dass dass dein vater diese phase durchmacht und du geduld und verständnis für ihn haben sollst will er denn etwa wieder mit mir zelten womöglich nicht mehr in diesem leben aber vielleicht müsstest du mit ihm ball spielen oder sowas das werde ich noch schaffen braver junge also dann ich bin froh dass wir uns unterhalten haben ich muss auch hämmern hallo ladies ich bin harry potter müssen wir irgendwas besonderes machen nein 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 ganz normaler sex nur dass wir nicht in letzter minuten nach einem kondom fummeln ok aber die andere fummelei machen wir doch noch oder nennen wir es lieber vorspiel warte hallo die ist dran aha warten sie kurz hier wir sind geschieden ok da bin ich wieder was sagten sie wirklich ich hab die rolle danke danke sehr vielen dank danke 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 Alan ich hab die rolle oh oh ist ja wunderbar glückwunsch halt 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 steck das ding weg ich dachte wir oh bitte niemand will eine schwangere frenetische detektivin sehen hey können wir es vielleicht dann mit kondom machen hey dad spielen wir danach ball es ist doch dunkel ok hab's versucht helfen sie mir doc ich brauche den todeszeitpunkt für unseren kleinen cheerleader etwas genaues kann ich erst sagen lieutenant wenn ich sie auf dem tisch habe aber aufgrund der hypostatischen blässe und des graz der totenstarre hat unser chile wieder sein pompon piercing etwa zur halbzeit bekommen noch was der täter war linkshänder klinge einschneidig multiple stichverletzungen defensives trauma und wie finden wir jetzt diesen psychopathen tja wir werden wie unser killer erstmal im dunkeln stochern müssen unfassbar ja sie sind echt weißt du ich weiß ich war mit ihr verheiratet ach ja du alter hund wisst ihr was ich bin in meinem zimmer na und wann geht ihr angeln na 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 Manly man, 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 man! Hos! hallo oh hey julia ich war gerade auf dem weg zu dir soll ich was mitbringen sushi wein batterien warum soll ich nicht kommen denkst du wirklich dein psychiater kann am besten beurteilen mit wem du schlafen sollst klar kannst du einen besseren finden das geht mir auch so aber bis es soweit ist mache ich mich auf den weg zu dir okay okay jetzt halt mal die luft dann es gibt einen großen unterschied zwischen bedeutungslos und erniedrigend akzeptieren wir doch einfach dass wir uns nicht akzeptieren okay dann auch die ihren schönen lebensabend warum bestehen alle frauen darauf dass es ihnen gut geht hey warte charlie dieser moment ist wichtig und ich will ihn auskosten warum der aufstand ist doch nun unterhaltscheck ein unterhaltscheck das hier ist mein letzter unterhaltscheck ist denn nicht wundervoll ach genau judith heiratet dieses wochenende allerdings und weißt du was das heißt dass du hier ein paar mäuse beisteuern kannst der war gut nein das bedeutet ich krieg neue unterwäsche also wenn du mich jetzt entschuldigst ich hole jetzt meinen sohn ab und händige diesen letzten blut soll der ehemaligen mrs allen harper und baldigen mrs herr malnick aus gott möge ihm gnädig sein arme darf ich mitkommen du willst mitkommen warum nicht ich habe nichts vor hast wieder einen korb gekriegt langsam glaube ich die mädels haben alle denselben psychiater okay dann nimm deine kamera mit und mach einen schnappschuss wie judith der teufel ihren allen aus den klauen lässt ich habe sie in der tasche du trägst sie immer bei dir ich dachte ich hätte ein date sie nimmt auch videos auf 1 muss ich dir lassen charlie das mit dem kopf shop war eine klasse idee und das foto gibt eine klasse weihnachtskarte so komisch ist es auch wieder nicht das war ja eben zum fürchten die spanische inquisition war zum fürchten das hier ist die hölle was ist denn los kleines geplänkel vor der hochzeit so könnte man es nennen aber wir versüßen uns nur die hölle keine sorge sobald judith das weiße brautkleid an hat und anmutig auf den altar zu mir aber nichts weißes sie meint das macht sie dick das finde finde ich doch nett sie will auf der hochzeitsreise knackig und fit für dich aussehen du willst mir auch nur die hölle versüßen hör auf zu reden und ersticke mit einem kissen wenn du ihm helfen willst auch das noch hey da haben wir ja die braut die ist doch gar nicht dick na los geht ihr den check welchen check oh weißt du ich dachte wenn ich nun schon mal hier bin gebe ich dir zum letzten mal dein unterhaltscheck alles drauf was sollte denn das ist nur ein souvenir ich hole jetzt jake sie ist doch ganz cool machen wir noch eins mit dem großen schick nein vergiss mal über den großen schick ja weißt du ich habe da nur nicht was interessantes gelesen im durchschnitt leben verheiratete männer zehn jahre länger als allein lebende und wenn sie gar nicht wollen du und judith ihr wart füreinander geschaffen was ist denn dazwischen gekommen eine schwester du hast eine schwester auf charlie sie kam ein paar tage früher um bei der hochzeit zu helfen das war ein fehler wie sieht sie aus charlie sie hat doch kein psychiater oder charlie ich schwöre dir und wie findest du es soll ich tragen oder beim tierarzt auf würmer untersuchen lassen nein nein es sieht gut aus ach myra das ist der erste mann von judith allen na wie geht's haben sie ihre eigenen eier wieder da haben sie die von meinem bruder gekriegt myra die kastrationswitze werden langsam öde nicht bei mir daheim das ist allens bruder charlie ach ja der versoffene schmutzwink also das hat sie nicht von mir schon okay ist ein offenes geheimnis myra wo steckt denn schick zum teufel woher soll ich das wissen du solltest ihn doch für seinen vater fertig machen ja schon aber ich sollte auch diese seine stuhlprobe anprobieren perp sagt ihr das kleid wäre wunderschön perp sagt ihr die diätchen wirken bei ihrem verstand aber nicht bei ihrem arsch das reicht sie muss gehen ich kann doch nicht meine schwester rauswerfen er wirft schon den teufel aus der hölle hey charlie und ich wollten ins kino gehen mit jake wollten wir wollten wir myra würden sie mit uns kommen du hast nie was von kino gesagt ich wollte dich überraschen hey das ist ja ein toller einfall du gehst mit den beiden ins kino darf ich das hübsche kleid tragen los wirf sie raus herr hey das habe ich im gebüsch gefunden ich familienfilme hasse kaufst du ihn etwa nicht ab dass ein hund tatsächlich eishockey spielen kann naja jedenfalls nicht als flügelstürmer die minibar ist immer dabei nach dir gern vielen dank also du wohnst bei judith stimmt was sagt sie über mich wir sollten unter gar keinen umständen aus demselben becher trinken wenn es stimmt was sie sagt das netteste sein was sie je über mich gesagt hat ich verstehe einfach nicht was mein bruder in ihr sieht ja ich habe vor 15 jahren genau die gleiche frage gestellt kleiner tipp stellt sie nicht beim hochzeitstoast es gibt da was was ich gern von dir wissen will herbst sagt du wärst ein erfolgreicher jingle komponist während judith sagt du wärst ein talentloser versager der im vollsuff in einen geldtopf gefallen ist was willst du da noch wissen aber du hast mir etwas voraus ich weiß nicht warum judith dich hast schwer zu sagen vielleicht weil ich so unheimlich klug bin vielleicht weil ich unabhängig bin vielleicht weil ich mein bruder 1000 dollar geboten habe wenn er sie nicht heiratet das habe ich bei meinem bruder auch gemacht recht ja es war in wahrheit eine 1000 dollar nutte aber die absicht war die gleiche und was machst du so ich unterrichte wirtschaftswissenschaften hört sich vielleicht langweilig an aber abends verkleide ich mich als riesenspinne und jage verbrecher interessant hast du denn schon immer spinne werden wollen und dir das kostüm machen lassen oder hast du es gefunden und gesagt okay spinne willst du etwa die rote arachnide verarscht entschuldige entschuldige ich kann nur kaum glauben dass du herbst schwester bist der ist so trübselig ich wollte groß sagen aber trübselig geht auch auf hab den trübseligen auf die rote arachnide meine feinde lauern überall auch ja tut mir leid wir setzen uns in die lobby 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 und knallen uns die bürger zu wir sind jetzt da ha ja tu des haus der schmerzen funkstille sie könnte mithören wir sind jetzt da ha ja danke für den film alter hat hat ich bin nicht hin vielen dank alles in ordnung das weiß ich nie bevor ich nüchtern bin sie scheinen sich gern zu haben warum auch nicht ja nein ich meine sie stehen aufeinander oh nein jake dein onkel charlie steht nur auf eine ganz gewisse sorte frauen mom nennt sie schlampen so kann man es auch nennen danke das war schön ja fand ich auch wir sehen uns ja tut mir leid ich weiß nicht wieso ich das tue wen interessiert das ja tante myra ist eine schlampe ach komm schon judith dann hat er sie eben geküsst was ist dabei charlie verabschiedet sich immer so der eine winkt der andere schüttelt die hand mein bruder steckt anderen die zunge in den mund was habe ich verpasst die kennen doch dr melnig der typ den deine mom heiratet der hat eine schwester alles klar mit dir hat das nichts zu tun judith warte mal kurz jake hast du fertig gefrühstückt ja dann verschwinde gern bertha erzählt mir nachher alles richtig richtig judith das ist doch verrückt charlie würde mit myra nie was anfangen um die eins auszuwischen glaube ich woher soll ich denn wissen was er in ihr sieht und hat sie zwei beine wissen sie was sie verschwinden und schicken jake wieder rein okay okay also schön ich rede mit ihm woher soll ich das wissen ich sag ihm lass die pfoten von myra und dann sage ich dem regen er soll nicht fallen der erde sie soll sich nicht mehr drehen und dir auf mich zu nerven oh dafür werde ich bösen wissen sie was ihr problem ist telefon eier wie bitte wenn sie mit ihr telefonieren haben sie kegel kugeln im schritt sobald sie aufgelegt haben schrumpfen sie zu haselnüssen telefon eier gut zu wissen also was ist mit der schwester ich weiß nicht sie scheint überhaupt nicht sein typ zu sein sie hat keinen münzschlitz auf der stirn morgen morgen charlie wir müssen über myra reden ja das war glaube ich ein fehler wirklich sie ist ja ganz süß aber sie ist keine einfältigen lymphomanen ohne selbst achtung hoffentlich hat sie die küsserei nicht zu ernst genommen du bist also nicht weiter hinter ihr her nein 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 ich habe heute abend doch ein date mit einer hübschen sexsüchtigen deren therapeutin urlaub ist sowas nennen wir junggesellen ein fenster das sich nur einmal öffnet weißt du was charlie in der hölle gibt es für leute wie dich eine spezialabteilung gut ich hasse es nämlich schlange zu stehen da habe ich gedacht ja als wäschemodel könnte ich einen haufen geld verdienen aber wer nimmt mich danach noch ernst als regisseuse ich wünsche mir manchmal ich wäre nicht schön ich meine hässliche menschen haben es doch so leicht wie wahr und was ist mit dir schreibst du noch jingles nur am tag und abends verkleide ich mich als spinne und jage verbrecher ich hatte neulich auch ein date mit dem cop naja es war weniger ein date ich wollte nur ein strafzettel nicht bezahlen interessant okay da wären wir hoffentlich gibts hier frischen hummer das gefrorene zeug ist doch ekelhaft ich habe gesagt ich mache es und dann mache ich auch ich bringe nur den müll weg du bringst den müll weg habe ich auch gerade gemacht und die tür des der sperrangel was hast du denn hier zu suchen eine gute frage die sache ist die hey charlie hi myra nein nein das verbiete ich nicht in meinem haus was für dich denn in die sackgasse der verdammten nur ein zufall wie nett komm rein danke ich sagte nein hört denn jemand hier auf mich ich höre doch auf dich sie selbst ich habe ehrlich nicht erwartet dich wiederzusehen ach ich hatte nichts weiter vor und da habe ich nein ellen du hörst mir zu er ist gerade hier ich würde darüber nie witzel machen weiß ich nicht vielleicht hat er sein anderes date vermasselt damit wird die geschichte deutlich okay okay ich habe eine erklärung nein doch nicht versuch es doch weißt du ich war mit einer frau zusammen und da wurde mir klar dass ich lieber mit jemandem zusammen bin mit dem es mir auch spaß macht zusammen zu sein vergiss es ellen du bist zu nichts zu gebrauchen tu doch was herb hey ich glaube ich gehe jetzt ein eis essen wie wärs will jemand mitkommen charlie wann hattest du letztes mal eine tüte mit liebesperlen schon gut herb du das kann sich entspannen ich nehme mir ein hotelzimmer myra das musst du doch nicht tun muss sie doch hey sie ist meine schwester und kann bleiben solange sie will ich weiß es zu schätzen ich hole nur schnell meine sachen warte 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 du musst nicht ins hotel ich habe viel platz bei mir zu hause das glaube ich dir aufs wort nein 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 keine hintergedanken wirklich wirklich ich will dir keine umstände machen machst keine umstände ich habe ein großes haus mit viel platz für uns alle bist du sicher 100 prozent also dann bin gleich soweit willst du auch mitkommen bist du verrückt wenn myra weg ist wird das meine glücksnacht wirklich ich glaube sie ist ganz schön sauer sie ist besser wenn sie sauer ist schnucki ich komme das ist doch ätzend es ist nur für ein paar tage bis zur hochzeit ja aber warum muss sie in meinem zimmer schlafen weil weiß nicht du bist das kind aber das ist unfair wir werden es überleben oh mein gott das ist ja ekelhaft ja du wirst es überleben schlaf jetzt hast du die zähne geputzt da hätte ich bin im tiefschlaf los putz dir die zähne gilt nicht ich habe meine zahnbürste vergessen dann geh sie holen oh man ich bin hier wohl für alles verantwortlich tante myra ich brauche meine zahnbürste tante myra 었습니다 dort kap can oportunidad wird und das sagen du hier sage ja hier Hi. Alles okay? Alles in Ordnung. Ich wollte nur ein bisschen quatschen. Oh, okay. Ich kann gehen, wenn du willst. Nein, 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 schon in Ordnung. Und? Was gibt's? Wir haben noch gar nicht über den Kuss letzter Nacht geredet. Richtig, richtig. Das ist sonst gar nicht meine Art. Ach nein, da habe ich anderes gehört. Lass es mich erklären. Für mich ist ein Kuss das Vorspiel zum Sex. Aber letzte Nacht habe ich nicht mal an Sex gedacht. Ich bin gerührt. Welche Frau hört das nicht gern? Nein, nein, nein. Nein, lass mich ausreden. Ich habe dich geküsst, weil ich dich wirklich mochte. Und ich wollte damit ausdrücken, dass ich dich wirklich mochte. Mir klopft das Herz bis zum Hals. Also, Myra, ich bin den weiten Weg bis zum Haus von Judas gefahren. Und weißt du, was im Haus von Judas ist? Judas! Das war sehr tapfer von dir. Nein, das war nicht tapfer. Das war... Ehrlich gesagt, ich... Ich weiß nicht, was es war. Und ich bin mir nicht sicher, was wir hier machen. Was willst du denn machen? Reden wir mal nicht von mir. Was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Ach, du hast zuerst geküsst. Was war der Grund? Ich war getrunken. Wirklich? Ach, komm schon, du Blödmann. Ich sitze mitten in deinem Bett und habe meine schärfsten Dessous an. Also gut, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt tun muss. Charlie? Ja? Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber ich bin noch Jungfrau. Echt? Mann, du solltest aufhören, mit dummen Gänsen zu schlafen. Das färbt ab, weißt du? Wieso darf ich nicht in meinem Bett schlafen? Tante Myra liegt nicht drin. Wird sie sich ja bald. Sie holt sich bestimmt was aus der Küche. Das ist nicht die Küche. Mann, 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 Männ, Legen, Mann, Männ, 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 Männ. Neulich bei Two in the Half Men. Du und Judith, ihr wart füreinander geschaffen. Was ist denn dazwischen gekommen? Meine Schwester. Du hast eine Schwester? Schon gut, Herb. Judith kann sich entspannen. Ich nehme mir ein Hotelzimmer. Myra, das musst du doch nicht tun. Muss sie doch. Warte, 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 warte. Du musst nicht ins Hotel. Ich habe viel Platz bei mir zu Hause. Das glaube ich dir aufs Wort. Keine Hintergedanken. Wieso darf ich nicht in meinem Bett schlafen? Tante Myra liegt nicht drin. Wird sie sicher bald? Sie holt sich bestimmt was aus der Küche. Das ist nicht die Küche. Hast du vor, dir den Arm abzubeißen? Was? Nein, nein, nein. Warum sollte ich denn? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du nicht mehr scharf auf mich bist und dir eingefallen ist, dass ich übers Wochenende hier wohne. Wow, was alles siehst du in den Zuckungen meiner Schultermuskeln? Ich habe auch solche Muskeln, Charlie. Okay, gut zu wissen. Um ehrlich zu sein, ich hatte einen Moment lang einen Panikreflex, aber jetzt bin ich froh, dass du bei mir bist. Du scheinst überrascht zu sein. Überrascht trifft die Sache nicht mal annähernd. Normalerweise denke ich mir zu diesem Zeitpunkt schon die passende Fluchtstrategie aus. Zum Beispiel? Naja, es würde davon abhängen, ob ich dich nur für heute loswerden will oder für immer. Sagen wir für heute. Okay, heute müsste ich wegen eines kleinen Ausschlags zu meinem Hautarzt. Oh, sehr gut. Und was ist mit für immer? Es war gar kein Ausschlag und sie lassen mich nicht mehr heim. Beeindruckend. Danke. In sowas bin ich ein Genie. Vielleicht auch in noch was. Und das wäre... Oh, richtig. Im Klavierspielen. Ich habe nachgesehen. In meinem Bett hat die ganze Nacht keiner geschlafen. Wo jemand geschlafen hat, geht sich nichts an. Wenn es mich nichts angeht, wer in meinem Bett geschlafen hat, was geht mich dann was an? Lass gut sein, Schneewittchen. Morgen. Morgen. Und wie oft musst du denn aufstehen und Pipi machen? Ich zähle nicht mit. Ich schon. Viermal. Einmal habe ich ein Glas Wasser geholt. Das ist dein Problem. Hör auf, immer nachzufüllen. Was ist denn los? Ich habe in seinem Bett schlafen müssen, weil Onkel Charlie Tante Myra eingeladen hat, in meinem Bett zu schlafen. Aber sie... Alles klar. Finden Sie das fair? Nichts im Leben von deinem Onkel Charlie ist fair, Kleiner. Beeil dich mit dem Essen. Du musst noch ein Smoking anprobieren. Warum muss ich so ein Ding anziehen? Weil du bei der Hochzeitsfeier deiner Mutter dabei bist. Warum muss ich bei der Feier dabei sein? Weil deine Mutter dich noch wie niedlich hält. Morgen. Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Nein. Und Charlie, wo ist der Hausgast, von dem ich gehört habe? Ähm, weiß nicht. Sie wird wohl immer noch in Jakes Zimmer schlafen. Oh, bitte. Lüg nicht so scheinheilig. Was? Wir wissen es, Charlie. Vergiss es. Ihr wisst es? Wir wissen es. Wenn es so ist, ich hab gut geschlafen. Bestimmt, weil Tante Myra nachts nicht pinkeln geht. Kann ich dich unter vier Augen sprechen? Na hör mal, was ist schon dabei? Ich hab mir gerade die Zähne geflanst und schon sitzt sie da, mitten auf meinem Bett und... Er soll das nicht hören. Na schön. Als hätte ich letzte Nacht nicht schon genug gehört. Okay. Zu Anfang will ich dir sagen, ich bewundere, wie geschmackvoll du dein Leben meisterst. Danke. Unter diesem Aspekt hast du völlig den Verstand verloren. Wie bitte? Du konntest dich einfach nicht zurückhalten. Sobald ein Weibchen im Haus ist, muss es bestiegen werden. Nein, so ist es ganz und gar nicht. Und warum interessiert dich das? Warum? Du fragst mich, warum? Verzeihung, unwichtig. Ich verrate dir, warum. Weil ich jedes Mal, wenn du über eine Frau herfällst, mit der ich auch nur im Entferntesten zu tun habe, der Angeschmierte bin. Aber das ist doch lächerlich. Du findest das lächerlich? Na schön, na schön. Äh, sehen wir ins Tagebuch. Du hast mit der Schwester von Judith geschlafen. Von mir aus. Auf meiner Hochzeitsfeier. War eben kein gutes Timing. Du hattest am Tag meiner Hochzeit mehr Sex als ich. Das war aber nicht meine Schuld. Okay, okay. Gehen wir weiter. Als Judith sich von mir scheiden ließ, wer hat da meine Anwältin verführt und dann aber wieder sitzen lassen, sodass sie wegen dir an mir Rache geübt hat? Halt mal die Luft an, das war eine Verrückte. Ich habe alles verloren. Seien wir ehrlich, allzu viel hattest du nicht zu verlieren. Und jetzt, da Judith endlich wieder heiratet und ich das Licht sehe am Ende des Unterhaltstunnels, da sagst du dir, Hey, wie wäre es, wenn ich ihre neue Schwägerin bespringe? Das ist doch ganz anders dazu gekommen. Das ist mir scheißegal. Es kommt darauf an, wie es endet und es wird böse für mich enden. Und wie? Erklär mir mal wie. Das weiß ich noch nicht. Das macht es ja immer so spannend. Weil ich noch nicht weiß, wie dein Penis mir ein Bein stellen wird. Alan, das musst du mir abkaufen. Ich hab Myra gern. Es ist diesmal was anderes. Oh, du hast sie doch alle immer gern. Und dann aber nicht mehr. Und wenn du von dem armen Mädchen die Nase voll hast, was passiert? Morgen. Hab ich vielleicht gut geschlafen? Das Bett von Jake ist wirklich unheimlich bequem. Streng dich nicht an, er weiß es. Hab ich vielleicht gut geschlafen? Charlie ist ein toller Liebhaber. Oh, das wird böse enden. Warum kriege ich nicht den blauen Smoking? Du gehst zur Hochzeit deiner Mutter und moderierst keine mexikanische Gameshow. Und das von einem erwachsenen Mann in eine grüne Polohemd. Dort kommen alle Männer im schwarzen Smoking hin. Wenn alle Männer von der Brücke springen, willst du das dann auch von mir? Wenn ich dann deiner Mutter loswerde, ja. Ich hole die Jackett. Danke. Das wird ein großer Tag für deine Mutter. Du solltest mitspielen, damit sie stolz auf dich ist. Ich bin doch ihr Sohn. Sie muss stolz auf mich sein. Was du nicht sagst. Kennst du zufällig meine Mutter? Oh ja. Ich will dir mal was erklären. Eine Frau erinnert sich bis an ihr Lebensende an ihren Hochzeitstag. Und wenn du den vermasselst, verzeiht sie dir das nie. Selbst wenn dein Bruder daran schuld war und du hättest es nur verhindern können, indem du ihn ankettest. Keine Sorge, Dad. Ich mach das schon. Danke. Ich hab doch keinen Bruder. Hey, wir haben noch gar nicht darüber geredet, was das alles, was das bedeuten soll. Was, was bedeutet? Na eben, die großen Veränderungen. Es sind doch nur ein paar Haare, Dad. Alles halb so wild. Nicht, nicht diese Veränderungen. Ich meine, die Hochzeit. Du wirst, du wirst einen Stiefvater kriegen. Und? Und willst du vielleicht über irgendwas reden? Hast du eine Frage? Nur eine. Ja, Partner? Wieso krieg ich nicht den blauen Smoking? Jake, dein Abendessen wird kalt. Und? Was habt ihr unternommen? Wir waren auf der Universal Studios Tour und dann hat Charlie mich ins Wachsmuseum mitgenommen. Soll das ein Witz sein? Ich dachte, du hast die Touristentouren. Wer sagt denn sowas? Immer wenn ich dich darum bitte, mit mir sowas anzusehen, sagst du, ich hasse diese Touristentouren. Das hier ist was anderes. Wieso? Mit ihr bin ich gerne zusammen, Alan. Ich bin zum ersten Mal in L.A. und da will ich alle Touristensachen unternehmen. Morgen fahren wir zusammen durch den Berufsverkehr und zeigen anderen Fahrern den Finger. Guten Abend. Warum ziehst du das denn an? Weil du sagst, ich sehe gut da drin aus. Ja schon, aber ich will nicht, dass du es vor Mams Hochzeit verhunzt. Ich werde es schon nicht verhunzen. Komm schon, Alan, damit bringt ihr ein bisschen Glanz in unsere Hütte. Sir, ich bedanke mich. Weil wir gerade von der Hochzeit reden, würdest du mir einen Gefallen tun, Charlie? Klar. Ich muss dort nun mal hin und ich denke, ich könnte nur dann ein wenig Spaß haben, wenn du mich zur Hochzeit begleiten würdest. Du willst mich als Begleiter auf der Hochzeit von Judas? Ja, ja. Wir lachen uns schlapp. Wie findest du das? Ich lache mich jetzt schon schlapp. Oh oh. Oh oh. Tja, das tut mir leid, mein lieber Bruder. Sagt Judith, wenn sie mich in dieser Pest von braunem Seidenkleid als Brautjungen verwildern will, will ich mir aber auch meinen Begleiter aussuchen dürfen und ich will nun mal Charlie. Ja, bis dann. Na also, kein Problem. Hi, Judith. Ein Problem. Hier, ihr Anzug. Danke, Börter. Die Reinigung hat 46 Dollar und ein Kondom in der Brusttasche gefunden. Hier, das Kondom. Nochmal, danke. Darf ich Ihnen einen kostenlosen Rat geben? Kostenlos? Sie sind bei mir mit 46 in der Kreide. Was sagen Sie immer, wenn Sie mit einem Ihrer Betthäschen auf eine Hochzeit gehen sollen? Das hier ist anders, Börter. Sie sagen, und ich zitiere, lieber zünde ich mich an und renn brennend durch eine Dynamitfabrik. Ach, das war doch nur so eine Redewendung. Kommen Sie, Charlie. Was haben Sie mit dem Mädchen vor? Wie meinen Sie das? Ich meine, die Kleine ist nett. Sie werden ihr das Herz brechen. Das wissen Sie doch gar nicht. Ich kenne Sie. Myra ist keiner von Ihren weiblichen Einmalwaschlappen, die Sie wegwerfen können, wenn Sie Ihren Lappen gewaschen haben. Ja, ja, Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden, Börter. Diese Beziehung beruht nämlich nicht auf Sex. Sie beruht nicht auf Sex? Aber nur, wenn sie Börben schwitzt und 100-Dollar-Noten furzt. Was soll sie denn sonst zusammenhalten? Oh, verdammt! Nein, Judith, du hörst mir zu. Wenn Myra Charlie zur Hochzeit mitnehmen will, darf sie das entscheiden. Nein, ich werde nichts dagegen machen. Du wirst einfach damit leben müssen. Auf Wiedersehen! Ich habe es mir überlegt, ich komme nicht mehr zur Hochzeit. Oh, Gott sei Dank! Judith, gute Neuigkeiten. Ich habe es ihm ausgeredet. Hey. Hey. Was machst du da? Tests korrigieren. Zehnte Klasse, Volkswirtschaftslehre? Aha. Frag mich was. Okay, Funktionen und Implikationen monetärer Politik sind... Lassen wir das. Willst du eine Unterstufenfrage? Ich wüsste nicht mal die Antwort auf eine Kindergartenfrage. Hörst du, es geht um die Hochzeit. Ich glaube, ich sollte da nicht hingehen. Okay. Ich finde, wir sollten die Dinge vielleicht ein bisschen langsamer angehen. Welche Dinge? Na ja, die Dinge... Ich meine, du kennst mich nicht besonders gut und ich habe Angst, dass ich dich vielleicht unabsichtlich verletze. Da mach dir mal keine Sorgen. Okay, wie du meinst. Worüber soll ich mir keine Sorgen machen? Dass du mich verletzt. Genau. Und warum soll ich mir keine Sorgen machen? Ich bin schon groß, Charlie. Vielleicht bin ich sogar erwachsen. Ich will mit dir zur Hochzeit gehen. Ich werde Jake rechtzeitig abliefern, keine Sorge. Aber das mache ich doch gern. Viel Glück für dich und hab... Bis dann. Ich gehe zur Hochzeit. Ist das Kerzenwachs? Wieso ist denn Kerzenwachs auf deinem Hosenboden? Keine Ahnung. Ach nein? Okay, vielleicht habe ich ein paar Furze angezündet. Ich bin fertig. Myra ist fertig. Ist er fertig? Sieht er so aus? Na ja, er hat keine Hosen an. Da ist er für alles Mögliche fertig. Fahrt ihr schon vor? Ich bring ihn dann nach. Okay. Was ist das denn? Pudding! Du zuerst. Weißt du was? Mir ist gerade was aufgefallen. Ich mache bei den Hochzeiten von Judith immer das Gleiche. Was für ein Zufall. Bei Herbs Hochzeiten geht es mir genauso. Ach. Okay. Was ist mit Beerdigung? Kannst du einen Dreier im Leichenwagen überbieten? Nein. Da musst du erst drüber nachdenken. Das ist eine Grauzone. Ich habe euch überall gesucht. Wo wart ihr denn? Wir hatten Sex in der Garderobe. Haha, guter Witz. Eine Trauzeugin von mir hat eine Lebensmittelvergiftung. Deshalb musst du mit Uncle Fred zum Altar gehen. Uncle Fred? Ist denn kein anderer Mann übrig? Cousine Trudy. Sie ist kurz vor einer Geschlechtsumwandlung. Aber ihr Smoking sieht gut aus. Ich kann doch auch mit Charlie zum Altar gehen. Moment, Moment, Moment. Ich bin nur ein unschuldiger Zuschauer bei dieser Veranstaltung. Aber bedenk mal das Gesicht von Judith, wenn du vor dem Altar aufkreuzt. Ich mache es. Oh Gott. Herb. Herb. Oh, hi. Danke, dass du ihn gebracht hast. Gut siehst du aus, Jake. Ich weiß, das liegt an der Kleidung. Also dann, ich gratuliere. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Danke, Alan. Mach nicht dieselben Fehler wie ich. Nein, sie hat sie für mich aufgeschrieben. Gut. Also dann, Partner. Viel Spaß. Okay. Der Smoking ist nur geliehen. Pass auf. Verzeihen Sie. Sind Sie nicht Judith's Ex-Mann? Ja, ich habe gerade unseren Sohn abgeliefert. Kennen wir uns? Oh nein, nicht wirklich. Herb und ich waren verlobt, bevor er mit Judith deshalb... Und Sie kommen zu seiner Hochzeit? Ja, wir sind noch befreundet. Oh, wie, wie, wie kalifornisch von Ihnen. Tja, ich wünsche ihm nur das Beste. Wissen Sie. Auf den ersten Blick muss ich feststellen, dass Judith nicht gerade einen guten Tausch gemacht hat. Oh, danke. Und nach meinem ersten Eindruck von Ihnen ist Herb mit Judith nicht unbedingt ein Upgrade gelungen. Oh, Mann. Nettes Kleid. Leck mich. Okay, vielleicht in der Garderobe. Kannst du mich nach dem Empfang zum Flughafen bringen? Du fliegst heute Nacht nach Hause? Ja. Ich dachte, wir hätten hier was laufen. Ja, und jetzt fliege ich heim. Okay. Vielleicht komme ich dich mal besuchen. Ich glaube, mein Freund wäre da nicht einverstanden. Du hast einen Freund? Verlobter treffe da eher zu. Was, du willst heiraten? Ja. Wieso hast du mir nichts von deiner Verlobung erzählt? Ich hab's etwas peinlich gefunden. Peinlich? 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 Nehmen Sie bitte Platz. Wir sollten das wirklich nicht tun. Warum? Die haben uns das Herz gebrochen. Schon, aber ich bin drüber weg. Ich mitnichten. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Vielleicht gehen wir erst mal einen Kaffee trinken oder zusammen ins Kino. Alan, das hier läuft mit Ihnen oder ohne Sie. Ohne mich? Wie soll denn das gehen? Keiner sollte leichtfertig in den Stand der Ehe treten. Deshalb halten wir für einen Augenblick inne und denken daran, wie ernsthaft dieses Bekenntnis ist. Oh, Alan Hopper, du Tier! Ich konnte zu, der sich nur von dir trennen. Oh Gott, Alan Hopper, oh Gott! Nicht aufhören, Alan Hopper! Nicht aufhören, bitte! Hör nicht auf! Oh, Alan Hopper, endlich fühle ich mich wieder wie eine Frau! Ich bin Alan Hopper und habe keinen Sex! Nein! Hey, hey. Wie war die Feier? Ist nach der Trauung ein Abstieg gewesen. Aber vielleicht freut es dich, das zu hören. Deine kleine Einlage ist schon auf YouTube. Diese verdammten Kamera-Handys. Mom ist ziemlich sauer auf dich. Ja. Dann fängt sie ihre zweite Ehe eben genauso an wie ihre erste. Und? Du trinkst im Dunkeln? Als ich anfing, war es noch nicht dunkel. Hast du Myra zum Flughafen gefahren? Ja. Und weißt du was? Ich werde sie nie wiedersehen. Für sie war ich nur eine bedeutungslose Affäre. Das muss dieses Karma sein, von dem die Leute immer reden. Schon möglich. Kennst du das Gefühl, wenn jemand aus deinem Leben verschwunden ist und du merkst, dass dir dieser jemand fehlt? Ja. Ist mir doch egal. Hey, wisst ihr, was mich immer fröhlich macht? Würstchen im Schlafrock. Ich bin ein Mann. Du hast ja so recht, ich weiß genau, was du meinst. Warte, ich hol dir einen Aschenbecher. Oh, hey Charlie. Hey, wer ist denn da? Jemand aus meiner Selbsthilfegruppe für alleinerziehende Eltern. Ah ja, alleinstehende Mütter. Ich komme auch zu der Gruppe. Aber du hast kein Kind. Nehmen die das denn wirklich so ernst? In den Hundepark komme ich auch mit alleine und sage, das ist meiner da am Baum. Es ist aber eine Gruppe nur für alleinerziehende. Die haben aber ganz schöne Vorurteile, finde ich. Hey, Alan, darf ich dein Bad benutzen oder soll ich von der Terrasse pinkeln? Da den Flur runter. Oh, Greg, das ist mein Bruder Charlie, Charlie, Greg. Hey, hey, hübscher Schuppen. Danke. Sie ist ein bisschen maskulin für dich, oder? Greg ist Vater und geschieden. Er hat eine Tochter in Jacks Alter. Na, du wirst meine Verwirrung verstehen. Du denkst, ich gehe in die Selbsthilfegruppe, um Frauen aufzureißen? Ich denke, du gehst in die Selbsthilfegruppe, weil du ein Jammerlappen bist. Aber wenn du es schon machst, kannst du ja auch ein paar flachlegen. In dieser Gruppe geht es nicht um Sex. Oh, wärt erwachsen. Wenn erwachsene Männer und Frauen in einem Kirchenkeller auf Klappstühlen sitzen sollen, besteigen sie nicht die Stühle. Die Abgründe deiner Verkommenheit erschüttern mich immer wieder. Was? Immer noch? Und Charlie, nach dem Stapel der Wettprogramme neben dem Klo würde ich sagen, dass Sie auf Ponys wetten. Ich würde auch auf Hasen wetten, wenn Sie in den Lobby hätten. Gibt es zu dieser Reitpeitsche, die da an der Wand hängt, irgendeine Geschichte? Oh ja, das ist ein Andenk an ein wundervolles Wochenende in Louisville, Kentucky. Oh, Sie waren beim Derby? Nein, ich war am Hilton, am Flughafen. Und was ist mit Ihnen? Wetten Sie auch? Ja, nach den Unterhaltszahlungen sind das offengesagt meine größten Ausgaben. Ach so? Die Biester schlucken all ihr Geld, hm? Hey, dein Bruder ist echt witzig. Zu Anfang. Ich hole uns mal ein Bier. Charlie, brauchen Sie Zigarren? Ich würde auch Hasen rauchen, wenn Sie anblieben. Und? Geschiedener Vater, hm? Ja. Wie lange waren Sie verheiratet? 16 Jahre. Wow. Woran lag's? Frauen? Trinken? Spielen? Homosexuell. Oh. Ihre Frau? Nein. Ah. Und Sie wollten's nicht mit Trinken oder Spielen probieren? Wie steht's mit dir, Charlie? Warst du verheiratet? Machst du Witze? Mein Bruder ist eindeutig nicht für die Ehe geschaffen. Oh. Ein Kostverächter. Nein, nein. Ich verachte überhaupt nichts. Ich meine, nur Abwechslung ist die Würze des Lebens. Und was die Würze betrifft, manch einer mag Salz, manch einer mag Pfeffer, manch einer mag Salz und Pfeffer und ich mag Frauen. Geht mir auch so. Meine besten Freunde sind Frauen. Nein, 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 damit wir uns verstehen. Frauen gibt's nicht unter meinen Freunden. Oh, ich verstehe. Tust du nicht. Oh, verdammt. Verschieben wir das mit dem Bier. Ich muss los. Oh, oh, okay. Wir sehen uns am Sonntag. Ich freue mich drauf. War nett, dich kennenzulernen, Charlie. Vielleicht sehen wir uns mal beim Rennen. Das weiß man nie. Santa Anita oder Hollywood Park? Wo magst du's denn? Ich mag's überall. Glaube ich gern. Oh, ist der böse. Du glaubst gar nicht, wie. Also dann, bis Sonntag. Bis dann. Adios. Netter Kerl, hm? Ja. Ja, er ist super. Was weißt du von ihm? Oh, dass er ein erfolgreicher Architekt ist, seine Tochter spielt Fußball, er ist schwul, er hat ein Boot, er ging auf die Uni in Berkeley, er... Okay, nochmal zurück. Es ist ein Segelboot, mehr eine Schaluppe, er fährt, er fährt am Sonntag mit Jake und mit mir... Nein, nein, noch weiter zurück. Was? Dass er schwul ist? Wieso? Nur so, ich wollte nur auf dich aufpassen. Ich meine, will er mit dir segeln gehen oder will er mit dir segeln gehen? Er weiß doch, dass ich nicht schwul bin, Charlie. Bist du da sicher? Er wusste 16 Jahre selbst nicht, dass er schwul ist. Glaubst du, dass zwei Männer nicht miteinander befreundet sein können, wenn einer von ihnen schwul ist? Mit schwul hat das doch gar nichts zu tun. Nehmen wir mal an, er wäre hetero und du wärst eine sehr attraktive Frau. Könntet ihr dann nur Freunde sein? Wie attraktiv? Was? Ich meine, bin ich... Bin ich als Frau ein guter Kumpel oder bin ich mehr... Sowas wie ein scharfes Luder? Okay, okay. Nochmal von vorn. Nehmen wir an, du wärst ein Hetero. Und? Nichts und. Das war's. Börter, wie lange arbeiten Sie für mich? Definieren Sie arbeiten. Was für eine H-Kurbe nutze ich? Ich kündige. Ich benutze eine H-Kur zum Auswaschen und dann föhne ich mit einem Klacks Styling-Gel. Aber Sie haben mir eine H-Kur ohne Ausspülen gekauft. Warum kaufen Sie mir sowas? Ganz ehrlich? Bitte. Es gab dazu einen Lady-Rasierer. Börter, meine Haare sind mir sehr wichtig. Passen Sie auf, dass Sie nicht eine Korinthe zu viel kacken. Was hat das denn zu bedeuten? Das bedeutet, dass Sie sich nicht mal großzügig zeigen können, wenn Sie Ihre Verdauungsprodukte abführen wollen. Hey, hey, hey. Ich bin sehr großzügig. Ich möchte nur füllige Haare, ohne dass sie steif wirken. Okay. Während wir was zu essen machen, geht ihr erstmal ein bisschen nach draußen. Okay, komm mit, Sophie. Ist ja ein cooles Haus. Ja, mein Wochenendhaus. Ich habe noch eins im Valley. Sie scheinen sich gern zu haben. Oh, Jake ist völlig weg. Den Gesichtsausdruck kenne ich bei ihm sonst nur, wenn es bei uns Pfannkuchen gibt. Hey. Hi, Charlie. Hey. Wie war es denn beim Segeln? Oh, das Wetter war perfekt. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Ach ja? Ja, aus Kuba. Dazu kann ich dich bestimmt verführen. Nett von dir. Vielen Dank. Ist mir Vergnügen. Hast du irgendwas an deinen Haaren verändert? Sieht gut aus. Frag mich nicht nach Einzelheiten. Und? Wann hast du das mit deinem Dad rausgefunden? Was meinst du? Dass er schwul ist. Dad ist nicht schwul. Sicher? Mein Dad schon. Ach, echt? Ja. Du riechst nach Erdbeeren. Ist mein Lipglas. Cool. Schmeckt es denn auch, wie es riecht? Willst du es rausfinden? Klar. Können wir nicht lieber Fußball gucken anstatt Basketball? Bist du verrückt geworden? Sophie sagt, Fußball wäre der populärste Sport der Welt. Dann brauchen sie uns nicht als Zuschauer. Weißt du, was eine gute Idee wäre? Lipglas mit Leberwurstgeschmack. Deine Mutter kommt jeden Moment. Ich habe doch gesagt, mach dich fertig. Bin ich doch. Hausaufgaben gemacht? Nein. Jay, ich habe deiner Mutter versprochen, dass du sie machst. Nächstes Mal weißt du es besser. Jake scheint auf die Tochter deines schwulen Freundes zu stehen. Er ist nicht mein schwuler Freund. Wir sind befreundet. Befreundet, ja? Alan, wenn ein attraktiver, intelligenter, erfolgreicher Mann mit dir befreundet sein will, muss irgendwas faul sein. Entschuldige, aber wenn Greg ein gewisses Interesse an einem von uns hat, dann wohl an dir. Moment, 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 Moment. Wie soll ich das verstehen? Komm schon, Charlie. Du musst schon zugeben, du hast eine gewisse Wirkung auf Männer. Du meinst nicht Wirkung? Du meinst Wirkung. Und die habe ich nicht. Du bist 40, du warst nicht verheiratet, du spielst Klavier, du achtest peinlich auf dein Äußeres und... Hey, 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 ich habe eine Reitgärte im Bad, die noch nie ein Pferd gesehen hat. Du hast in deinem Bad auch zwei Sorten Feuchtigkeitscremes, diverse Haargels, Falkenstraffer, Puder, Duftwässerchen. Ich habe nur eine Feuchtigkeitscreme, die andere ist ein Sonnenblocker mit Feuchtigkeitscreme. Ach, der Sonnenblocker, richtig, richtig, den brauchst du ja, wenn du dich aus der Haustür lehnst, um die Zeitung zu holen. Morgens ist da draußen kein Fleckchen Schatten, Alan. Aha. Verzeihung, wenn ich nicht mit 50 aussehen will wie eine Trockenpflaume. Na schön, na schön, verlassen wir die Parfümerieabteilung für einen Augenblick. Und wenden uns den Menschen zu, die du anziehst. Okay, okay, du denkst an damals im House of Blues. Und da habe ich nicht ahnen können, dass die Frau ein Kerl war. Er war zwei Meter groß, mit Händen wie Bratpfannen. Ich war betrunken. Er war geschnürt, getaped und zum Anbeten. Du hast einen Mann in einem Kleid mit nach Hause genommen. Einen Mann, der eine Frau sein wollte. Das bedeutet, er hat nach einem Hetero-Mann gesucht. Und das bin ich. Rechtfertige es nur, solange du willst. Aber er schickt dir immer noch Blumen zum Valentinstag. Nur, weil ich ein Gentleman war. Na, wie war dein Wochenende? Ganz okay. Wir waren Segeln. Oh, wie schön. Und was noch? Gar nichts. Ach doch, Dad ist jetzt schul. Die Ampel war rot, Mom. Na, Charlie, wir haben uns lange nicht gesehen. Was gibt's? Warum muss es immer was geben? Darf ich nicht einfach mal vorbeischauen? Für 350 Dollar die Stunde, so oft Sie wollen. Okay, es gibt da etwas, was mir ein wenig zu schaffen macht. Mhm. Ähm, ich hab da einen Freund. Einen Freund. Ja, einen Freund. Sie bezahlen, Charlie. Glauben Sie, dass ich vielleicht, vielleicht schwul bin, ohne es zu wissen? Warum, fragen Sie? Tja, mein, mein Bruder hat einen Freund und... Sie zahlen sieben Dollar in der Minute. Nein, 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 den Freund gibt's wirklich. Er ist schwul und ich bin offensichtlich in seinen schwulen Radar geraten. Aber das kann ich verstehen. Ach ja? Ach ja? Ich hab eine Frage, Charlie. Hatten Sie schon mal Sex mit einem Mann? Nein, nein, wie kommen Sie denn auf sowas? Hm. Ach, na schön, ich hab einmal einen begrapscht, aber ich war blau und er hatte Brüste. Hey, ist Jake soweit? Jake, dein Vater ist da! Er kommt gleich raus. Gut. Und, wie geht's denn so? Gut, und dir? Gut. Ach, komm her, ich bin so stolz auf dich. Danke, was hab ich denn gemacht? Oh, Ellen, du musst dich nicht mehr verstecken. Jake hat mir alles von dir und Greg erzählt. Ich bin ganz auf deiner Seite. Oh, oh nein, Judith. Ist das der im Auto? Gott, ist der süß. Hallo! Oh, das muss seine Tochter sein. Jetzt verstehe ich, wieso Jake auf sie steht. Ja, ja, wir gehen mit ihnen ins Kino und... Jetzt wird mir so vieles klar. Ich hätte es sehen müssen, als wir verheiratet waren. Sehen? Was? Oh, komm schon, Ellen. Du hast mir meine Kleider ausgesucht. Warst überordentlich, die Operettenmelodie. Sex? Wir hatten keinen Sex. Was ist das ja? All die Jahre warst du so bedauernswert. Und jetzt? Glühst du? Nein, 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 warte, 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 halt, halt, halt. Der Grund dafür, dass wir keinen Sex... Echt, ich glüh? Und ich hab immer mir die Schuld dafür gegeben, dass unsere Ehe so schlecht war. Nein, du hast immer mir die Schuld gegeben, da bin ich sicher. Niemand war daran schuld, Ellen. Ich freu mich so, dass du endlich dein wahres Ich akzeptiert hast. Hey, Dad. Hey, Partner. Hey, Sophie. Wie süß ihr Jungs mit eurem Doppeldate. Hör zu, Judith. Hast du dich vergessen? Deine Mutter lässt dir ausrichten, sie steht 100% hinter dir. Wann hast du mit meiner Mutter geredet? Ich hab sie angerufen, nachdem Jake es mir gesagt hat. Wieso denn das? War ne Wette, ist unwichtig. Viel Erfolg. Ich meine, okay, ich achte nun mal wirklich auf mein Äußeres. Ich hab Mutterprobleme und ein Faible für Innenarchitektur. Sie wissen schon, Gebäckschalen, Nippes, Sofakissen. Aber wenn es um Penisse geht, will ich nicht, dass mir von einem anderen zugeblinzelt wird, als von meinem eigenen. Wen wollen Sie hier überzeugen, Charlie? Mich oder sich selbst? Sie. Und dann sollen Sie mich überzeugen. Wieso brauchen Sie das? Wow. Gute Frage. Ich treffe ab und zu den Nagel auf den Kopf. Vielen Dank. Man hat mir nahegelegt, dass mein Frauenverbrauch für mich nur eine Überkompensation ist. Wer hat Ihnen das nahegelegt? Äh, vor allem die Frauen, auf denen ich überkompensiert habe. Also, ich finde, das ist ein wirklich interessanter Gedanke. Aber ich fürchte, unsere Zeit ist jetzt um. Was? Nein, wir können doch jetzt nicht aufhören. Ich hab eine Patientin, die wartet. Also, warten Sie kurz. Hier, holen Sie sich was zu essen, kommen Sie in einer Stunde wieder. Okay, und weiter geht's. Meine Mom hat bei mir noch mit acht Jahren das Fieber wie bei einem Kleinkind gemessen. Hey, Dad. Ja? Ist doch okay, wenn ich nicht schwul bin, oder? Jack, hör zu. Ich würde da gerne etwas mit dir klären. Wenn ich Sophie angerufen hab. Du hast sie doch gerade gesehen. Was habt ihr zu besprechen? Was zwischen Jungen und Mädchen? Davon verstehst du nicht. Hey, Erlan, Ihre Mom hat angerufen. Sie hat's mir erzählt. Oh, Gott. Ich bin stolz auf Sie, Sippy. Die Welt sieht viel schöner aus, wenn man weiß, ob man das Kissen ist oder die Nadel. Gute Nacht. Charlie? Ja? Ich glaube, ich bin schwul. Was hast du getan, Erlan? Nichts, aber inzwischen hab ich einen Teil ins andere gefügt. Welches Teil hast du wo reingefügt? Mir ist klar geworden, dass ich versagt habe bei allen Frauenbeziehungen, die ich je hatte. Ach komm schon, wenn's darum ginge, wäre jeder Mann auf der Welt schwul. Lass mich mal ausreden. Ich war in meinem Leben fast immer unglücklich. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Und jetzt bin ich plötzlich zufrieden. Man könnte fast sagen, ich glühe. Es macht einen großen Unterschied, ob man glüht oder nur warm ist. Ich will nur sagen, dass die Freundschaft mit Greg immer so leicht und vergnüglich ist. Und es kommt mir vor, als wären alle froh darüber, wenn ich schwul wäre. Vielleicht ist das die Antwort. Auf welche Frage? Wer ist Alan Harper? Das ist doch leicht. Alan Harper ist ein Idiot. Warum bedroht dich meine Sexualität? Sie bedroht mich nicht. Ich fühl mich nicht bedroht. Tatsächlich? Okay. Okay. Jetzt hör mir mal zu. Du bist nicht schwul. Ich bin nicht schwul. Niemand ist schwul. Niemand ist schwul. Nicht in meinem Haus. Wo willst du hin? Ich kaufe mir eine neue Pflegespülung. Die Gruppe war gut heute. Ja, ganz okay. Aber die alleinstehenden Mütter tratschen mir etwas zu viel. Aha, wie Rebecca Milford. Hast du gesehen, was sie anhatte? War nicht zu übersehen. Wer so fett ist, sollte kein Paisley tragen. Okay, danke fürs Fahren. Aha, kein Problem. Wir gehen am Samstag also noch in die Mall mit den Kindern? Sicher. Ich gehe mit Jake aber schon am Freitag hin, damit wir da am Samstag coole Klamotten anhaben. Dann treffen wir uns vielleicht am Freitag doch. Okay. Also bis dann. Greg, warte. Ja. Ähm? Ja? Was soll das? Ich habe nur gecheckt. Was gecheckt? Ach, weißt du, nicht so wichtig. Ich dachte nur, dass ich möglicherweise eventuell undichtig. Du bist nicht schwul, Alan. Bist du sicher? Findest du mich sexuell anziehend? Nein. Findest du andere Männer sexuell anziehend? Nein. Vielleicht aber George Clooney. Clooney zählt hier nicht. Du bist keinesfalls schwul. Okay. Du scheinst mir ziemlich enttäuscht zu sein. Ich habe das Gefühl, ich enttäusche damit nicht nur mich. Alan. Es ist okay, wenn man hedero ist. Ja. Sieht so aus. Nur, nur um die Karten auf den Tisch zu legen. Du fühlst dich von mir nicht angezogen. Nein. Du bist nicht mein Typ. Aber Charlie dagegen... Was ist mit ihm? Er ist ein hübscher Kerl. Raus aus meinem Wagen. Wenn du Charlie so hübsch findest, dann geh doch mit ihm in die Mall. Komm schon, Alan. Wir sind doch Freunde. Ja, genau. Ich bin immer der Freund. Alle wollen nur Charlie. Alan. Du bist nicht schwul. Ja, ja. Da steckt doch ein System dahinter. Dann gute Nacht. Wie du willst. Na ja. Jetzt weiß ich wenigstens, wer ich bin. Eine heterosexuelle Witzfigur. Warum hast du nur Schluss gemacht mit Sophie's Dad? Ich... hab doch... Tut mir leid. Ich finde, in diesem Raum ist das Licht viel zu diffus. Wir brauchen mehr Spots. Das schmeichelt eher. Was ist er denn da? Leblos. Wir brauchen mehr Spots. Wir brauchen mehr Spots. Wir brauchen mehr Spots. Wir brauchen mehr Spots. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein, ich bin am falschen Haus. Ich habe mich verlaufen. Hallo? Hallo Ellen, komm rein. Komm doch einfach hier rein. Kann ich, habe meinen Schlüssel verloren. Tada! Wir haben ein paar Cocktails getrunken. Ich auch. Hör zu, ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Immer geht es nur um dich. Um mich geht es hier nie. Bist du in der Lage, dich zu unterhalten? Weil ich in der Lage bin? Ich habe mich gerade 20 Minuten lang mit einem dicken Mann aus Rangun über zehn freie Sandalen unterhalten. Er war ein Rangun, ja. Wir reden morgen früh weiter. Damit würde ich nicht rechnen. Also, du redest, ich koche. Was kochst du denn nachts um halb zwölf? Gute Frage. Die Antwort gebe ich dir in zwei Worten. Mein berühmtes, ausgemachtes Chili. Seit wann kochst du denn Chili? Du weißt so einiges nicht von mir, Alan. Ich bin ein Mann mit vielen Schichten. Wie ein Schokoriegel, wenn du willst. Ich verstehe. Eine Schokoladenhülle, Marzipan und in der Mitte Nougat al dente. Toll. Jedenfalls muss ich morgen auf der Zulassungsstelle meinen Führerschein erneuern lassen. Ah, Autos. Wo wären wir denn ohne Autos? Und wie kämen wir dorthin? Lauf, lauf, du bist frei. Was die Sache so schwierig macht, ich kann Jake nicht mitnehmen, weil er eine Buchbesprechung machen muss. Ich liebe Jake. Das ist ja sehr schön, aber hilfst du ihm bei der Buchbesprechung? Nichts würde ich lieber tun. Willst du Chili? Nein, nein, vielen Dank. Aber nur damit das klar ist. Du hilfst, Jake. Ich liebe Jake. Charlie, Jake muss... Keine Sorge, ich geh schon mit Jakey Lein auf die Zulassungsstelle. Buchbesprechung. Bohnen. Bohnen, 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 Bohnen. Es ist köstlich. Das glaube ich gern. Und warum heißt es Blackout Chili? Tja, mein Schatz. Wenn die Menschen betrunken sind, tun sie oft Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Ich zum Beispiel gehe in die nächste Motorradkneipe und treibe sie mit der fettesten Frau, die da ist. Dein Onkel Charlie kocht dagegen immer Chili. Aber weshalb Blackout? Meine Güte, Jake. Wie oft habe ich dir schon gesagt, mach nicht so ein Chaos in meiner Küche. Aber ich habe doch gar kein... Oh. Es ist aber immer noch schlimmer, als mit Billardkreide zwischen den Pobacken aufzuwachen. Wo ist dein Vater? Auf der Zulassungsstelle. Du hast ihm versprochen, mir bei der Buchbesprechung zu helfen. Wirklich? Das kann nicht ich gewesen sein. Das dachte ich auch, aber er hat es mir gesagt. Bis wann? Bis Montag. Okay, bis heute Samstag? Ja. Wir haben noch massig Zeit dafür. Ja, aber Dad sagt immer, wenn die Arbeit erledigt ist, kann ich mich das restliche Wochenende vergnügen. So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Das habe ich ja auch gesagt. Ich frage dich mal was. Willst du sie jetzt machen? Nein. Dann hör auf deinen Instinkt. Du machst folgendes. Du gehst aus, amüsierst dich und lässt die Besprechung dein Unterbewusstsein perfundieren. Und dann, wenn die Frist abläuft und du vor Panik anfängst zu schwitzen, kommt die Besprechung aus dir rausgeschossen wie das Mittagessen aus einem Supermodel. Dann würde ich gern perfundieren. So ist's brav. Was machst du denn heute? Tja, ich muss noch einen Jingle für eine Kreditkartengesellschaft schreiben. Die wollen ihn bis Montag, daher gehe ich zum Pferderennen. Nummer 38 an Schalter D. Ich habe 42. Hab einen Termin gemacht. Glückwunsch. Und Ihre Nummer? 97. Autsch. Sie werden hier noch ewig sitzen. Ja. Oh, wissen Sie was? Den Müsli-Riegel hier werde ich bestimmt nicht brauchen. Wollen Sie ihn? Danke. Sehr freundlich. Vorausplanung ist alles. Richtig. Man muss die Klippen des Systems aufschicken. Vielen Dank. Nochmal. Okay, ich fahre. Mach's gut. Frag Börter, wenn du was brauchst. Okay. Sie gibt's dir nicht, aber sie wird gern gefragt. Alles klar. Stell das aus, du fährst mit. Wirklich? Zum Pferderennen? Besser für dich als fernzusehen. Zocken wir da? Ach, das machen nur Anfänger. Wir analysieren die Statistik mit wissenschaftlichen Methoden und wetten mithilfe der ermittelten Daten. Ich glaube, ich würde lieber fernsehen. Komm schon, komm schon. Nummer 39, ein Schalter A. Sieht aus, als wäre meine Zeit auf Ihrem Planeten fast zu Ende. Verzeihung, darf ich mal einen Blick in Ihre Zeitung werfen? Oh, gern. Hier. Vielen Dank. Ich konnte nicht mal mehr die Klatschpalte zu Ende lesen. Ich hab genug Zeit. Oh. Hey, 97. Das dürfte Ihnen Mut machen. Ich freu mich tot. Ich war vielleicht ein Idiot, nicht zu wissen, dass man hier einen Termin machen kann. Tja, das machen wohl die wenigsten. Hab ich recht. Lena. Oh, Alan. Sie haben ja einen festen Händedruck, Alan. Das finde ich gut bei Männern. Das kommt, weil ich Chiropraktiker bin. Meine Hände sind meine Instrumente. Und für den Karpaltunnel habe ich auch immer einen kleinen Quetschball in der Tasche. Uh. Wie viel darf ich wetten? Wie viel hast du denn? Ich muss mit meinem eigenen Geld wetten? Mann, du bist wirklich der Sohn deines Vaters, also echt. Okay. Ich hab 14 Dollar. Das wird dich nicht weit bringen. Ähm. Oh, und ich hab einen 50-Dollar-Gutschein für Pizza. Willst du ihn kaufen? Klar. Für 25 Dollar. Aber er ist 50 wert. Für wen? Für die Pizzeria. Tja, dann lass doch einfach den Koch in der Pizzeria. Ich will immer für dich wetten. Du willst mich doch nur ausnehmen. Ja. Ich hab die ganze Nacht wachgelegen und nachgedacht, wie ich an dein Pizzageld komme. So, ne kleine Lektion. Bei finanziellen Transaktionen müssen sich beide Parteien dieselbe Frage stellen. Wir gründen ne Partei? Halt deine Klappe und hör zu. Wir wollten doch zum Pferderennen gehen. Ich schwör dir, ich werf dich gleich aus dem Wagen. Also, wie gesagt. Die Frage lautet, welches Druckmittel habe ich bei dieser Transaktion? Und bei dir lautet die Antwort keins. Was ist ein Druckmittel? Na schön. Also, mit Druck bewegt man Dinge. Ein Druckmittel ist dazu da, um Menschen zu bewegen. Wenn wir jetzt also in die Pizzeria gingen und die nehmen nur Gutscheine an und ich wär am verhungern, dann hättest du gegen mich ein Druckmittel in der Hand mit deinem Gutschein. Aber das ist hier leider nicht der Fall. Okay, ich verkaufe ihn dir für 40. Jetzt hast du's geschnallt. Nein, zu teuer. Nummer 40, Anschalter E. Tut mir leid, Baby. Mama muss hier auf ihren Führerschein warten. Ich hab auch Hunger. Oh, ich weiß nicht, wie lange willst du hier mit mir warten? Okay. Dann spiel schön dein Videospiel im Auto. Mama hat dich auch lieb. Ich finde so wenig Zeit für den Burschen. Wo ist sein Vater? Wenn ich das wüsste. Nummer 41, Anschalter B. Oh, jetzt verpasst er auch noch seine Klavierstunde. Warten Sie. Nehmen Sie meine Nummer. Och, das kann ich doch nicht. Ich bestehe darauf. Ich hab jemanden, der auf meinen Kleinen aufpasst. Ich kann warten. Och, wie reizend von Ihnen. Nummer 42, Anschalter B. Oh, Sie kommen dran. Haben Sie vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Hören Sie, vielleicht können wir uns ja mal treffen und zusammen einen Kaffee... Hey, Mama. Baby, ich dachte, du wartest im Auto. Meine Batterien sind alle. Schon gut, wir sind dran. Warten Sie. Sie haben mich belogen. Hab ich nicht. Baby, hast du heute eine Klavierstunde? Ja. Gershwin. Sehen Sie? Hey, ich dachte schon, Sie hätten Sie an Ihrem Quetschball. Wie viel krieg ich denn, wenn mein Pferd gewinnt? 14 Dollar bei 2 zu 1 macht 28 Dollar. Ist nicht gerade viel. Und das Pferd, das 80 zu 1 bringt? Darauf kannst du wetten, aber an der Ziellinie warten schon Hunde auf das Pferd, die Messer und Gabel wetzen. Was bedeutet das? Das bedeutet, je höher die Quote, desto schlechter das Pferd. Aber es könnte gewinnen, oder? Ja, und du könntest auch Klassenbester werden. Aber kluge Köpfe wetten nicht so. Das kann man auch sagen, ohne fies zu werden. Wenn du auf das 80 zu 1 Pferd setzen willst, mach ich's. Okay, gut. Das wird dir eine Lehre sein. Du wirst dich noch wundern, ich gewinne nämlich. 4 mal 8 ist 32, 1 mal 0 ist 0, 120.000 Dollar. Na schön, zwei Lehren. Ist nicht so viel, wie ich dachte, aber ich bin trotzdem reich. Du bist nicht reich, du vorlautes Glücksschweinchen. Deshalb brauchst du mich nicht zu beschimpfen. Du Wettspezialist. Willst du nach Hause laufen? Ich brauch gar nicht nach Hause zu laufen. Ich kann mir ein Taxi nehmen oder eine Limousine. Oder einen Leichenwagen. Guter Einfall mir, den zu schenken. Nummer 97, Anschalter A. Hey, das bin ich? Halten Sie durch. Danke für alles. Ja, gern geschehen. Sollte ein Witz sein. Oh, 99, Sie Glückliche. 138. Sitze hier schon den ganzen Tag. Und mein Kind wartet im Auto. Netter Versuch. Nein. Hey, Dad, weißt du was? Halt, 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 halt. Das braucht er nicht zu wissen. Wieso denn? Denk mal nach. Was wird dein Vater tun, wenn er erfährt, dass du 1120 Dollar hast? Nur keine Aufregung. Ich leih ihm nichts. Nein, du Esel. Er zwingt dich, das Geld auf die Bank zu bringen. Ach so. Und dazu macht er mir Ärger, weil ich dich mit zum Rennen genommen hab. Oh, dann hab ich wohl ein Druckmittel gegen dich in der Hand. Hey, hey. Ich kann mit dem Ärger leben. Kannst du ohne die Mäuse leben? Nein, ich liebe die Mäuse. Okay, ich sag dir, was du tun wirst. Versteck sie in deinem Zimmer, wo niemand sucht. Oh, ich hab mal einen Film gesehen, wo das Geld in der Plastiktüte ins Klo gehängt wurde. Schlechte Idee. In deinem Klo ist viel zu viel los. Okay, ich kauf mir ein Safe. Oh, brillant. Da kommt ja keiner auf dumme Gedanken. Steck lieber das Geld in einen Schuh. Aber wenn ich ihn anziehen will? Dann steckst du es in einen anderen Schuh. Aber nicht vom selben Paar, oder? Erraten. Also, du musst es mit Bedacht ausgeben, damit keiner auf dich aufmerksam wird. Okay, ich kauf mir einen Plasmafernseher. Nein, 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 nein. Keine Plasmafernseher, kein Computer, keine teuren Videospiele. Du darfst nur kaufen, was niemandem auffällt. Sowas wie Donuts? Genau sowas. Wie wär's mit einer Donutmaschine? Hast du nicht gehört, was ich gesagt hab? Ich könnte sie im Safe verstecken. Weg hier. Hey, wo warst du denn? Weißt du doch, auf der Zulassungsstelle. Den ganzen Tag, du hättest einen Termin machen sollen. Ja, nächstes Mal weiß ich's. Und was habt ihr heute gemacht? Oh, nicht viel, nur ein bisschen eingekauft. Hast du ihm bei der Buchbesprechung geholfen? Ja. Und wie? Wirklich? Nein. Du hast doch gesagt, du hilfst ihm. Ja, und du hast gesagt, du willst ihn nur für ein paar Wochen einziehen. Und warst nicht betrunken, als du's sagtest. Na, und wenn schon. Ihr habt den ganzen Tag eingekauft? Ja, eingekauft. Wo ist er? In seinem Zimmer? Ja, genau. Danke, dass du auf ihn aufgepasst hast. Kein Problem. Oh, ich hab ein schlechtes Gefühl. Jake, wollen wir... Ich musste mit Onkel Charlie zum Rennen gehen. War das ein Tag? Den ganzen Tag rumzusitzen und zu warten? Aha. Als wäre man Geschworener, nur ohne, dass man jemanden in den Knast schicken darf. Ist ja furchtbar. Ja, ja. Dann... Wart ihr heute also einkaufen? Die Mieseratte hat mich verraten. Ohne Umschweife. Wieso nimmst du einen 13-Jährigen mit zum Pferderennen? Hey, ich dachte, es wäre vielleicht besser, als mit ihm den ganzen Tag untätig im Haus rumzuhängen. Aber er sollte doch seine Buchbesprechung machen. Richtig. Und apropos, wolltest du nicht einen Jingle für eine Kreditkarte komponieren? Ich perfundiere. Oh Mann, du bist mir vielleicht ein Vorbild. Einer von uns muss es ja sein. Und wie viel hat er eigentlich gewonnen? Ganze 1100 Dollar. Wow. Vergiss es, er leid dir nichts. Gut, dann bringen wir es auf die Bank. Damit stocken wir seinen College-Fonds auf. Welchen College-Fonds? Den mit den 1100 Dollar. Oh, komm schon, Alan. Lass unserem Schweinchen Glück doch den Spaß. Was? Ich soll es ihm nicht wegnehmen? Was kann denn schon Schlimmes passieren? Er verschleudert es. Er lernt was fürs Leben und wir kriegen eine Donutmaschine. Was? Es ist doch bloß Geld, Alan. Aber ich will nicht, dass er so denkt. Oh, soll er etwas so denken wie du? Der jeden Cent unter seiner Matratze hortet, damit er genug hat für Alimente und Telefonsex? Zum letzten Mal. Ich habe mich verwählt. Ja, jeden Mittwochabend für 20 Minuten. Okay, okay. Wir reden hier nicht über die Telefonrechnung, sondern darüber, dass Jake finanzielle Prinzipien begreift. Und ich habe ein Recht auf Erotik. Schön. Dann nimm es ihm eben weg. Nein, nein, nein. Ich will nicht der Buhmann sein. Ich will auch nicht der Buhmann sein. Wieso? Du bist doch schuld. Hey, wenn hier jemand schuld ist, dann doch wohl der Pferdetrainer, der Mr. McLoose Speed in den Futtersack getan hat. Ich wette, dass dieser Gaul noch immer rennt. Okay, okay. Wenn du es besser weißt, soll er das Geld behalten. Aber denk an meine Worte. Wenn ein Junge wie Jake so viel Geld rauswerfen kann, wird das keinesfalls gut enden. Ach, hab etwas Vertrauen. Der Junge wird dich vielleicht überraschen. Hier, 100 Mäuse. Wofür denn? Hat eine Lampe kaputt gemacht. Also, mit dieser Karte, da kauft man ein wie im Flug. Noch was, noch was. Frotte-Bezug. Das reicht für heute. Hey, hast du Jake gesehen? Oh, den kleinen Lord Furzleroy? Er wollte keinen gegrillten Käse zum Mittag essen, deshalb ist er ins Fischlokal gegangen. Dort gibt es heute All-You-Can-Eat-Popcorn-Shrimps. Wundervoll. Er hat sich Plastiktüten in die Taschen gestopft, bevor er ging. Wie findest du das witzig? Dann wirft das Kind eben mit Geld um sich was soll's. Hey, ist der kleine Krösus schon mit meinen Krebsbeinen zurück? Nein, das verstehst du nicht. Mit Geld hat er die Freiheit der Wahl. Ach, na und? Warum soll er haben, was sein Vater nicht hat? Dad, Onkel Charlie, seht mal, was ich mir gekauft hab. Ach, ich hab schon wieder ein schlechtes Gefühl. Oh, Jake, wo hast du das denn her? Das hatte einer auf seinem Pick-up an der Tankstelle und es stand zu verkaufen dran. Oh nein. Ich frag ihn, was es kostet und er sagt, wie viel hast du? Und ich sag 1106 Dollar und er sagt, heute ist dein Glückstag. Darf das wahr sein? Nein, zwei Glückstage hintereinander. Okay, tut mir sehr leid. Du bist doch nicht damit hierher gefahren. Nein, ich hab's geschoben. Ich will es am Strand fahren. Da hast du dich geirrt. Es ist zu gefährlich. Keine Sorge, ich hab einen Helm. Den hab ich eingetauscht für eine Tüte Krebsbeine. Hilft ihr mir, es an den Strand zu bringen? Nein, du fährst nicht mit dem Ding. Aber ich hab es mir mit meinem eigenen Geld gekauft. Du kannst es mir nicht verbieten. Es tut mir wirklich leid, Alan. Es tut mir furchtbar leid. Ich zeig euch, wie cool es ist. Der Typ hat mir gesagt, wie man's startet. Man müsste ein bisschen schrauben, hat er gesagt. Wo sind meine Krebsbeine? Hallo, sag's schon. Ich bin dumm und hab mich ausnehmen lassen. Nein, das denkt niemand von dir. Niemand würde ich nicht sagen. Charlie? Komm schon, das ist doch kein Weltuntergang. Weißt du, Jake, früher oder später wird jeder mal über den Tisch gezogen. Auch du? Auch ich. Ich weiß noch, ich war nicht viel älter als du. Da hab ich 100 Dollar für eine Tüte Oregano ausgegeben. Oregano? Dein Onkel wollte Spaghetti-Soße kochen. Ja, in einem geparkten Auto, bevor ich zu einem Pink Floyd-Konzert gegangen bin. Dankeschön. Also, wichtig ist an der ganzen Sache nur, dass du was für dein Leben gelernt hast. Wie in der Schule. Und was? Kaufe Motorräder und Oregano nur beim Dealer deines Vertrauens. Nein, nein, das ist nicht die Lektion. Geld und Narr sind bald geschienen? Nein. Renn nicht mit einer Schere? Bitte? Weiter, ich kenne noch Eile mit Weile. Das ist es doch nicht, oder? Nein, die Lektion lautet, wenn wir etwas Geld übrig haben, tun wir damit etwas Kluges. Wir bringen es zur Bank, wo es mit geringem Risiko vernünftige Zinsen bringt. Und dann haben wir was für schlechte Zeiten. Verstehst du? Ja. Na also, glaub mir, es gibt kein schöneres Gefühl als eine kleine Rücklage unter der Matratze. Es gibt mindestens acht schönere Gefühle. Charlie, komm schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Du bist so fürsorglich, das sind die wenigsten. Die meisten sind egoistische Frauenverächter, die sie nur ausnutzen und dann machen. Wegwerfen. Diese Bösen. Hast du vielleicht sonst noch was vergessen? Handy, Ohrringe, was Medizinisches? Warte, nein, ich hab alles. Gut, gut, okay, dann sehen wir uns bald. Wie bald? Sehr bald. Rupst du an? Was denkst du denn? Dass du anrupst. Davon geh mal aus. Und wann rupst du an? Bald. Wie bald? Nochmal von vorn, hm? Okay, wirklich bald, mach's gut. Wann werde ich's je lernen? Bald. Wirklich bald. Sag's nicht mir. Sag's dem durchgeknallten Optimisten in meiner Hose. Wo hast du die denn gefunden? Im Tierheim. Willst du ein Tier kaufen? Bist du verrückt? Wir haben doch schon deinen Sohn. Äh, was hast du sonst da gemacht? Ich stand da in Hörweite attraktiver Frauen und murmelte, Gott, wenn ich sie doch nur alle adoptieren könnte. Wirkt garantiert. Hör zu. Ich würd gern mal was mit dir besprechen. Weißt du, worin wir beide uns unterscheiden, Alan? Dass ich beim Pinkeln nicht brülle? Darum hab ich mich gekümmert. Nein. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe Visionen. Ich sehe, was andere nicht sehen. Wunderbar. Jedenfalls wollte ich dir sagen... Zum Beispiel gehst du ins Tierheim und siehst herrnlose Hunde, die bald eingeschläfert werden. Aber ich sehe eine Arschfarm. Okay, ich bin sprachlos. Worte sind völlig unnötig. Stille Verehrung ist schon genug. Also, was wolltest du mir sagen? Dass das Geländer etwas locker ist. Von der Terrasse fallen ist schon schlimm genug, aber nüchtern. Buenos Dias. Ähm, hasta la vista, Baby. Morgen. Wie fühlst du dich? Als wäre ich drei Meter tief aufgesplittert, das Holz, tote Krebse und feuchten Sand gestürzt. Man könnte fast glauben, dein aufgeblasenes Ego hätte den Sturz abgefedert. Wo hast du denn den Pancho-Schwammkopf-Wia da gefunden? Du hast doch immer diese vielen Flyer in deinem Briefkasten. Ja. Die lege ich immer nach Sachgebieten geordnet ab. Essen zum Mitnehmen, Teppichverkauf, Klempner, Fliesenleger, Reinigung. Fernando war unter Handwerkerservice. Du wirst noch ewig hier wohnen, was? Er hat eine Lizenz, Empfehlungen, ist pünktlich und hat vernünftige Preise. Und du bezahlst ihn? Nein, aber ich erspare dir 20 Prozent mit diesem wertvollen Gutschein. Morgen. Morgen. Was zum Teufel ist denn... Oh, wie lecker. Wer ist denn das? Ein Handwerker. Oh, wie knackig. Können wir ihn behalten? Können wir? Können wir... Er soll nur das Geländer reparieren. Na toll. Hier drin gibt's auch ziemlich viel, was repariert werden muss. Und zwar? Na ja, die Schranktür da hängt zum Beispiel aus den Angeln. Wirklich? Tut sie nicht. Doch, tut sie. Er sieht ja ganz vertrocknet aus. Ich bringe ihm einen rum. Mein Problem ist, ich bin eine Geberin. Ich liebe viel zu sehr. Und immer den falschen Mann. Sie haben Romantik im Herzen. Oh, die habe ich nicht nur im Herzen. Ich rieche sogar danach. Noch ein Mojito? Oh nein. Wenn ich mit Maschinen arbeite, ist einer mein Limit. Wie klug von Ihnen. Wir wollen doch wohl nicht, dass Sie einen Ihrer hübschen Daumen verlieren. Wörter? Was? Ich dachte, es wäre bald Zeit zum Mittagessen und... Oh ja. Quesadilla, mein schöner. Grazie. Kommt sofort. Ich hätte eigentlich lieber... Ich mache Quesadillas. Quesadillas, gern. Und Fernando? Wie läuft es denn? Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie haben ein Problem. Nur wenn Sie sich von ihr in der Waschküche in die Ecke treiben lassen. Nein. Die Terrasse. Wann ist Sie zuletzt imprägniert worden? Naja... Ähm... Was? Oh, Signor. So nah am Meer dürfen Sie Holz nicht unbehandelt lassen. Die Feuchtigkeit dringt ein und zerfrisst es von innen. Wo habe ich das schon mal gehört? Genau bei meinem Arzt. Aber es war nicht Feuchtigkeit, es war Scotch. Sie müssen das Geländer erneuern, die Boden teilweise und das Geländer zum Strand. Aha. Und warum kann ich Sie nicht einfach imprägnieren? Sie könnten, aber das wäre dasselbe wie ordinar una vaca muerta. Und was heißt das? Melken tote Kuh. Aha. Naja, ähm... Bevor hier so große Reparaturen stattfinden, hole ich mir eine zweite Meinung ein. Ich verstehe. Sie sind ein vorsichtiger, kluger Mann. Aber ich würde mich allen, bevor die Terrasse zusammenbricht. So was hat mir mein Arzt auch gesagt. Hallo? Oh, ähm... Warten Sie, ich... Ich sehe mal nach, ob er da ist. Chloe ist dran. Das genügt mir nicht, Alan. Die Frau, die du aus dem Tierheim geholt hast. Oh Gott, kann die mich nicht in Ruhe lassen? Was soll ich hier sagen? Keine Ahnung, sag ihr, ich wäre krank. Okay. Was hast du? Was meinst du damit, bitte? Bist du bettlägerig oder kannst du laufen? Bettlägerig. Gut. Sind es Viren oder Bakterien? Was? Ich brauche Einzelheiten, wenn ich überzeugend lügen soll. Keine Ahnung, dann eben Bakterien. Wo, Darm oder Lunge? Sag ihr einfach, ich hätte die Grippe, okay? Oh gut, Grippe. Kommt es zu beiden Enden raus? Ja, mit dem verdammten Telefon. Nein, schon okay. Ich will mit ihr reden. Hallo, Chloe. Es geht mir gut. Nur eine kleine Grippe. Ja, der Arzt sagt, es dauert nur ein paar Wochen. Mir auch, Baby. Ich ruf dich an. Bald. Wirklich bald. Siehst du, war das so schwer? Na ja, bleib fair. Du hattest den Vorteil einer schauspielerischen Darbietung. Hey, Jungs. Hey. Hey, Jake. Alan, du musst die Papiere hier für Jakes Sommerschule unterschreiben. Sommerschule schon wieder? Ja, wieso nicht? Er hat ja schon Routine. Oh mein Gott, wer ist denn das? Das ist mein Handwerker. Wirklich? Ich suche auch einen guten Handwerker. Ob er gut ist, wird sich noch rausstellen. Das finde ich raus. Da scheint sich ein Trend abzuzeichnen. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, diese klapperdürre Schlampe. Ja, ein eindeutiger Trend. Sommerschule, das dritte Jahr hintereinander. Du könntest der Hausmeister werden. Ja, die Schule ist ätzend. Weil du rund ums Jahr drin bist. Es wäre doch toll, wenn du im Sommer mal ein paar Monate frei hättest. Ich würde ihm an deiner Stelle beibringen, wie man Sägemehl auf Kotze wirft. Das kann ich super gut. Geh lieber und mach deine Hausaufgaben. Warum? Ich muss doch sowieso auf die Sommerschule. Jake. Was können die schon machen, wenn ich durchfalle? Mich auf die Grundschule schicken? Raus. Der Sägemehljob ist vielleicht etwas zu anspruchsvoll. Ist die fette Frage? Ja, sie wollte irgendwas wachsen gehen. Wir hatten Angst zu fragen, was? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihnen günstig Tickholz besorgen kann. Ist ja wunderbar. Wie? Mein Cousin, er arbeitet im Sägewerk und das war's schon. Dann danke. Kein Problem. Ich mach weiter. Der Junge gefällt mir. Na klar. Was willst du damit sagen? Charlie, er ist eine junge Version von dir. Ja, das wird's wohl sein. Ich mach auf. Na klar. Er könnte Pförtner werden. Charlie, ich find's wirklich... Ich meine ja nicht sofort. Er könnte sich vom Türstopper hocharbeiten. Onkel Charlie, es ist Klon. Oh, großer Gott. Hast du sie reingelassen? Nein, sie ist vor der Tür. Ich hab gesagt, ich seh nach, ob du da bist. So ist brav. Siehst du? Er hat's auf Anhieb zum Türsteher geschafft. Sie hat Suppe dabei. Warum bringt die Suppe mit? Du hast doch gesagt, du hättest Grippe. Und außerdem hast du gehustet. Wenn du auf mich gehört hättest, dann hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Niemand kommt vorbei, wenn er denkt, du hättest Brechdurchfall. Und Suppe bringt dann auch keiner mit. Also gut. Also gut. Am besten sagt ihr ihr, ich hätte einen Termin beim Arzt. Ich schleich mich hinten raus. Spezialist oder Hausarzt? Erlan, ich schwörde, ich reiß dir den Kopf ab und nehme deinen Hals als Bettpfanne. Charlie, du kannst das Mädchen nicht ewig belügen. Oh, ich denke doch. Jetzt geh raus und sag ihr, du wärst nicht an einer Beziehung mit ihr interessiert und damit hat sich's. Punkt aus. Ja. Schätze, du hast recht. Isst aber die Suppe, bevor du's ihr sagst. Hat wie Minestrone gerochen. Hör zu, Chloe. Ich muss dir was sagen. Chloe? 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 Dein Problem wär gelöst? Bist du verrückt geworden? Der verdammte Bastard klaut mir meine Freundin. Vergiss die Freundin, er klaut dir deine Suppe. Hey, Baby. Wie süß von dir, dass du mich besuchst. Dafür sind Freunde ja da. Hast du gewusst, Charlie, dass Fernando in seiner Freizeit ehrenamtlich Obdachlosenunterkünfte baut? Nein, hab ich nicht gewusst. Hast du gewusst, dass sein Cousin Holz klaut? Wirklich? Ist ja faszinierend. Hey, komm rein. Du wolltest mich doch besuchen. Wir sehen uns noch, Fernando. Danke für die fürschlockliche Suppe. Sie nährt meinen Körper, wie ihre Schönheit meine Seele nährt. Suchen Sie sich was zum Segen. Und, Chloe, was gibt's Neues? Ach, nichts. Wo ist der her? Aus Kolumbien? Keine Ahnung. Aber weißt du was? Mir geht's schon viel besser, seit du da bist. Es ist, als könnten seine Augen geradewegs in die Seele blicken. Ja, unheimlich. Und wie er spricht. Das ist so romantisch. Hey, fast hab ich's vergessen. Ich hab dir einen Song geschrieben. Wirklich? Na ja, Chloe. Ich hab oft an dich denken müssen und wollte meine Gefühle ausdrücken. Wie heißt er denn? Chloe's Song. Ich hab noch keinen Text dafür, aber er geht etwa so. Can't you see? Hear everything? Hear everything I know. You are so beautiful. Oh, der Text wäre wunderschön. Nochmal danke für deinen Besuch. Ja, schön, dass du dich erholt hast. Wann sehen wir uns denn wieder? Schon bald. Wie bald? Ich ruf dich an. Wiedersehen, Fernando. Hasta luego, Señorita. Oh, Gott. Ruf mich an. Ihre Freundin ist wundervoll, Señor Arpa. Danke. Sie muss Ihnen das Gefühl geben, wie sagt man, wieder Jungs zu sein? Ja, das Gefühl hab ich auch. Oh, hör mal, Charlie. Wenn Fernando mit der Terrasse fertig ist, könnte er doch das Loch im Dach flicken, wo die Eichhörnchen reinkommen. Könnte er nicht. Wieso? Ich liebe Eichhörnchen. Hey, ich hab sie auch gern. Aber Sie kriegen Junge im Kriechboden und sterben dort auch. Deshalb liebe ich sie ja. Ich find Ihre Händchen süß. Komm schon, Charlie. Fernando müsste doch nur ein... Vergiss, Fernando. Ich hab mir gedacht, er soll nicht mal die Terrasse fertig machen. Willst du ihn rauswerfen? Nein, will ich nicht. Ich find nur seine Arbeit nicht professionell. Er verschwendet viel zu viel Holz. Und Holz wächst nicht einfach auf den Bäumen. Er soll gehen. Charlie, wem willst du was vormachen? Du bist eifersüchtig. Eifersüchtig? Ameisenbären sind noch cooler als Eichhörnchen. Die sehen so idiotisch aus. Ich bin nicht eifersüchtig. Und Ihr Name sagt einem, was Sie fressen. Warum sollte ich eifersüchtig sein? Ich bin Omnivore. Das heißt, ich esse alles. Ja, haben wir gemerkt. Halt die Klappe. Ich bin nicht eifersüchtig. Charlie, Du willst ihn nur feuern, weil er jünger ist als Du und besser aussieht. Und er kann singen. Das hat nicht das Geringste damit zu tun. Und ich kann auch singen. Ja, aber wie? Ich bin fertig für heute. Sehen wir uns morgen? Warten Sie, Fernando. Ich will ihm was sagen. Ja? Unwichtig. Gute Nacht. Gibt es ein Problem? Weil ich möchte, dass alles perfekt für Sie wird. Sie sind ein guter Mann. Ich respektiere Sie. Sie erinnern mich an meinen seligen Vater. Danke. Er war weise und stark. Und dann wurde er von der Syphilis verrückt. Wie ich schon sagte, danke. Gute Nacht. Buenas noches. Ich dachte, Du wolltest ihn feuern. Oder bist Du eine Sekunde lang verrückt geworden? Keine Ahnung. Ich konnte es einfach nicht. Ich glaube, es sind seine Augen. Es ist, als blickten Sie einem tief in die Seele. Ja, das hat Mom auch gesagt. Es gab Frauen, die haben das auch von meinen Augen gesagt. Wirklich? Die sind doch so milchig und blutunterlaufen. Ja, genau. Das rechte sieht aus, als würde es etwas hängen. Ja, stimmt. Du hast recht. Okay. Okay, das genügt. Komm schon, Charlie. Du kannst doch nicht mit einem Jungen mithalten, der gerade mal halb so alt ist wie du. Ich will gar nicht mithalten. Das solltest du auch nicht, weil es völlig natürlich ist. Jede Generation übergibt den Stab an die nächste. Das Kind wird zum Jäger. Der Jäger wird zum geachteten Semior. Wenn du zu alt bist, um den Büffel zu jagen, wird es Zeit, zu Hause mit den alten Frauen Tischdecken zu sticken. Sticken? Oder man webt Decken, unterhält das Feuer, lehrt die Kinder zu schnitzen. Büffel sind auch cool. Die sind wie weinharte Kühe. Charlie? Ja, hi. Ich habe hier zu tun gehabt und wollte dir deine Suppenthermoskanne bringen. Danke. Was hast du denn mit dir angestellt? Ja, ich gar nicht. Ich habe nur ein bisschen im Freien gewerkelt. Habe Sonne abgekriegt. Ja. Was ist denn mit deinen Zähnen? Oh, ich putze sie ziemlich gut. Darf ich reinkommen? Oh, Charlie, du hättest besser, besser anrufen sollen. Oh, Senior Hart. Ich habe, wie soll ich sagen, beinahe mit meiner Freundin geschlafen. Okay, beinahe. Es tut mir so leid. Ich würde es verstehen, wenn Sie mich feiern. Hey, halb so wild, Kumpel. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Sie sind die nächste Generation. Jung, dynamisch, gut aussehend. Sie können Chloe teuren Schmuck kaufen. Teuren Schmuck kann ich ihr nicht kaufen. Oh, richtig. Das bin ja ich. Was sagst du, Chloe? Wollen wir shoppen gehen? Ich hole nur meine Tasche. Und ja, sie sind gefeuert. Charlie, wann kommst du denn wieder ins Bett? Bald. Wie bald? Ich komme gleich, Baby. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Du hast der Frau Schmuck gekauft, die du vorher loswerden wolltest, weil du sie von dem Handwerker zurückholen wolltest, den du gefeuert hast. Ich spüre hier eine gewisse Kritik. Sie schafft sie nicht. Okay. Zunächst mal habe ich Fernando einen neuen Job verschafft. Aber was als Erinnerung für mich wirklich zählt, ist... Ich habe gewonnen. Du bist ein lüsterner alter Mann, der sich die Gunst eines Mädchens mit bunten Perlen erkauft hat. Richtig. Aber ich habe gewonnen. Können wir wirklich dein Fenster aufmachen? Nein, ich finde die Hitze gut. Okay, tja. Zeit für den Sieger, die Beute zu vernaschen. Oh, Charlie, schämst du dich kein bisschen? Alan, weißt du, was uns beide voneinander unterscheidet? Nein. Nein. Ja, ich würde niemals einen Handwerker feuern, bevor er fertig ist. Ich kann ja deine Zähne von hier oben sehen. Man. ARD Text im Auftrag von Funk Mein Hirn friert ein! Mein Hirn friert ein! Das legt sich wieder. Es legt sich. Es legt sich. Es legt sich. Okay, alles wieder gut. Mein Hirn friert ein! Mein Hirn friert ein! Ich glaube, der Begriff Hirn trifft da nur äußerst bedingt zu. Oh Gott, das ist mahm. Na toll. Wen schleppt sie da an? Keine Ahnung, aber sie kennen sich noch nicht lange. Weißt du das? Er lacht immer noch. Verschwinden wir, bevor sie uns sieht. Wohin? Sie versperrt uns die Tür. Wir schleichen uns hinten raus. Hey, seht mal! Ich hab die Tollwut! Oh verdammt! Plan B! Ab ins Klo! Aber ich muss gar nicht, Pipi! Nein, da! Sollen wir hier warten, bis sie weg sind, oder was? Würdest du lieber da draußen mit Mum und ihrem neuen Freund reden? Ja, Alvin, dann bestellen wir auch einen Muffin. Puh! Da hat jemand mehr als Kaffee getrunken. Dauert's noch lang? Keine Ahnung! Und Bingo war sein Name! Bitte! Danke! Oh! Danke! Hören Sie, wenn Sie hier drin fertig sind, würde Ihre Mutter gern mit Ihnen reden. Darf ich jetzt rauskommen? Hey, seht mal! Oh, wer da ist! Das ist ja Mom! Oh, er spart mir das! Ich wusste nicht, dass ich so furchtbar bin, dass ihr euch in der Öffentlichkeit vor mir verstecken müsst! Haben wir doch gar nicht! Was deiner Annahme nicht unbedingt widerlegt! Jake hatte Verdauungsprobleme. Schieb's jetzt nicht auf mich! Ich muss mich für meine Kinder entschuldigen. Kein Problem. Daddy Leopold. Oh, hi! Alan, das ist mein Bruder Charlie, mein Sohn Jake. Hallo. Freut mich. Evelyn hat mir erzählt, wie wundervoll Ihre Jungs sind. Das war zu dick, ja? Ich hab's versucht. Teddy lebt in Denver, aber er macht oft Geschäfte in L.A. Ich hab ihm ein kleines Pierre Ather hier in der Stadt gesucht. Was ist ein Pierre Ather? Das ist Französisch für einen Ort, an dem man mit Oma fummeln kann. Mom! Ach, nur die Ruhe. Er stört sich nicht an so etwas. Ja, aber wir vielleicht. Tja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Wir müssen den Jungen zu seiner Mutter bringen. Ihr schiebt es schon wieder auf mich? Hat mich auch gefreut. Ja, mich auch. Bis dann, Mom. Bis dann. Wiedersehen. Halt, ich muss pinkeln. Du hast genug gepinkelt. Teddy Leopold. Wer ist Teddy Leopold? Mams, mein Freund. Oh, genau, stimmt. Wirst du nicht wissen, wieso er anruft? Nein, nicht unbedingt. Und wenn was mit Mom ist? Dann rufen wir einfach ein Bestattungsunternehmen an. Komm, gib her. Hallo? Nein, nein, hier ist Alan. Hi, Teddy, was gibt's? Aha. Wow, das nenne ich ein Angebot. Ja, wäre mir ein Vergnügen. Warten Sie, ich frage ihn. Teddy lädt uns ein. Ich habe was vor. Willst du nicht hören, wozu? Nein. Charlie hat was vor. Ich könnte allerdings mitkommen. Wirklich? Vielen Dank. Dann sehen wir uns. Das wird dir noch leid tun. Ich werde dich rauswerfen. Warum spielst du immer diese Karte? Hör zu, Alan. Ich habe kein Interesse, mit Mams Freund des Tages rumzuhängen. Wieso? Ich finde ihn nett. Er mag der netteste Mensch der Welt sein, aber es wird so enden, wie mit jedem Freund, den Mom jemals hatte. Entweder sie verlässt ihn oder er verlässt sie. Oder er stirbt unter mysteriösen Umständen. Aber ganz egal. Jedenfalls stehst du am ersten Ferientag verloren mit deiner Angel an einer Kurve und wartest auf einen Chrysler Baron, der niemals kommt. Es geht hier gar nicht um Teddy, oder? Hey, hey. Wenn du dich mit ihm verbrüdern willst, nur zu. Ich habe was Besseres zu tun. Was Besseres, als morgen im Caesars Palace beim WM-Kampf auf Ringplätzen zu sitzen? Was? Ringplätze, du hast recht gehört. Ringplätze? Noch näher und wir sitzen direkt im Spuckeimer. Soll ich nochmal anrufen, weil du es dir überlegt hast? Nein, nein, nein. Er will uns nur benutzen, damit der Mom näher kommt. Als wir noch klein waren, war es Disneyland und Zuckerwatte. Heute sind es eben Ringplätze. Und einen Privatflieger. Ja, einen Privatflieger. Und eine Limousine und eine Penthouse-Suite. Noch nicht interessiert? Nein. Du hast immer noch Besseres zu tun? Ja. Weißt du, dass du dich anhörst wie ein bockiges Kind? Tue ich. Aber du bleibst dabei, ja? Allerdings. Okay, dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh Mann, Teddy ist da. Charlie, Teddy ist da. Oh Mann. Hi, Alan. Alles gepackt? Soll das ein Witz sein? Ich habe letzte Nacht gepackt. Ich konnte vor Aufregung nicht schlafen. Unfassbar. Wo ist Charlie? Auf der Terrasse. Ah, einen Moment. Ich will ihm guten Tag sagen. Okay. Darf ich mich in die Limousine setzen? Solange Sie wollen. Es gibt Sushi. Sushi in einem Auto? Oh Mann. Das haben Sie also vor, Charlie? Nicht nur das. Ich gehe später noch rein und sehe mir ein Lesbenporno an. Alle Achtung. Hören Sie, ich habe noch eine Karte für den Kampf übrig und im Flieger ist eine Menge Platz. Nein, danke. Sagen Sie, habe ich Sie mit irgendwas verprellt? Abgesehen davon, dass ich Ihre Mutter vögle. Nein, nein, nein. Ich ziehe es nur vor, mich nicht in Ihr Privatleben einzumischen. Ich bitte Sie ja nicht, sich in Ihr Privatleben einzumischen, sondern darum, mit mir nach Vegas zu einem Kampf zu fliegen. Gut, aber wieso? Keine Ahnung. Vielleicht, weil Sie ein netter Kerl sind. Haben Sie keine Freunde? Charlie, wenn man in meinem Alter ist, sind die meisten Freunde entweder verheiratet oder tot. Wo ist der Unterschied? Die Toten riechen so beim Fliegen. Kommen Sie, ziehen Sie sich jetzt was an und fliegen Sie mit. Ach, was soll's. Tun Sie mir einen Gefallen. Das muss unter uns bleiben. Ich möchte, dass Ihre Mutter das für eine Geschäftsreise erhält. Kein Problem. Meine Mutter denkt immer noch, dass ich auf dem College war. Beeindruckend. Nein. Brauchen Sie was, Charlie? Teddy, würde ich mich noch mehr freuen, wären meine Hosen nass. Hey, Teddy, können wir ein Eis essen nach dem Kampf? Was Sie wollen, Junge. Danke. Hi. Was läuft? Also, ich bin noch nie ein Freund des Faustkampfs gewesen, aber ich muss zugeben, ich bin hin und weg vom Gepränge dieser Veranstaltung. Aha. Ihr Geschmeide ist reizend. Ich hab mir mal das Ohr piercen lassen, aber es hat sich furchtbar entzündet. Hey, äh, wissen Sie, wo man hier ein gutes Eis abgreift? Nein. Noch ein Whisky? Oder was? Krass. Der neben mir ist, glaube ich, dieser Snoopy. Ist ja Wahnsinn. Hallo? Oh, hi, Evelyn. Ja. Wie geht's dir, mein Schatz? Gut, gut. Du fragst, wo ich bin? Ich bin in der Straßenbahn. Ähm, ich muss gleich zu einer Besprechung. Äh, ich ruf dich später an. Was? Ja, ich liebe dich auch, Schatz. Ja, bis dann. Die sind wirklich gut. Ja. Ich hab fünf Riesen auf den großen Russen gesetzt. Will sich vielleicht einer von euch bei mir beteiligen? Okay, die Hälfte. Na, das ist doch was. Was ist mit Ihnen? Ach, was soll's. Ich bin in Vegas. Ich bin mit 20 dabei. Nein? 25 Dollar. Über 20. Oh. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wie heißt auf Russisch? Steh schon auf, du Flasche. Siegen. Neun. Zehn. Unfassbar. Hey, ich will euch mal was zeigen, Jungs. Na, was sagt ihr? Schön. Toll. Für wen ist der? Für eure Mutter. Nein, jetzt ehrlich. Es ist vielleicht etwas altmodisch, aber ich wollte ihn euch erst zeigen, bevor ich sie frage. Was fragen? Charlie, ich liebe eure Mom. Ich will sie heiraten. Aber, aber, sie könnten es so viel besser treffen. Hey, so redet man doch nicht über seine Mutter. Aber nur so kann man über unsere Mutter reden. Charlie, hilf ihm doch lieber. Ich wollte ihm doch damit helfen. Jungs, es ist mir egal, was ihr über eure Mutter denkt. Evelyn ist eine super Braut. Ich möchte sie heiraten und möchte dazu euren Segen. Meinen Segen haben Sie, Teddy. Klappe und iss dein Eis. Komm schon, wäre es nicht toll, wenn wir wieder einen Vater hätten? Ich bin schon erwachsen, Alan. Ich brauche doch jetzt keinen Vater mehr. Sucht einer der Gentleman ein Date? Tut mir leid, ich bin schon besetzt, aber ich würde meinen beiden Jungs hier gerne einen ausgeben. Ah, ich bin Amber. Ich bin Tiffany. Danke, Daddy. Hey, hey. Was machst du da? Nichts, nichts. Wie war es bei der Arbeit? Das hast du mich noch nie gefragt. Was haben wir denn hier? Hey, hey, hey. Die moderne Braut? Ich lese sie nur wegen der Artikel. Ach ja? Okay, ich wollte mich inspirieren lassen, weil ich dachte, es wäre vielleicht nett, wenn wir die Hochzeit von Teddy und Mom hier feiern würden. Oh mein Gott! Unglaublich, du kannst ja Gedanken lesen. Ich wollte nicht damit anfangen, weil ich dachte, du sagst vielleicht nein. Aber ich habe auch schon die ganze Nacht gesucht. Also, ich habe an eine Zeremonie bei Sonnenuntergang gedacht, bei der die Gäste unten am Strand versammelt sind, während das Brautpaar in polynesischen Bastgewändern auf die Terrasse kommt, umgeben von tropischen Blumen und Gartenfackeln. Was gefällt dir daran nicht? Die Gartenfackeln sind etwas fragwürdig. Du scheinst mir allerdings auch ziemlich fragwürdig. Klären wir die Einzelheiten später. Wir müssen nur daran denken, dass wir es für jemanden tun, den wir lieben. Genau. Teddy. Okay, ich fahre nach Hause. Hey, Berta, haben Sie das von Mom gehört? Ja, sie ist Mormonen geworden. Dafür kriegt sie eine billige Wohnung in Salt Lake City. Oh, Sie meinen Ihre Mom? Nein. Wir kriegen einen neuen Dance. Der Mann ist super, er heißt Teddy. Er ist mit uns zum Boxen geflogen. Und hat uns Prostituierte und Eis gekauft. Mann, da gratuliere ich. Freut mich wirklich für euch, Jungs. Danke. Meine Neuigkeiten waren noch viel interessanter. Ich rufe Teddy an und sag ihm, was wir vorhaben. Gut, und frag ihn, was er von Gartenfackeln hält. Hi, Teddy, hier ist Charlie. Und Alan, hi, Teddy. Ja, Alan hat hi gesagt. Hörst du, wir haben über die Hochzeit nachgedacht. Die Gartenfackeln. Was? Soll das ein Witz sein? Was ist? Aha. Aha. Wow, das darf doch nicht wahr sein. Was? Mann hat ihn abblitzen lassen. Ah, dieses Miststück! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Teddy. Ich finde es furchtbar. Aber deshalb können wir ja trotzdem Verbindung halten. Du rufst uns an? Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich drauf. Bis dann. Den Ton kenne ich. Wir werden nie mehr was von ihm hören. Keine Gartenfackeln? Das verstehe ich nicht. Wie konnte Mann ihn abblitzen lassen? Er war perfekt für sie. Vergiss sie, er war perfekt für uns. Ich muss mein Herz verschließen, Charlie. Es tut viel zu weh. Von wegen. Das ist nicht vorbei. Komm. Wo gehen wir denn hin? Wir werden unserer Mutter ins Gewissen regen. Wirklich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ausgeht. Mann hat ihn weh. Mann! Mann! Wo steckst du zum Teufel? Vielleicht ist sie weg. Unsinn. Der Wagen ist da und die Alarmanlage ist aus. Mann! Aber Jungs, den Schlüssel habt ihr für Notfälle, aber nicht, um bei mir reinzuplatzen wie ein Rollkommando. Wir haben mit dir über Teddy zu reden. Teddy? Wieso um Himmels Willen wollt ihr über ihn reden? Weil wir Teddy sehr mögen. Und du ihm das Herz gebrochen hast. Was soll das? Ihr habt ihn nur mal fünf Minuten in einem Coffeeshop getroffen. Aber es waren gute fünf Minuten. Evelyn! Was ist denn da los zum Teufel? Ich komme gleich wieder, mein Schatz. Hör zu, das ist nicht der passende Augenblick. Komm schon, ich habe allmählich Ohrenschmerzen von dem vielen Viagra. Wer sind denn die Clowns? Ach, Jugo, Schatz. Das sind meine Söhne, Charlie und Alan. Halt, halt, warte mal. Du hast mir nicht gesagt, dass du Kinder hast. Ich habe doch keine Kinder gebucht. Schenk mir eine Minute, Schatz. Ich komme gleich wieder zu dir. Wenn ich Kinder sehen will, besuche ich meine eigenen. Wie alt sind die Nüsse? Also von hier aus sehen die aus wie hundert. Mom, was ist mit Teddy? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn wir diese Unterhaltung vertagen würden. Nein, 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 wir besprechen das sofort. Was wollt ihr von mir hören? Teddy ist ein lieber Kerl. Ich finde ihn sehr nett. Aber er möchte sich festbinden und ich will es nicht. Ich will unbedingt meine Freiheit behalten. Okay, Freiheit kapiere ich. Aber Teddy ist doch hundertmal besser als der Kerl da. Wie ich schon sagte, Teddy ist in Ordnung. Aber es gibt gewisse Gebiete, auf denen er sich nicht mit Jogo messen kann. Oh, Mann! Ich habe noch nie so einen großen gesehen. Da isst man schon lieber um halb vier zu Abend. Aber, aber, aber Teddy... Ich will nichts davon hören. Ihr habt mir da nicht reinzureden. Es ist mein Leben. Ich will mich im Moment nicht binden. Ich will mir alles offen halten. Jugo? Jugo? Oh Gott, nein! Schnell hier mit dem Telefon. Hier, damit, hier, damit! Hier, hier, hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo, Teddy. Oh, bin ich froh, dass ich dich noch erwische. Hervor, ja. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, Teddy. Ich brauchte noch etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Du weißt doch, es heißt, man weiß nicht, was man hat, bis man es verliert. Ja. Ja, mein Schatz, ich liebe dich doch auch. Natürlich, ich komm sofort rüber. Würde vielleicht mal jemand einen Laken über ihn werfen? Mom, sollen wir nicht den Notruf wählen? Oh, wählt, was ihr wollt, aber der Mann ist tot. Willst du jetzt wirklich einfach zu Teddy gehen? Ich kann ihn doch wohl schlecht zu mir einladen. Na also, sie geht zurück zu Teddy. Hey, 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 hey. Ein wenig Pietät. Oh, oh, ja. Okay, wer ist unser Daddy? Daddy! Genau! Man, 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 man Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020